Was geht, Chat? Das neue Setting ist noch nicht final, aber wir sind immer noch in der neuen Wohnung. Wer hätte es gedacht? Falls ihr es noch nicht gesehen habt. Hi, was geht? Ich hab da einfach mal so ein Shirt hingehängt. Mal gucken. Alle Mario Kart Teile hintereinander weg rocken. Soft, Soft Version. Also ich lasse die 2D Teile weg, die 2,5D Teile, die kann ich nicht. Die Steuerung ist, mit der werde ich nicht warm. Das erste Spiel wird Mario Kart 64 sein, was wir spielen. Nicht Super Mario Kart. Da komme ich mit der Steuerung schon nicht zurecht. Aber gerade in Super Mario Kart finde ich es besonders schwierig. Also das ist einfach nicht meine... Also alle 3D Mario Karts, so können wir es nennen. Ich hatte mich auf Super Circuit gefreut. Ey, Super Circuit ist auch echt okay, ist cool so. Ich habe es ja auch für ein Game Boy Micro sogar mal auf dem Weg zur Uni hin und wieder gespielt. Ich wollte damit warm werden, aber das dauert ewig. Super Circuit, die Steuerung kann ich auch nicht. Ich komme darauf nicht klar auf diese Steuerung von diesen alten Mario Karts oder von diesen etwas flacheren Mario Karts. Aber das Teil hat Retro-Strecken von Super Mario Kart irgendwie so... Wie viele sind das am Ende? Ich glaube, Super Circuit würde ewig dauern. Ich will jede Strecke wenigstens einmal fahren. Ich hatte sogar überlegt, ob ich alle Retro-Maps weglasse. So auf dem DS oder so sind die Retro-Maps jetzt auch nicht so krass. Die sind übelgeil, dass sie dabei sind. Aber für diesen Stream, alle Mario Kart-Strecken einmal fahren, ist es ja nicht nötig, weil man hat sie ja schon gespielt. Eigentlich ist ja nur MK7 der einzige richtige 3D-Teileinschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Ich sag's mal so, wenn du alle Cups machst, wirst du auch nicht mit Super Mario Kart fertig heute. Oder deswegen. Super Mario Kart ist huge so. Ich will heute auf jeden Fall den Stream lange machen, aber nicht insane. Also ich will keinen 24-Stunden-Stream draus machen. Ich mach den Johnny-Modus. Alle 3D-Mario Karts. Oh, die Cover. Die Cover auch so cool. Also zu der Zeit Kind gewesen zu sein. Als das hier das Logo war, oder beziehungsweise diese Animation ist echt cool. Also da fühle ich die Nostalgie komplett. Schön, diese primitiven Karts, die wirklich noch auf so Kartbahnen aussehen. Mit diesen langen Lenkrädern. Das hat schon was. Das Spiel, nicht viel gespielt, aber ich sehe, warum es legendär sein könnte. Ich find aber immer interessant, wie im Vergleich zu auch SNES-Spielen, das Ding einfach so... Guck mal, dieses Game Select da oben. Irgendwo ist das ein Art-Style, aber da haben sie echt nicht viel Zeit rein investiert in das User-Interface. Und auch die Maps, so... Diddy Kong Racing war ja viel, viel weiter eigentlich. Das ist schon krass, wie primitiv Mario Kart 64, find ich, aussieht. Auch, dass die Fahrer immer noch 2D-Sprits sind. Ich fang erst mal an. Es hat mich immer ein bisschen verwirrt, wie alt dieses Spiel aussieht. Aber ich glaub, das war einfach so, dass... Nach Mario Kart 64, Mario Party und so sah ja auch immer noch so aus. Ich glaub, die N64 konnte mehr, aber Nintendo hatte das noch nicht ganz so krass raus. Aus wen spielen wir denn? Toad ist immer... Toad hat natürlich die neißen Voice-Tabits. Oh, oder die Kay. I am the best! Diddy Kong Racing war schon mega nice. Ja, also einfach von dem, was leistbar war. Die Strecken hier sind teilweise so... Detaillos und so, aber es sind coole Strecken. Ich liebe ja die Remakes, also Royal Raceway. Dass man zu Pi's Schloss fahren kann. Das werden wir bestimmt einmal machen. Also das Game... Auf jeden Fall geil, aber schon so am ehesten das veraltete. Von den 3D-Teilen. Wen soll ich spielen? Das sind halt auch echt wenig Strecken. Sogar weniger Strecken als im Vorgänger. True. Das hat aber so ein bisschen das Etablier... Also das ist richtig schade, finde ich. Deswegen diesem Game. Bowser? Ne, ich glaube, ich habe Bock auf... Yahoo! Von tot möchte ich auch die japanischen Soundclips. Ja, ja doch, eigentlich. Ah, ne, passt schon. Ähm. Setz mich mal ein bisschen hier rüber, ne? Oh Gott, wie geht der Superstall eigentlich? Wo muss man in Minecraft 64? Muss man auch auf los? Wie ein Double Dash? Also das finde ich ein bisschen schade. Hätten sie hier mehr Maps gehabt? Oder Zeit gehabt? Oder ich weiß es gar nicht. Oh Gott, driften in dem Game auch. Keine Ahnung. Ja, war schon falsch. Obwohl, ne, ich habe den Boost bekommen. Ich habe den Boost bekommen, obwohl ich gegen eine Wand bin. Und jetzt hatte ich keinen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Wirklich, mit Minecraft 64... Minecraft 64... Viel zu wenig auseinandergesetzt. Ah, hier ist es. Hier ist der Button. Da ist Louis. Luigi auf dem Schild. Also es ist schon alles da. Die Staples, würde ich sagen, wurden hier erfunden für die späteren Teile. Aber es sieht auch für ein N64-Spiel nicht so... Ähm... Minimal aus einfach. Aber Gameplay-mäßig hat es ja... Legenden-Status. Das ist ja das Mario Kart für viele gewesen. An sich natürlich zu Recht. Ach so, okay. Ne, jetzt gerade ich ins Schleudern, oder? Das weiß ich auch immer nie. Deswegen sage ich auch, Mario Kart 64 ist noch so ein bisschen wie die 2D-Teile. Da gibt es so Mechaniken, die ich einfach nicht raffe. So, sowas wie... Irgendwie ins Schleudern geraten, weil man... Ja, weil man falsch lenkt. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade falsch gemacht habe. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Gern ein bisschen Backseat-Game an der Stelle, falls ich gerade Zeit habe, in den Chat zu schauen. Jetzt eine Kamera mit nach hinten gucken wäre stark, natürlich. Komm, den erwische ich noch. Dem schmeiße ich das... Ich wollte es nach vorne schmeißen. Ich weiß allerdings nicht, ob es möglich ist. Du darfst nicht zu schnell sein? Wie? Ich darf nicht zu schnelle Inputs machen, oder ich darf nicht zu schnell fahren, von der Geschwindigkeit her? Dabei, das Driften... Das Driften geht eigentlich fit. Ich brauche es jetzt noch irgendwie erwischen. Okay, easy. Easy. Den behalte ich, glaube ich, sogar. Falls hier noch was schief geht. Auf der Zielgeraden. Oh nein, der überholt mich jetzt noch so richtig dumm, oder? Passt. Let's go. Zu schnell Richtung wechseln. Okay, also nicht links und rechts. Das passiert, wenn ich so driften will wie in Mario Kart DS, was man in Mario Kart 8 auch nicht tun sollte. Die Beleuchtung ist jetzt ja noch schlimmer geworden. Ich probiere nochmal den hier. Ist schon besser. Ist doof zu erklären. Ja, eben. Also in dem Spiel werde ich auf jeden Fall nicht rasieren. Da habe ich am wenigsten Erfahrung. Aber ist schon nostalgisch auch. Also für euch. Für manche von euch. Das hat so richtig schöne Eigenheiten, wie Spiele früher das halt so hatten. So komische Entscheidungen und Details, wo man sich einfach so denkt, ach, das war... Dat waren Zeiten, mein Junge. Warum sind die immer schneller? Ich habe das Gefühl, ich sollte nicht driften, weil ich irgendwie immer überholt werde, sobald ich drifte. Alter, stark! Let's go. Oh shit, ich dachte, das sind drei. Oh, oh, grüne Panzer hier auf jeden Fall schwierig. Ich will in keinen Monty fahren. Oh shit! Ah, hat man das wenigstens mal gesehen? Crash! Die Cartoon-Schriftzüge auch. So geil! Das ist einfach... Ähm... Ähm, hier. Atmosphärisch auf jeden Fall. Das Spiel hat... Oh Gott! Lakito! Rette mich! Oh Gott, ich will jetzt schon... Was? Hier gibt es auch so einen Fehlstart, wenn man das macht. Entschuldigung! Es läuft gerade alles schief. Wie funktioniert dieses Spiel? Ich bin komplett überfordert. The fuck? Okay, ich mache euch alle weg aus dem Weg. Yes! Das ist, wovon ich spreche. Der Stachy-Panzer, man fühlt sich einfach mächtig. Auch wenn er mir jetzt nichts bringt. Wobei, räumt er hier auch Leute aus dem Weg? Double Dash hat den fliegenden Stachy eingeführt. Mega dumm. Der fliegende Stachy ist einfach nur wasted so. Keine Ahnung, was ist das? So, vielleicht schaffe ich es sogar noch. Wie weit ist das Ziel weg? Ah, zu nah dran, ne? Wenn ich jetzt noch... Oh, wenn ich jetzt keinen Monty erwische, dann bin ich erster. Komm schon, ein Pilz oder so. Weg mit dir! Fuck! Aber, aber guter Versuch, guter Versuch. Wo auch immer Bowser hierher kam plötzlich. Das seltsamste Feature ist, dass man den Soundtrack muten kann. Das hast du so, wie jeder andere auch, versehentlich gemacht. Ich wollte gerade sagen, ich höre kaum was. Ich wollte das Spiel lauter stellen, aber die Musik ist einfach weg. Liegt das an der Switch, oder ist das einfach im Original? Wie mache ich das wieder an? Gott, zum Glück sind wir relativ schnell durch mit diesem Spiel. Und dann bin ich wieder in vertrauten Gewässern. L oder Z, ey. Ah, das habe ich gemacht. Kann man das jederzeit beliebig? Ja, es ist keine Musik da. Jetzt! Wie witzig! Oh mein Gott, einfach so! Was ist diese Funktion? Wofür? Ah, ich habe wieder links-rechts-gelenk. Vollidiot! Ja, so ist es schön. Mann, jetzt hatten wir nicht die gute alte Farben-Musik. Die ist doch so toll. Ne, ich habe den Item-Knopf gesucht halt, ne? Ach shit, das geht nicht. Das geht nur mit Pilz. Das sollte ich gar nicht erst versuchen. Die Soundclips von damals. Oh shit! Und auch Zielen zum Beispiel finde ich unfassbar unmöglich in dem Game. Also in irgendeiner Form hier einzuschätzen... Wow, die Palmen sind so gefährlich! Okay, krass. Ähm, hier einzuschätzen... Sag mir das, das funktioniert durchs Wasser zu fahren. Let's go! Let's go! Peach ist in den Schleuern geraten. Ist schon fun! Also wenn man sich hier... Wenn man sich einspielt... Sind diese ganzen Mechaniken, die ich nicht kenne, vielleicht richtig geil. Und ich hätte ein paar von denen wieder gerne. Weil das in Schleuern geraten ist eigentlich... Ist eine weirde Idee, aber eigentlich ja realistisch, ne? Okay, in dem Fall habe ich keine Ahnung, warum es passiert ist. Ich habe mir extra den scheiß Pilz für die Abkürzung aufbewahrt. Und jetzt kann ich es nicht. Mann! Das ist doch bescheuert! Gibt es einen Kugel, Willi, oder so? Ach, da war eine Banane! Oh, okay. Habe ich nicht gesehen. Und wie soll man auf die Rampe zu steuern? Ich bin komplett... Nicht in der Lage, dieses Spiel zu spielen, glaube ich. Oh! Okay, das ist hart. Easy erster Platz. So will ich das sehen. Nein! Nicht so überlenken! Das Triften ist so komisch! Vielleicht... Vielleicht werde ich ja ein bisschen Fortschritt machen, bis ich bei der Regenbogenstrecke bin. Mit eurer Hilfe. Was passiert denn jetzt? Gehe davon aus, das Wasser war zu tief und deswegen... Aber es geht auch so schnell. Also, weil ich halt direkt 150 fahre, wahrscheinlich. Okay, scheiße. Oh, das hat mir jetzt... Oh! Wieso ist man so schnell mit Bananen? Hä? Was geht denn hier ab? Bananen einfach Superstern. Was? Oder ist nur die Kamera rausgesucht? Ey, war ja unfassbar beschleunigt worden von dem Item. Ich kenne das Spiel ja wirklich gar nicht. Noch macht's Spaß. Johnny Schummelt. Was ist gerade... Was war das für ein Boost? Das sieht nur so aus. Die Kamera zoomt raus. Ja, aber ich hab die anderen voll eingeholt. Ich hab davon gehört, dass das so eine visuelle Sache ist. Aber ich... Das kam mir gerade nicht nur wie so eine Illusion vor. Aber ich denke mal, so funktionieren Illusionen, oder? Okay, das war zu lang. Ich konnte leider immer noch nicht viel lesen. Aber irgendwer geschrieben hat, wie der Superstar funktioniert. Boah, legendäre Strecke. Soll ich's einmal machen? Soll ich hier einmal langfahren, wo der Zug langfährt? Kann ich hier langfahren? Ich hab keine Ahnung. Also ich weiß auf jeden Fall, in MyCard 7 geht das, glaube ich, nicht. Das ist irgendwie voll cool, dass es hier geht. Bleib ich nicht sogar jetzt auf der Strecke? Ah, ich hatte ja natürlich jetzt links am Zug vorbeigewohnt. Ah, war gar nicht so schlimm. Hä, das macht ja voll Sinn fast schon da so. Die anderen müssen warten. Ich selbst kann auf den Schienen einfach... ...rechts vom Zug bleiben. Und wenn man... ...wenn man in den Tunnel fährt, wird man dann zurückgesetzt? Oder geht der tatsächlich durch? Das sind so coole... Das sind Approaches, die ich auf jeden Fall zurückhaben will. Ist der Song noch da? Hab ich den Song wieder aus Versehen ausgemacht? Jetzt ist der Song... What the fuck? Okay, ich fahr mal in den Tunnel. Ist mir scheißegal. Ist wahrscheinlich jetzt... Ich fahr, glaube ich... Ja, genau, ich fahr jetzt Reverse. Aber das geht tatsächlich... Was? Ich bin der Erste... Niemals. Niemals. No way. Funktioniert das so. Dass ich jetzt als Erster hier... Okay, ich muss aber... Ich kann hier auch nicht raus. Das ist ein Problem. Wo ist der Ausgang? Ist mich wieder letzter. Als ob das zählen würde, wenn man es irgendwie schafft. Wo ist die Feder, wenn man sie braucht? Als ob das zählen würde. Kann man in die andere Richtung abkürzen? So eine seltsame Strecke. Also wenn ich jetzt... Von hier in den Tunnel reinfahren würde? Ne, dann fahr ich nicht durchs Ziel. Das könnte ein Problem sein. Ja, aber solche... Erkundungsmöglichkeiten auf den Maps... Finde ich unfassbar cool. Und als Kind hat man damit so viel Spaß... Mit solchen Funktionen. Würde ich absolut wiederhaben wollen. Ich wollte ja sowieso... Worüber hatten wir mal gesprochen? Über... Strecken, die sozusagen... Im Racing-Modus sind die so abgesperrt. Und dann sind da so Orte, wo man nicht hin kann. Und auch online und so. Aber sonst, dass die so viel freier sind. Und viel offener. Und fast wie so ein... Ja, noch so ein kleines Erkundungsgame. Als Story-Mode in Mario Kart. Das ist was sehr Eigenes. Ich check, dass Leute das vielleicht nicht unbedingt wollen. Weil die Strecken dann nicht mehr so... Streamlined sein können und so. Aber... Das ist so eine persönliche Sache von mir. Das fände ich so cool. Ah, da hätte ich so viel Spaß mit. Shit. Fünfter Platz reicht nicht, oder? Fünfter Platz muss ich, glaube ich, wiederholen. Nach den alten Regeln. Aber insgesamt dürfte ich auf dem Treppchen sein. Ja, muss ich retryen. Scheiße. In Mario Kart 7 geht das mit der Eisenbahn aber nicht durch den Tunnel. Ne, eben. Deswegen. Voll geil. Ich wollte das mal zeigen. Aber ich glaube, ich bin falsch rumgefahren. Ja, Mario Kart 64 hat seine Momente, aber für mich auf jeden Fall nicht hier. Diese alte Logik erschließt sich mir auch einfach nicht. Shit. Ich wollte doch bremsen. Aber man muss den Bremsweg mit einbeziehen. Ich war noch in keiner Praxisstunde. Ich habe noch keinen Führerschein. Da habe ich mich gut verschätzt. Oh mein Gott. Der Bremsweg ist insane lang in diesem Spiel. Das war richtig perfekt. Jetzt hole ich mir den Sieg. Die Toad lacht in dem Spiel. Der hat ja auf jeden Fall noch kein Raucherproblem. Oh Gott, ich gerade immer ins Schleudern. Mein roter Panzer war gerade auf der anderen Seite. Habe ich genau gesehen. Irgendwer hat gerade geschrieben, er sieht keinen Unterschied beim Driften. Meinst du im Vergleich zu anderen Mario Karts? Oder meinst du hier zu, also dass man hier, wofür man hier driften sollte? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es einen Boost gibt. Die Stimmen sind Legendary. Ja, ja. Oh Gott. Das fiel eher wie so ein richtiges, wie so ein Kart-Simulator noch. Da musste man noch Fahrskills haben. Der Untergrund hat sich noch richtig schön in das Profil reingedreht. Man geht ins Schleudern. Das wäre auch cool, den neuen Teil. Hä, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich komme darauf gar nicht klar. Auf dieses Links- und Rechtssteuern. Das ist so mein Fahrstil einfach. Ich wurde von Double Dash und Mark-Cut-DS geprägt. Das ist mir hier viel zu echt. Mir ist es so warm wie in der Wüste. Ich habe Durst. Ich muss an Bahngleisen warten. Das ist kein Mario Kart. Das ist einfach nur... Wüsten-Fahr-Simulator. Wüsten-Fahr-Simulator. Wüsten-Gibt es irgendwie... Welches Wüsten-Racing-Spiel gibt es? Ich kenne eins. Ich wollte damit einen Joke machen, aber mir fiel der Name nicht ein. Oh mein Gott. Bitte lass es vorbei sein. God damn. Viel zu realistisch, oder? Ich meine... Allein die Grafik. Weil der Stream so früh angefangen hat, ist es in meinem Kopf irgendwie schon Abend. Das ist wirklich untypisch. Es ist 16 Uhr und ich bin schon länger dabei jetzt. Aber keine Sorge, es wird Abend werden. Mario Kart 8 sollte auf jeden Fall... Mario Kart DS ist das erste Spiel, was richtig lange dauern wird. Und Mario Kart 8... Das wird hart. Oh, das ist so geil. Das ist aber auch eine der besten Siegerehrungen. Muss man sagen. Weil es einfach so ein vertrauter Ort aus einem anderen Game ist. Wie genial. Wie fucking genius ist das. Du hast damals einfach mal 64 als Kind gespielt. Dann hast du mal Kart 64 gekauft. Bist wieder hier. Du dachtest so... Oh mein Gott, Nintendo ist ja so einheitlich und so eine echte Welt. Und dann wurde alles wieder verworfen. Also N64 Mario auf jeden Fall. Eine geile Zeit. Fucking... Und was ist das? Okay, das habe ich noch nie verstanden. Auch im Original nicht. Komm, lass uns ein riesen Cheep Cheep. So ein Siegerehrungs-Zeppelin sein oder was auch immer. Woo, we did it. Ja, der erste Cup. Auf jeden Fall hat es schon länger gedauert, als ich jetzt gedacht hätte. Aber ich will auch nichts wegklicken. Ich will auch die Siegerehrung in den Spielen jetzt genießen. I am the best! Ich mache es doch lauter. Ist trotzdem sehr leise, glaube ich. Oh, der Song kommt... Entweder aus diesem Spiel oder aus dem davor. Auf jeden Fall der Rainbow Road... Song ist ja auch von hier. Also was das angeht, komplett geil. Ach, das Spiel ist generell geil. Ich kann es nur einfach nicht. Ähm... Wario. Mein Boy. Den darf ich doch nicht vernachlässigen. Ist hier auch schon... Ich sollte mit Wario wahrscheinlich den Star Cup machen. Wegen Wario Stadium. Machen wir... Bowser? Ne, Bowser bei Bowsers Festung. Dann machen wir jetzt DK. Ich glaube, da war gerade hier DK. Ne, war gar nicht. Scheiß drauf. Toad hatten wir eben. Ich hätte Mario spielen sollen. Man hat aber zum Glück unendlich viele Retries im Gegensatz zum Vorgänger. Da war... Da war bei dreimal Schluss. Oh, was? Einfach unendlich hier? Ich dachte auch hier wäre... Irgendwann ein Limit. Äh, dann ist ja gut. Dann kann ich das Spiel einfach genießen. Vielleicht ein bisschen lernen, wie das geht. Und... Muss nicht so... Allein so eine gute Entscheidung, dass wir nicht Super Circuit spielen. Äh, Super Mario Kart und Super Circuit. Super Circuit würde ich eventuell noch hinkriegen, aber... What the fuck? Das ist ja wirklich unfassbar langweilig auf dem Original. Das mit den Autos ist ziemlich cool, aber... Man kann finden, selbst ich hatte noch viel mehr diesen Anspruch mit... Yo, Mario Kart, aber in so echten Orten. So ein bisschen. Eine Autobahn, eine Wüste, der Nordpol... Ach du Scheiße, was ist das für ein Elefantenrennen? Okay, ich habe nichts gesagt. Das ist ja fucking hart, wenn das passiert. Nein! Ich wurde da so rüber gerammt. Oh Gott, ist das ein dummer... Ein dummer Goldpilz und ich habe wieder zu viel gelenkt. Macht schon leider... Macht ja leider Sinn, wenn man die ganze Zeit so... Oh Gott. So links und rechts... Macht, um irgendwie zu korrigieren. Das würde bei einem echten Auto natürlich nicht funktionieren. Gott verdammt. Ich hoffe, ich hoffe, ich kann das Spiel... Ohne unendliche Trice nutzen zu müssen. Durchspielen, damit wir... Damit wir an den Ort kommen, wo ich auch ein bisschen mehr im Chat sein kann. Damit ich nicht... Verliere. Wenn ich hier einmal weggucke, habe ich die... Dann bin ich schon durchgefallen durch die Prüfung. Kann mir keiner erzählen. Tesi, vielen, vielen Dank für den Raid. Grüßt euch. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderbare Zeit. Macht es euch bequem. Oh mein fucking Gott. Oh mein Gott, ich habe es gesehen, aber... Donkey Kong mag ja auch Bananen. Ich meine... Ich wollte ihm nur was Gutes tun. Und trotzdem hole ich auf. Das ist einfach... Für... Noobs für mich, wie du mich gemacht hast. Wobei, wie viel die Runde? Okay. Passt. Ja, easy. Nicht nochmal so eine Banane. Und jetzt innen vorbei. Fucking unmöglich. Okay, nie wieder innen vorbei. Das hat mir alles zerstört. Yoshi. Vieles, Batman. Hab ich wieder den... Hab ich wieder den Soundtrack ausgemacht? Das ist doch so dumm, das auf so einen Knopf zu legen. Oh mein Gott. Oh was, wie schade. Ach, da sind das Benzintanks. Oh, Hilfe. Oh, nein. Nicht dagegen. Wow. Wow, ich spiele mit dem Feuer. Komm, jetzt werde ich noch Erster. Jetzt kriege ich Peach noch. Schön hier innen die Kurve. Ich werde jetzt nichts leiden. Luigi, verpiss dich. Verpiss dich, Mann. Okay, das mit Peach wird nichts mehr, aber... Let's go! Hilfe! Nein, ich hab so 100 Kilometer gesehen, aber ich konnte nicht ausweichen. Das ist so schwer in dem Game irgendwie. Nein! Pause, du kleiner Ekelhafter. Aber war in Ordnung. Ich muss mich richtig konzentrieren. Das macht schon Spaß. Ist ganz anders, als ich Mario Kart gewohnt bin. Diese Karten sind sehr empfindlich. Warum soll der nur Schalen essen? Psst! Ach, die guten Decay-Sounds. Die erinnern mich zu sehr an das Mogi-Johnny-Madros-Bars-Projekt. Wait, war das nicht... Malkat64... Äh... Crab Racer? Oh, doch, stimmt. Ich hab irgendwie ein Video rausgesucht. Oder Mogi hatte das Video rausgesucht. Mit den Sounds. Ja, das sind aber auch echt gute Sounds. Ah, die Map. Ah, die ist fucking lame. In dieser Version vielleicht ganz geil. Ich hab keine Ahnung. Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich die jemals... Ob ich dieses Spiel jemals gespielt hab. Alle Strecken. Ich hab's manchmal versucht zu spielen. Ich hab letztens... Online gegen Woll und Riki gespielt. Aber war die Strecke... Da haben wir alle Strecken gefahren? Ach, du Scheiße. Ja, ich glaub schon. Aber kein Wunder, dass ich da reingeschissen hab. Ich komm mit diesem... Mit dieser Steuerung nicht klar. Weißt du, wenn man erzählt, dass Double Dash eine schwere Einstiegssteuerung hat, stimme ich komplett zu. Weil Double Dash... Die Autos, die... Die fahren wie auf Seife. Die driften immer so krass nach außen. Und wenn du lenkst, dann kommt der Input gefühlt eine Sekunde später und so. Aber ich komm damit trotzdem... Weil ich mich dran gewöhnt hab, besser zu rechnen als hier mit. Ich find, man muss hier so richtig aufpassen, dass man... Nicht gegen Sachen gegen fährt. Das ist so schwierig. Holy shit. Man hat so ganz wenig Bewegungsfrei rum, finde ich. Oh, kann man da hochfahren? Wenn ich mal Kart 64 kennen, geht das. Aber ich will's grad tatsächlich nicht aufs Spiel setzen. Weil hier den ersten Platz wär auf jeden Fall stark. Alter, ich fahr... Ich fahr doch grad richtig gut. Let's go. Oh mein Gott. Das ist so ein einer kleiner Scheiß-Schneemann. Ist richtig gefährlich in diesem Spiel. Das bin ich gar nicht mehr gewöhnt. Ah! Der Totschrei. Ah! Nein, ey! Ich raff's nicht. Man sieht, dass es kommt, aber man... Ich würde einfach von der Strecke runterfahren, wenn ich einmal versuche, zum Schneemann richtig auszuweichen. Bräuchte ich direkt den ADAC. Oh mein Gott, das war genius. Das war leider viel zu gut platziert. Scheiße. Ja! 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 Verpiss dich! Wario! Komm her! Wo ist meine Rote? Nein, nicht Bowser! Aua! Nein! Nicht von der Brücke fallen. Oh mein Gott! Oh, ich hätte retryen müssen, wenn Tod mich noch bekommen hätte. Damn! Was ne Scheiß-Map! God damn! Das ist also der... Das Layout ist cool mit dieser Schneeschlucht am Ende, aber... Ich bekomme Anxiety beim Fahren. Toxic! Was geht? Machst du bequem! Alle Mario-Karts müssen heute durchgeholzt werden. Und das erste wird wahrscheinlich die größte Hürde für mich. Oh, Jocko Mountain ist dafür besonders geil. Keine Ahnung, manche Leute mögen es nicht, aber ich liebe die... Ich liebe die Ansprüche der N64-Maps. Da kann man wirklich nichts sagen. Naja, also zum Beispiel die Schlucht eben und so. Das sind alles so simple Sachen, aber hier auch... Dieser See und man kann am Ende des Sees runterfallen und muss nochmal den gesamten See rumfahren. Irgendwie mag ich das. Dass die Maps so ein bisschen weird und dumm sind. I don't know. Vermisse ich ein bisschen im Vergleich zu den wirklich... Manchmal sehr gleichen Maps. Die haben alle so eine Persönlichkeit halt. Die Persönlichkeit, die in Mario Kart 8 die Optik hat, ist auf jeden Fall vorhanden. Also, dass es grafisch sehr geile Maps sind und sehr eigene Settings hat und so. Dass sich da nicht viel wiederholt ist, das stimmt schon, aber... Ich meine, der Verlauf von... Äh... Fallgeist... Nee, nicht... Fallgeist... Shygeist Waterfalls, deswegen. Ja, also Fallgeist und Mario Kart 8 ist halt zu ähnlich, muss man sagen. Bin ich gerade gegen die Bananen, aber ich habe es überlebt? Nein, bitte nicht. Oh Mann, genau die Scheiße. Aber wie cool das ist. Das ist so eine gute Idee irgendwie. Mega frustrierend, aber irgendwie... Genau wie bei Vario Stadium, dass man da runterfällt und dann wirklich den Umweg fahren muss. Das hat einfach was. Ja. Aber jetzt habe ich den Nachteil. Jetzt habe ich reingeschissen. Gott, das Spiel ist aber auch... Es ist so schwierig zu kontrollieren. Hier mal Pilze zu bekommen, da fühle ich auf jeden Fall, dass man auch in den Nachfolgern sich einfach nur ärgert, wenn man Pilze kriegt. Ich liebe Pilze als Items in allen Mario Karts, aber hier verliere ich einfach komplett die Kontrolle. So, was? Ich habe nicht so gelenkt. Ja, komm. Ja, komm. Oh, wie geil. Okay, das finde ich cool, dass wir das auch nochmal sehen. Das hatte ich, das wusste ich nicht. Bitte nicht. Holy shit. Warum, warum? Was sind das für rote Panzer in diesem Game? Warum fetzen die immer so nach rechts weg? Let's go! Das wäre ein Retry gewesen. Oh mein Gott, Shoutout an die roten Panzer gerade. Was hast du doch nicht vor Mario Kart gemacht? Alter, du kommst um 16 Uhr in meinen Stream und fragst mich, was ich vorher gemacht habe. Willst du mich trollen? Yo, ich habe einen super Start hingekriegt. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es irgendwie rausgefunden. Oh, das ist so eine coole Musik. Oh, und das ist auch eine richtig gute Map. Ja, okay, das Fahrgefühl mit Bananen ist ja viel geiler. Das wirkt ja plötzlich so, das erklärt auch, warum mir die Kontrolle so schwer fällt, weil man ist ja insane schnell. Es sieht nur nicht so aus. Guck dir das an. So, aus dem Weg. Hier erstmal einen kleinen Stunt ziehen. In Malka Readern später. Um fair zu sein, das streamt schon eine Stunde. Ja, ja. Habt das Chatding gemacht. Ich wollte doch nur ein bisschen ärgern. Gott, das sieht so schnell aus mit einer Banane. Macht aber Spaß. Also Malka Double Dash ist glaube ich auch... Einfach das, das, das... Ach du Scheiße. Also wird dein Content live geklaut. Geht hier an... Ach so. Oh no. Da kann ich nicht viel machen. Ich denke mal nicht, dass das... Was bringt das irgendwem? Als ob da so Leute gucken. Oh, wer ist denn dieser Johnny, der da... Der Keggy LP? Wie ist so sowas... Wie, wie, wie... Wie hast du das bemerkt? Kann ich da irgendwas machen? Können wir da rüber gehen und melden oder so? Ich glaube, ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock... Scheiße, da reinzuschauen. Das ist... Ich denke, man ignoriert am ehesten, oder? Das letzte Runde? Wann ist das passiert? Hä, die Map hat übel Spaß gemacht. Und ich werde einfach siebter? Fuck. ETA, das ist alles deine Schuld. Dank fürs Bescheid geben. Hat dem Spiel Lenata-Stream die Mistetat angekündigt? Keine Ahnung. Da wird Twitch schon bannen, denke ich. Keggy macht sowas doch nicht. Nein, natürlich nicht. Ich weiß nicht, was ein Spiegel-Stream ist. Ich dachte, Keggy macht irgendwas Witziges. Ich dachte, das war irgendein Joke. Ich meine, es ist... Es ist... Es ist Content-Claw, Aber es ist jetzt auch nichts... Kein Weltuntergang. Wenn irgendjemand... Das hier einfach restreamt, dann... Da passiert doch eh nichts. Also was... Da kriegt man ja nichts, oder so. Äh... Excuse me. Okay. Kann man da einfach abkürzen? Kann ich da einfach langfahren? Das wirkte gerade, als wäre das... Tatsächlich eine gute Sache gewesen. Ey, ich vollidiot. Oh, mit X kann man auch Items schießen. Ich würde so gern nach hinten schauen können. Gibt es einen Knopf für nach hinten gucken in diesem Spiel? Ich denke mal nicht, oder? Aber wenn ja, dann hätten sie ihn ja wieder entfernt. Das wäre... Wow! Bitte, sag mir der... Der goldene Panzerheld noch. Sie müssen bald mit Mario Kart Deluxe alleine machen, wenn alle DLCs draußen sind. Halt wirklich. Das ist sowieso geplant, denke ich. Alle Mario Kart 8 Strecken mal spielen an einem Tag. Aber mit anderen dann wahrscheinlich zusammen. Wenn alles da ist, das wird... Ist auf jeden Fall... Das ist auf jeden Fall machbar. Oh Gott! Da wollte ich ein bisschen zu hoch hinaus. Komm schon, Johnny. Jetzt nicht in der letzten Runde. Was tust du? Was ist das? Was sind das für Inputs, Bro? Okay. Ich habe auf jeden Fall das Item noch bekommen, aber ich fahre hier ständig... Let's go! Easy. Erster Platz. Also hier... Der Goldpitz ist ja insane. Okay, vielleicht nicht erster. Aber... Was? Ich bin... Ich bin nicht mal wirklich... Wo waren die denn alle schon? Ich habe nicht einen Platz gut gemacht, oder? Allerdings kann ich weiter. Hä? Ich dachte, die sind da so in der Röhre oder so. Waren einfach alle schon im Ziel. Ach so. 500 Bits. Schwarz hier da. Vielen, vielen lieben Dank. Das war mehr als ich dachte. Dankeschön. Ich sehe da nichts Auffälliges beim Kegi-Stream. Kegi-Stream ganz normal, äh... Sein Intro. Habe ich auch geprüft. Tier 500 dann fehlt nur noch im Mario Kart 8 Deluxe. So ein Modus wie aus Double, der schwummern alle Strecken hintereinander. Junge, ist das hässlich. Was ist das für... Was ist das für ein Account? Warum gucken da so viele zu? Geht mal da raus. Easy, dritter Platz. Äh... Darf ich jetzt weitermachen? Ja, oder? Ich mache die Regeln. Ich glaube, ich kann... Ich glaube, ich spiele einfach alle vier Cups und dann... Dann spielen wir weiter. Ach so! Was? Zeig mal, Bro. Das wäre genau das Falsche. Wobei, wenn ich es nicht zeige, dann geht man wahrscheinlich selber hin, um nachzuschauen, ne? Ich glaube, ihr habt schon alles erreicht, indem, dass ihr es mir mitgeteilt habt, was die Person wollte, insofern. Können wir einfach entspannt weitermachen. So, jetzt Wario. My boy! Hat er hier noch so... Hat er hier noch sowas wie so ein Mist oder so? Ich glaube, das war Mario Party, aber... Wie spricht er in diesem Teil? Komm schon, Johnny, Superstart. Das war zumindest kein Scheißstart. War okay. Alter, Wario. Hast du... Das ist ein gutes Gefühl für Inneneinrichtung, auf jeden Fall. Ich würde sagen... Eigenwerbung... Stinkt und ich meine, es könnte nicht passender für dich sein. Du stinkst sowieso. Okay. Du kommst zu Wario nach Hause, seine Tapete einfach. Nur sein Gesicht. Das sind die Mitarbeiter des Monats. Oh Gott, Hilfe. Rekordstrecke? Die ist sehr lang, oder? Alter. Ich glaube, die Hälfte dieses... dieses... Playthroughs von MyCard64 würde einfach Rainbow Road sein. Die ist insane. Ach, komm schon. Ich finde aber in MyCard8 hätte man die Rainbow Road auf jeden Fall so machen können, dass man zwei Runden drauf fährt. Weil sie loopt ja auch, ne? Das fand ich immer ein bisschen schade. Die ist so schnell vorbei. Die macht so Spaß. Die ist so cool. Und dann ist sie halt echt... Und dieses einmal... Also... Sie haben diese Strecken halt, wo man seit MyCard7, wo man nur von Start ins Ziel fährt. Und das sind auch absolute Highlights so. Aber die sollten natürlich nicht die Überhand gewinnen. Also Mario... Äh... Varios... Abfahrt, äh... Ist mega geil. Aber ich finde, nicht jede Strecke sollte so sein. Aber dass sie dann dasselbe Konzept auch bei der Rainbow Road gemacht haben, finde ich ein bisschen weird. Dass sie sich nicht erinnert haben, dass sie auch in Double Dash schon mal Strecken hatten, die nur zwei Runden hatten. Ich meine, warum nicht? Das fand ich ein bisschen zugezwungen, dann zu sagen... Oh! Die Rainbow Road ist so lang. Da müssen wir eine Runde draus machen. So wie... Wie die anderen Strecken. So wie... Äh... F-Zero oder so. Ich weiß auch nie, was ich in diesem Spiel mit diesen ganzen Sound-Effekten anfangen soll. Helfen die mir? Sind das einfach nur... Ist das einfach nur der Grafikstil? Pomp. Boing. Hilfe! Ich muss Vierter werden! Ich bin noch nicht einmal die Todesschlucht runtergefallen. Das ist das Gute. Nein! Ach man, ich wollte das Item... So früh wollte ich schon darauf zusteuern. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Oh, okay. Das war... Ach, come on! Jetzt falle ich runter. Jetzt habe ich es gejinxt. Jetzt kommt ein Blitz. Ah! Okay, let's go. Let's go! Gar kein Problem. Jetzt noch den nächsten wenigstens überholen. Wieso fetzen die einfach zur Seite? Wieso fliegen die in diesem Spiel nicht geradeaus? Ich finde auch die grünen Panzer... Ich bin so dumm. Warum dachte ich, dass es ein echtes Item ist? Hä? Was ist denn los mit mir? Alles daran war fake. Die grünen Panzer hier, die fliegen auch nie geradeaus irgendwie. Ja, genau. Den Mods Bescheid geben auf jeden Fall. Aber an sich natürlich danke fürs Bescheid geben. Das Ding ist nur... Ich denke mal nicht, dass das irgendwas richtig Schlimmes halt sein könnte. Ich wüsste jetzt nicht, was da Negatives für mich bei passieren sollte. Ist nur ein bisschen weird. Das heißt, es ist jetzt kein Notfall oder so. Wo ihr dringend eingreifen müsst. Ach, bitte. Ich war so gut gerade. Immer wenn ich gut fahre, dann komme ich ins Schleudern, weil ich fürs Gutfahren so viel hin und her lenken muss irgendwie. Wer kommt denn auf die Idee, dass zu viele Inputs bestraft werden? Super Smash Bros. Brawl, hä? Was soll das? Wer denkt sich das aus? Haben die roten Panzer sich selbst annulliert? Wofür sind... Okay. Rote Panzer in diesem Game sind, glaube ich, noch nicht so gewesen wie später dann. Sondern einfach nur... Tod wie zur Hölle kannst du mithalten. Verarsch mich nicht. Nein. Was hat der für Items? Ist hier auch Rubberbanding? Verzieh dich. Yahoo! Ich fahre viel besser als du. Nein. Nein, ich werde nicht fünfte... Dieses Wochenende die komplette 3D World-Aufzeichnung geschaffen... Fucking was? Wie konnten DK und Toad einfach nur vorbeifahren? Ich war Dritter. Ich war eigentlich auf dem Weg zum Dritten. Oh, die Map ist so lang. Ach, Mann. Ich will doch nur Double Dash spielen. Toasty3-003. Vielen lieben Dank für fünf Monate. Oh, shit. Vielen lieben Dank. Dieses Wochenende die komplette 3D World-Aufzeichnung geschaut. Und jetzt Mario Kart. Let's go. Ich hoffe, du hast es enjoyed. Demnächst auf jeden Fall muss ich Malfe auch wieder einspannen. Die schweren Level wollen gemeistert werden. An sich wäre die Aufzeichnung auch noch nicht gekommen. Ich hätte das Spiel durchgespielt mit Malfe und dann alles am Stück hochgeladen. Aber... Also die Regel von YouTube, nichts länger als zwölf Stunden ist schon seltsam. 24 Stunden würde ich noch sehen. Da denke ich auch irgendwann so, okay, das ist ja einfach nur dumm. Aber früher gab es so 100 Stunden Videos. Vielleicht wollten sie die verhindern, dass nicht immer so 100 Stunden von irgendwas hochgeladen wird. Aber zwölf Stunden ist auch wirklich wenig für... Ja, allein für solche Sachen wie, keine Ahnung, irgendein Livestream, der irgendein Event verfolgt hat, irgendein Konzert oder irgendwelche... Wissenschafts-Livestreams, wo, keine Ahnung, die Mondphase aufgezeichnet ist oder so. Gibt ja nicht nur Gaming-Sachen, die mal so eben easy über zwei Stunden kommen. Aufwändige Kurzfilme und Animationen und so, die bleiben natürlich weit zurück hinter so einem Fließband-Content. Aber es gibt schon sinnvolle Dinge, die zwei Stunden, 24 Stunden lang sein können. Fuck! Hast du mir auch reingezogen? War das erste Mal Treasure-Video in der Art, dass ich mir vollständig angeguckt habe. Let's go! Oh mein Gott. Ja, aber das ist auch so... Das waren einfach richtig... Coole, relativ kurze Streams alle aneinander. Es war jetzt nicht so dieses... Ja, mal 64 Lakitu-Challenge ist halt auch zwei Stunden, aber man denkt sich so, okay... So lang braucht man für das Game eigentlich nicht. Aber Maeve und ich haben tatsächlich so lang gebraucht, es war einfach... Es ist wie ein Let's Play, was nicht in Parts gesplittet ist. Wo ich mich immer frage, wäre das passiert? Wären Let's Plays in der Art... Was wäre passiert, hätte man damals nicht in so... 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten Parts splitten müssen. Hätte man dann so viele Spiele am Stück hochgeladen und gesagt, Let's Play so und so. Ging dann so 16 Stunden. Oder hätte man trotzdem Parts aufgenommen und auch so eine Art Beruf überhaupt draus gemacht? Jeden Tag so ein paar Parts aufnehmen und so. Das war ja alles, ist alles dadurch entstanden, dass es so Limitierungen gab. Das ist so interessant. Scheiße, Mann, wo kommt die denn immer her? Wieso können die mich alle überholen? Hör auf! Das ist Rubberbending, kann mir keiner erzählen, dass Toad und Bowser schon wieder so einfach an mir vorbeifahren wollen. Wodurch sollte das passieren? Wieso sollten die so schnell sein? Easy, oh shit, easy Item Glück gehabt. Yes! Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Yes oder jetzt? Jetzt wird das auf jeden Fall was. Jetzt sollen sie nur kommen. Oh Gott, nicht viel Sliden jetzt. Ich verliere immer nur Geschwindigkeit, wenn ich das mache. Ich sollte einfach gar nicht driften. Aua! Ich meine, ich habe den Verlauf der Strecke auch immer noch nicht auswendig. Das ist auch so ein kleines Problem. Man kann 64 ist Rubberbending. Okay, ja. Was ein Bullshit, Junge. Inwiefern soll das in irgendeiner Form Spaß machen? Es ist so seltsam. Konnte man Computergegner einfach noch nicht so spaßig gut machen, dass man sich dachte, das ist viel zu einfach ohne Rubberbending? Weil eine andere Erklärung für Rubberbending wüsste ich nicht. Dass man einfach nur denkt, das ist zu wenig Action, hier passiert irgendwie nichts. Dass sie mich einholen, ohne mich zu erwischen, oder ohne irgendwie merkbar Königspilz oder Abkürzungen zu fahren, ist halt einfach dumm. Da bin ich sehr froh, wo wir mit den heutigen Spielen sind. Rubberbending, dass es überhaupt erfunden wurde. Das ist so ein richtiges Relikt aus alten Videospielzeiten. Da wäre man heutzutage, glaube ich, gar nicht drauf gekommen. Das ist in irgendeiner Form so unfair zu machen. Holy Shit. Peach war schon auf... Ich habe das auf der Karte gesehen. Die war so auf Highspeed. In den nächsten fünf Sekunden hätte ich mich wieder gehabt. Aber erster kann sich sehen lassen im Vergleich zu eben. Wenn die KI keine gute Herausforderung ist, lässt man sie halt cheaten. Ja, ja, deswegen. Heutzutage sind die KIs halt gut genug programmiert. Aber dann, man könnte es doch auch so machen, dass sie dann immer wieder aufholen im Sinne von, sie sind wieder hinter dir. Weil sie sonst vielleicht irgendwo an Ecken hängen bleiben oder so. Aber dieses wirklich merkbare, ich fahre hier. Hey, I'm walking here. Und die fahren einfach an dir vorbei. Das ist doch... Oh Gott. Das ist doch nur dumm. Also, dass die irgendwie wieder hinter einem auftauchen und dann versuchen, wieder zu fahren. What the fuck? Das sieht cool aus. Oh, bitte nicht. Oh je, ich glaube, die Map... Die Map könnte ein paar mehr Versuche brauchen. Der Spiegeleffekt hier auf jeden Fall sehr cool. Also, ikonisch sind sie auf jeden Fall. Auch wenn sie alle so simpel sind. Ich mag die Layouts. Ich mag die Ideen der Maps. Irgendwie gerade, weil sie so simpel und freiläufig sind manchmal. Ach du Scheiße. Ja, das war auch nicht... Nicht so... Das sollte nicht so eng sein. Ich merke... Ich merke, Driften ist ein Problem. Und den A-Knopf gedrückt halt, wenn ich aufgesetzt werde. Ja, die Map würde ich gerne nochmal starten. Tatsächlich ist mein roter Panzer gerade nach hinten... Ah, da ist er. So seltsam. Da ist, glaube ich, eine Rampe sogar, ne? Kriege ich eigentlich noch ein Item, weil die jetzt schon um mich herum schwirren? Glaub schon. Okay, den überhole ich zum Beispiel einfach so. Da habe ich zum Beispiel Rubberbanding. So, hier gerade. Ich hole die einfach so ein, ohne Sinn. Also da sind andere Mario-Karts ja viel sinnvoller. Hä? Ich bin ja gerade komplett OP. Was? Ich begreife die Logik hinter sowas nicht. Wieso wurde mir denn jetzt so gegönnt? Ich beschwere mich nicht. Die fahren einfach, ich fahre einfach, ich bin einfach schneller. Oh mein Gott. Okay, aber der ist... Ach, Junge. Ah, rote Panzer sind hier mehr so... Du musst sie eigentlich einsetzen wie grüne Panzer, aber dann treffen sie wenigstens. Alter, Hilfe. Ich kann nicht gegen anlenken. Ich wollte rechts vorbei. Ich wollte die ganze Zeit rechts vorbei, es ging nicht. Ich wollte einfach die ganze Zeit nach links geboostet. Alter, fünf Bananen. Das Item will ich zurück. Das sieht so mächtig aus. Das ist geil. Aber ey. First Try. Die wollen, dass du nicht frustriert bist. Ja. Ja. Rubberbanding funktioniert auch rückwärts. Okay. Ja, dann. Dann raffe ich es eigentlich noch weniger. Dann ist es ja nicht die KI... ...die irgendwie schlecht ist. Sondern es ist einfach eine Basic-Spielfunktion. Weil die KI, die vorne fährt, ist ja gut genug. Dass ich auch gerubberbandet werde. Ich glaube, ich verstehe irgendwas grundlegend falsch. Ach du Scheiße. Was ist... Was ist... Also da war ich ja... Da war Hopfen und Malz verloren. Ich habe einfach komplett die Straße... ...die Straße verlassen. Ich wollte nur kurz nach dem Weg fragen. Okay, wir fahren trotzdem... Jetzt, wo ich schon mal Achter bin. Eigentlich gerade jetzt. Okay, der rote Panzer hat keinen Bock auf Mario. Finde ich ein bisschen fies, aber... Junge, bleib doch auf der Map. Ich spiele das Spiel doch jetzt schon so ein paar Minuten. Als ob ich immer noch nicht weiß, wann man... ...wann man die Kurve anfangen kann zu driften. Here I go! Boing! Holy shit! Fliegt man wirklich weiter, wenn man springt? Oh mein Gott, das ist ja mega cool. Oh, das ist so cool! Guckt euch das an! Genießt das hier einmal kurz, was das hier für eine geile Idee war. Ich will sowas wieder haben. Einmal kurz hier Hallo sagen. Einmal kurz Lucky to begrüßen. Lucky to Skip machen. Ins Wasser fallen. Werde ich jetzt auf die Map gesetzt? Und weiter geht's. Die Bäume! Die Bäume sind sogar ein Stück besser als im Original. Obwohl... Ne, eigentlich sind die... Die sind seltsam. Die haben so Outlines in diesem Spiel. Ansonsten sind sie genau gleich. Guck mal, was passiert da? Der geht jetzt gerade aus, weil ich gerade ausgefahren bin, ne? Aber manchmal, wenn man so... Oh Gott, nein! Oh, wenigstens kann ich noch den Blitz einsetzen. Scheiße! Königliche Rennpiste, voll die geile Map in Minecraft. Ach, ich liebe die. Aber hier... Das werden ein paar mehr Tries auf jeden Fall. An dem Punkt sollte ich mich vielleicht noch ausführlicher am Schloss umschauen. Weil ich sowieso nicht aufhören kann. Mal gucken. Hallo, meine Schafesser! Alter! Nein, grüß dich! Wow! Nein! Nein! Schrecklich! Oh mein fucking Gott! Manchmal hat man zu viel Freiheit in diesem Spiel. Man verfährt sich einfach... Oh mein Gott, das geht nicht. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich! What the fuck? Schlechtester Markant 64 Spieler der Welt. Here I go! Wir fahren jetzt zum Schloss. Kann ich einfach auf Neustart drücken? Schade. Johnny! Ja, ich hätte bremsen können. Aber ich dachte, vielleicht geht das. Ich dachte, das kann doch nicht sein, dass es so schlimm ist. Das ist ein Fieber-Traum. Trotzdem mit Wario hier in der Mal 64 Castle Map. Hat schon was. So, wie sehen die Bäume aus? Bitte mal, Wario. Ehh. Es ist genau das gleiche, nur mit Outlines. Und noch schlechter aufgelöst. Sehr gut. Okay. Jetzt haben wir genug gesehen. Da wäre ich sowieso Achter geworden. Keine Sorge, Chat. Jetzt werden wir gleich Erster. Das war völlig irrelevant. God damn! Dieses Game. Wie die Krone da oben aussieht. Einfach nur so zwei Gummi-Drops drauf. Weil ich sollte keinen Führerschein haben. Ich bin gerade sehr schockiert, wie viele Probleme ich habe, hier auf der Strecke zu bleiben. Hier zum Beispiel. Oh mein Gott. Dankeschön. Aber ich kann halt wirklich nicht... Ich muss ins Ziel fahren. Ich kann nicht jetzt schon Neustart, obwohl alle im... Alle Plätze stehen schon fest. So, jetzt... Jetzt bleiben wir auf der Rampe. Ja. Guck mal. Die dritte Runde ist schon mal so Generalprobe für gleich. Gleich werden wir Erster. Hilfe. Ah. Das ist aber auch irgendwie realistisch gemacht. Da kann ich nicht meckern. Das ist in späteren Teilen halt gar nicht. Irgendwie, dass man irgendwo runterkugeln kann oder so. Würde ich eigentlich cool finden. Wenn man so sehr vom Weg abkommt, dass man nur noch... Man fällt nicht so In-Game-Engine-mäßig runter. Das war einfach nur Schwachsinn. Soll man... Soll man kann richtig so Karambolagen machen. Einfach so... Auf die Seite fallen. Das hätte was. Kannst du nicht Neustart drücken? Ich glaube nicht. Habe ich doch gerade... Habe ich eigentlich gerade nachgeschaut. Da stand nur Quit. Und äh... Weiß ich nicht. Ich gucke gleich nochmal. Versuch beim nächsten Mal Lakitu Skip. Okay, jetzt... Jetzt machen wir BLJs direkt ins Ziel. Oh, let's go! Seht ihr? Ja, Continue oder Quit, Banner. Oh nein, bitte nicht. Wir fahren jetzt nicht wieder so eng... An dieser Kante. Sehr gut. Oh, das kann man gar nicht nach vorne werfen. Ich glaube, Bananen und so kann man in diesem Spiel gar nicht schmeißen. Kann das sein? Wow! Okay, Glück gehabt. Leider kein Item, aber... Das ist kein Problem, weil jetzt habe ich die Skills. Ja, seht euch das an. Jetzt dominiere ich das Ding. Oh, und so ein schöner pinker Himmel. Weißt sich ein bisschen mit dem grünen, aber... What the fuck? Das ist schon geil irgendwie. Das hat richtig Impact. Weg. Weg. Oh, Hilfe. Dich kriege ich, Yoshi. Nein! Zu weit. Das sieht nach einem achten Platz aus. Geht weg. Nein! Fucking Fehlstart. Wehe. Boah, hätte ich mich mit meiner eigenen... Ey, lass mich bloß... Oh, lass mich jetzt... Fahren. Was ist denn mit dieser Map? Finde es nicht sinnvoll, dass man unendlich Retries hat. Überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, was das soll. Also, wieso man überhaupt... Ich kann doch auch Letzter werden und dreimal Erster und dann werde ich noch auf dem zweiten Platz. Wieso muss man immer Vierter werden? Das ist so eine Videospiellogik. Die haben sie irgendwie in Super Mario Kart eingeführt und nicht viel drüber nachgedacht, glaube ich. Da mussten sie das ganze Konzept Mario Kart ja erstmal so drauf kommen. Das sehe ich schon. Aber da sind so seltsame... Nein! Ich wollte gerade zurückboosten. Ich habe den Pilz eingesetzt, damit ich schneller wieder draufkomme. Ey, das liegt nicht nur an mir, Chad. Das müsst ihr mal versuchen. Hier wieder draufzufahren ist insane. Och, Mann! Die erste Runde war doch gut. Ey, ich meine... Ich beschwere mich nicht über endlose Retries. Ich bin ehrlich. Ohne wäre das hier... Unmöglich für mich. Jetzt falle ich doch eh wieder runter. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich... Man kann nichts machen. Man darf in diesem Spiel nichts. Das Kart ist einfach zu instabil. Oh Mann! Und hör auf, immer A gedrückt zu halten beim Aufsetzen. Ich lerne nicht dazu. Oh, Hilfe! Oh, Hilfe! Wo führt das hin? Ja, natürlich ist das Pain zuzuschauen. Das ist... Was meinst du, wie viel Pain das ist zu fahren? Also wenn ihr das Spiel nicht kennt aus eurer Kindheit, dann will ich euch hier mal sehen. Ansonsten... dürft ihr gerne vor Schmerzen schreien. Das ist okay für mich. Macht man das überhaupt richtig? Soll man das so oft einsetzen? Ich finde, das sieht so glitchy aus. Ist auch nicht satisfying, ehrlich gesagt. Dieses... Pilze in dem Game sind so richtig... Ihh... So... Irgendwie die Kamera wackelt und man... Es fühlt sich fast an, als würde man teilweise langsamer sein. Oh, ich bin clean aufgekommen. Anscheinend gibt es da Unterschiede. Seht ihr das? Das sieht so ein bisschen aus, als würde man gegen so eine Wand... Was ist denn? Was ist denn das Problem, Alter? Was passiert hier am Ende? Diese Stelle... Ich hätte... Ich wäre ja fast, hätte ich noch was reißen können. Die Stelle da am Ende ist in Markkart 8 auf jeden Fall so viel harmloser. Jetzt verstehe ich auch, warum das nur so langweilige Kurven sind. In diesem Spiel ist das einfach... So ein bergiger Ort, wo du runterfallen kannst und so. Voll schwierig. Vor allem hört es sich verdammt seltsam an. Ja, ja, so richtig an Satisfying. So... Duft, 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 ähm... Ai, uh, ah, what the way? Man fühlt sich nicht so, als ob man gerade das Feld aufräumt. Sondern eher... Als ob der Motor gleich aufgibt. Waren die Motor-Sounds schon immer so? Was ist los? Was ist denn das Problem? Ich bin ganz normal gefahren. Wieso kann ich dieses Spiel nicht? Oh mein Gott, ich vollidiot. Ne, jetzt... Jetzt langsam... Jetzt wird es unangenehm. Also, zweimal verkacken. Schon, schon... Scheiße so, aber... Wenn ich das jetzt nicht schaffe... Dann ist das hier so eine Situation, dass ich es gar nicht mehr kann. Also, dann... Oh, Hilfe! Yo! Seht ihr das? Früher war der blaue Panzer noch sinnvoll für den... Der ihn einsetzt. Erst in Mario Kart... Sieben... Ne, acht kam das zurück, oder? Das ist schon cooler, muss ich sagen. Hilfe, was passiert hier immer? Okay, jetzt einfach hier außen fahren. Guck mal, ich habe das immer falsch interpretiert. Den Streckenverlauf. Wenn ich nicht so viel driften würde. Wenn ich... Wenn ich einfach wie... Wie jemand fahren würde, der es gar nicht richtig... Versucht. Wäre ich, glaube ich, besser unterwegs. Das ist meistens mein Problem. Ich will immer Spiele, die ich nicht kenne... Trotzdem so spielen, als ob ich sie kenne. Nur so ein paar coole Moves machen und so. Das funktioniert nicht. Fahr in das Item wenigstens. Nice. Ne. Ne, komm. Ne. Okay. Okay. Solange ich auf der Rampe bin, ist alles easy. Alles gut. Wie kann ich Sechster sein? Kann ich Sechster sein? Beim letzten Mal ging es mir viel schlechter. Ach so, ja. Rubberbanding. Genau. Selbst wenn ich Achter wäre... Könnte ich noch aufholen. Das ist... Das ist eine Sache. Junge, in keine Runde, wo ich da nicht runterfalle. Diesmal wollte ich richtig aufpassen, dass ich da nicht runterfalle. Oh, ich hätte es geschafft. Okay. Wenn ich jetzt nicht wieder an dieser scheiß Rampe oder so vorbeifahre, haben wir eine Chance, weiterzukommen. Ich darf das jetzt nicht verkacken. Ich darf jetzt hier nicht... Genau. Mich nicht verdriften. Beziehungsweise, ich drifte einfach mal gar nicht. Ich drifte jetzt einfach gar nicht. Diese letzte Runde. Das Item kriege ich anscheinend auch nicht. Dann fahre ich wenigstens nicht an der scheiß Rampe vorbei. Weil ich irgendwie zu viel links, rechts mache. So. Dritter Platz. Yoshi rubberbandet sich an uns vorbei. Oh, bitte nicht. Bitte jetzt nicht irgendeine dumme Scheiße. Luigi ist einfach... Hat Motorschaden. Hatte gar keinen Bock mehr. Musste kurz Boxenstopp einlegen. Komm, gib mir noch ein Item, ohne dass ich da runterfalle. Ich habe das Item nicht bekommen. Oh, ich werde erster trotzdem. Das ist so ein seltsames Game. Was ist in dieser Runde passiert? Warum haben sie es mir so gegönnt? Keiner hat mir irgendwas gemacht, um mich zu... The fuck? Um mich zu besiegen. Ich bin so überfordert. Yes! Okay, mit dem ersten Platz hätte ich überhaupt nicht gerechnet. So. So muss das. Ach du Scheiße. Ich habe gerade fast meinen Bildschirm umgeschmissen. Die Strecke hatte wirklich keinen Bock mehr auf mich. Das kann ich verstehen. Okay. Ich dachte, so geht der Superstart. Uh. Hier gibt es sogar... Lichteffekte. Dass man über der Lava so rot angeleuchtet wird. Das ist fucking cool. Und hier die erste Bowser-Festung, die so ein bisschen den modernen Look etabliert hat. Das ist schon cool. Die ist zwar scheißeckig. Und das kann ich nicht leiden. Aber... Der rote Teppich. Die blauen... Hallen. Die Lava-Brücken. Autsch. Okay, also dass das Game so schrecklich ist, was dieses Steuern angeht, hätte ich nicht gedacht. Dass man wirklich dieses... Links und rechts Steuern... Alles wird bestraft. Ein Buschramm... Ist wie eine Banane so. Das ist hart. Okay, komm. Einmal so einen richtig schönen Drift hier hochziehen. Das ist nicht mein Drift. The fuck? Was ist gerade schief gelaufen? Oh mein Gott. So viele Fragen. Ich meine, ich sehe, was ich falsch mache. Aber ich kann mir das nicht abgewöhnen. Weil in jedem anderen Racing Game... Darf man das. Dass man darf... Links, rechts, links... Ich muss ja meine Linie halten. Ich muss ja irgendwie korrigieren dürfen. Aber in diesem Spiel darfst du einfach nicht... Filigrane Inputs machen. Weil das dann direkt als... Übersteuern... ...als Schleudergang interpretiert wird. Nee. No way. Da war nichts. Ich bin ganz normale Kurven gefahren. Ich habe nicht irgendwie... ...zu viele Inputs gemacht. Das muss noch einen anderen Grund dafür geben. Und wieso kann man hier nicht sliden? Weil es nach bergauf geht? Wenn man nach oben fährt, kann man nicht driften oder was? Sagt ihr sliden oder driften? Gibt es noch ein Wort dafür? Oh Gott. Irgendwie... Irgendwie bin ich so froh, dass ich das Spiel gleich nicht mehr sehen muss. Ich sehe komplett alles, was es richtig macht. Aber mich persönlich... Oh Gott. Was? Mich persönlich... ...macht es einfach fertig. Wie dieses... ...dieses Steuergefühl ist. Die Pilze einsetzen macht nicht mal Spaß. Oh, lass mich bitte da nicht runterfallen. Let's go. Oh Gott. Ich könnte die Map noch schaffen. Ich könnte die Map noch schaffen. Ich bin nicht ins Schleudern geraten. Nee. Nee, komm. Ach Mann. Die Bananen waren unausweichlich. Ich sag, wie es ist. Oh Gott. Schwerer als... Welche Racing Games sind überhaupt schwer? Naja. Kann passieren. Warum ist der Gunnath Bomb eingesperrt? True. Hier gibt es diesen eingesperrten... ...armen Sack. Der einfach... Was hat er falsch gemacht? Welche Steinblock-Kriminalitäten hat er verbrochen? Oh, let's go. So will ich das sehen. Das habe ich doch eben auch gemacht. Der arme Mann. Aua. Das ist einfach ein Hate-Crime. Das ist einfach grün. Und dafür hassen sie ihn. Starkes Social Commentary von Mario Kart 64 an der Stelle. Hilfe! Das ist ein wahrlich böser Ort. Diese Festung. Jo, was wie die lachen. Die Steinblöcke hier sind ja... ...auf einem anderen Level. Oder ist das hier die Bowser-Lache? Pro... ...pro... ...Bowser-Festungsstrecke gibt es ja meistens... ...diesen Effekt, dass wenn man runterfällt oder so... ...dass man vom Bowser aus gelacht wird. Was übrigens mega cool ist. Warum bin ich ins Schleudern geraten schon wieder? Ich begreife es nicht. Ähm... Aber ich glaube, hier sind das die... ...die Steinblöcke. Die... ...die heißen nicht Throms. Aber Steinblöcke klingt auch so scheiße. Beziehungsweise... ...gibt es das Wort Throms in den... ...deutschen Nintendo Games? Nee, oder? Throms. Throms. Womps. Ich glaube... Ach, komm schon. Ich glaube, das sind einfach Steinblöcke. Oh nein. Mittlerweile ist jede Strecke so schwer. Regenbogenbohle wird dagegen einfach, weil es eine Bande hat, glaube ich. Regenbogenbohle wird einfach dauern. Aber die Maps sind teilweise... Oh Gott, das spießt mir über. Ich bin nicht gut genug für das Ding. Jetzt kann ich driften auf einmal. Aber auf jeden Fall nicht sinnvoll. Oh, Hilfe. Oh mein Gott. Oh, ich mache auch immer aus Versehen die Musik zwischendrin aus. Wenn ich den Knopf verwechsel. Warum geht das? Warum kann man einfach mit einem Button... ...auf einen ganz normalen Controller, während man fährt, die Musik muten? Kinder, mach mal den Fern... ...mach das da mal nicht so laut. Was? Willst du denn... Oh mein Gott, der hat ja andere sexuelle Gefühle dabei. Das war ein bisschen... Der hat das ein bisschen zu sehr genossen. Oh, fahr denn mich rein. Daher war dieser Joke aus Mad Mad Mario 6 oder so. Gab viel zu viele Teile. Ich bin vierter. Wie ist das passiert? Nein. Ja. Oh, weiter geht's. Wir dürfen, wir dürfen... ...progressen. Damn, ich dachte wirklich, nach einer Stunde oder so sind wir mit Minecraft 64 schon durch. Weil es einfach nur 16 Strecken sind, aber... Ei, ei, ei. Das kürzeste Vergnügen werde ich einfach mit meinem Lieblingsspiel haben. Das ist so sad. Sollten wir in Double Dash nur die Weltmeisterschaft machen oder einfach alle Cups? Ohne die Weltmeisterschaft dann. Dann ist der Fernseher immer noch laut, dank den Geräuschen. Ja, ich weiß auch nicht. Es war mein Versuch, das zu erklären. Oh, jedes Moorhund-Card ist wundervoll schlecht, Drew. Also, eigentlich sind die geil. Alles, was ich davon gesehen habe, fand ich eigentlich ganz cool, aber... Können wir mir vorstellen, dass es da auch unfassbar ekelhaft ist, zu gewinnen und so. Richtig dumme Mechaniken gibt. Ich bin sogar Erster insgesamt. Nice. Das macht die Retrys so dumm. Weil ich ja viel schlechter war, aber ich wurde einfach Erster. Bei der Map, die ich dreimal geretriert habe. Und die anderen Fahrer so, hä? Das ist ja mega unfair. Also, die Mechanik mit den Retrys schützt einen ja sogar davor, dass man nochmal fahren muss. Fällt mir gerade auf. Ich dachte eher, dass es mega nervig ist, wenn man schlechter ist als Vierter, dass man nicht weiterkommt. Aber eigentlich ist es ja schwerer, wenn man immer nur so Fünfter, Sechster wird. Und man muss den ganzen Cup beenden. Und dann erst darf man neu starten. Ja, gut. Bowser, bei Bowsers Festung hat natürlich auch nicht geklappt, weil hier schon Bowsers Festung war. Aber ich habe jetzt trotzdem Bock auf Bowser. Oh, die Maps sind geil. Das ist ein geiler Cup. Das sind alles so ikonische. Alle, alle Strecken in diesem Spiel sind auf jeden Fall cool. Da kann ich mich nicht beschweren. Sie sind nur alle durch die Mechanik in diesem Spiel, finde ich. Können die sehr nervig und sch... Ja, nicht schlecht. Das macht ja keinen Sinn, aber frustrierend sein. Aber für die nachfolgenden Teile sind das alles unfassbar geile Retro-Maps. Was ist passiert? Let's go! Let's go! Ich habe es dir verlebt. Wie? Ja, aber das ist cool. Dieses Spiel ist teilweise so richtig Videospielmechaniken-glitchmäßig. Man denkt sich so, what the fuck? Aber bei sowas denkt man sich wieder, okay, da hat man mehr Möglichkeiten als in den Nachfolgern. Und bei den Nachfolgern gibt es so eine Linie, auf der alle geschossen werden. Bei so Kanonen. Und hier? Hier kann man mit dem Stern einfach mal hier hochfahren. Ach, komm. Hätte ich nicht einmal mit irgendwas flexen können. Musste der Stern genau dann auslaufen. Auf jeden Fall kann man hier, glaube ich, sogar abkürzen, obwohl es so richtig steil ist. Ne, wait. Das war eventuell mal Katui. Never mind. Ich werde es nie wieder probieren. Aber hübsch ist sie. Und die Kokosnüsse. Das sind alles so Sachen, die haben sie weggenommen, obwohl das die guten Sachen aus Marikant64 sind. Die Kokosnüsse, die hier aus dem Dschungel auf einen geworfen werden und so. Das macht eine... Hier, da. Das macht eine Map doch cool. Ja, man. Oder was auch immer. Stachelteile. Das sind diese Dinger, die Balou der Bär einfach stapelt und am Stück verschlingt. Das fand ich immer so satisfying. Ja, seht euch das an. Was für, ich probiere es nie wieder. Ich bin Champion. Ich kenne keine Angst. Hörst du mich, Gefahr? Ich lache dir ins Gesicht. Ha, ha, ha. Und über den Dampfer rüber. Stark. Sehr coole Map. Aua. Hä? Okay, da begreife ich wirklich gar nichts. Guck mal, Bowser könnt ihr einfach nichts anhaben. Autsch. Oh, mir geht's gut. Erster Platz. All is fine. All is well. Wir kriegen das hin. Yeah. Hau rein, Peach. Komm, da muss, da muss einer drauf reinfallen. Wario, du kleiner Drecksack. Oh, easy. Easy win. Ja, wenn da jetzt jemand hochkommt, obwohl er geschrumpft ist, ne? Yes. Nein. Boah, was ist das? Was ist das? Das ist doch kein Rubberbending mehr. Das ist einfach nur Pilz ohne Pilz zu haben. Let's go. Die Palmen geben mir Decay-Country-Vibes. Wie kommst du denn darauf? Absolut. Ja, die sind eins zu eins. Das ist eine richtig schöne Decay-Strecke. Die fängt genau das ein. Decay-Bergland finde ich noch cooler, aber die hier ist wirklich an die Country-Reihe angelehnt. Hey, Logi, was geht? Auch dir einen wunderschönen frühen Abend. Das fand ich immer so interessant bei meinem kleinen grünen Kaktus. Wow. Kleiner grüner Kaktus, da dachte ich immer so. Warum ist 4 Uhr abends? Heute um 4 Uhr. Klopft's an der Türe. Nanu, Nanu, wer stört so früh am Abend? Es war Herr Krause vom Nachbarhause. Er sagt, verzeihen Sie, wenn ich frage. Alter, Mark hat 8 for the win. Ich habe ja wirklich direkt die beste Route gewählt, oder? Ich glaube, auch hier war es gar keine Sache. Also man sagt immer, ja, technisch war es nicht möglich, die Plätze anzuzeigen. Und deswegen ist diese Map so cool. Aber das habe ich, glaube ich, zumindest mal gesagt. Ich glaube, das ist gar nicht so. Ich glaube, das ist einfach bewusst. Das ist schon cool. Ist ein Labyrinth. Du weißt halt nicht, auf welchem Platz du bist. Ich will mehr so kreativen Shit. Ach Gott. Auch wenn das mit der Consistency vielleicht ein bisschen nervt. Okay, und das hier ist auch hart. Dass man einfach so lange runterfällt, bis man wirklich unten im Canyon ist. Oh, man behält in diesem Spiel Seite Items. Auch geil. Auch ein geiles Feature, was sie nicht hätten entfernen müssen. Finde ich besser. Und wo ist Mario gerade bitte? Wo wollte der hin? Problem ist jetzt halt zu gewinnen. Ich habe keine Ahnung. Ey, dieser Mamma Mia Sound von Mario ist einfach dieses. Ich kann das nicht anhieren. Ich höre immer diese zensierte Version, wo das so verändert wurde, dass er Motherfucker sei. Motherfucker. Vor allem, er sagt eigentlich Mama... Mamafucker. Weil er Mama Mia sagt. Motherfucker. Uh, starker Drift. Bitte nicht. Oh, schade. Ich sollte da nicht rüberfahren, aber in der ersten Runde hat das geklappt. Ich bin mal runtergefallen und wurde nicht hochgeholt. Das ist einfach nur noch dreist. Nein, Vollidiot. Oh, ich hätte es sogar schaffen können, oder? Eventuell hätte ich den vierten Platz sogar noch geholt. Aber jetzt ist es, glaube ich, vorbei. Ich weiß nicht, wie viele eben vor mir waren. Ach, auf der Map kann man es ja sehen, ne? Ich schaue irgendwie gar nicht auf die Map. Aua, aua. Oh, die Brücke haben sie auch auf jeden Fall... Ist die überhaupt noch vorhanden? Verbreitert werden. Jo, hier kann man ja insane abkürzen. Das muss ich mehr machen. Da kann man ja einfach über den Rasen fahren. Scheiße. Aber die Map nochmal zu fahren macht Spaß. Die ist geil. Sollte ich noch andere... Ich sollte mal andere Wege fahren, damit man hier auch sieht, was... Die haben sie echt schön gemacht in Malkart 8. Hier, die Kanone zum Beispiel gibt es gar nicht. Hier gibt es nur so ein... Weil in dem Spiel sowieso keine Kanonen sind, sondern nur so Rampen. Hier gibt es halt so eine Rampe, die dich schießt. Ich glaube, dann falle ich auch nicht so oft runter, wenn ich mal woanders langfahre. Weil die Wege hier sind einfach abgezäunt, breiter. So eine gute Strecke für dieses Spiel. Finde ich. Die ist so richtig schön. Ups. Das war ein Pilz zu viel. Okay, ich wollte den Pilz einsetzen, damit ich ein Item kriege, aber habe ich eh kein Item bekommen. Also war es gut, dass ich den Pilz... Bitte nicht. Man, ich wäre auch ins Schleudern gekommen. Lucky du. Let's go. Jetzt habe ich Angst, weil jedem Mal, dass ich runterfalle, dass mir das passiert, was du meintest. Ups. Okay, ich sollte... Ich muss mich wieder an die Mechaniken von diesem Spiel gewöhnen. Jetzt nicht nachlassen. Wir wollen hier heute noch fertig werden. Zählt das als Runde? Was zählt? Man kann einfach so krank... Abkürzen. Let's go. Ich weiß, da ist gerade irgendein Sub oder so reingekommen. Ich bin gleich da. Wer seid ihr eigentlich? Okay, ne? Ich liebe Tunnel. Wir müssen das natürlich auch noch einmal machen. Fuck. Jo, das ist eventuell sogar in diesem Fall die schnellere Route. Siehst du, in MyCard 8 auf jeden Fall auch nicht langsam. Aber das ging gerade erstaunlich schnell. So. Lass Bauser mal vorbei. Oh, alle. Ich glaube, Vario ist auch nicht weitergekommen, ne? Shit. Okay, wer holt uns jetzt einen? Easy. Der hat ja aus dem Weg geräumt. Ich habe... Die Banane hätte ich sonst mitgenommen. Das habe ich schon gesehen. Das... Das wäre nicht gut ausgegangen. Ah, der Typ hat einen Pilz. Ist das vierter? Ach ne, das ist ja noch gar nicht letzte Runde gewesen. Wups. Okay, wo fangen wir jetzt lang? Ach. Ich... Ich hatte Angst vor den Fuzzis, aber... Der Ort hier ist viel schlimmer. Oh, ne. Ne, ne. Oh, Mann. Johnny, bitte hör auf, A gedrückt zu halten. Das geht in diesem Spiel nicht. Scheiße, ich glaube, ich bin gerade siebter oder so. Vielleicht sechster. Hilfe. What the fuck? Okay. Kann ich mit leben? Ich bin nicht runtergefallen. Okay, der Erste ist im Ziel. Und ich bin... Bin ich das? Ich bin der Vierte gerade, ne? Let's go! Okay. Das sollten wir haben. Oh, ich hatte gerade Angst, dass es nicht zählt. Let's go! Uff. Sind das Vorgänger der Kastaniengumba? Ich meine, die Kastaniengumba sind aus World, oder? Das sind... Achso, du meinst im Sinne von... Die Kastaniengumbas schlüpfen dann da draus. Das wäre geil. Die gibt's doch sogar, oder? So Stachelgumbas. Das Konzept haben sie irgendwo. War das Paper Mario Origami King? Da gab's auf jeden Fall Kastanien. Aber gab's irgendwie so... Ähm... Galumbas? Ne, wie heißen die? Mit Stacheln? In News of My Bros. Oui. Ja. Kann gut sein. Ich hab da gerade ein Bild im Kopf. Das ist aber, glaube ich, von dem Hack. Also ich kann's im Kopf, ehrlich gesagt, nicht confirm, aber... What the fuck happened? Ach, ich wurde überfahren. Ach, das ist schon irgendwie cool. So, die scheiß Fledermäuse. Ich wollte gerade sagen, die... Den bin ich... Aber skillig ausgewichen. So langsam... Bowser ist geil. Bowser ist ein gutes Fahrgefühl. Also wer auch immer Bowser am Anfang empfohlen hat, hatte einen Plan für mich. So viel dazu. Ich weiß nicht, wann ich die Inputs gemacht haben soll. Was ist mit seiner Frisur? Guckt euch mal Bowser an. Der sieht aus, dass er ein Toupet. So, er hat so seinen... Seinen Zopf und da drüber so noch was. Ah, jetzt erkenne ich das. Ach so. Mama Mia! Da hitten einfach gerade zu sehr diese... Diese fucking Shitpost 8-Bit... 16-Bit-Animationen von damals. Mit genau diesen Soundeffekten. Wie hieß das nochmal? Mario Pisses on it? Ne, irgendwas mit... Was war diese... Was waren diese Kack... Ach du Scheiße! Ist ja gut! Der hat nicht aufgehört zu schleudern. Ne, ach. Maul. Aber das finde ich irgendwie auch geil. Die Bananen in Mario Kart 64 und in Double Dash finde ich irgendwie beide den Approach gut. Und ich finde es voll sad, dass das später nicht mehr so war. Bananen sind später eigentlich nur so, als würdest du gegen einen... Genauso wie... Fragezeichen... Falsche Fragezeichen. Die sind so, als würdest du einfach gegen einen grünen Panzer, der auf der Strecke liegt, fahren. Aber hier ist es noch so, es bringt dich so ins Schleudern. Dann rutschst du aus. In Mario Kart Double Dash ist es auch so ein... Du wirst ein bisschen auf... Also ein bisschen abgebremst, aber nicht komplett. Finde ich voll geil. Dass Bananen so ein etwas schwacheres Item sind, aber du kannst dir halt beliebig platzieren. Später sind Items ein bisschen... Das war jetzt fucking lucky. Nein! Ah, das war schon letzte Runde. Oh nein, nur wegen dem dummen... Man muss hier doch hin und her lenken. Wie soll man denn hier nicht ins Schleudern bekommen? Alter, Mario Kart 64 ist... Ist nun... Ist wirklich hart für mich. Ist wirklich nicht einfach. Dass ich um 17 Uhr immer noch am ersten Mario Kart hänge, ist kein gutes Zeichen. Das... Das geht heute noch lange. Alle Malkarts... Und ich hab mir ja schon den Easyway genommen. Indem ich die... 2D-Malkarts einfach nicht dazu zähle und trotzdem alle sage. Beziehungsweise auch Malkartur und... Home-Circuit nicht dazu zähle. Oh Gott, damn! Und trotzdem wird das, glaube ich, richtig lang dauern. Mario Kart immer so wirkt, als wäre es so ein relativ simples, schnelles Game. Die Rennen dauern auf jeden Fall ihre Zeit. Ich bin aber auch einfach scheiße. Nein! Ich wollte... Ich wollte hüpfen. Ich freue mich so auf Malkart-DS. Malkart-DS... Malkart-DS... Diese Map hier fahren. Schön über die kleinen Ecken abkürzen. Das wollte ich nicht mal ansatzweise. Das sollte eigentlich ganz anders aussehen. Komm. Jetzt Rubberbanden wir nochmal, was das Zeug hält. Und dann sind wir in der letzten Runde so auf dem dritten oder so. Und dann werden wir Erster. Aber die Map ist auch... Die sieht so weitläufig aus, aber die ist richtig eng. Der Stick ist gefährlich. So easy ist das nicht, shit. Aber wenigstens ist das immer... Es ist schon irgendwie satisfying. Also wenn man das Spiel gut kann, ist es, glaube ich, mega geil. Das Layout der Maps ist schon irgendwie so, dass das... Dass man da richtig cool durchdriften kann. Yo, wie der Blitz auf der Map aussieht. Ja, let's go. Bei der Skybox kommt es richtig zur Geltung. Seht euch das an. Ich habe gesagt... Wir Rubberbanden jetzt auf dem dritten Platz in der letzten Runde. Ach du Scheiße, jetzt nicht runterfallen. Jetzt nicht runterfallen wird ein bisschen krank. Let's go! Profi. Nein! Luigi, du kleiner... Vollidiot. Du dummes Ketten... Junge... Bowser, bitte, tu mir das jetzt nicht an. Krieg wenigstens den vierten Platz. Nee! Nee! Pfeift er sich ein Liedchen! Es gab keinen Grund, dass der so schnell ist. Es hat keinen Sinn gemacht. Der fährt vorbei und denkt sich... Der pfeift mir noch ein Vogel, Alter. Bro! Luigi und Toad, ich zerfetz euch. Ich mache euch so fertig, ihr kleinen Schwänze, Alter. Ich will jetzt Rainbow Road spielen. Lass mich endlich. Ich will Double Dash spielen. Oh gut. Zum Glück kommt Double Dash als zweites. Dann habe ich direkt mein Soul Food. Mein Kummer Card. Im Anschluss an den Bullshit hier. Okay, ja, das ist auch einfach dumm von mir. Das ist viel zu schwierig. Johnny bekommt IP Rage Energie. Ja, das ist selten, ne? Dass ich mal Spiele spiele, wo ich das Gefühl habe... Junge! Das ist doch einfach nur Schwachsinn. Ich bin schlecht. Das versuche ich immer zu vermeiden. Ich rede mich halt auch immer um Kopf und Kragen. So, ja... So und so müsste ich doch besser werden. Ich bin sehr... Mir ist immer sehr daran gelegen, das Spiel zu durchschauen. Und doch irgendwie Skills zu entwickeln. Ah, ich glaube, das wird bei diesem Spiel nicht unbedingt passieren. Bei anderen Games denke ich mir dann so, ja... Was mache ich falsch? Was könnte ich noch... Worauf muss ich achten? Und dann vergesse ich eh immer alles. Vor allem, wenn ich Livestreame, aber... Vielleicht einfach jetzt hier so ein bisschen... Auf Autopilot eher fahren. Und dann... Sorgt das Glück einfach dafür, dass man gewinnt. Das war bisher immer so. Wenn ich zu viel nachgedacht habe, wurde das nichts. Dann habe ich einfach geretriert und wurde erster so. Guck, ich habe einfach... Ich mache einfach gerade irgendwas. Auf einmal läuft. Ich... Ich weiß auch nicht. Der Streckenverlauf überfordert mich. Oh, oh. Okay, wenigstens... Wenigstens bin ich mich selber da hops genommen. Das habe ich noch kommen sehen. Wo setze ich den denn jetzt ein? Ja, gut. Hat sich sowieso erledigt. Hä? Ich habe den Pilz noch, aber ich kann ihn irgendwie nicht einsetzen. Ach so, weil man Kleines kann man ihn auch gar nicht einsetzen wahrscheinlich, ne? Ja, vierter Platz ist okay gerade. Ist eigentlich noch eine ganz gute Ausgangslage. Zwar unmöglich. Ich konnte dieser Bananen nicht ausweichen. Wie sehen die eigentlich aus? Von denen habe ich doch mal so einen Sprite gesehen. So ein einzelnes. Das sind die Viecher. Einfach solche wütenden kleinen fliegenden Bärte irgendwie. Oh, geil. Mit einem Boost ins Ziel. Mit einem Drift Boost. Yoshi. Und da steht ich. Das war so close. Yes. Alter, nur weil ich einen Drift gezogen habe, der mir tatsächlich mal einen Boost gegeben hat. Let's go. Ich dachte, ich drifte hier immer unnötig. Ich dachte, wenn ich nicht driften würde, wäre ich eigentlich besser dran. Aber ich bin leider slide süchtig. Schlimmste Strecke im Game. Ich finde die voll schön wegen mal KTS. Aber es könnte sein, dass die wirklich ranzig ist. In dem Game. Vor allem gegen andere Fahrer dann oder so. Oh, und jetzt. Jetzt einfach entspannen, hoffe ich mal. Ich meine, ich kann ja auch auf widerlichste Weise wahrscheinlich auf dem fünften Platz irgendwie landen. Und dann muss ich nochmal acht Minuten fahren. Aber guckt es euch an. Dass die Feuerblume das Bäcker-Item von Mario ist. Oh, okay. Nehme ich. Oh, let's go. Doch, also 150 CCM ist auf jeden Fall schnell genug, dass das hier sehr fun ist, oder nicht? Auf 50 ist das wahrscheinlich grausam, aber so. Mit anderen Fahrern, bisschen Items, bisschen Kettenhunden ausweichen ist spaßig. Junge, wie, wie wenig kann man einer Banane ausweichen? Ich kann das in diesem Game nicht. So auf kurze Strecke irgendwie kurz anders fahren. Das ist nicht machbar. Hey, verpisst euch doch. Ich habe so einen Pilz. Die fahren so einfach wieder hier. So, ich muss die erstmal auf mein Niveau fahren lassen. So. Und wenn ich jetzt den Pilz einsetze. Instant wieder da. Das ist doch so ein Scheiß. Aber vom Kettenhund erwischt. Easy. Banane, meine Anziehungskraft auf dich. Ne, also da bin ich ehrlich. Ich sehe die da liegt und steuere genau drauf zu. Hilfe. Ich habe das nicht. Ich habe sogar, in der Luft konnte ich es nicht mehr ändern. The fuck, wenn man den Boden unter den Füßen verliert. Oh, so funktioniert die Abkürzung. Vielleicht sollte ich nochmal auf mein Mario 64 Video schauen. Und das Know-how davon auch mal einsetzen. Aber das versuchen wir gar nicht erst. Die Abkürzung da. Ich habe in der Luft nach rechts gelenkt, aber es geht anscheinend nicht. Uh. Den Bananen bin ich entkommen. Oh, und jetzt können wir richtig boosten. Junge, wie schnell kann man das? Das ist ja komplett dämlich. Bringt das auch wirklich? Das bringt nichts, oder? Auf der Strecke holen wir uns den ersten Platz. Also ja, hier werden schon zwei Runden angebracht gewesen und in Magikart 8 auch zwei Runden. Nicht eine, nicht drei. Die perfekte Länge für zwei Runden. Aua. Oh, man kann nach vorne werfen. Gut, dass ich das auch nochmal rausgefunden habe. Ich weiß nicht, was ich vorhin falsch gemacht habe, aber wo fliegen die hin, Alter? Ey, das ist ja komplett... Oh, warte. Zielen die auf die Map? Das ist ja voll cool. Das ist ja mega cool. Die zielen einfach auf die Map. Oder sah das gerade nur so aus? Ich habe so viel zu lernen, was dieses Spiel angeht. Das hat auf jeden Fall extrem gut funktioniert. Ich habe den weggesniped. Nicht in den... Natürlich. Wenn man einmal versucht, bewusst den Viechern auszuweichen... Also... Direkt da drauf zufahren ging gar nicht. Vierter Platz. Naja. Solange das Rubberbending wirklich so funktioniert, dass ich sie noch einholen darf. Holy shit. Was passiert hier? Es ist schon spaßig. Es ist unfassbar faden. Aber so viele Entscheidungen wurden in diesem Spiel getroffen, wo ich so einfach nur denke... Was? So jetzt geradeaus? Nicht lenken. Ja. Und dann... Und dann funzt das. An sich fliegen die nur gerade in die Blickrichtung. Von mir aus kannst du das denken. Du kannst einfach ignorieren, was du gerade in meinem Gameplay gesehen hast. Und einfach sagen, die fliegen geradeaus. Aber... Das war nicht geradeaus. Genau wie mit den Panzern. Ich weiß auch nicht, wovon das abhängig ist. In welche Richtung die abhauen. Es gibt eine Logik dahinter. Save. Aber ich... Ich bin dafür zu dumm. Okay. Ich hab's endlich mal geschafft, in der Sache auszuweichen. Ja! Mach sie alle weg! Holy shit! Ketten und MVP. In dem Fall ist der rote Panzer... Vielleicht geht der rote Panzer immer dahin, wo man den Stick hin zeigt. Das wäre eigentlich mega gut. Das sollte ich mal ausprobieren. Und meistens lasse ich den Stick los, damit sie geradeaus fliegen. Vielleicht muss ich einfach ein bisschen mehr sogar lenken. Dass die in der Kurve sozusagen nicht dahin gehen, wo mein Charakter hinguckt bei der Kurve, sondern einfach, wo mein Stick hin zeigt. Und deswegen hauen die immer so krass ab. Was ist mit meiner Sprite gerade? Warum habe ich einen Drop Shadow? Okay. Nee. Nee. Mach keinen Scheiß jetzt da. Okay. So. Ich versuch nochmal geradeaus zu werfen. Okay. Hat geklappt. Hat zu gut geklappt. Aber wie habe ich es dann vorhin geschafft, dass die Bananen da hinten auf der Map gelandet sind? Ist das skriptet? Boah. Hätte ich mich damit gerade selbst hops genommen, ne? Wäre so typisch gewesen. Komm. Komm, nochmal ein richtig geiles Item. So, dass ich Erster werden könnte. Ja, gut. Die haben alle weggemacht. Aber let's go. Oh, I did it. Das ist wirklich, wirklich anstrengend für mich. Michael64 ist nicht mein Game. Aber wunderschön. Hugh Johnny hat ein Obi-Placement. Lul Yonelo. War sogar spaßiger, als ich gedacht hätte. Erstes Spiel von der Liste. Gestrichen. Sancho, danke 14 Monate. Bleib bei dem Team und im Stream. Hat ein Obi-Placement. True. Das ist ein bisschen sehr offensichtlich. Ah, weiter geht's. Gibt's noch einen Secret Cup? Hätte ich die Map nochmal fahren müssen. Das wäre auf jeden Fall... Das wäre guter Time Waste gewesen. Das ist eine echt coole Siegerehrung, man. Ist das jetzt noch eine besondere? Bekomme ich Credits? Weil die Credits... Wenn wir schon alle Mario Cards spielen... Alle 3D-Mario Cards. Dann will ich eigentlich auch die Credits sehen. Das war gegen Bowser einfach. Oh Gott. 100 Bits hast du dir nach dieser Qual echt verdient. Jo, Tronte. Vielen Dank für 100 Bits. Okay. Ihr habt es also auch verstanden. Warum ich... Vielleicht nicht ganz so skillig in dem Game bin, oder? Vielen Dank. Dankeschön. Bevor es gleich mit Double Dash losgeht, will ich dir noch einen essentiellen Tipp geben. Für Double Dash... Weil die meisten nicht wissen, wie Driften funktioniert. Ähm... Okay, ich bin sehr überheblich, was Double Dash angeht. Ich lese es mir mal durch. Viele denken, dass man den Stick schnell hin- und herdrücken muss. Aber das ist ineffizient. Einerseits muss man den Stick nur zweimal in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Also bei einem Rechtsring link. Ich glaube, das mache ich unterbewusst. Also Double Dash war mein erstes Mal, ich habe es unfassbar viel gespielt. Das sollte ich hinbekommen. Also... No hard feelings an der Stelle. Ähm... Mit einem Rechtsring links, Mitte, links, Mitte... Ja, und dann hat man den Boost. Ich weiß, genau. Ist aber bei MarkatDS, glaube ich, sogar ähnlich. Also in Double Dash auf jeden Fall. Da muss man nur so zweimal zählen, gefühlt. Was eigentlich eine übel coole... Das sollten sie zurückbringen. Und wenn man das Ganze zu schnell macht, zählt es nicht, ja. Das hätte ich so wahrscheinlich nicht, ähm... Erklären können. Aber ich glaube, das habe ich im Gefühl. Also Double Dash, Boost. Nie ein Problem bei mir gewesen. Boah! Das sind ja saugeile Credits. Die habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Ah, da sind sie. Die Perverslinge. Und die... Und die... Die sind auch cool, die Staffeln. Was ist ein Song? Ich hatte keine Ahnung. Yo! War das Wasser bei den Pinguinen gerade verdreckt? Das sah doch vorher nicht so aus. Ach, es ist eine schöne Map. Ich finde, die Maps sind einfach... Das ist so M64 gerade. Solche Credits sind einfach geil. Hä, macht mal mehr Kamerafahrten wieder in eure Credits, Nintendo. Die sind so cool. Die sind einfach... Man fühlt sich... Das sind Drohnenflüge, bevor das möglich war. Das gibt dem Auge einfach was. Guck mal! Holy shit! Ich will Mario Kart 8 Strecken mal so inszeniert sehen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie die Credits von Mario Kart 8 aussehen. Hä? Ich bin voll gespannt, wie die Credits von Mario Kart 8 aussehen. Wie sehen die aus? Hä? Fällt gerade auf, die Facecam ist so, dass ich nicht ins Spiel schaue, ne? Das war früher besser. Sollte ich vielleicht noch ändern, dass ich nicht hier rüber schaue zum Game, oder? Wie sehen denn die Credits von Mario Kart 8 aus? Wir werden es wahrscheinlich sehen. Ich liebe die Musik bei Mario Kart 6. Ja, die ist noch krasser. Aber die hier ist ja auch mega stark. Ja, nochmal schön zum Schloss rüber. Uh, uh, perfekter Abschluss. Hey, you're very good. You're very good. Oh, bis zum nächsten Mal, Mario. Ich liebe das nächste Mal. Double Dash ist so schön. Aus irgendeinem Grund ist Double Dash grafisch auch, kann mir keiner was erzählen, grafisch besser als Mario Kart Wii. Double Dash war so ein insaneer Schritt von diesem Game zur nächsten Generation. Genau wie Sunshine zu Mario 64. Die Gamecube ist komplett ausgerastet. Der Gamecube. Was auch immer. Aber gut, das Game. Okay, ich kann nichts drücken, ne? Ich muss hier genau wie in vielen anderen Games den Reset-Button hitten. Oh, früher waren die Sachen mehr in Reichweite. Okay, nächstes Spiel. Ich hoffe, dass ich meine Gamecube zum Laufen bekomme. In MK8 ist es einfach so, als würdest du eine Wiederholung der Rennen sehen. Ich meine, das ist ein unfassbar cooles, cinematisches Feature. Also da hat Mario Kart 8 alles richtig gemacht. Diese, die Wiederholung, diese Zusammenschnitte der Videos, das hätte ich... Also das habe ich ja sowieso schon geliebt. Ich glaube, wäre das mein erstes Mal gerade so als Kind? Ich hätte so viele Videos und Zeitlupen inszeniert und irgendeinen coolen Shit gemacht. Und ich liebe das MK-TV-Feature. Das war richtig gut, dass sie das gemacht haben. Das ist meine Wii U... Nicht... Hä? Kriege ich kein HDMI-Signal? Ich habe es gestern eigentlich getestet. Sollte eigentlich passen. Ich habe extra Professional-Streamer, ich habe mir extra gestern alle Games schon mal gestartet, dass wir das heute auch wirklich schaffen können. Was macht meine Wii U Gamecube gerade? Yo, Johnny, was für einen Mord hast du begangen? Warum ist das T-Shirt erstochen? Hä? Hä? Das ist... Ich meine... Als ob man so nie Klamotten in seinem Leben so sieht und dann so denkt, oh, das ist erstochen. Es ist einfach nur ein Kleiderbügel. So, das erste, woran man denkt, ist einfach... Es hat sich erhangen. Sieht schon funny aus. Es hängt ein bisschen sehr weit oben. Das klagt daran, dass es halt... Weil der Schreibtisch auch höher fahren kann. Du brauchst ein Bügeleisen. Ich trage das nicht mehr. Das ist nicht mal gewaschen. Das habe ich einfach nur aufgehangen für kurze Übergangsphase. Der Hintergrund bleibt sowieso nicht so. Ja, das ist auf jeden Fall richtig zerknittert. Das ist so irgendwie zerknüllt in meinem Schrank gewesen. Dann im Koffer. Dann im Umzugskarton. Und jetzt hängt es da. Ich kann nicht glauben, dass sich das Streamer-Shirt erhangen hat. Nichts! Hä, wieso habe ich kein Bild? Du warst doch noch so jung! Es ist so sad, dass es kaputt ist. Hä, was passiert hier? Ich habe das doch gestern in genau diesem Setup gehabt. Ich kriege kein HDMI-Signal gerade. Es lebt in unserem Herzen weiter. Ich meine, genau dafür ist es da. Das ist sozusagen eine Leichenschau. Für vergangene Zeiten. Das ist repräsentativ für das Kinderzimmer. Ich meine, die Gang wird auch zurückkehren, hoffe ich. Bleibt das Bett und der Tisch so. Nichts bleibt so. Ich werde das komplett woanders hinstellen. Es wird eine ganz andere Perspektive sein. Weil ich gemerkt habe, das Bett da drüben war eigentlich cool. Weil es genau zwischen Heizung und Wand gepasst hat. Aber ich kann dann das Bett nicht mehr richtig zusammenbauen. Ich habe sozusagen gerade nur den Box-Teil vom Boxspringbett. Und nicht dieses Holzbrett, das Kopfende. Und das ist irgendwie dumm. Und deswegen werde ich das sowieso da hinstellen. Dann ist da einfach eine Lücke zur Wand. Aber da packe ich dann irgendwas rein. Und dann packe ich das Bett hier, wo jetzt der Schreibtisch ist. Müsst ihr eh nicht, werdet ihr dann sehen. Ich muss gerade mal eben die Wii U fixen. Und dann geht's. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir das alte Zimmer nicht mehr sehen können. Warte. Ach ja. Einfach nur fürs Gefühl. Einmal kurz ein mentaler Ausflug. So, nochmal frisch durchatmen. Und ich sitze halt auch nicht da. Es sieht aus, als hätten wir so kurz so Korrespondenten-mäßig rübergeschaltet. Yo, wir schalten kurz rüber in die alte Zentrale. Johnny. Johnny. Ach ja, da war ja was. Weiter mit dem Wetter. Das ist ein trauriger Anblick. Ich sitze halt auf dem Stuhl. Das ist so, der Stuhl ist hier. Das Mikrofon ist hier. Warum machst du dir nicht einen Greenscreen in das neue Zimmer und benutzt das alte Zimmer als Hintergrund? Schau dir die VOD vom letzten Stream an, würde ich da nur sagen. Was passiert eigentlich mit dem alten Zimmer? Das wird ein Spiel-Gästezimmer von meinen Eltern einfach. Die sind ja jetzt Großeltern. Da können dann die Enkel mal übernachten. Da sind Spielsachen, Bücher, Stauraum auch für die ganzen Kindersachen und so, die man jetzt nicht wegschmeißen will. Die ich vielleicht noch gebrauchen kann. Die meine Schwester vielleicht noch gebrauchen kann. Macht Sinn. Loki, vielen Dank für 100 Bits. Hast du dein Vampir-Intro noch? Also, ist auf YouTube halt in dem Clip-Video drin, ne? Ach, du meinst, ob ich es jetzt gerade aktivieren könnte? Stimmt, war da irgendwie... Das habe ich doch bestimmt nicht gelöscht. Vielleicht gibt es die Szene noch, aber wie habe ich die genannt? Und wir schalten kurz rüber. In die andere Szene. Es ist einfach direkt ein ganzer... Ein ganzer... Ein ganzer, äh... Mein Gott, Teleportation. Eine ganze Teleportation findet statt. Wieso ist die Wii U ohne Bild? Ich tausche das HDMI-Kabel eben aus. Ich nehme einfach das HDMI-Kabel von der Switch, weil dann darf es ja keinen Unterschied machen zu eben. Ist eigentlich noch irgendwas mit der Szene? Kann ich jetzt... Ich glaube, es gibt ja noch die Szene, wo ich auch wieder abhaue. Müsste eigentlich. Hä? Okay, ich glaube, mein HDMI-Kabel ist einfach kaputt. Ja, okay. Das ist zumindest die einzige Erklärung. Irgendwo müsste dann ja noch das Outro sein. Aha! Warum habe ich nicht mehr davon? Ich müsste mich einfach mal hinsetzen. Ja gut, jetzt mit dem neuen Setting ja sowieso. Einfach ein bisschen mehr von dem Shit machen. Und dann, äh... Damit kann man halt coole Sachen inszenieren. Auf jeden Fall. Ist schon ziemlich flawless, ne? Der Green Screen-Effekt ist vielleicht ein bisschen... Aber... So. Okay, das braucht ihr sowieso noch nicht sehen. Achtet nicht auf die folgenden Geräusche. Und dann kommen wir hier ohne die Nintendo-Polizei... In den Genuss von Double Dash. Meine Sensorleiste kann leider nicht mehr... Wo ist die hin? Ach hier. Kann leider nicht mehr unterm Schreibtisch sein. Das war ein gutes Setup beim letzten Mal. Das ist nicht mehr so möglich. Aber so geht's auch. Die Deko war ein Träumchen. Da hab ich noch richtig reingehustelt. Das war viel zu kurzfristig. Da war ich so im Stress, unbedingt dieses Halloween-Special zu machen. Ah, war fun. War es wert. War richtig gut. Allein das Intro noch... Diesen Effekt... Das hab ich so schnell noch irgendwie versucht zusammenzuschustern. Wenn man sich da ein bisschen mehr Mühe geben würde. Generell, OBS hat so viele Möglichkeiten. Video-Editing-Szenen. Man kann so geile Sachen machen. Also, keine Ahnung, Dr. Disrespect-mäßig und so. Wo er einfach aufsteht und irgendwo hinläuft. Guter Song, ne? Müsste man sich... Man könnte sich so coole Dinge eigentlich überlegen. Du hörst gar nichts. Ich fände mein Wirbelsturm-Ende als Stream-Effekt auch nice. Ja! Also, dass man den Sturm itself aus dem Video rauskriegt und benutzt. Oh mein Gott. Generell einfach so witzige Outros hätten schon was. Ich mag Streaming auch so simpel, wie es ist. Man muss jetzt nicht alles zum Blockbuster... ...zum einem Blockbuster umwandeln. Aber ja, definitiv. Da gäbe es auf jeden Fall... Oh nein! Ach komm, das war bei mir gar nicht mehr zu sehen. Das war perfekt. Das war einfach perfekt. Johnny, gibt es Bilder von deinem alten Setup? Ich glaube nicht. Boah, geil. Das Intro gucken wir uns an. Ich glaube, also du meinst so richtig, dass man mal nachvollziehen kann, wie das da alles aussah. Und so. Also, das gibt es vielleicht. Aber das war mir eh alles zu chaotisch und zu staubig. Da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock, das zu zeigen. Es war so verstaubt. Es gibt bessere Intros. Das ist nicht besonders cinematisch. Das besteht eher so aus Gameplay-Szenen und so. Aber... Junge, der Unterschied an Videospiel-Geschichte. Wie riesig kann ein Sprung zwischen zwei Games sein? Das war das nächste. Ich glaube, hier zwischen war nicht mal der Game-by-Advanced-Teil. Ich glaube, der Game-by-Advanced-Teil war... Doch, der war genau dazwischen. Ja, okay. Der war mein. Ich dachte kurz, der war nach diesem und zwischen dem DS und diesem. Aber ich glaube nicht. Okay, das Game habe ich schon durch. Sieht man an diesem veränderten Titelbildschirm. Aber das dürfte eigentlich kein Problem sein. Ich kann einfach Grand Prix. Spiegel wäre auch okay. 150 machen. Und ich denke mal, wir gehen alle... Gehen wir sie alle einzeln durch? Ich meine, die Weltmeisterschaft ist ja nicht umsonst so cool, wie sie ist. Worauf habt ihr Bock? Zweimal Koopas hier? Oder sollte ich ein Baby-Mario oder To-Dead oder so mitnehmen? Ja, komm, wenn wir so ein Toad-Auto nehmen, dann nehmen wir auch... ...einen Toad. Goldpilz kann sich sehen lassen. Champions League? Wie geht's so schnell vorbei? Wenn du mehrere Chars spielst, machst du die einzeln. Ah, richtig, ne? Bei den einzelnen Cups könnten wir natürlich ein bisschen mehr Abwechslung noch machen. Dann könnte ich auch mal ein anderes Kart nutzen und so. Ich nehme halt immer diesen blauen. Es sieht aus wie ein Standard-Kart, aber es ist das geilste Kart. In diesem Spiel ist das wirklich... Ich liebe das. Meisterschaft. Einzeln, sonst kommen die Credits nicht, oder? Doch, nach der Meisterschaft müssten Credits kommen. Definitiv. Ich glaube, die Credits kommen sogar, wenn man einfach den hier jetzt durchspielen würde. Hätte Baby-Mario genommen. Kettenhund in Baby-Pack göttlich, sehe ich. Aber Kettenhund würde ich viel zu selten kriegen. Ich fahre, denke ich, nicht so oft auf den Plätzen, dass ich ein Special-Item kriege. Deswegen ist der Bowser-Panzer in Baby-Pack sowieso auch mega geil. Und Goldpilz... Ja, stimmt. Goldpilz hilft... Ja, hilft am ehesten, wenn ich weiter hinten bin, natürlich. Aber... Ja. Oh, geil. Boah, das Spiel allein in... In Vollbild zu fahren, ist für mich so selten. Weil immer mit den Geschwistern gespielt. Immer diese ganzen Features, die die Maps auch haben. Alter, ich wollte gerade sagen, ich fand die erste Banane, die ich sehe, einfach... Ähm, oh mein Gott, ist schon gewöhnungsbedürftig jetzt. Mein Kopf ist noch bei Mario Kart 64. Definitiv. Ähm. Yeah! Oh, so stark. Junge, let's go. Ähm, der prallt irgendwo da ab. Okay, perfekt. Der kommt nicht zurück. Ach, stimmt. Und hier konnte man nicht win Mario Kart 8, ne? Da gibt's ja auch Doppel-Items. Hier eingeführt. Mega das coole Feature. Ihr wisst, wie sehr ich Double Dash liebe. Ich... Shit. Ich brauch's jetzt nicht reviewen. Ups. Ähm. Ah, damn. Erstmal, erstmal auf jeden Fall wieder Fahrgefühl hier kriegen. Okay, so ging das. Gerade noch beschrieben bekommen, wie der Shit funktioniert. Aus dem Weg. Und... Was wollte ich sagen? Genau. Hier muss man noch Z drücken. Hier muss man den Charakter noch switchen. Damit man tatsächlich das zweite Item auch einfach storen kann. Damit man ein Einzel-Item abspeichert. Wir packen Baby-Boss aber nach hinten. Ich hätt' die andersrum picken sollen. Wow. Das macht dann mehr Sinn. Sad life. Oh, schade. Ich dachte, ich krieg die Chance, einen roten Panzer auszuweichen. Das ist immer geil. Wenn die so hinter einem rumhoppeln. Ach, das Spiel hat so Mechaniken auch wieder. Die sind so... Ach, das ist so sad, dass die nicht mehr da sind teilweise. Aber wenigstens die Doppel-Items haben sie wieder reingebracht. Das ist so cool. Ähm. Hier, jetzt muss ich den tauschen. Und dann krieg ich das zweite Item. Irgendwie nice. Das fühle ich. Den Doppel-Modus natürlich. Wenn ich jetzt noch mit meinem... Mit meiner Schwester oder mit einem Kumpel irgendwie zu zweit auf einem Kart sitzen würde. Mit Mogi oder so. Auch eine nette Idee auf jeden Fall. Gerade für Double Dash war halt zwei Fahrer pro Kart. Dass sie sowas im Gamecube-Teil schon gemacht haben, ist auch irgendwie geil. Dass sie sich so dachten. Jo, wir haben komplett neue Möglichkeiten für die ganze Reihe. Das sieht alles viel krasser aus. Man kann so viel aufwendigere Strecken bauen und so. Und sie denken sich zusätzlich noch... Jo, wir werfen noch das Item-System über den Haufen. Wir packen zwei Fahrer aufs Kart. Die KMH-Anzeige ist geil. Das Spiel ist auch wirklich das, was am ehesten beschleunigt, glaube ich. Also wenn du hier mal von was erwischt wirst, der Spaß geht nicht verloren. So, zack. Banane. Ich bin direkt wieder nicht Highspeed so, aber... Ich werde ein, zwei Mal überholt, aber ich bin wieder auf den Beinen. Es ist lange nicht so frustrierend für den Kopf einfach, weil dieses Spiel so schön schnell ist. Also sobald man sich an die Double-Deck-Steuerung gewöhnt hat, die wirklich schwammig ist, gebe ich zu. Die aber trotzdem einfach funktioniert. Die ist einfach nice. Auch wenn man viel runterfallen kann und die Kurven gegen eine Wand setzen kann und so. Man bereut es nicht so. Gegen eine Wand zu dotzen ist lange nicht so frustrierend wie ein Mario Kart Wii und 8. Es ist einfach ein sehr schnelles, spaßiges Mario Kart, würde ich sagen. Also den Nachteil, den es hat, den ist man nach ein paar Spielstunden ja eigentlich los. Bei den anderen Mario Karts eher nicht. Okay, warte, ich versuche mal hier lang zu fahren. Bringt eigentlich nichts, aber ich finde es immer lustig, dass es geht. In Mario Kart 7 bringt es, glaube ich, was. Kann man irgendwie durch den Pool oder irgendwie da dran... Da ist der Pool eher mittig, glaube ich, und nicht so auf der rechten Seite vom Schiff. Alter, wie konnte das so abprallen? Ah, ich wollte gerade sagen, fahr zur Seite, Johnny. Okay. Diesmal fahren wir die Abkürzung. Früher immer versucht... Also ich habe wirklich erstaunlich lange es geschafft, da nicht reinzufallen und dachte, da ist ein Abgrund. Beziehungsweise ich habe es bei meinen Geschwistern vielleicht gesehen und gedacht, yo, da darf man bestimmt nicht reinfallen. Und als ich dann reingefallen bin, dachte ich so, what? Ist auch eher so ein paralleler Weg. Gar nicht unbedingt eine Abkürzung, aber... Hey, was zum... Clean, die Items... Ignoriert. Ah, hier. Schön die Augen überall. Selbst die Schilder haben Augen. Die Sterne. Das ist Double Dash Wies Liebe. Alles muss Augen haben. So habe ich mal kennengelernt. Ist eher so Mario World mäßig, ne? Das war eins der ersten... Ja, eine der ersten richtigen Mario-Erfahrungen, würde ich sagen. Davor so dieses Mario Land halt auf dem Game Boy ist ja so 2D Mario in... In sehr pixelig und so. Das hier war richtig... Die Welt von Mario erkunden. Das ist das Pilzkönigreich. Die Staples davon kennenlernen und so. Deswegen, ich liebe Double Dash einfach. Es gibt mir so ein gutes Gefühl, dieses Spiel zu spielen. Gott, Double Dash ist so schön. Es ist grafisch auch so schön. Und ich habe mal überlegt, wieso die Charaktere in Malkard Wii so wenig Polygone haben. Und ich dachte, es hängt damit zusammen, dass es 12 Fahrer sind. Aber hier sind es ja theoretisch 16 Fahrer. Also zumindest von den Charakternetzen her. Von den Models. Ganz seltsam. Spielt Mario in der DDR oder warum wird man überall überwacht? Ist das so? Meinst du Lucky 2? Ich meine, das ist nicht der erste Rennsport, der übertragen wird. I guess. Wuhu! Aber hier gibt es trotzdem auf jeden Fall Fahrskills, die besser sein könnten. Merke ich gerade. Ne, gerade das Driften. Das ist ein guter Punkt. Kann man auf jeden Fall noch öfter reinbekommen. So ein Boost. Sad. Sad, aber kriegen wir hin. Auch hier. Wirklich schwierig teilweise. Aber ich liebe dieses Spiel. Ich glaube, ich komme auch direkt wieder richtig gut rein. Merke ich gerade. Anfang auf jeden Fall. Immer ein bisschen schwammig, aber... Holy shit, ist das fun. Es ist so schnell. Es sieht immer ein bisschen aus wie eins dieser Arcade-Mario-Karts. Ich sehe, dass Double Dash so ein bisschen seltsam auf manche wirken kann. Ähm... Aber ich merke einfach, wie... Wie ich das einfach drin habe, in diesem Spiel zu fahren. Ups. Fliegende Bananen ultra-satisfählen. Ja, oder generell. Also hier... Man muss schon aufpassen. Zum Beispiel, wenn man über diese Berge hier jumpt. Man... Wenn man einmal falsch lenkt, dann kriegt man das Item halt nicht. Weil man in der Luft keine Kontrolle mehr hat und so. Das Spiel ist sehr un... Verzeihend, was die Steuerung angeht. Aber dafür verzeiht es dir umso mehr. Was deinen Vorsprung angeht. Also du kannst so schnell wieder aufholen. Wieder auf Highspeed kommen. Und selbst diese Map, ich kann die überhaupt nicht leiden. Ist einfach schnell und fun. Und so viele Details auch, die im... Vierspielermodus einfach weg sind. Das gab es auch nicht mehr, ne? Dass sie so optimiert hat. In diesem Spiel haben sie noch so optimiert, dass du bestimmte Sachen gar nicht gesehen hast. Die... Also... Weil die zu viel Leistung fressen. Äh... Wenn man mit mehreren spielt. Und die das dann nur im Singleplayer gibt. So gewisse... Ähm... Statuen hier, glaube ich. Oder Kakteen gibt's, glaube ich, nicht. Die Sterne, die auf die Strecke fallen. Auf der Rainbow Road. Die gibt's, glaube ich, nur im Singleplayer-Modus. So ein interessantes Spiel. Und alle Strecken sind miteinander vernetzt. Weswegen ich überhaupt die... Äh... Die Maps auf der Noclip-Webseite überhaupt anschaue. Weil dieses Spiel einfach so Secrets hier reingebaut hat. Die sich lohnen. So geil. Oh Gott. Hier runterfallen ist auf jeden Fall möglich. Okay, easy. Wait. Ach ja, die sind ja... Die sind ja gerandomized. Stimmt. Desis Dampfer und, äh... Wüste und so wirkte gerade so vertraut. Aber... Fucking Bowser ist fest und jetzt schon. Die Meisterschaft ist ja gar nicht in der richtigen Reihenfolge. Okay, let's go. Wow. Also Double Dash mal gegen andere Streamer zu spielen. Die auch Double Dash so lieben. Hätte was. Also ich fühle mich gerade so... Ich fühle mich gerade so daheim. Das ist krass. Es ist krass. Schaffe ich die Abkürzung? Das war früher immer noch eine Herausforderung. Ich glaube, ich habe mein... Oh, ich habe getroffen. Ah, knappes Ding. Ich habe, äh... Ich dachte, ich habe meine eigene Banane gerade aus dem Weg geräumt. Aber... Passt. Mein Gott! Die Leute, die dieses Spiel nicht spaßig finden, tun mir so leid. Den entgeht halt was. Und ich kann aber verstehen, dass sie mit dem Spiel vielleicht nicht so gut zurecht kommen. Aber ich finde, man sieht das auch bei mir. Es ist absolut möglich, dieses Spiel so zu steuern und so drauf zu haben, dass es wie jedes andere Mal Cut getryhardt werden kann. Und dass die Maps auch richtig schön designt sind. Okay. Na, Johnny, Double Dash Speedrun, wie sieht es aus? Interesse? Also, ich wüsste nicht, ob ich dann irgendeiner Form... Oh. Ob ich dann irgendeiner Form in der Lage zu wäre. Aber Rennspiele zu Speedrun finde ich richtig langweilig, glaube ich. Der Point von Rennspielen ist ja schon, schnell und gut zu sein. Irgendwie ist da so ein Speedrun so ein bisschen redundant. Dann will ich einfach nur gut sein. Und nicht Speedrun. Einfach so ein richtig guter Fahrer. Ich will auf jeden Fall noch einen roten Panzer ausweichen. Wir gehen hier nicht raus, ohne dass ich mal einen roten Panzer einfach davon gefahren bin mit einem Drift Boost. Noch geiler wäre natürlich, den blauen Panzer auszuweichen. Den blauen Panzer auszuweichen im Zweispielermodus ist schon krass. Ich weiß nicht, ob Moggy und ich das geschafft hatten. Aber den blauen Panzer im Singleplayer-Modus auszuweichen ist so One in a Million, habe ich das Gefühl. Ich weiß auch gar nicht genau, wie es geht. Ich glaube, es ging auch mit einem Pilz. Auf jeden Fall, im Zweispielermodus kannst du ja so schubsen. Der hintere kann mit L und R so rammen. Und damit kannst du einfach im richtigen Moment den blauen Panzer vorbeifetzen lassen. Das ist so befriedigend. Das ist einfach anders. Aber ich dachte, ich wollte so einen auf cool machen. Okay, wir fahren mal auszuweichen. Ich wollte so, genau wenn der Feuerball sich auflöst, da durchfahren. Nein, kommt dran, blauer Panzer. Ich habe doch was gesehen. Cooper, tu mir das nicht an. Easy noch den Boost genommen. Profi. Double Dash Profi. Perfekter Score. Wollen wir eine Wette machen, ob ich das noch durchziehe bis zum Ende? Das kann easy schief gehen. Aber Bowsers Festung ist schon eine harte Strecke auf jeden Fall. Ich sollte Double Dash wirklich mal spielen. Es ist so fun. Ich hoffe, ich kriege das auch so verkauft gerade. Es macht mir so Spaß. Ja! DK Berglan, jetzt schon. Die hätte ich mir fast für später auf. Das sind ja die geilsten Maps gerade. Bowsers Festung, DK Berglan. Gott, liebe ich DK Berglan allein in dieser Version. Zum Glück kann ich es in Mario Kart Wii nochmal spielen. Was auch immer da gerade passiert ist. Guter Start für meine Lieblings-Map. Wow! Oh, guckt es euch an. Diese Aussicht, diese Effekte. Das kann doch kein Gamecube-Spiel sein, Junge. Dieser Blick, wie dynamisch das aussieht. Die fliegenden Vögel hier. Jo, wie geil sieht denn der Goldpilz aus. Das habe ich ja auch komplett verdrängt. Und der Stern. Oh mein Gott, da liegt ein fucking Stern auf der Map. Hat den jetzt irgendwer geholt? Okay, ich versuche die Abkürzung. Hier zum Beispiel, ne? Ich liebe ja Bergland. Ach du Scheiße. Ich liebe Bergland. Aber in Bergland kann ich gut und gern mal reinscheißen. So, wenn Toadette hinten dran hängt, kann ich die Abkürzung vergessen. Auch ein cooles Feature, oder? Dass der Charakter so hinten runterfallen kann. Und wow! Jetzt kommt der Scheiß. Zum Glück war das Mario Kart Wii. Diese fucking Brücke, wo man gemario kartet wird. Ey, nee. Ich kann jetzt nicht gerade davon sprechen, dass ich in jeder Map erster werden will. Und genau die nächste, die ich so liebe optisch. Vernichtet mich. Das geht nicht. Muss mich ranhalten. Ich spiele es ein bisschen laut. Streng dich an, Johnny. Wie holen wir uns das jetzt? So nicht. Ist mein Stern noch hier? Wäre auch zu schön gewesen. Oh, wie man hier rumhoppelt. Das ist so krass. Die roten Panzer auf Bergland sind auch teilweise richtig sinnlos. Die sind einfach viel zu... Also nicht random, aber... Oh, ich glaube ohne Pilz wäre das nichts geworden. Let's go! Oh mein Gott! Was? Die habe ich nicht berührt. Ich dachte, ich habe richtig schön knapp dran vorbeigesteuert. Schade. Schade. Aber... Jetzt ist der Sieg immer noch greifbar. Der Sieg ist greifbar. Ich traue mich, die Abkürzung glaube ich nicht nochmal. Dann falle ich runter und dann ist alles im Arsch. Ne, ne, ne. Machen wir auf Nummer sicher. Ja, Pilze hier irgendwo sinnvoll einsetzen. Ja, geht schon. Ja, die Abkürzung mit Pilz ist auf jeden Fall machbar. Aber ich habe wirklich Angst, dass ich den Drift irgendwie so komisch ziehe, wie jetzt zum Beispiel. Dass das nichts wird. Let's go! Let's go! Der Johnny. Und ich mache das nach hinten. Scheiß auf die Banane. Yes! Oh, da hatte ich kurz Muffensausen, dass ich wirklich... Also nach der ersten Runde war der erste Platz auf jeden Fall ein bisschen ungreifbar. Oh, let's go! Stark. Das macht so Spaß! Ich liebe Double Dash. Wie kann Double Dash denn so nice sein? Kann ich bitte einen Mario Kart kriegen, was wieder so ein bisschen in die Richtung geht? Mario Kart 8 ist super. So ist es nicht, aber... Dieses Spiel ist so schön schnell. Dann wird getroffen, kann direkt wieder losspeeden und so. Und das ändert ja auch nichts am Feeling. Es ist ja trotzdem so, dass man Gegner aus dem Weg räumen kann und so. Es ist ja nicht so, dass man auf Null runtergebremst werden muss, wenn ein Spiel so funktioniert, dass sich das ganze Feld immer nach vorne bewegt. Macht es einfach mehr Spaß. Aber die Unterschiede sind ja eigentlich die gleichen. You know? Hier langfahren ist auch, glaube ich, nicht schneller. Sondern einfach nur... Das sind die Items, die man kriegt. Ich habe einfach den fucking... Wie heißen die? Cutterquack? Über den Haufen gemäht. Schade. Boah, die Map... Es wird auf jeden Fall, wenn ich viele, viele coole Sachen zeigen will und so, könnte es auf jeden Fall tricky werden, immer Erster zu sein. Ach du Scheiße. Was war das denn? Dann bin ich auf jeden Fall kritisch unterwegs hier. Boah, okay. Okay, das ist aber viel zu gut gewesen. Ja, war es ein Sniper. Seht ihr das? Die Banane? Okay. Da muss ich sagen, ist schon okay, dass es in den späteren Spielen ein bisschen mehr Bestrafung war. Die Banane war ja fast egal. Aber ich finde es einfach geil, wenn man nach der Banane nicht so instant raus ist. Okay, ich wollte gerade sagen, der hält nicht so lange. Raus hier. Raus aus dem Wasser. Okay. Aber könnte ein Bowser-Panzer werden. Alter. Smart. Smart. Nein, wieso bin ich so übersteuert? Das wird kein erster Platz. Oh, das wird vielleicht nicht mal ein dritter. Nein. Okay, haben wir die Wette? Ausrechnet Peach-Peach. In Peach-Peach wurde ich schon so oft erster ohne Schwierigkeiten. Scheiße. Ich weiß gar nicht, ob die Meisterschaft nochmal schwerer ist als 150 TCM. Oder ob das keinen Unterschied macht. Ah, reingeschissen. Aber der Perfect-Score ist auch hart. Also, ich bin mir ziemlich sicher, Rainbow Road könnte sowieso schief gehen. Es gibt keine Wette, dann ist gut. Dann ist das okay. Dann habe ich nur mich selbst enttäuscht. Damit kann ich, damit kann ich immer leben. Was für eine Wette wollt ihr? Ich bin gerade abgelenkt. Alles gut. Jetzt brauchen wir eigentlich keine mehr, oder? Mir fällt zumindest gerade nichts ein, was man machen könnte. Ups. Wobei. Was? Ich wusste das nicht mal mehr. Ich glaube, es gibt einige Dinge, die ich in diesem Spiel komplett vergessen habe. Ich dachte, der grüne Panzer würde jetzt easy von der Pflanze abprallen. Aber sie wird damit einfach ausgeschaltet. Man kann die Pflanzen... ...stunnen. Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Ah, okay. Let's go. Clean. Clean, Mann, Motherfucker, Alter. So. Oh mein Gott. Du wirst so leiden. Ich wollte gerade sagen, die weichen aus. Oh oh. Jetzt darf ich nur nicht selber leiden. Shit. Der hat zu gut funktioniert. Oh. Hm. Fucking Goombas. Oh, fucking Pflanze. Glück gehabt. Glück gehabt. Okay, Johnny. Nicht nochmal einen dritten Platz. Konzentrier dich auf den ersten. Das holst du noch. Das holst du easy noch. Stark. Ja. Ja. Läuft. Windschatten gibt's hier nicht. Aber... Ah, das Toad-Auto. Das Toad-Auto ist es. Ah, ich hab das Stop-Lighting bekommen. So unnötig. Okay, was mach ich jetzt? So, oder? Easy. Hätte, äh, noch aufregender sein können am Ende. Aber die haben sich irgendwie gegenseitig ausgeschaltet. Let's go. Das Spezial-Item kommt öfter, als ich denke. Also den Bowser-Panzer jetzt schon ein paar Mal schon auf den zweiten Platz geholt. Let's go. Oh, eventuell hab ich Furiose-Items an. Ich glaub, das hat man so in den Grundeinstellungen im Titelbildschirm des Spiels. Interessanterweise. Jede Woche ist Gamer-Woche. So sieht's aus. Gamer. Nach diesem Stream wird es wieder was für die Gamer-Woche geben. Denn jede Woche ist Gamer-Woche. Ja, na klar. Hey, ich hab alle Mare-Cuts gespielt. Soll ich euch mehr davon erzählen? Also ja, Mare-Cuts ist so ein Spiel. Ähm. Ist wie ein Rennspiel. Aber es gibt Items. Das bedeutet, man sammelt so Geschenke ein. Tatsächlich. Das Schlechteste davon ist der Pilz. Ey, der Pilz wird so hart unterschätzt. Das ist so dumm. Oh mein Gott. Noch gar nicht erwähnt. Also ich erwähne es zwar eigentlich immer, aber heute noch nicht erwähnt. Pilze in diesem Game. Sind so geil. Mit Pilzen kann man in Double Dash, glaub ich, noch Items klauen. Das muss ich definitiv noch demonstrieren. Ah, schade. Zu früh. Ich weiß nicht, ob es auch mit hier schon mit normalem Driften geht. Um blauem Panzer auszuweichen, aber... Seht euch Baby-Park in all seiner Pracht an. So muss das sein. Ich muss auf jeden Fall Baby-Bowser nach hinten packen. Damit wir nochmal so ein... Selber so einen richtig schönen Panzer über die Map jagen können. Ah, und schön die Kurven hier so... Guck mal, solche Sachen. Die Yoshi-Eier zum Beispiel. Das ist so auf Chaos ausgelegt. Dieses ganze Game passt einfach viel besser zu Baby-Park. Das ist so... Seht euch das an, was hier alles passiert. Das ist so stark. Und es ist nicht mal so, dass man nicht fahren kann. Weil das Game so schnell ist und egal, man wird getroffen, man kann direkt wieder weiterfahren und so. Es ist ein ganz anderes Feeling. Wie viele Sterne, Junge? Nicht nur, weil Leute Sterne verlieren, sondern... Ähm, Yoshi und Birdo haben dieses Spezial-Item. Wo einfach weitere Items rausdroppen. Auf die Map. Wie fun kann man ein Spiel machen? Oder seht das nur ich? Also... Es ist so spaßig, man. Baby-Park ist ein Double-Dash komplett... Richtig. Also da ist es nicht fehl am Platz. Double-Dash Baby-Park Musik. Die Musik ist aber in allen Teilen gut. Generell, ich glaube kein Mario Kart hat so schlechte Musik, meiner Meinung nach. Die Reihe hat generell viel zu gute Tunes etabliert. Okay, wenn ich jetzt einen super Start direkt nach rechts rein haue... Oh, das geht. Okay, tatsächlich. Tatsächlich. Haben wir das auch nochmal gesehen? Weil besonders lohnt sich das eigentlich nicht. Am Anfang für so ein Item vielleicht schon, aber sonst... So geil! Hier fahren Autos auf den Maps mit Items dabei. Wo ist diese Kreativität? Also auch in Mario Kart 64 so war die am Start. Holy Shit. Okay, nächste Runde versuchen wir das auf jeden Fall zu hitten. Hit that Stunt. Guck, Rammen. Okay, den nicht. Und dann kommt ein Pilz raus. Der ist zwar ausgerechnet von der Map geflogen. Das ist vielleicht ein bisschen ungünstig gemacht, aber... Es kann sich lohnen. Schade. Oh, aber auch hier. Da. Das war ein guter Drift. Wenn man es zu schnell macht, wird er nicht angenommen. Ah, shit. Aber jetzt noch einmal versuchen. Das ist halt auch echt nicht so einfach, finde ich. Ohne da runter zu fallen. Oh. Zählt das? Ich bin ein bisschen in Panik geraten. Guck mal, da ist ein Bit Mario auf dem Lastwagen drauf. Geiles Game. Warte mal, geht es doch? Ach Junge. Geht das doch, dass man... Guck mal her. Ich würde euch auch gerne so eine Explosion eigentlich mal demonstrieren, aber muss ja nicht sein, oder? Was wollte ich denn sagen? Ja, let's go. Oh, das zählt. Clean. Ah, bisher alles gemacht, was ich zeigen wollte. Wie gut, wie gut. Schönes Ding. Das wusste ich gar nicht mit dem Pilzauto, oder? Also, Minecraft 64 auch absolut kreative Sachen dabei gehabt. Ich weiß gar nicht, von welchem Malcard ich rede, wenn ich sowas sage wie, wo bleiben diese Features, aber... Malcard 7 zum Beispiel hatte ja auch ganz viel neuen, coolen Stuff. Malcard 8 hat geile Ideen mit diesem... äh, sich gegenseitig Speed geben auf den Anti-Gravity-Sections. Jedes Malcard hat was für sich. Ich vermisse nur einfach Features hier draus. Das heißt nicht, dass die nachfolgenden Malcards irgendwie nicht so gut sind. Oh Gott. So bestimmte Sachen hier sind einfach zu geil, als dass es sie nicht mehr geben darf. Zum Beispiel würde ich jetzt einmal gerne einen Pilz bekommen und irgendwie es schaffen, jemanden damit ein Item zu klauen. Ach, come on, was passiert da? Weil ich kann es nicht ganz confirm. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob das wirklich so war. Ich meine, es war so. Weil einen Ballon kann man mit Pilzen ja auf jeden Fall klauen. Auch in nachfolgenden Teilen. Aber ich glaube, sie haben das mit dem Item-Klauen komplett vergessen. Oder sich dagegen entschieden, weil es zu stark war. Aber damals waren Pilze mit das beste Item. Du kannst damit abkürzen. Du darfst es natürlich nicht auf geraden Strecken einsetzen. Aber vor allem, und den Denkfehler machen ja die meisten, ähm... Ein roter Panzer oder ein blauer Panzer oder... Ein Markat 8 zum Beispiel. So ein Blitz. Blitz ist natürlich krass. Aber ein blauer Panzer, ein roter Panzer und grüne Panzer, die bringen dir eigentlich nichts im Großen und Ganzen zum Ersten aufzuschließen. Die machen den vor dir immer weg. Du denkst, du fühlst dich, als wärst du weiter vorne. Weil du den vor dir ja vernichtest und dann einfach dritter bist, dann zweiter bist und so. Aber der erste ist davon ja verschont geblieben. Ach, schade. Irgendwie ist es auf jeden Fall möglich. Aber hier auf der Rampe war es gerade ein bisschen hart. Oh, das hätte schief gehen können. Das war insane. Was ist gerade auf dieser Rampe passiert? Oh, das Ei. Das wird mich erwischen. Wieso kam es gerade von da? Irgendwie, Tf. Das ist übrigens auch so eine Todeskurve. Da fällt man eigentlich immer runter, wenn man sich mit dem Spiel noch nicht auskennt, weil man einfach immer falsch in die Kurve reindriftet. Ich bin gerade richtig stolz auf mich, dass ich das noch hinbekomme. Früher immer da runtergefallen bei der. So. Damit erwische ich doch irgendwen. Erzähl mir noch nichts. Oha, als ob. So. Folgt mir nicht. Als ob ich nicht einmal das Item da bekomme. Aber ich bin immer gut rübergesprungen. Easy. Ach du Scheiße. Geil. So eine geile Map. Wario Arena, glaube ich. Wario Colosseum, meine ich. War, glaube ich, meine Lieblingsmap. Bis ich irgendwann gemerkt habe, wie sehr ich Bergland einfach optisch liebe. Aber als Kind war immer das meine Lieblingsmap. Einfach vom Fahrgefühl her. So eine Achterbahn. Relativ lang. Dafür nur zwei Runden fand ich richtig stark. Das Itemcloth ist einfach vergessen worden. Ja, das geht, ne? Also die alten Spiele meistens besser. Wie viel spielt die Nostalgie da mit rein? Stark. Also bei mir spielt hier die Nostalgie insane mit rein, glaube ich. Vor allem, weil ich sowas wie Marikard Wii nicht besonders leiden kann. Obwohl ich weiß, wie gut das Spiel ist und wie sehr Leute genau die Sachen dort halt lieben. Genau wie ich dieses Spiel liebe, ne? Also Nostalgie spielt eine große Rolle, dass man überhaupt solche Sachen krass findet. Also, es gibt so Features hier. Lol. Die, da ist der Pilz gelandet. Die will ich einfach zurückhaben, wo andere sich so denken, ja, ist okay, ist ein nettes kleines Gimmick. Aber ist jetzt nicht so geil wie Marikard Wii zum Beispiel. Also, es liegt immer im Auge des Betrachters. Oh, wirklich, ich habe kein Item. Danke. Danke. Trotzdem. Trotzdem noch gut weit vorne. Als ob ich auch auf dem zweiten Platz schon wieder das Spezial-Item ziehe. Yo, natürlich. Die Armen. Oh, schade. Ich fahre mal woanders lang. Nicht nur die Abkürzung. Eine andere Route hier. Die Birdo-Plakate. Es ist, es ist, es ist trotzdem eine geile Map. Ich finde sie vom Fahrgefühl immer ein bisschen so, ja, gibt bessere, aber das ist genau das, was ich immer sage mit diesem Nachts-Autofahren. Aus diesen Marikard-Sachen kann man immer so eine Johnny-Liebt-Liste machen. Genau diese gelbe Beleuchtung auf Autobahnen und so ist ein Vibe. Ist ein nicer Vibe. Oh nein, ich wollte, ich wollte ja eigentlich mal rechts fahren. Damit man alle Facetten gesehen hätte. Was ist denn Weg? Hier wird sich nicht an die Straßenverkehrsordnung gehalten. Hier muss ein illegales Rennen gefahren werden. Das ist wirklich so eine Need-for-Speed-Strecke irgendwie. Denselben Vibe hatte ich immer, wenn ich Underground auch auf der Gamecube gespielt habe. Ach, geil! Alles geile Maps. Johnny liebt gelbe Beleuchtung bei Nacht auf einer Autobahn. Naja, hübsch finde ich das nicht, aber das ist so ein bisschen so ein Gefühl von damals immer. Tunnel könnten, müssten nicht so gelb beleuchtet sein, aber man kennt das, oder? Man ist einfach noch wach. Längst nach der Bett geht's halt. Die Eltern fahren dann einfach irgendwo hin, nach Hause, oder zu den Großeltern oder so. Man kommt irgendwann an. Man guckt raus, überall Lichter. Man ist auch gar nicht gelangweilt. Tagsüber als Kind hält man so lange Autofahrten irgendwie nicht so gut durch. Nachts sind die so... What the fuck happened? Das habe ich auch noch selten gesehen, dass ich komplett zurückgeschleudert wurde. Durch das... What? Was passiert hier? Oh. Oh, clean. Das ist eigentlich eine Sache, die man nicht macht. Hier jetzt über die Pflanzen abkürzen. Das ist eher so ein Markkart-Wheeling. Aber es ist möglich. Oh, stimmt, der Panzer prallt ja auch noch ab. Von den... Von den großen Bananen von Donkey Kong. Es ist so ein actionreiches Spiel, Mann. Die ganze Zeit passiert irgendein Shit. Genauso wie man auch... Merke ich gerade, selbst wenn man in den Schlamm fährt, kann man noch Drifts ziehen. Liegt eventuell auch an meinem Kart, aber... Man kann hier schön manchmal ein bisschen Offroad... Ohne komplett zu verkacken. Ohne das Gefühl zu haben, nein, jetzt bin ich letzter. In diesem Spiel geht es einfach manchmal mehr um so... Perfektes Fahren und nicht nur um... Ja, also... Computer-Gang haben nicht viele Chancen, aber ich sag euch, gegen Geschwister... Und echte Menschen ist das dadurch besonders spaßig. Weil du sie einfach nicht übel abhängen kannst, indem du... Drei rote Panzer hast. Sondern die können dann auch wieder aufholen, so. Ohne Rubberbanding. Na, ist das spaßiger dann. Das ist, finde ich, die perfekte Mischung. Shit. Aber man kann natürlich argumentieren, so... Naja, so Offroad und... Bananen sollten schon eine größere Bestrafung sein, als in diesem Spiel. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass das irgendwie... Äh, schade. Das ist irgendwie was... Schlechter mal. Ach komm, das war weird. Oh, gerade so. Ey, das hätte mich so lange aufgehalten. Das ist sad. Ich meine, gut, die anderen wurden auch getroffen, aber... Da hatte ich noch eine gute Chance eigentlich. Mit dem Panzer an allen vorbeizukommen. Ja, natürlich macht das nach hinten. Gegen den Player. Ich raste aus. Naja, zweiter Platz passt. Nicht gejinxt. Ich frag mich immer, warum sie die KMH-Anzeige rausgenommen haben. Die ist doch voll nice. Oder finde nur ich die nice. Ich finde, den Mark hat... Braucht man die nicht, aber auf jeden Fall... Lieb ich die auch. Also, ein weiterer Punkt für die Liste. Die ist geil. Die hast du aber im Multiplayer, glaub ich, auch nicht. Die ist ja nicht nötig. Ich glaub sogar, man kann die umschalten. War das so? Mit irgendeinem Knopf kann man doch... Oder war das Markkart 64? Markkart 64 hätte ich das User Interface noch durchswitchen können, glaub ich. Da hätte man dann die Plätze so... Wie sie rund um den Screen herumfahren schalten können. Das war... Kein super Start. Aber ich glaub, die Anzeige ist einfach nur, weil sie sich dachten... Oh, da ist noch... Leerer Platz irgendwie. Schade. Okay, Schavis. Das ist... Das ist jetzt der... Der Härtetest. Ja. Der Härtetest, wie gut man noch ist. Wie routiniert man in Double Dash noch ist. Nächste Runde, Krisin. Nächste Runde... Wird die Probe bestanden. Okay, easy. Oh, und das hab ich auch so lange nicht gerafft, weil ich nicht so ein Gefühl dafür hatte, wie... Wie das hier aufgebaut ist. Also man... Man... Achtet nicht unbedingt drauf, wie die Map verläuft oder wie diese... Strecke miteinander verknüpft ist. Aber das ist derselbe Dino wie am Anfang halt. Das sieht man natürlich in der Vorschau, aber irgendwie hab ich's nicht gecheckt. Beziehungsweise vielleicht haben wir früher die Vorschau immer weggedrückt. Der... Der hier steht. Da oben ist die Brücke, über die man rüberführt. Und das... Die Füße gehören zu dem Kopf. Das war später für mich so ein richtiger Mindblow. So ein... Was? Nein, ich hab nicht mal den Ansatz hinbekommen. Ich bin gar nicht erst raufgefahren. Oh mein Gott. Glück im Unglück. Ich... Ich müsste hier eigentlich nochmal diesen Glitch versuchen. Irgendwann muss ich nochmal diesen Glitch versuchen, wo ich da runterfalle. Und einfach vorm Ziel aufgesetzt werde. Ich... Ich weiß nicht, ob der schon discovered wurde, aber ich... Ähm... Schwöre euch, dass es passiert. Ich bin bei diesen Brücken... Bei der Brückensektion in die Wand reingefallen. Und wurde vorm Ziel aufgesetzt. Und es hat gezählt. Das klingt wie halt so eine Schulhof-Geschichte, die man sich ausdenkt, um irgendwie anzugeben. Aber... Wenn sich meine Erinnerung vom Gehirn her nicht einfach verändert hat, was ja möglich ist... Shit. Dann bin ich sehr überzeugt davon, dass es tatsächlich passiert ist. Come on! Wie soll ich das denn jetzt machen, wenn ich klein bin? Aber jetzt werde ich genau drauf groß. Na ja. Man sieht, die Übung ist auf jeden Fall nicht mehr wie früher. Es sollte nicht sein. Das ist aber auch eine schwere Abkürzung. In MyCard 7... Shit. In MyCard 7 habe ich noch eine Chance. Komm schon, Johnny. Das Ding jagst du denn jetzt noch? Hä? Wo war denn da ein Input nach hinten? Oh! Gönnung. Lass mich vorbei. Jo, der Panzer ist durch diese Fontänen hochgeschleudert worden. Was? Das wusste ich auch nicht. Wie ist so das... Also, dass sowas überhaupt einprogrammiert ist, ist ja so stark. Oh, geil. Geil, Mann. Nicht Erster geworden, aber... Dino-Dino-Dschungel auch einfach spaßig. Und hübsch. Diese Kristallhöhle. Die Farben von den Brücken. Ich finde, Double Dash ist einfach hübsch. Die Strecke nicht. Die finde ich echt hässlich. Aber ist auch echt die Einzige. Und trotzdem mag ich die Idee. Weil in MyCard 8 ist sie richtig geil. Da haben sie sie so schön gemacht. Martino 6, 11, 55. Ich danke für zwölf Monate Rabanero. You fucking did it. Vielen, vielen lieben Dank. Das sind die Leute, zu denen ich sage, du bist eine Paprika, aber du kannst ein Jalapeno oder Rabanero werden. Und sie machen es tatsächlich. Hey. Vielen, vielen lieben Dank an alle Paprikas, aber auch an die Rabaneros. Let's go. Das ist nicht selbstverständlich. So, jetzt schön ein Pilz. What the fuck? So will ich das sehen. Greta? Ach, schade. Wow, was? Was? Ich wollte nicht vereist. Was ist gerade passiert? Was habe ich gerade rausgefunden? Ich wollte einfach mal ausprobieren, was passiert, wenn ich so ein Grün dagegen feuer? Es ist eigentlich nichts passiert. Achso, ich hatte Invincibility. Let's go. Und da habe ich es getan. Ich habe gesagt, ich weiche heute noch mit einem roten Panzer mit einem Drift aus. Ich liebe diesen Stream gerade. Ich liebe einfach Double Dash. Kein Spiel erfüllt mich mit so vielen Momenten, wo ich mich einfach nur freue. Was geht ab? Was eine Kindheit, Junge. Ich hatte Invincibility-Frames, habe das Ding einfach weggekickt. Wie lustig. Weil ich mir selbst den grünen Panzer reingedriffen. Das ergibt Sinn. Doch, das ergibt Sinn. Ich mag die mehr Bauch, aber sie ist hässlich. Und da haben sie nicht so eine gute Arbeit gemacht, wie eigentlich fast bei jeder anderen. Sau schönes Game. Man muss hier so vorsichtig sein. Ich liebe es, dass ich echt... Also ich habe auf jeden Fall hier im Vergleich zu Minecraft 64 habe ich hier Skills. Da sieht man definitiv, welches Spiel ich in der Kindheit hatte. Die Froster sind aus Mario Bros. Arcade, by the way. Ja, habe ich auch irgendwann rausgefunden. Ich habe mich immer gefragt, aus Smash Bros. Dieses Item, das kommt ja aus Mario. Sind das die Froster aus Double Dash auf der Sorbelen-Strecke? Ich dachte mir so, wie nischig soll denn dieses Smash Bros. Item sein? Aber ich glaube, das gab es auch schon in Smash Bros. 64, oder? Wusste ich halt nicht. Ähm, und die sind aus Mario Bros. Arcade. Da frostet man wahrscheinlich irgendwie... Entweder wird Mario... Ups. Das war kein Double Dash Superstart. Entweder wird Mario damit gefrostet oder die ganzen Gegner. Ich habe keine Ahnung. Let's go. Boah, so ein... Was ein Start. Also, Fehlstart machen, um dann einfach mit furiosen Items aufzuholen, ist auch Fun. Kann ich's gegen sagen. Wir sollten auf jeden Fall noch auf den Pilz grinden, damit wir einmal durch den sagenumwobenen Tunnel fahren können. Den man hier übrigens auch schon sehen kann, den Ausgang. Falls ihr's gesehen habt. Der Daisy Dampfer im Hintergrund, der Yoshi Cop da. Die Riven-Schleifenfabrik von Birdo. Wo muss das? Ah. Gerade auf einer Geraden... ...ist es mir wahrscheinlich nicht möglich. Scheiße. Scheiße, ich geb mir mal ein Pilz... Nein, ein Pilz sitzt hier auf dem ersten Platz. Das wird nichts. Eventuell... ...bräuchte ich das, aber ich glaube, das ist besser, als... ...als es in der letzten Runde zu versuchen. Yeah. Wenn jetzt ein Blitz kommt, wäre natürlich sad, aber... ...passiert. Oh, so geil! Was für eine coole Abkürz. Oh. Oh, der gejingste Blitz. Double Dash gönnt mir einfach. Seht ihr das? Double Dash ist ein Spiel, das liebt mich. Das beruht alles auf Gegenseitigkeit. Da kann man echt nicht... Da kann ich nicht meckern. Ähm. Den hab ich damals entdeckt, weil ein Kettenhund random... ...ob das jetzt mir passiert ist oder meinen Geschwistern, weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall ist ein Kettenhund... ...Hettenkund. Bin uns da reingefahren. Okay. Das kriegt ihr auf jeden Fall zurück. Oh. Shit, das waren die gar nicht. Ich hab die Falschen bestraft. Ähm. Und ich weiß nicht, wie man das triggert. Das haben wir seitdem auch nie wieder geschafft. Ob der das einmal macht, um einem die Abkürzung zu zeigen. Aber der ist einfach hier von der Map gelaufen. An der Stelle. In den Tunnel rein. Und wir so, wait. Da ist ne Abkürzung. Das war nice. Kann ich heute nicht einfach die ganze Zeit Double Dash spielen? Ich werd bei keinem Spiel mehr so hypen, glaub ich. Shit. Wie bei dem. Ich liebe die nachkommenden Mario Kart Teile alle. Aber... Double Dash ist ja grad so fucking spaßig. WTF. Das war ja nicht mal so spaßig, als ich's ähm... Vor ein paar Jahren gestreamt hab. Einfach um noch irgendwie... Positive Vibes... Positive Vibes zu bekommen. Das Spiel hypt mich grad anders. Uh, Diavolo Pizza. So will ich das von meinen Rabaneros hören. Sehr gut. Die Waffelböden in Zorbiland sind so lecker. Ich find's geil, dass ihr immer dieselben Geschichten von mir schon kennt. Oh mein Gott. Was, das war's schon? Das waren alle Maps? Ja, stimmt. Mir fällt keine ein, die ich nicht gefahren bin. Jetzt kommt schon Rainbow Road. Oh, seht euch die spiegelnden Wolken an. Ich find, dadurch sieht dieser, diese Textur von der Regenbogen so geil aus. Also, Markat Weard hat auch eine sehr geile Rainbow Road. Dass hier zum Beispiel die Pils City unten drunter ist, ist noch mega genius. Aber der Verlauf dieser Strecke und, ähm... Diese schwebenden Items, diese Low-Poly-Items, find ich jetzt nicht so cool. Also, ist nicht die stärkste. Oh, aber sowas wieder ist so stark. So eine legendäre Idee. Damit entfacht man einfach wieder Enthusiasmus bei Kindern, die sich auf dem Schulhaus austauschen. Yo, ich hab, ich hab einen Stern, eine Sternschnuppe ist auf der Regenbogen, äh, auf dem Regenbogenboulevard gelandet. Und dann hab ich den eingesammelt und es war wirklich ein Power-Stern. Nein, das glaub ich dir nicht. So cool. Ähm... What the fuck? Die hoppeln zu sehr. Aber jetzt hätte ich gern nochmal so einen roten Panzer. Hier kann man den besonders gut ausweichen. In diesen Kurven damals auch immer runtergefallen. Immer ganz falsch reingedriftet in die Dinger. Da fetzt man so easy raus. Oh, ich probier's mal. Ich mach die, ich mach die Spiralen-Drift-Challenge. Oh, hier hochzusliden ist auch anders. Boah, wär ich jetzt ausgewichen, ne? Aber so easy ist das jetzt auch nicht. Boah, geil. Immer noch erster. Und nicht mal runtergefallen. Bin ich schon einmal runtergefallen? Weiß grad gar nicht. It's got the road, it's got the rainbow road. Ich hab nichts verstanden. Rest des Streams normal, cut, dd. Achso, ich hab Idee. Verstanden. Ah, die scheiß Bananen, da kramm ich nicht weg. Man klebt da immer an der Bande, wenn man einmal, einmal falsch rein, äh, saust. Da hinten auch dieser random Schriftzug und diese Röhren. My Cut steht, das find ich echt ein bisschen hässlich. Aber ansonsten liebe ich die Map. And you go there when you die. It's got the road, it's got the road. Ah, das war ein Stern. Der Stern sah aber aus wie vom... Josh. Oh ja, okay. Das. Da kann man nichts machen. Oh, das war immer das Schlimmste. Hier getroffen zu werden und dann von so einem Teil einfach weggeboostet. Ach du Scheiße. Ja, okay. Bitte nicht. Ich werde jetzt nicht noch überholt. Okay, geil. Es wird nochmal spannend. Kein Item. Okay, die fahren irgendwo rein. Pilz. Pilz auf der Map. Gönne ich mir. Okay. F. So ein Mario Kart Moment. Aber das ist genau das, was eigentlich immer passiert. Ich hatte bisher... Das war viel zu clean, wie ich bisher hier gefahren bin. Die Stelle ist nämlich unfassbar schwierig eigentlich. Also die ganze Spirale mit den Schnellstreifen da ist insane. Das ist eigentlich so dumm, die sein. Und jetzt nochmal runterfallen. Das war Double Dash, meine Damen und Herren. Das zweite Spiel von der Mario Kart Liste des heutigen Streams gestrichen. Und ich werde... Ich werde Spaß haben, aber ich weiß nicht, ob ich nochmal so viel Spaß haben werde heute. Hast du dir nach der schönen Zeit echt verdient. Hast du dir nach der schönen Zeit echt verdient. Danke, Trotte. Nach jedem Mario Kart kommt jetzt so... So eine andere Herleitung. Vielen, vielen lieben Dank für 100 Bits, Mann. Danke für die Unterstützung. Habe ich genau 150 Punkte? In 150 TCM? Geil. Stimmt, das ist ja das Siegerehrungsauto, was man dann fährt. Das kann man ja freischalten, wo Toadsworth drin sitzt. Dieser arme Tropf. Hier hat er noch eine Hauptrolle so. Zusammen mit Sunshine natürlich. Toadsworth ist einfach weg mittlerweile. Seht euch den Pokal an. 150 TCM. 150 Punkte. Und es müssten die Credits kommen. Dieses... Yeah, dieses... Da muss ich sagen, Michael 64 hat den stärkeren Song. Der Song ist... Irgendwie passend. Nicht so... Also der ist so entspannt, so... Yo... Wie so eine Nachmittags-Sitcom, die so zu Ende ist. Oder so ein abendfüllendes... So eine Late-Night-Show. So sieht es halt auch aus. Aber da muss ich sagen... Michael 64 war auf jeden Fall... Ähm... Wie sagt man? Epischer. Aber schön. Schönes Game. Hat auch noch so viel mehr Potenzial. Wettkampf-Mode spielen wir heute nicht. Könnte man auch nochmal machen. Alle Mario-Cut-Wettkampf-Mode... Ja, aber gut, was macht man da? Oh, mit anderen Leuten. So ein Mario-Cut-Wettkampf-Mode-Abend. Wenn ich hier das vielleicht mal so eingerichtet bekomme, dass ich mit Gästen hier auch vor Ort streamen kann und so. Oh, der Wettkampf in Double Dash. Bombenballgerei. Luigi's Mansion. Mit einer echten Person. Ohne Delay. Über Parsec oder so. So die Frage, mit wem? Am ehesten mit meinen Geschwistern. Beziehungsweise mit meiner einen Schwester. Da nehmen wir uns nichts. Da sind wir solche Tryhards. Das war anders. Trivia. Der Song ist in der PAL-Version von... Wegen 50 Hertz länger. Aber hier jetzt nicht wegen PAL 60. Oh mein Gott, das hätte ich vielleicht mal einstellen sollen. Da ist der Charles. Wer von... Dolores hieß einfach Senf mit Nachnamen. Wer von denen spricht eigentlich Bowser Jr.? Ist doch bestimmt dieselbe Frau wie Bart Simpson. Es klingt so ähnlich. In Sunshine zumindest, wenn das dieselbe Person ist wie hier. Einfach Nancy Cartwright als Bowser Jr. würde ich fühlen. Die ganze Mario Kart Soundtrack Serie hat wundervolle Tracks. Mario Kart ist eine Bereicherung für alle Playlists, für alle. Yo, wie cool das aussieht. Hab den lang nicht mehr weg... Nicht mehr nicht weckeskippt. Es ist simpel. Die Kamerafahrten wären cooler, aber... Das hat auch was. Das irgendwie mal so zu sehen. Ist eine nette Idee. Oh, und das sieht so scheiße aus. Also da kann ich wirklich nichts sagen. Mario Kart Wii und dieses hier. Ich mag diese Bilder, aber... Die sind irgendwie so... Allein wie das ausgeschnitten ist und die Komposition. Ist schon funny, aber es ist halt nicht animiert. Es ist so zusammengeklatscht. Ja, aber so viel zu entdecken. Baby Mario und Baby Luigi. Das ist am sweetesten. Fucking Boohoo jagt Warluigi und Wario. Und Mario piste, beziehungsweise das Castle kommt überhaupt nicht zur Geltung in diesem Spiel. Ach ja, da war ich 8. Ich glaube, Perfektor hätte es mich nicht treffen können. Dieses Spiel mit 8, 9 zu lernen ist optimal. Alles daran beeindruckt einen ist unfassbar spaßig. Und man ist mit fast 27 immer noch so hart dabei. Der Song... Ich will noch gar nicht weitermachen. Aber es kommt Mario Kart DS. Also ihr müsst halt auch nachvollziehen, was ich damals wie verwöhnt ich war. Mit Mario Kart Double Dash eingestiegen und dann mit Mario Kart DS direkt den nächsten Banger bekommen. Doppelt so viele Strecken auf dem Handheld. Bisschen... Um einiges schlechtere Grafik. Aber ich war... Ich war so richtig so... Jo, okay, Nintendo ist ja die coolste Sache, die ein Mensch erfahren kann. Und dann kam halt Mario Kart Wii und war in Ordnung, war gut. Ich sag da nichts gegen. Reden wir später drüber. Hat mich einfach überhaupt nicht aus den Socken gehauen. Es war... So wie Double Dash, nur ein bisschen anders und ein bisschen abgespeckt und... Nicht noch mehr Strecken als DS. Aber Mario Kart Wii ist natürlich für die, die es viel gespielt haben und die, die damit eingestiegen sind, genauso geil wie Double Dash für mich. Weiter geht's. Mario Kart DS. Oh oh. Uh, das war knapp. Mario Kart DS wird auch anders nice. Also die Rennmissionen haben wir schon oft genug gespielt und auch getryhardet. Das will ich gerade machen. Zum Systemmenü sollte richtig sein. Aber die Strecken, einfach mal alle Cups, habe ich glaube ich, habe ich das schon mal gestreamt? Eventuell, ist sehr lange her. Vielleicht einer meiner ersten Streams in 2017 oder 2018 oder so. Kann sein. Ich habe bestimmt ein paar Sachen vergessen. Und meine, ich werde es beschreien, aber meine Capture Card scheint ja zu funktionieren. Das ist, das ist auf jeden Fall sehr... Das spart mir einiges. Ob MKDS auch auf Maeve's Gamecube läuft? Bible Thumb 100. Mal KDS habe ich natürlich auf der Wii U gekauft. Ne, Wii U ist so ein Allrounder. Also meine besonders, aber ich kann da ja alles drauf spielen. Ich kann da theoretisch auch ein paar N64 Spiele drauf downloaden. Das brauche ich jetzt nicht mehr, weil ich für Switch Online viel zu viel bezahle. Aber, also welche Konsole, welche Konsole geht da nicht? Gerade im eShop gibt es so fucking viel. Ähm, nicht so viel wie im i... Wie im... Ne, im eShop gibt es nicht so viel wie im Wii Shop, glaube ich damals. Aber ich weiß nicht mehr genau. Ähm... Oh Gott, ich hoffe, mein Gamepad hält heute durch. Weil sonst muss ich das Kabel irgendwo rauskramen. Aber allein hier. Die ganzen... Die ganzen Sachen hier, also... Ich kann die, ähm... Wii Games natürlich drauf spielen. Die Wii U Games. Die Gamecube Games habe ich zum Laufen gebracht. Die... ganzen Retro Sachen. Die DS Games. Da ist es die einzige Heimkonsole, wo DS Games drauf Sinn machen. Wegen dem Gamepad und dem Touchscreen und so. Es ist... So gut eine Wii U als Streamer zu haben, bin ich ehrlich. Als Nintendo Streamer vor allem. Wieso kann ich das euch nicht zeigen? Kann ich das nur so machen? Junge, was? Ja, und da sieht man wieder die Nachteile der Wii U natürlich. Die ist viel zu spezifisch. So. Donkey Kong habe ich drauf. Die ganzen DS Sachen. Pokémon Snap einfach so. Warware Touch könnte ich doch sonst in keiner Form immer noch enjoyen. und zeigen und richtig mit Touchpen und so. Außer mit Capture Card für DS halt. Sau geil. Mario Kart DS. Oh, da war Partners in Time. Das haben wir mal angefangen zu streamen und dann habe ich es irgendwann wieder aufgehört. Aber war auch gerade eine schwierige Stelle, glaube ich. Irgendwo Yoshi's Island oder so in dem Magen von diesem Monster. Wie das klingt. Wie das einfach schon klingt. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Absolut glücklicher, 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 glücklicher Gamer. Perfekt. Ich wollte gucken, ob wir hier schon ausgestattet sind. Die Peperonis und Chilischoten sind unterwegs. Wie komme ich hier jetzt wieder weg? So. Dann sind wir ready. Und können das nächste Mario Kart angehen. Grafisch. Oh mein Gott, seht euch diesen Baus an. Es ist so scheiße. Also das begreife ich auch nicht. DS hat schon gute Grafiken, Mario Kart DS. Hat schon einiges aus dem DS rausgeholt im Vergleich zu Mario Kart 64. Weil, ne, Mario, der DS ist ja vergleichbar mit der N64 irgendwie. Aber, also sie haben wenigstens Polygone. Aber die haben die irgendwie nicht optimiert. Also die Fresse hätte man schon weniger dämlich machen können. DK ist am schlimmsten. DK ist noch am allerschlimmsten. Es sieht nicht irgendwie... Also es sieht nicht so aus, als dass man sie nicht erkennt. Aber was ist mit diesen Zähnen? Die Zähne ist einfach so draufgepinselt auf dieses Maul. So. Luigi sieht cute aus. Wen nehmen wir? Du musst erstmal dein eigenes Emblem zeichnen, Johnny. Sonst geht hier gar nichts. Das hab ich doch. Das ist ja von mir. Was glaubt ihr denn? Es ist wunderschön. Der einzig wahre eckige Baus. Also in Mario 64 DS. Und es war ja ein Release-Spiel. Was ich nicht wusste und nicht hatte. Also dann wär ich... Dann wär ich, glaub ich, noch glücklicher gewesen. Hätte ich Mario 64 DS zu Release bekommen. Und dann zu Weihnachten dieses Spiel. Ähm. Vorher war der DS für mich ein bisschen sehr gimmicky. Mit Touch and Go und Mario where touched und so. DS war das erste richtige Spiel so. Ähm. Jo, die Arme. Was geht denn da? Toad hat die längsten Arme. So lange Arme hatte er noch nie. Das ist ja einfach so... Woran erinnert mich das? Das ist so ein Spargel. What the fuck? Loki, danke für 100 Bits. Äh. Kein Knochen-Trocken-Panzer, 150 Spiegel. True. Ich brauch ja Knochen-Trocken. Können wir den freischalten noch irgendwie? Also die einzig wahre Experience Mario Kart DS zu spielen ist eigentlich Knochen-Trocken mit Knochen-Panzer. Ja. Definitiv. Damals habe ich mich in Knochen-Trocken verliebt und ich fahre ihn in Mario Kart Deluxe wieder. Ich habe mich mit Shy Guy abgefunden in Mario Kart 8, aber auf der Switch gab es Knochen-Trocken wieder und da gibt es kein Zurück. Der erste Charakter, den ich in Mario Kart Tour gezogen habe, aus dieser Glücksröhre, war Knochen-Trocken. Das war einfach Schicksal. My Simple Games, danke für den Sub. Willkommen im Team, willkommen im Stream. Du bist eine Paprika, kannst allerdings auch das Symbol auf diesem Pilzauto werden. Viel Erfolg dabei, vielen lieben Dank. Mach's bequem. Ich glaube, die Design-Idee wurde gefallen, damit man ihn actually winken sieht. Ja, man sieht's sonst echt nicht, ne? Allein da hinterm Steuer so. Aber genau deswegen, das sind echt, echt lange Arme. Wie schalten wir den frei? Logan Kart. Logan Kart soll ich auch noch spielen. Joni Hartz. Reingelotet oder reingeloot, ne, reingelotet. Danke für vier Monate, bleib im Team und im Stream. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Mach auch du's dir bequem. Bleib beim scharfen Essen. Das ist einfach Slenderman. Knochi ist selbst gerade am Blaschen. Ich liebe Knochen-Trocken. Quote me on that. Ähm. Oh, geil. Das ist auch eine geile... Also, ich weiß nicht, ob hier gut das Fahrgefühl ist. Ich glaube, das Fahrgefühl hier ist besser. Mit diesem... Ne, das nicht. Ah. Das ist zu sehr wie Double Dash. Machen wir erst mal das. Aber welchen Cup muss ich abschließen, um Knochen-Trocken zu bekommen? War das noch sehr aufwendig in MyCutDS? Eigentlich reingelötet, aber Öls sind im Namen verboten. Oh. Ich hab's dir fast gedacht. Ich dachte, so hab ich mich verlesen, aber... Da steht einfach reingelotet. Reingelötet! Ich versuch's mir zu merken. Vielen lieben Dank. Was geht bei dir? Spielen wir eigentlich nochmal Cature? Ne. Da... Das ist mir auch zu wenig Input einfach. Also, das ist... Was soll ich da groß spielen? MagicalCartour spielt man alle paar Wochen, alle paar Monate nebenbei. Holt sich die ganzen neuen Outfits, Skins, checkt die neuen... Äh, Varianten der Strecken aus. Aber MagicalCartour ist ja kein MagicalCart, was man so... Alle Cups irgendwie machen kann. Das... Das geht... Also, ich hab vorhin schon gesagt, ja gut. HomeCircle und Tour mach ich jetzt zwar nicht. Ist ein bisschen cheap, aber eigentlich ist es nicht cheap. Halt, in dem man alle Nitro Cups der 50-CCM-Klasse gewinnt. Fug ihr König Loki. Öh. 50-CCM. Cheer 100 Choo Choo. Bleiben wir dann einfach bei... Ah, aber das Gefühl ist einfach nicht richtig. Ich kann auch nicht richtig snaken ohne Knochenpanzer, glaube ich. Zieh dich, Bowser. Ja, wobei, ich kann's versuchen. Ich kann's auf jeden Fall versuchen, wieder mehr zu driften. Es ist einfach das Drift-Game hoch 50. MagicalCartDS. Die Steuerung, ich liebe sie, aber sie hat ja komplett übertrieben. Einfach auf geraden Strecken den hier machen. Oh, das geht erstaunlich gut mit Wario. Geht wahrscheinlich mit allem. Oh, mit Arrow-B. Mit Rob geht das halt auch. Und die Strecken, finde ich, für den DS sogar richtig hübsch. Da frage ich mich echt, was sie bei den Charakteren so verschissen haben. Dass sie so seltsam aussehen, vor allem. Naja, also mit den paar Polygonen, die man hat, hätte man sie auch trotzdem noch besser machen können, glaube ich. Also Knochen trocken scheinbar alle 50 CCM Retro Cups. Und der Knochenpanzer alle normalen 100 CCM Cups Cheer 100. Was ne Scheiße, das ist ja viel zu aufwendig. Da brauchen alle. Das würde den gesamten Stream dauern. Das können wir leider nicht machen. Aber krass. Ach, das war schon letzte Runde. Oh, sad. Nicht mal erster auf der ersten Strecke in Malkart DS. Malkart DS. Da habe ich mir damals was drauf eingebildet auf meine Skills. Sowohl auf dem Schulhof, weil Malkart DS einfach das geilste Spiel der Welt war. Und jeder, selbst wenn man es nicht hatte, konnte man mitspielen. Aber es hatten eh fast alle. Und dann konnte man den DS einfach mitbringen. Und alle konnten zu acht gegeneinander spielen. Was war das, Alter? Und dann noch Online. Selbst Online habe ich getryharded. Also auf meine Skills. Da fing das eigentlich an. In Double Dash war ich eh immer so... Da habe ich zum Spaß gespielt. Habe versucht gegen meine Geschwister zu gewinnen. Aber das blieb so im Rahmen. Aber ab DS wusste ich, Mario Kart kann man auf jeden Fall auch Zeit fahren. Habe ich getryhardet gegen diese ganzen Nintendo-Namen, die so gar nicht existieren dürfen. Also die... Oh, der... Die Map unten ist so geil. Dass man unten sehen kann, wo ein grüner Panzer auf dich zufliegt. Wo Bowser gerade hinter mir ist, damit ich eine Banane für ihn dahin platzieren kann. Das ist... Das ist so eine andere Dynamik. Also spielt Malkart mit einem extra Screen. OP. Viel zu gut eigentlich. Ähm... Die Geister hatten so Namen, die konntest du nicht eingeben. Ich wollte mich dann so benennen wie einer von denen. Ich dachte mir so, okay, jetzt nehme ich dieses Symbol und dann gibt es das gar nicht. Irgendwie der Stern oder so. Irgendeins von den Symbolen. Konnte man gar nicht machen. So viel ich weiß. Vielleicht habe ich es auch nicht gefunden. Dann dachte ich so... Holy shit. Das sind die Götter. Die haben sogar Namen, die nicht möglich sind. Weil man auf dem DS auch die perfekte Route so gut sehen konnte auf dem Bottom Screen. Da konntest du immer sehen, yo, wie ist der Geist gefahren? Wo hat er angefangen zu driften? Weil die Pfeile wurden angezeigt, wo man langfährt. Und die haben dann die Farbe geändert, je nachdem, ob man driftet oder nicht. Was für ein gepolishtes DS-Game, man. Die Idee, Retro-Cups einzuführen. Malkart DS ist, finde ich, das beste Mario Kart. Wenn man sozusagen sagt, als es rauskam. Wenn man sie jetzt alle nebeneinander packt und so, gibt es einfach die moderneren, die man vielleicht lieber spielen will. Aber für das, was die Entwickler sich dabei gedacht haben, etabliert haben und als abgerundetes Paket ist Malkart DS. Also, Malkart 8 hat ja auch DLCs und eine Deluxe-Version und so bekommen. Natürlich ist es mittlerweile gut, aber Malkart DS war von Anfang an mit den Rennmissionen, mit dem Wettkampfmodus, der Blockfort beinhaltet, der online möglich ist, ohne Zeit, die abläuft, sondern mit einem Knockout-System, Last Man Standing. Und mehr als drei Ballons, war einfach genius. Full Package. DS ist das perfekte Mario Kart, als es also zu Release gewesen. Da konnte man wirklich kaum noch was verlangen. Personalisierte Namen für den Online-Modus. Online konnte ich auch kaum spielen bei mir zu Hause, weil unser Internet war immer fortgeschrittener als die Nintendo-Konsolen. Das war so nervig. Aber ich hatte immer zu krasse Router vom Sicherheitsstatus irgendwie. Immer so, nee, das unterstützen wir nicht mehr. Der DS kann sich nicht verbinden. Du willst irgendwie WP2K oder wie das hieß und der DS kann das nicht. Aber bei Felix, da haben wir online die Rennpiste unsicher gemacht. Und seitdem haben wir versucht, also Felix und ich, in jedem Mario Kart hatten wir eine Rivalität, die jetzt eigentlich auch gar nicht mehr wäre wahrscheinlich, weil wir nicht mehr wirklich die Zeit, also nicht mehr unsere Jugend dafür hätten, wo wir uns ständig treffen, um Mario Kart zu spielen. Aber seitdem kam auch kein Mario Kart. Das ist so dumm. Mario Kart 8, da waren wir noch genau so. Ich meine, er hatte keine Wii U, aber er hat bei mir so viel gespielt noch, dass er wirklich mich geschlagen hat in dieser Videoreihe von damals. Im Season Battle. Und seitdem kam ja noch kein neues Mario Kart. Aber seit DS bin ich auch so jemand, der sich denkt, in Mario Kart muss ich einfach viel zu gut sein. Jeder Mensch auf der Welt liebt Mario Kart und spielt es gerne eigentlich. Aber die, die dann behaupten, sie wären gut. Weißt du, so normale Menschen, sag ich mal. Die sind nie... Die denken nie wirklich über Mario Kart Gameplay nach. Und ich overthink das eigentlich viel zu sehr. Aber das... Wem sage ich das? Alle, die hier im Chat sind, gefühlt... Sind so. Also, die Leute zumindest, die mit mir Mario Kart 8 spielen, wenn ich ein Turnier mache. Die sind so. Vielleicht nicht alle. Die sind nur im Freundeskreis am besten. Ja, also... Ist jetzt auch nicht so, als würde ich mir da übel krass viel was drauf einbilden. Aber ich erinnere mich genau, dass ab hier ich mir so dachte... Oh, jedes neue Mario Kart, was rauskommt, muss ich so richtig gut können. Und ich weiß nicht, da hat sich einfach dieser Anspruch rausgehört. Wobei, was heißt, ich muss... Ich will... Also, es passiert einfach. Weil es so viel Spaß macht. Man wird dann ja einfach besser. Allein Windschatten. So eine dreiste, aber coole Idee. Dass man darauf achten muss, dass jemand nicht direkt hinter einem zu lange gerade ausfällt. So was... What the fuck? Das gibt auch wirklich krassen Boost. Yoshi gerade einfach... Was ist Rubberbanding so? Das ist eine viel bessere Idee. Boah, und die Bäume hier sehen so creep. Also, ich finde, die sehen richtig organisch aus. Man merkt fast gar nicht, dass das Sprites sind. Die sind... Die Illusion ist echt. Diese wandelnden Bäume da. Achso, wir hatten ja einen Hypetrain. Das habe ich sogar gesehen und dann wollte ich noch kurz das Thema zu Ende erzählen und habe ich es ignoriert. I'm sorry. Ach, ich kann ja Pause drücken. Manchmal vergesse ich, dass das nicht online ist. Yo, vielen, vielen lieben Dank für den kleinen Hypetrain. Jetzt kann ich gar nicht mehr baiten, dass die Leute alle ihre Tickets holen. Aber Knochi, Tammy, Loki, vielen, vielen lieben Dank für die 100 Bits. Tesi auch. Seh an der... Schon der Erste. Danke für den Prime Sub. Bleib auch du im Team und im Stream. Setz dich ans scharfe Essen. Und zufällig kreativ. Zwei Monate. Bleib im Team und im Stream. Danke für die Unterstützung. Wegen den läufenden Bäumen auf der Map fange ich mal an zu weinen. Die sind auch schon echt gruselig. Ich weiß jetzt nicht, was dir geschehen ist. Dass du so irgendwann mal geweint hast. Aber ich kann es fast verstehen. Wenn man irgendwie zu nah an die ran fährt und dann kommt der so auf einen zu und so. Die sehen cool aus. Die sehen auch in Malkat 7 immer noch sehr cool aus. Guck dir das an. Das liegt daran, dass die Beine nicht 2D da dran sind, sondern nochmal so ein bisschen abstehen von der Sprite dahinter. Und deswegen sehen die sogar besser aus als Shit. Als die Bäume, die hier am Rand stehen. Und sehr ikonische Gegner. Und woop. Ne. Woop. Immer schön die Sprünge machen ohne Sinn. Oh Gott. Mit meinem Sport und kann die Kategorie jetzt erstmal nicht ändern. Ah, alles klar. Ach, ihr braucht die eigentlich sowieso nicht krass ändern. Achso doch, die Kategorie natürlich schon. Den Titel nicht, ne? Okay. Ich achte drauf, beziehungsweise bestimmt sind ein paar... Es müssten Mods hier sein, oder? Ja, die Steuerung auf dem Matsch ist grausam. Wario fährt wirklich oft freihändig. WTF. Ja, haha. Ich meine, das machen sie alle, oder? Dieses Jubel in diesem Game. Oh, oh, oh shit. Ich muss ja, ich muss ja fahren. Oh, das Auto ist geil. Sein Auto in Double Dash war auch schon nice. Die sind ja aus... Das aus Double Dash sieht sogar ähnlicher aus als Wario. Als hier, als zu Wario Land 4, ne? Ich hab ja Wario Land 4 die Cutscene so geliebt. Ich lieb immer alles. Ähm. Deswegen. Deswegen dieses Auto von Wario, das fühl ich gerade. Weil das da so cool inszeniert ist in Wario Land 4. Dass Wario einfach diesen Schlitten hat. Diesen Straßenschlitten. Finde ich geil. Hab fast Bock, den nochmal zu nehmen. Aber wir machen ein bisschen Abwechslung rein. Oh Gott, ich versuche mal den Schreck weg. Keine Ahnung. Fahren wir erstmal nur die... Die neuen Cups? Oder fahren wir auch die... Die Retro Cups gleich schon mal. So mal so ein bisschen halbe, halbe. Wie machen wir das in Mario Kart Wii und so? Ich, ich... Ach so, aktuell war nur ich hier und das auch nur so halb. Oh, damn, okay. Muss ich drauf gucken. Danke, Tisi. Viel Spaß, viel Erfolg. Passiert ja jetzt nicht. Nicht mehr so schnell, dass ein neues Mario Kart drankommt. Die sind jetzt alle sehr lang. Oh oh. Gott. Okay, das ist auf jeden Fall ein anderes Game. Wenn man den Knochenpanzer gewohnt ist, den Dreck wegzufahren. Holy shit. Holy shit. Bei SDS verstehe ich dann auch, dass die Doppelfahrer wieder weg sind und so. Das ist einfach so ein stabiles Mario Kart. Und dass man sich beim nächsten dann denkt, jo, wir müssen jetzt nicht wieder irgendwie so ein Gimmick machen. Finde ich auch gut. In My Cut Wii. Aber trotzdem, My Cut Wii komme ich nachher noch zu, aber... My Cut Wii wurde ich nie so wirklich warm. Auch wenn es eine sehr geile Intro-Cut-Scene hat. Zum Beispiel, dass der Kettenhund nicht zurückgekehrt ist, ist halt sad, weil hier macht es Sinn, dass er nicht funktioniert. What the fuck? Danke, Bowser. Let's go. Oh, Hilfe. Ähm... Oh, die Sonne macht ja auch tatsächlich die Flammen. Das haben wir, glaube ich, nicht mehr bewusst. Die da tatsächlich lang schießen. Oh, shit. Ähm... Äh, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das war eine sehr geile Stelle. Wie geplant. Bowser einfach Teammate. Kein Item? Dankeschön. Oh, jetzt werde ich sogar... Oh, ich wollte gerade sagen, ich werde Erster. Wo kommt das denn her? Verpiss dich. Oh, nice. Der erste Platz ist weiß. Die Farbe der Zahlen im Verlauf der Reihe. Auch interessant mal zu sehen. Habe ich, glaube ich, nie so drauf geachtet. Aber der erste Platz ist hier weiß. Und die davor werden immer mehr so rötlicher, gelber. Je schlechter man ist. Der achte Platz ist so richtig dunkelrot. Ich glaube, in Double Dash waren es mehr so was, so Bronze, Silber und dann Gold, ne? Der erste Platz war Gold. Der erste Platz in Double Dash war hier wie der dritte Platz hier so. Hier ist einfach so eine Skala von Orange. Ach du Scheiß. Okay, aber ein Pilz. Nehmen wir doch mal hier mit. Ah, Junge. Fucking Luigi. Ja, let's go. Stark. Bisschen, bisschen viel Wände gerammt heute, aber... Ach so, gönnt ihr? Solange wir hier Fortschritt machen, will ich mich nicht beschweren. Aber der Knochenpanzer würde halt anders hinten, ne? Dass ich den Knochenpanzer nicht habe, ist schon traurig. Ich muss das Spiel mal privat so weit spielen, dass ich den immer zur Verfügung habe. Sollten wir irgendwann mal wieder an diesem Punkt sein. Aber das geht ja so nicht. Verdammt! Die Map ist cool, aber sie ist so hässlich. Auch auf dem DS gerade. Durch diese wenigen Pixel. So diese Treppen immer so richtig grisselig. Der ganze Asphalt kommt nicht richtig zur Geltung. Und warum ist hier Herbst? Ich liebe Gaitano und meine Theorie. Das ist eine... Eine... Ne, das war eure Theorie. Gaitano und ich haben uns abgefuckt. Und Chad hat dann dazu gesagt, was wenn das hier das europäische Äquivalent von Piazza Delfino ist. Irgendwo in Italien oder halt Pilzkönigreich und die... Ähm... Die Kolonie ist Piazza Delfino. Oder wie auch immer die Namen sind, ihr wisst schon. Weil ich glaube, dieser Ort heißt sogar ein bisschen anders. Kann ich gerade nicht sagen. Mit Namen bin ich nicht so gut. Mit Vokabeln und so. Okay, die Abkürzungen waren Segen. Und deswegen ist es hier mehr so ein bisschen grau und europäisch gehalten. Und das aus Sunshine ist so richtig, äh, tropisch und so. Finde ich geil. Das ist halt danach benannt, wo du so wie... New York, da gab's ja auch mal ein York und so. New England. Kann es sein, dass es in DS geändert wurde, damit man es Farbenblinden auch gut... Damit es bei Farbenblinden auch gut aussieht. Das sieht für Farbenblinde gut aus? Das hier sieht gut aus. Also selbst wenn man Farbenblind ist, sieht man ja irgendwelche Farbunterschiede. Farbenblinde können auch nicht Grautöne umso besser wahrnehmen. Ich glaub, es war ein Joke, aber ich hab's grad kurz überlegt, ob das tatsächlich der Grund sein könnte. Ich mein, Inklusion. Das hier ist Piazzale Delfino. Genau, aber Piazzale Delfino ist meiner Meinung nach ein Teil in... Äh, Delfino Plaza. Ne. Oh Gott, Delfino Plaza ist der Teil, wo die Palme, wo diese Statue ist. Und die Stadt heißt Piazzale Delfino. Und was ist Plaza Delfino? Ne. Scheiße, Mann. So klugscheißerisch wie ich bin, da hab ich irgendwie noch nie den Überblick mir mal gemerkt, um alle damit voll zu sylzen, wie es jetzt wirklich ist. Hätte natürlich eigentlich pass... Oh! Voll vergessen, dass ich auch X... Ich hab früher, glaub ich, immer mit X die Items eingesetzt, nicht mit L oder R. Das fand ich dann in Nachfolger nämlich so schwer, mich dran zu gewöhnen. Stimmt, ich war der X-Knopf-Typ wegen Double Dash. Jo, Loki, nochmal ein Neupitz. Vielen, vielen lieben Dank. Äh. Oh, die Strecke ist so geil. Also, Mark HTS hat ein paar lame Retro-Maps, aber die Main-Strecken haben wir, glaub ich, alle gut bewertet. Als ich die Tierlist gemacht hab, Mark HTS hat fast keine keine Scheiß-Strecken irgendwie. Bei Double Dash sehe ich viel eher, dass es so ein paar schlechte Maps sind, wenn man nicht so nostalgisch ist wie ich. Aber hier... Optisch war die davor jetzt vielleicht nicht so geil, aber auf jeden Fall so ein richtiges, eine ikonische Map hier und in MyCardWii geworden. WG Pinball topt hier. Die Idee von diesem Pinball-Tisch, ne, ist wieder genau so ein Johnny-Ding. Sieht geil aus, die Musik fetzt komplett rein. Der Brawl-Remix ist sowieso legendär. Waluigi einfach als Charakter für diese Map auch so geil. Sie haben einfach komplett das Image geswitcht. Im Double Dash hatte er noch die... die Sand-Arena und Wario hatte sowas hier. Hier war es plötzlich andersrum. Aber ich liebe Waluigi. das ist einfach, man in Miniatur unterwegs ist, ne, lieben wir. Aber dass man auch an so einem echten Ort ist, wie zum Beispiel ein Einkaufszentrum oder so einem Pinball-Tisch, lieben wir. Dann diese Casino-Elemente noch. Überhaupt dieser ganze Bumper-Bereich mit den Kugeln, die hier rumschleudern und so. Die Kugeln, die neben dem Ziel hier da lagern, seht ihr das? Und hochgeschossen werden. Legendäre Strecke. Waluigi Flipper. Warum haben wir die neuen Emotes noch nicht? Chef's Kiss. Waluigi hat heute eher so Schiffe und Schlösser als Strecken. Jaja, true. Und nen Damm. Ein ganzes Skigebiet. Der Pilzpass würde heute Wariopass sein. Bin ich ehrlich. Pilzstrecken aber auch seit, glaube ich, erst Double Dash. Toads Autobahn war so ein bisschen so, aber gehört halt Toad, ist auch ein Pilz. Aber Pilzbrücke, Pilz City und Pilzpass schon so verwandt einfach die Strecken. Immer, dass die Autos da drauf rumfahren. Dass man auf Straßen unterwegs ist, die theoretisch wow, ich habe noch nie einen Kugelwilli auf die Weise gesehen. Das ist selten. Den Profil, den einfach mal von rechts nach links zischen sehen. Ohne, dass er einen über den Haufen mäht. Das war interesting. Hier muss man natürlich schön innen vorbei an den Autos. Das probieren wir gleich nochmal. Die Map in Markkart 8 auch richtig passend. Also die haben sie gut gemacht. Shit, sehr geil. Da kann man hier am Ende nochmal richtig gut überholen. Die macht einfach Spaß. diesen kleinen Orten, wo man so rüberjumpen kann. Und wir werden das heute ja alles noch sehen. Alle Maps, über die ich je spreche, so sehen wir heute. Bis auf die, die mich wirklich nicht interessieren. No Front an die 2D Mario Kart Games. Die sind auf jeden Fall mega gut umgesetzt für die Konsolen, auf denen sie waren. Sie haben das Spiel erfunden. Super Mario Kart hat uns allen diese geile Reihe beschert. Und Super Circuit war einfach Racing Spaß für unterwegs. Bevor es den DS gab, was soll man da besser machen? Das war ein gutes Game. Oh mein Gott! Ich dachte gerade, der grüne Panzer wird jetzt nicht auf mich zurückfliegen, oder? Und das war, das wäre fast passiert. Dann hätte ich vielleicht sogar den blauen Panzer mit Invincibility Frames nicht abbekommen. Ich bin mir nicht sicher, wie es in diesem Spiel läuft. das wäre fortgeschrittenes... Ja, okay! Ja, Gott! Bruder! Ja, what the fucking hell! Es kommt wieder alles hier. Super Circuit hat Retro-Strecken erfunden. Das stimmt! Shit, du hast recht, aber halt nicht die N64-Retro-Strecken. Ist so das Ding. Stimmt! Da bin ich vielleicht immer ein bisschen zu gutmütig zu Mario Kart DS. Aber kam Super Circuit nach Double Dash oder davor? Weil das waren zwar Retro-Maps, aber nicht auf diese Weise mit diesem Jo, wir passen das an an die Konsole und wir ändern das, machen da unten diese Cups hin. Das war halt mehr so Super Circuit hat auch die Super Mario Kart Strecken auch spielbar drin. Stimmt natürlich. Ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Aber dieses 16 Cups Ding, ich meine, Mario Kart Super Circuit hatte glaube ich, hat es nicht sogar 20 Cups oder so? Trinken will gelernt sein. Geil. Geil. Man kann nicht zu gutmütig zu Mario Kart DS. Nein, wirklich. Das Game hat für die Plattform alles, wirklich, aber auch alles richtig gemacht. Nennt mir mal legit so einen Kritikpunkt für Mario Kart DS, weil ich werte, es gibt welche, aber sie fallen mir gerade nicht ein. Und wir haben den Stern Cup. Machen wir erst mal Retro. Bisschen retro kann eigentlich nicht schaden, weil in Mario Kart DS sind die auf jeden Fall noch nicht so fun. Wer muss dafür herhalten? Oh, Yoshi ist eigentlich, eigentlich ist das Yoshi Kart ganz geil. Ne, komm, wir machen die, wieso ist die Bolide das einzige Fahrzeug? Das wollte ich immer mal ansprechen. Was in der Mario Kart Reihe so abgefeiert und als sowas Besonderes dargestellt wurde. Es war immer auf dem Cover von diesem Spiel. Okay, ein Kritikpunkt, sie haben das Logo geändert. Ich finde es auch ganz hübsch. Ich mag Mario Kart DS für das Logo. Es passt rein. aber das alte war typisch Mario-mäßig mega fun und irgendwie besser. Also das ist so ein bisschen dieses, ja, wir müssen das Mario Kart Logo ändern, weil wir ja auch jetzt grau sind und auf der Wii das Nintendo Logo ist nicht mehr rot und so und das haben sie ja jetzt wieder zurück geändert, glücklicherweise. Das ist mega schön. Deswegen könnten sie von mir aus auch das Mario Kart Logo zurück ändern. Der genießt, der genießt. War gegen Goldpilze. aber die Bolide ist einfach auf dem Titelbildschirm, in der Werbung, ähm, ich glaube, es gibt es, es gab es als Spielzeug-Auto. Was ist an diesem Ding so besonder? Wäre das die letzte Runde gewesen? Toad. Toad wäre so gemario kartet gewesen. Ähm, und das Einzige, was zurückkehrt. Also ich glaube, es gab sogar noch dieses Luigi Kart und so auch als Spielzeug, aber die Bolide ist doch das Einzige, was es dann in Mario Kart 7 noch gab und in Mario Kart 8. Was ist da los? Das ist so das Mario-Auto irgendwie. Zu viel Wasser. 7 von 10, too much water. Wo du meintest, Miniatur in Flipper, was wäre, wenn das wie Smash ist und einfach alles an Fahr-Rennen und Strecken, Spielzeuge sind und Modelle. Ich meine, was wenn? Das wäre ja krank. So, Redemption. Jetzt will ich hier mich nicht verdriften. Die habe ich drauf, die Strecke. Oh, und das alte Logo ist hier ja auch auf ganz vielen Strecken immer noch zu sehen. Stimmt. Das ist ganz cool. Wie kriegt man eigentlich das Kart in Mario Kart 8? Habe ich das nicht einfach? Ich habe keine Ahnung. Ich habe so lange mich nicht mehr damit auseinandergesetzt, wie man in Mario Kart 8 irgendwas freischaltet. Ich habe auch nie alles gehabt. Ich habe nie diese Gold-Sachen gehabt. Ich glaube, in Mario Kart 7 habe ich noch alles geholt, aber in Mario Kart 8 war ich halt immer so ein bisschen enttäuscht, dass der Wettkampf-Modus nicht da ist und ich habe das dann echt mehr so als Multiplayer-Game und Online-Tryhard-Game gehabt. Ich wollte dann den Singleplayer gar nicht so viel machen. Ich habe nicht viele Menüpunkte ausgecheckt. Ich habe Mario Kart TV mal angeschaut und ich glaube, hatten wir das letztens erst festgestellt? Ja, ich meinte ja gerade, ich weiß gar nicht mehr, wie die Credits aussehen, weil ich so selten so gespielt habe, dass man die Credits sieht und letztens war ich, glaube ich, das erste Mal in irgendeinem Menüpunkt in Mario Kart 8, wo ich so dachte, höh, ich war hier noch nie, ich wusste nicht, dass das so aussieht. Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ab Mario Kart 7 schaltet man mit Münzen frei, richtig. Juckt auch null. Dass die Münzen zurück sind, finde ich cool. Münzen sind eine nette Sache an sich, aber dass man damit den Staff freischaltet, fühle ich nicht. Aber ja, das nächste Mario Kart könnte einiges wieder ändern. Ich freue mich richtig drauf. Ich wette, ich wette, gerade weil Mario Kart 8 so clean und einfach gut ist und ein Jahrzehnt, mehr als ein Jahrzehnt wahrscheinlich halten wird, wird das nächste Mario Kart, glaube ich, wieder ein bisschen experimenteller. Wir haben ja auch schon öfter über dieses Nintendo Kart Ding geredet und so. Aber da sind Rennmissionen oder Story Mode oder so, glaube ich, tatsächlich möglich. Vorher hat man es sich natürlich gewünscht, aber es hätte nicht sein müssen. Aber jetzt, wo Mario Kart 8 so lange so stabil war, glaube ich nicht, dass nochmal einfach in Mario Kart 8 kommt. Wisst ihr, wie ich meine? Also, dass nochmal so ein cleanes Spiel kommt, was sich nur auf das Racen und die Grafik konzentriert. Was auf jeden Fall sehr geil war. Mario Kart 7 hat sowieso ein paar coole Sachen gehabt, die dann wieder rausgenommen wurden. Aber die anderen Sachen sind dringengeblieben. Also ein paar Sachen, die einfach nicht so gut waren, sind eher dringengeblieben. Werde ich nachher wahrscheinlich noch feststellen. Fucking Mario. Digga dies! Ende des Monats wird es 8 Jahre alt. Ja, geht. Okay, vielleicht nicht mehr als ein Jahrzehnt, aber... Hä, das ist doch Schwachsinn. 2024... Ja, doch, stimmt. 2014 ist rausgekommen. Ja, ja, true. True, true. Boah, geil. Stimmt. Mai 2014. Beziehungsweise... Das war echt kurz vor meinem Geburtstag. Da habe ich es mir zum Geburtstag noch nicht holen können. Irgendwas war da. Deswegen war es bestimmt auch Steelbook Edition, weil ich so dachte, yo, das ist mein Geburtstagsgeschenk, das neue Mario Kart, wo ich fast Tränen bei mir drei Trailer bekommen habe, weil es so unfassbar schön ist. Dieser Trailer mit dem Flugzeug und wie gut diese Mario-Charaktere aussahen im Vergleich zu Mario Kart Wii, das war einfach... Boah, war das schön. Also, Mario Kart 7 sieht ja teilweise fast besser aus als Mario Kart Wii. Ich glaube, ich mag die artistischen Entscheidungen in dem Spiel einfach nicht so gern. Die Strecken sehen gut aus in Mario Kart Wii. Nur den Look selber irgendwie fühle ich nicht. Die Bikes, die Charaktere. Gameplay bei Wii trotzdem besser. Das ist auf jeden Fall diskussionswürdig. Das kann man, glaube ich, nicht so sagen. Aber ich weiß, dass da eine absolute Elite hinter Mario Kart Wii hängt. Die darauf schwören, wie unfassbar gut Mario Kart Wii sich lenkt und wie viel besser man das Spiel halt einfach gegeneinander spielen kann. Und ich denke, da ist auch was dran. Weil Mario Kart 8 sind auf jeden Fall die ganzen Clans und so gestorben. Wird schon stimmen. Aber Mario Kart 8 macht mir unfassbar viel Spaß. Und auch die Tryhard-Turniere und so, wo ich versuche, richtig gut zu sein. Also, ich weiß genau, dass es Leute gibt, die unfassbare Cracks in Mario Kart 8 sind. Und zum Beispiel, dass das Snaken gefixt wurde oder solche Sachen. Damit bin ich schon einverstanden. Man könnte sagen, oh, das ist ein bisschen zu casual dadurch oder so, aber es ist auch ein bisschen cleaner einfach dann. Aber sowas wie das geradeausfahren in Mario Kart Wii oder die Rampen in Mario Kart Wii, dass das nicht mehr existiert, finde ich auch scheiße. Das waren beides sehr, sehr gute Editions. Hätte auch voll gut zu Mario Kart 8 gepasst mit dem mit dem Anti-Gravity-Ding, dass manchmal das einfach nur Rampen sind, wo man so hoch springt und einen Stunt macht und manchmal springst du so hoch und fährst dann an der Wand weiter. Hätte man, glaube ich, gut verbinden können. Was ist denn jetzt passiert? Mario Kart DS fahre ich auf jeden Fall gerade am allerwenigsten auf Tryhard. Ich fahre einfach so vor mich hin. Oh Gott, bei Mario Kart 64 weiß ich, dass ich mich anstrengen muss, damit ich es schaffe. Mal Kart Double Dash habe ich riesige Ansprüche und hier habe ich einfach den Spaß meines Lebens. Och ne, jetzt kein blauer Panzer hier, okay. Hätte ich, Knochen trocken wäre es anders. Dann würde ich versuchen, die perfekten Routen zu fahren und so, aber ich habe kein Gefühl für die fucking Bolide. Rampen gibt es in Malkart Tour, das habe ich auch gesehen. Und die wurden halt wieder entfernt in Malkart 8, ne? Und in Malkart 7 gibt es die doch auch. Ne, es gibt nicht die Rampen. Was war in Malkart 7? Da gab es doch, da wurde Tauchen und Fliegen eingeführt. Boah, ich könnte euch gerade nicht aufzählen, welche Strecken es in Malkart 7 alle gibt, die Retro-Strecken vor allem. Da gab es da DK Alpine irgendwie? Ne, DK Schikane. Ne, welches ist welches? Welches ist das aus diesem Spiel? Das hier ist DK Alpine. Ich glaube, das gab es. Boah, ich bin gespannt. Ich freue mich auf Malkart 7. Ich freue mich auf alle Malkarts. Also wirklich, ich, ich bin, ich, ich bin nur so hart zu Malkart Wii innerhalb der Malkart-Reihe. Es ist ein fucking geiles Game. Äh, ja komm, Polygon-Bowser. Ne, doch. Wait. Ist Bowsers Festung im letzten Cup? Ist immer im letzten Cup. dann, dann will ich damit, denke ich, fahren. Königsschlitten. Peach Piste ist, glaube ich, auch im letzten Cup, aber dann ist das so. Die Gapin gab es in Malkart 7. Geile Map. Die finde ich hier auch richtig gut. Die ist auch erstaunlich detailreich für ein Malkart-DS-Strecke. So wie Valuigi Flipper. So hübsch. Also die Maps kann man nicht vergleichen mit Malkart, äh, 64. Da haben sie so ein, da haben sie so viel Know-How, ach du Scheiße, gesammelt. Aber seht ihr das? Das ist ein Double, äh, doch war das Double Dash. Ein Double Dash bleibt man nicht so instant stehen. Malkart 64 auch nicht. Malkart-DS ist manchmal ein bisschen unverzeihlich. Ach so, geil. Cool. Ach so. Scheiße. Okay, ich sollte nicht immer nur mit anderen Charakteren fahren, weil dieser Schlitten ist ja übel ekelhaft. Der ist mir viel zu sperrig. Das ist nicht mein Stil. Hilfe! Oh mein Gott! Ich wollte da noch links vorbei. Also mit, mit Knochenpanzer würde das hier anders aussehen. Was ist denn jetzt los? Gott, ich liebe dieses Spiel so sehr, ja, Sam. Oh Gott, okay. Okay. Ich will, ich glaube, ich will nicht mehr. Ich glaube, ich will einfach jetzt wieder Toad mit irgendeinem, oder Yoshi mit seinem Ei da fahren. Die sind relativ vergleichbar. Weil DK Alpine, da habe ich mir immer richtig Mühe gegeben. Junge! Ich verginge alle Ecken. Ich habe mir immer so Mühe gegeben, hier so richtig schön, die Linien zu ziehen, an den Schneemännern vorbei. Dieser Rennschlitten. Ich fühle mich wie der Antagonist aus Werner 2. Das ist, das ist einfach schwierig auf Eis und Schnee damit. Au! Junge, wie passiert das? Das Auto ist schuld. Ja klar, ey komm, als gäbe es so keine Unterschiede. Natürlich bin ich scheiße. Aber, halt wegen dem Auto, oder nicht? Es ist nicht so, als könnte man mit dem Auto nicht mega gut sein, aber ich, ich kann es nicht. Oh Gott! Ja, weil, ah, der scheiß Wendekreis ist so eng, was eigentlich gut ist, Eigentlich müsste ich hiermit sehr, sehr krass fahren können. Oh mein Gott! Beim Driften driftet es irgendwie sehr eng und beim normalen, beim normalen Fahren irgendwie eher außen. Also, wenn ihr mir jetzt erzählt, dass es tatsächlich keine Unterschiede im Fahrgefühl gibt bei Mark HTS, würde ich sogar, würde ich euch sogar glauben, aber ich glaube, die Hitbox ist einfach größer, als ich es gewohnt bin. Weil es fühlt sich jetzt nicht komplett anders an. Aber, es ist sowohl Ausrede, als auch Wahrheit, würde ich sagen. Es ist beides. Ich glaube, ich will noch einen Filter drauf packen auf das Game. Die DS-Spiele sind auf der Wii U immer so grau und dunkel. Farbkorrektur. Gehen wir mal ein bisschen mit dem Kontrast hoch. vor allem Sättigung. So, machen wir mal richtig schön hier. So. Das kann sich sehen lassen. Sieht aus wie, als hätte ich jetzt alles einen Power-Stern. Ach, willkommen in Tick-Tack-Trauma in Ihrem Lichtspielhaus. Auch heute wagen sich die Rennfahrer wieder an eine aufregende Seifenkisten. Gaudi. Gaudi. damit. Ah, ist schon zu viel, oder? Ist das überhaupt ein Unterschied? Sieht das besser aus? Bisschen farbenfroher? Werde ist der Kontrast? Nee, der Kontrast passt. Wow. Gibt mir ein Item. Ah. Yo. Okay, stark. Ich sag nie wieder was gegen den Rennschlitten. Nice save. Ich merk keinen Unterschied. Im Vergleich zu Schwarz-Weiß schon. Sehen wir nichts. Doch, das ist schon, das ist schon besser als was ich hier sehe, glaube ich. Aber ich könnte auch noch ein bisschen höher gehen. Die Farben sind die Farben sind wortwörtlich satter, ja. Deswegen Sättigung, weil die Farben satter sind. Ich meine, eigentlich weiß ich das, aber irgendwie noch nie so ausgedrückt. Satte Farben. Sind einfach so intensiv. Sief, Digga. Ah, das schöne Malkart-Logo. Mein Main war, oh Gott. Mein Main war Luigi mit Dreck weg. Der Main von Felix war, glaube ich, ROB in diesem Hochkant-Auto. Das ist so seltsam und komisch zu steuern, habe ich das Gefühl. zumindest optisch ist das so. Total, es sieht aus, als würde man in jedem Moment umkippen. aber er war krass. Kann man nichts gegen sagen. Macht es hier eigentlich Sinn, nicht so eng zu fahren, sondern eher außen, weil die Winkelgeschwindigkeit außen höher ist und man sozusagen schneller nach vorne katapultiert wird, oder? Ach du Scheiße. Oder geht das fit? Alter, ich mit irgendwelchen Tick-Tack-Uhren von Mario und meiner Winkelgeschwindigkeit, ne? Lässt mich auch nicht los, aber Uhren sind halt das perfekte Beispiel. Zahnräder, Uhrzeiger vor allem. Glasi, was geht? Ich habe nicht gesehen, dass es deine Nachricht war. Wie füttert man Farben und mit was? Die sind hungrig, diese Farben, die brauchen ein bisschen mehr. Die sind ja ganz trist und karg. Guten 2D-Gummers. An die an die Rennmission erinnere ich mich gut. Fuck! Das gibt es doch nicht. Ey, wirklich gar kein Bock gerade mehr auf dieses Auto. Ich habe das Gefühl, Lenkung ist okay, aber es ist so riesig. Wenn es satte Farben gibt, gibt es auch sitte Farben. Ne, vielleicht gibt es nicht satte Farben, sondern nur so Sitten-Ton oder so. Weißt du, im visuellen Bereich ist es so satt und im Audio-Bereich ist es dann so sitt. So wie bei Essen. What the fuck? Achso, ich glaube, mein A-Knopf wurde gerade nicht angenommen. Ich dachte gerade, der Sand wäre so stark, dass ich legit einfach nicht mehr vorankomme. Aber ich glaube, mein Input wurde nicht mehr angenommen. Das war sau seltsam. Die ist einfach komplett runtergebremst worden. muss erst mal rausgezogen werden mit dem Dann kommt Mario mit einem Abschleppdienst-T-Shirt. Probleme, Lady. Oh Gott! Boah, das ist aber wirklich... Ich glaube, es ist... Es gibt sogar hier schon, ähm... Gab es hier schon Stats? Irgendwas war da doch. Dass man sich auch hier schon die... das Tempo und so von den Karts anzeigen konnte, ne? Oder verwechse ich das gerade mit den Regeleinstellungen bei irgendwie Multiplayer-Sachen? Ich habe dieses Menü vor Auge. Ja, let's go! Ich finde den Stern hier richtig schön. Minecraft DS Sternanimation ist so simpel, aber irgendwie fühle ich das. Das ist einfach nur drübergelegte Farben, die nicht mal... Das bewegt sich nicht mal. Das sieht zwar so aus, als würde es sich bewegen, aber ich glaube, es geht einfach nur wie so ein Neontafel, geht es einfach nur die verschiedenen Farben so durch. Das sieht deswegen aus, als wäre es so eine Welle. Ah! Aber ist, glaube ich, nicht mal so. Oh, das lief sogar noch besser als erwartet. Ah! Schon das fünfte Mal hier, ha, Prinzessin? Wie wäre es mit einem neuen Wagen? Der sieht auch aus wie so eine richtige Klapperkiste, aber er ist hübsch. Hübsch ist er auf jeden Fall. Fliegende Festung, auch so... So eine coole Map. Auch nur in Mario Kart 7 geremakt, ne? Da freue ich mich auch besonders drauf. Keine Ahnung, ob sie ihr wirklich richtig heben gehen beim nächsten Mario Kart und so Smash Bros. Ultimate, fast alle Strecken einfach reinmachen, weil dieses Spiel auch schon fast alle hat, also der Vorgänger. Ob sie dann sich so denken, yo, die reusen wir und packen einfach jeden Shit rein. Würde ich nicht fühlen. Da weiß ich, da will ich auch gar nicht die Entwickler sein, weil ich bin mir ziemlich sicher, sie arbeiten schon ewig am neuen Mario Kart, aber es gibt so Dinge, wenn du in der Neuzeit bist, du denkst dir so, was sollen wir denn jetzt machen? Die Leute sind schon so verwöhnt. Auf jeden Fall weiß ich nicht, was sie alles reinnehmen, aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, sie können jetzt so viele Sachen doppelt remaken. Weil vorher war ja so ein bisschen die Regel, ja, das gab es schon in Mario Kart DS, deswegen wird es in Mario Kart Wii nicht kommen. Ähm, es gab es schon in, ja, wobei, sie haben noch viele übrig. Gleichzeitig weiß ich auch, dass wahre Kolosseum, glaube ich, noch nie gerematet wurde und das ist so traurig, das war einfach meine zweitliebste Map so, beziehungsweise eine Zeit lang die beste. Boah, ich bin so gespannt, ich bin so gespannt auf die, das neue Mario Kart Game, was sie, was für ein Konzept haben wird, ob es einfach Mario Kart ist oder ob es viele andere Nintendo Charaktere geben wird, was ich okay fände, aber ich fände es auch vollkommen fein, wenn es immer nur noch Mario Charaktere sind. So lange zumindest Knochen-Trock und Diddy Kong und so darf auch dabei sein, auch wenn das ein eigenes Franchise geworden ist. Ähm, aber ja, Link und hier, Inkling und Villager sind ja auch schon drin. also ich frage mich wirklich, was da auf uns zukommt und vor allem, welche Strecken von Anfang an drin sind und wie viele. Mario Kart DS ist einfach eines der besseren Teile. Ja, wirklich, also der Beste eigentlich. Der ist halt auf dem DS und ein bisschen veraltet und ja doch, die Steuerung ist insane gut eigentlich. Das ist das Einzige, dass er halt auf dem DS rauskam, deswegen ist er heutzutage, vielleicht spielt man lieber so ein paar andere, beziehungsweise ist es kein Couch-Gameplay möglich oder so, falls man ein paar alte Teile spielen möchte. Aber wenn man sowas macht, wie ich hier gerade, so alle Mario Kats einmal spielen, krank, krank stabil. So ein gutes, so ein gutes Game. Schon wieder zu viel Schleim in der Nase zum Reden. Ich hoffe, ich achte, ich habe jetzt kein Teppich mehr. Ich hoffe, ich achte hier gut drauf, dass ich Staub wische und so und das mich nicht so zustauben lasse hier, wie früher. Das war so ein bisschen derselbe Anspruch damals. So, ja, ich bin doch eh bald hier weg oder ja, ach, ich brauche jetzt hier nicht komplett einmal Staub wischen, wenn das ganze Zimmer sowieso, das dauert ewig. Hier kann ich von vornherein gucken, dass ich es gar nicht erst so staubig werden lasse, aber ich meine, man kann einschätzen, was ich für ein Mensch bin. Das war mein allererstes Videospiel. Viel zu gut. Viel zu gut. Aber bei vielen. Ich glaube, für viele der erste Teil, boah, so geil. Ich habe jetzt gar nicht vorgelesen, ob ihr vielleicht vorhin schon ein paar Sachen hattet, weil irgendwie, ich wäre gern mehr im Chat immer eigentlich, aber ich bin dann doch jemand, der zu schlecht spielt, wenn er nicht hinguckt. was hatte ich denn jetzt noch nicht? Yoshi. Yoshi. Den spielen wir bestimmt ein paar Mal. Ich glaube, den finde ich am coolsten. Rallyovi. Diesmal sage ich es richtig. Rallyovi, vielen lieben Dank für acht Monate. Bleib im Team und im Stream. Vielen lieben Dank für den Reesup. Grüß dich. Bleib im Team und im Stream und beim scharfen Essen. Moment. Ich habe gerade irgendwas verändert, was ich nicht wollte. Ah, okay. Johnny hat mit Fully ein Fulltime Radio über Markant 9 gemacht. Schaut es euch an. Oh ja, ja. Da habe ich das alles besprochen. Ich wusste irgendwie, gerade auch, ich habe meine Gedanken dazu immer schon irgendwo mal erzählt. Manchmal ist es dann aber auch einfach ein Stream. So. Das ist immer das Problem. Manchmal erzähle ich hier Sachen, wo ich so dann immer sage, ja, das wisst ihr ja schon. Das habe ich ja schon oft gesagt und so, aber natürlich sind gerade auch Leute da, die keinen Plan davon haben. Aber vor allem, wenn ähnliche Chatter auch dabei sind, da denkt man sich so an die. Wenn ich jetzt mit denen rede, sage ich auf jeden Fall, ja, ja, ihr wisst ja, ihr wisst Bescheid. Das letzte Mal, als wir auf dieses Spiel gespielt haben, wisst ihr ja, Underboobs sind mein Ding. So solche Sachen. Dann denke ich immer, ja, das habe ich ja eh schon erzählt. Weiß man ja, aber wie oft erwähnt man das? Nicht allzu oft. Im Familienalltag oder so. DS-Zeiten waren anders cool. Ey, der DS. Ich konnte wirklich, ich kam nicht drauf klar oder ich kann es aus heutiger Sicht irgendwie nicht glauben, wie sehr, das muss ja Nostalgie sein, ne, aber wie sehr ich guten, gute Sachen auch einfach genießen durfte in meinem Leben. Animal Crossing, Wild World hat so viel für die Reihe getan, was so, was so geil war. GameCube-Teil war auch gut so, aber war stark. die ganzen Fernsehserien damals, Avatar genauso mit 11, 12, so im Alter von Aang zu verfolgen und wo die neuesten Folgen rausgekommen sind, richtig aufgeregt mitfiebern zu dürfen. Bei so einer Serie, die bis heute, ist ja nicht nur ich, sondern die ganze Bewegung darum, oh, ich glaube, Philipp ist gerade gekommen, der hat es auch, der hat auch letztens wieder rewatcht und auch gesagt, ey, das ist so eine gute Serie aus heutiger Sicht immer noch, dass wir Avatar so erleben konnten. Ich bin so dankbar für so viele Dinge in meinem Leben, die auch nichts mit Medien zu tun haben, aber gerade da auch in Sand viel Glück gehabt. Also eigentlich ein viel zu einfaches, viel zu behütetes Leben. Es ist so, es ist so ekelhaft, wenn man so weiß aus, aus, aus Nachrichten, aus der jetzigen Weltsituation, aber auch aus so rein fiktionaler Sicht, was für schreckliche Schicksale man haben kann. Und dann sitzt man so da und denkt sich so, die neuen Swanshow-Folgen sind echt scheiß. Aber es ist halt so, die Alten waren so geil. Der DS war so geil. War so gern Kind. Natürlich hängt es einfach damit zusammen, dass man als Kind sowieso die Welt, wenn man es gut hat, auch richtig romantisch war. Ich glaube, das trifft es nicht ganz so richtig fröhlich und glücklich und verzerrt, vermutlich war. Aber ich habe das, also bin mir so sicher, dass ich meine, alle Generationen machen das. Dieses, bei uns waren die Games geil und wir hatten das Glück, dass wir Mario Bros. 3 bekommen haben. So was für ein geiles Spiel Mario Bros. 3 war. Das stimmt ja auch alles. Eigentlich ist, ich bin ja gar nicht dieser Generationsunterschiedmachertyp. Ich finde das ganz schrecklich, wenn so Gleichaltrige sich jetzt hinstellen und so sagen, ah, die Kinder von heute mit dem ganzen Social Media und TikTok und mit den Smartphones, das ist ja grausam. Wir haben noch draußen gespielt. Ja, wow. Du warst die fucking Gameboy-Generation. Du bist in meinem Alter, du bist so verstrahlt. Alle Generationen vor uns da haben uns so bemitleidet. Mach doch nicht denselben Fehler. Es hat immer nur mit Erziehung, mit Pädagogik und so zu tun. Die Kinder können jetzt noch genauso mit Stöckern draußen spielen und sie tun es auch. Nur du siehst es vielleicht nicht. Oder genau die Familie, die du kennst, macht dich irgendwie sauer in ihren Methoden oder so. Die gab es damals auch. Die Menschen, bei denen es nicht so gut lief und so. Wir leben in einer Gesellschaft. Halt auch immer durch die rosa-rote Brille. Schlechtes wird einfach wegretuschiert. Absolut. Aber ich meine, ich sehe in Mark KTS wirklich wenig Schlechtes. Genau das meine ich halt. Meine ersten eigenen Videospiele waren New Super Mario Bros. und Mark KTS. Wie gut. Und ich meine, natürlich klingt es für jemanden, der so, keine Ahnung, 20 war, als das rauskam, weird zu sagen, oh mein Gott, New Super Mario Bros. ist ja eins der besten Spiele, die man als erstes machen, wo man die Erfahrung als erstes machen kann, aber es ist ja so gut. Klar, romantisiert man dann Mario World wahrscheinlich mehr oder so und denkt sich, ja, das ist halt irgend so ein komisches neues Ding. Aber ich bin dann wieder so ein Penner und sage dann, ja, Mario Bros. Wee war halt scheiße. Alle, die das als erstes geben hatten, tun mir leid, aber für die ist Mario Bros. Wee natürlich übel geil. Aber genauso, glaube ich, habe ich so diese Spiele gehabt, die ich viel gespielt habe, die einfach richtig grottig waren. Und genau die liebt man dann ja trotzdem. Deswegen hat es immer viel mehr mit den Umständen und so zu tun, als mit den tatsächlichen, mit der tatsächlichen Qualität von den Unterhaltungsmedien, die man so konsumiert. Das ist auch unfassbar. Meine Schwester hat letztens auch mit mir wieder drüber geredet. Diese Zeit, in der wir leben, ist so ein Zwischen, so eine Twilight Zone. In Zukunft wird es niemals, also da wird es noch mal ganz abstrakt und so 200 Jahre vorher gab es sowas halt gar nicht. Wir sind gerade richtig in diesem Unterhaltungsmedien. Generell, also das Zeitalter wird doch auch irgendwie, ja vermutlich nach dem Internet benannt werden, aber irgendwie das ist ja ganze Hollywood-Shit und Comics, die sich zu hundert, es gibt so viele Geschichten und Dinge, die du lesen kannst. Also vorher gab es Bücher, etliche Bibliotheken und so mit Informationen, die du in deinem Leben nicht aufsaugen könntest. Aber jetzt gibt es auch so viel Wegwerf-Stuff, den man einfach aber auch liebt, der einem ganz viel weitergeholfen hat im Leben und so. Sachen, die von außen nicht so wertvoll wirken. Irgendwelche Superhelden-Comics und so, mega geil. Es gibt so viel! So viel scheiß Plastik-Spielzeug, was du kaufen kannst, weil es irgendein Merch von einem dir wichtigen Genre ist. Marvel-Star Wars krank und ich ich lieb das alles, also was heißt, ich lieb das alles, aber ich setze mich damit so gerne auseinander. Ich will ja selbst sowas einfach produzieren, aber menschlich gesehen oder auf die Menschheit bezogen ist das eine ganz seltsame Ära so. Leben in einer modernen Aufklärungszeit und keiner merkt es. Natürlich merkt man es. Definitiv. Generation DS. So wird man es nennen. Fucking Double Dash. Äh, Baby Park nicht in Double Dash. So, jetzt prüfen wir das nochmal. So, der geht drüber, oder? What the fuck? Ich habe ihn nicht mal richtig geschossen. Warte. Ich glaube, er ist abgeprallt. Als ob. Nicht mal der grüne Panzer geht drüber. Warum kriege ich kein Item? Auch so eine Sache. Double Dash hatte Doppel-Items. Das hat Baby Park noch so viel chaotischer und sinnvoller gemacht. Hier kriegst du so zwei Items pro Runde halt. Bei Double Dash, wenn es hochkommt, vier. Und die Strecke wirkt auch noch kleiner hier, ehrlich gesagt. Mir reicht es jetzt. Ich will Items. Junge, und dann auch noch so scheiß Items. Das ist doch nicht fun. Das macht einfach keinen Sinn. Wirklich. Einfach nur im Kreis fahren. Ich sehe die Kritik bei Baby Park, aber das ist hier so viel dümmer als im Vorgänger. Ich glaube, das sieht auch jeder. Das brauche ich nicht erklären. Warte, ich will das jetzt nochmal. Das ist schon letzte Runde. Fünf Runden auch nur. Die haben einfach sich gedacht, ja, Baby Park können wir remaken. Ist nicht so aufwendig. Aber die haben ja so schlecht, also schlimmste Version. Das ist die schlimmste Version. Ich dachte, das wäre die weniger schlimme Version und Mal Cut 8 wäre die schlimmste Version wegen den Banden in der Mitte, aber vielleicht müsste ich sie gerade nochmal ein paar Mal fahren und gucken, ob grüne Panzer wirklich in der Mitte abprallen, aber was war das? So. Was kommt als nächstes? Nochmal Retro oder nein, bloß die Kiste da. Ja, machen wir ihn hier. Hatte ich ihn im ersten Cup gespielt? Ja, oder? Ja, wir machen diesen, wir machen es so. Machen wir Regenbogen als letztes? Ich denke schon. Ich will die Fakebox wieder haben. Die waren schon cool. Ja, definitiv. Ich wusste es, Johnny wird wieder bei Baby Park weinen. Und ich habe auch schon über Baby Park mich gefreut. Vor nicht langer Zeit. Heute haben wir Baby Park in Geil gespielt und das war einfach nur, was war das gerade? Einfach Durchfall. Also man muss echt gucken, das Konzept der Strecken wächst und fällt halt auch mit den Teilen, in denen sie vorkommen. Hier ist Baby Park alles, was an Baby Park in irgendeiner Form cool sein könnte und ich räume ein, dass Baby Park nicht für jeden was ist. In Double Dash auch. kann man Baby Park auf jeden Fall scheiße empfinden. Aber hier gibt es halt nicht mal einen Grund, das als positiv zu empfinden, habe ich das Gefühl. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in Baby Park Spaß hatte, auch nicht auf dem Schulhof mit sieben anderen DS-Spielern. Das war so eine gute Zeit, aber Baby Park war kein Highlight. Und gegen meine Geschwister und meine Eltern war Baby Park ein absolutes Highlight. Allein weil meine Eltern und so dann auch eine Chance hatten. Es war einfach nur so eine dumme Hüpfburg-Erfahrung, wo man gambelt, ob man Erster oder Letzter wird. Es klingt dämlich, aber es hat schon einfach Fun gemacht. Man muss ja nicht immer, und das sag ich, man muss ja nicht immer Tryhahn. Im ersten Cover hast du übrigens Wario gespielt. Ach, stimmt. Hatte ich Toad schon? Ich glaube, Toad wollte ich definitiv. als guten Fahrer spielen für die etwas schwereren Strecken. Schoko-Sumpf einfach noch nebliger geworden im DS-Teil. Was geht hier ab? Man sieht so nichts. Schoko-Sumpf aber auch hier sehr stark. Mark hat 8 auch. Ich mag Schoko-Sumpf. Ich sehe, dass viele Schoko-Sumpf irgendwie optisch Scheiße finden. Da gehe ich sogar mit. Aber wisst ihr, was an Schoko-Sumpf geil ist, Gameplay-technisch? Panzer. Panzer können einen hier die ganze Zeit verfolgen, weil das immer so ein Canyon ist. Links, rechts ist die ganze Zeit eine Bande, wo die immer weiter den vorderen treffen können und so. Ich glaube, der See wurde hier auch nicht verkackt. Hier kann man auch einfach runterfallen und wird nicht neu aufgesetzt, oder? Ich glaube, ich lasse es mal drauf ankommen. Ich glaube, ich probiere es mal aus. Ich meine, das Gimmick wurde hier nicht verschissen. Nur designt wurde später sowas nicht mehr, ne? Ja. Funktioniert noch. Solche fiesen Strecken wie Mario Kart 64, auch Mario Arena da, wurden zumindest nicht mehr gebaut. Wurde die schon mal geremaked? Die Mario-Strecke aus Mario Kart 64? Nicht, dass ich wüsste. Das heißt, Mario Arena und, äh, Mario Colosseum und Mario Kart 64 Mario Arena könnten im selben Spiel kommen. Ah, stimmt, da hatte Mario schon das Dirtbike-Ding. Das ist interessant. Guck mal, jetzt kann ich auch nochmal zeigen, was passiert, wenn man da draufklickt, weil die so weit weg sind alle, dass ich einmal kurz wissen will, ob ich noch eine Chance habe. Mit Kugel will ich eventuell. Drei Pilze. Ich weiß nicht, ob es in irgendeinem Teil möglich ist, aber wollen wir mal gucken, was passiert. Ich schalte den nächsten Cup nicht frei, wenn ich jetzt zu scheiße bin in dieser, in dieser Runde, oder? Aber die hole ich noch, die hole ich noch. Da hinten ist Yoshi. Letzte Runde jetzt das Feld aufräumen. Mission beginnt. Okay, Toad ist auch ein geiles Auto. Bisschen Snaken jetzt. Tryhard-Mode. Ja, Pilze hier nicht so, what the fuck, wie stark, achso, der hat da auch einen Pilz. Pilze natürlich nicht so geil. Nein, nein, ich Vollidiot. Kacke. Okay, die ersten sind im Ziel gleich. Alter, Yoshi, was geht ab? Einfach Erzfeind geworden. Scheiße, verdriftet. Den hole ich mir noch. Den hole ich mir. Bam, okay. Vor Yoshi, wichtig. Ich meine, das war halt auch wirklich eine Runde mit dem Schlimmsten, was passieren kann, dass man da halt runterfällt bei dem See. War halt Absicht. War halt Absicht okay. ist mir unfassbar wichtig, dass ich trotzdem gut bin in meinem KTS. Mein Selbstwertgefühl hängt am seidenen Faden. Boah, geile Map. Das ist eine richtig gute Version von der Gameboy-Strecke, finde ich. Da, finde ich, passt die andere Gameboy-Schloss-Stage da nicht so gut. Die macht nicht so Spaß. Hier mit diesem Regen, der einem entgegenkommt, die Pfützen. Fühlt sich einfach an, als wäre man richtig wieder Kart fahren. Diese paar Maps aus den alten Mario Kart-Spielen, die in den späteren Teilen wirklich dieses F*** auf. Dieses Feeling von Kart fahren vermitteln, finde ich immer geil. Und der Zeppelin sowieso. Luigi Zeppelin. Gibt's öfter. Das ist kein Einzelschicksal. Wegen dem letzten Mal Cut der S-Stream muss ich bei der Strecke ab jetzt immer an Brüste denken. Und ich dachte vorhin schon dran. Vorhin habe ich die Assoziation auch schon gehabt auf dieser anderen da, weil es auch eine GBA-Strecke war. Aber ja, definitiv. Wir denken jetzt einfach immer an die Falte, die etwas größere Brüste, wobei eigentlich alle in gewisser Form bilden vom Brustkorb zur Brust über. Der Johnny King, den ich allen anderen aufgezwungen habe. Ich hatte Mitteilungsbedarf, weil das Problem ist, es gibt's halt nicht. Es gibt nicht wirklich ein Wort dafür oder so. Das macht mich fertig. Ich kann nicht der Einzige sein. Ich weiß noch, Kree hat für seinen King, ich glaube, er hat nicht gesagt, was es war, aber er hatte damals für seinen King gerade in dem Stream einen Reddit gefunden. Und das, das Glück habe ich halt nicht. Ich denke gerne an Underboobs, so ist es nicht. Ja, ja, definitiv. Also, eine der besten Dinge zum dran denken, würde ich sogar sagen. Aber, es sind nicht nur Underboobs. Ich meine nicht einfach nur Outfits oder so Underboobs stark. Boobs generell. Bisschen übersexualisiert in der Gesellschaft, aber was soll ich tun? Ich bin da komplett genetisch drauf gepolt oder auch durch die Kinder, man weiß es ja nicht. Durch die Prägung oder so. Aber ich habe daher bisher noch nicht irgendwie, glaube ich zumindest, krass chauvinistisch gehandelt. Brüste sind es einfach. So viele Frauen stehen auf Brüste. Und bei mir ist es eben nicht nur dieses, ja, so Underboobs sind schon nice. Sondern ich mag irgendwie ausgerechnet diese, ich will es nicht mal Falte nennen, diese Kante einfach. Wenn sie ihre Brüste so anhebt, oh Gott. Das ist ein Major Turn-On. Dieses Glück, wenn man in Reddit so einem klingt, den man mag, findet, oder? Und dann findet man auch erst raus, wie das da genannt wird. Das sind manchmal richtig kreative Subreddits. Oh, okay, ja doch, so kann man es beschreiben. Nicht einfach nur Füße oder so, das ist ja der bekannteste Klingt der Welt. Habe ich gerade ein Beispiel? Irgendwas Abstraktes? Ich habe auf jeden Fall mal irgendeinen Reddit gehabt, wo ich so dachte, boah, der Name macht voll Sinn, aber da wäre ich nie drauf gekommen. Also das hätte ich so nie gefunden. Shit, ich weiß nicht mehr. Ach das! Jetzt! Jetzt habe ich es mal richtig beschrieben, oder wie? Perfektes Thema. Was geht, Philipp? Moin, alles gut? Wo ist deine Dingsmaske? Meine Maske? Was für eine Maske? In dem Koffer, in dem, ja, hier, ich bin gerade fertig. Brauchst du, oder wie? Dann kann ich hier den Pfeffer wieder. Ach so! Wie gut! Das ist doch jetzt immer so gut. Ich werde dir nicht, ich werde dir nicht, wenn ich mich zeige, dann muss ich mich richtig. Oder? Nicht einfach nur fein. Ja, ja, ja. Irgendwann, irgendwann zeigt Philipp sich. Brüste, die mit Taschenlampen beleuchtet werden. Das war allerdings kein, der Name davon war jetzt nicht so krass. Das hatte ich aber, das ist kein Fetisch, das hatte ich irgendwie gefunden, weil ich so dachte, höh, das geht. Yo! Na? Moin, Bro. Das ist der Typ aus den Alpen, der die Kamera gehalten hat, der, boah, könnte man nicht irgendein, Kinocamper. Kinocamper? Für die ganz alten Hasen. Und für die ganz noch älteren, wir haben zusammen 120 Sterne in 1964 per Doppel-P geholt. Ja, ja, ich hab mal, also das weiß ich nicht, ob das, das hat höchstens der, den wir jetzt auch persönlich kennen, vielleicht noch im Kopf. Aber, Doppel-P, der alte Channel mit Felix, da gab es mal ein 64-Let's Play mit mir und Philipp. Peace, peace. Ich sehe scheiße aus, deswegen, wenn ich mich zeige, dann irgendwann schön gespiked. Ja, dann so richtig on fleek. Ja, nice, wie war? Ja, also, ich würde es dir nicht übernehmen, wenn du jetzt fliehen willst, es ist so warm. Nö, war schön, war gestern, ich war gestern auf dem Juni sein Abschied. War schön. Hört man ihn? Geiles Wetter. Ich hab noch gar keinen Stuhl für dich oder so, das wäre auch ein bisschen schade. Passt schon, diese Maske, Maschallah. Ja, ja, die hat Jonas, die hat Jonas mal gekauft. Da habe ich nicht mal eine richtige, da habe ich nicht mal was draus gemacht. Das war eigentlich für Halloween. Jetzt hast du was draus gemacht. Es war alles Schicksal. Es war für Halloween und dann hatte ich doch wieder den Drang, mich zu so einem Joker zu schminken, weil es irgendwie cooler ist. Also, die Maske wollte ich ja eh abziehen. Ach nee, dann hatte ich den Joke mit der Fledermaus und den fand ich besser, als zu sagen, oh, guckt mal mein einfallsreiches Kostüm an. Okay, wen nehme ich? Wen soll ich fahren? Welches? Ah, das ist der ist, oder? Yeah. Das sehe ich sofort. Das einzige Schuh, was ich gespielt habe. Knochentrocken leider noch nicht freigeschaltet. Eih, ja, natürlich sonst immer. Ich habe immer Mario, glaube ich, genommen. Mario? Klassisch, ja, aber mit dem Kart, nee, mit dem, mit dem klassischen Kart. Ich wollte gerade sagen, können wir auch probieren, das anraten wir schon. Ja, ich habe mal gehört, Psychopathen spielen Mario, in den Mario Spielen, aber ich zocke ihn auch in Smash, also, wir sind ein, ein, ein Club. Nice, oh, das ist die dicke Nostalgie-Bombe. So geil, also, ich bin komplett gerade nur auf einer Nostalgie-Reise. Ich spiele alle. Spielst du von, von Verlies, also vom ersten zum neuesten? An sich schon, ich habe aber zwei Spiele weggelassen, die ich nicht so gut, also, die ich wirklich nicht kann. Die 2D Mario-Games, für die ich auch gar keine Nostalgie habe. Ich habe für alle eigentlich Nostalgie, außer für Mario Kart 64 und die, die ich weggelassen habe. Also, ab jetzt wird es nur noch, ja, ich habe immer irgendwelche, große Gefühle dafür. Ja, bei Wii habe ich bestimmt auch sehr Nostalgie-Gefühle, aber, das war das erste Spiel, wo ich so dachte, äh, Mario Kart war schon mal besser. Das war die 7 aber dann, ne? Da wurde ich zynisch. Ja, Mario Kart 7 war geil. Also, also Wii ist vor 7 gewesen? Es gibt Mario Kart 7, also das heißt Mario Kart 7. Aber, wofür kam die aus? Oh, das war für 3DS. Und Mario Kart Wii ist das sechste dann, oder? Also, es gab das erste ganz, ganz früh auf derselben Konsole wie zum Beispiel Mario World. Kennst du irgendwas von Super Nintendo ist jetzt die Frage? Weil Philipp kennt sich nicht so aus mit irgendwelchen, ich weiß auch gar nicht, woher, weil ich hatte mal ein Famicom in der Hand, weil ich war in Japan. Ja, und das hatte eine Nachfolgekonsole, dafür kam das erste Mario Kart und danach kam erst das N64. Ja, ich weiß, das ist die S, äh, das Famicom, der das NES 4 war, ne? Das weiß ich. Wir waren gerade bei dem Thema, wie stehst du zu Underboobs? Klassische Themen, die man sich halt sonntags so fragt, ne? Das war das, wenn man vorher in der Kirche war, am Sonntagsgebet. Vor allem, wenn man, ähm, so das erste Mal im Stream es sich noch nicht mal zeigen will, so direkt. Jo, was sind denn deine, was sind so deine schlimmsten Kings einfach? Hau mal raus. Underboob ist doch kein King. Hau mal raus. Ja, für mich schon, aber ja, Underboob ist ein Körperteil. an sich. Boah, das, jetzt, ja, jetzt, jetzt versuche ich hier rüber zu jumpen. Und so ein Shit, ohne runterzufallen. Okay, da jetzt nicht. Ich habe, ich weiß noch, dass ich damals, das ist schon so alt, ich habe damals tatsächlich auf dem, wow, auf dem, auf meinem DS, in der Kita noch, oder im Hort, ich war im Hort, habe ich, habe ich immer, wenn ich so ein bisschen langweiler war, und meine Leute nicht, schon abgeholt wurden, habe ich mich einfach eine Stunde irgendwo hingesetzt, und einfach DS gezockt. aber ich schwöre, hatten da nicht auch anderen DS, das war doch die geilste Zeit, wo man immer so, man konnte ja so easy miteinander spielen mit den Dingern. Wobei das nicht so weird war, weil ich habe im 2005, ich habe gekauft, jetzt ist es mal rausgekommen, ist für den Advanced Speed, den hatte ich, ja, und in der sechsten kam ich in die fünfte, deswegen, ich habe aber voll die Erinnerung, dass ich die Marika DS im Hort gespielt habe, was irgendwie nicht sein kann, weil ich im 2006 schon in die fünfte kam. Aber du kannst, äh, auf dem DS auch noch GBA-Spiele gespielt habe, also vielleicht, ja, aber ich weiß, dass ich Marika DS gespielt habe. Ja. Und das kann ja nicht sein. Ja, aber vielleicht hast du ein DS und hast im Hort aber auch GBA, achso, du meinst, von der Jahreszeit geht es nicht. Ja. Ja, stimmt. Weil es war jetzt im fünften kam, in der dritten habe ich es mal, für mein Advanced Speed gekauft, und da war ich ja schon in der vierten Klasse, in der dritten. Und du warst nach der vierten Klasse nicht mehr im Hort? Nee. Weil ich ja dann in der anderen Studio war, weil ich für mich war. Hast du Super Circuit gespielt, für ein Game Boy Advance? Was für ein Ding? Das ist Mario Kart für ein Game Boy gewesen. Nee, ich hatte für den DS vier Spiele. Ja, okay. Ich habe mal schön was gegenseitig, weil es drin war. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Weil es drin war. Ehre. Äh, hier, Super Mario Bros, was mir ist, dass er 80 Jahre bei sich hatte. Ja, ich wollte gerade sagen, die Story. Super Mario Bros. Er hat Ewigkeiten in seinem Spiel, er dachte, er hat es verloren, er dachte so, ja, das ist leider weg, das habe ich nicht mehr. Und irgendwann sagt ein Kumpel von uns so nebenbei, achso, ich habe übrigens dein Spiel ja noch. er dachte, er weiß das. Ich muss mal ein bisschen mehr zu dir kommen. Er dachte, er weiß das. Ja, weil du halt nicht sitzen kannst, es tut mir jetzt leid. Also, kann der Bot jetzt auch bei Philipp mit PH auch Philipp mit F machen? Oh ja, das muss ich machen. Wie bei dir mit Johnny mit H? Ja, er heißt Philipp mit F. Deswegen kann man das immer jetzt, wenn PH kommt, einfach Philipp mit F. Das wäre guter Bot. Das wäre perfekt. Warum haben wir das immer? Ja. Irgendwer, irgendwer hat das noch, dass man ihn immer falsch schreibt, wo ich noch einen Befehl für haben wollte. Ich habe so Freunde einfach, die man komisch schreibt. Digga, mein erstes Mal kommen wir hier so mit Unterhelm, mit so Goldkette, wie so ein Scheiß-Zuhalter, Digga. Ja, wer weiß, was auf dem Junggesellenabschied passiert ist. Der Tim mit Doppel-M vielleicht, sagt der. Geh mit dem Philipp ein Mikro. Ich habe keins. Das ist hier noch nicht so mein Main-Setup. Aber ich werde noch so Gäste... Aber hier ist schön, Digga. Hier ist ein Vendor. Ja, der hilft mir ungemein. Die habe ich nie gemocht. Die Luft hier ist schrecklich auf jeden Fall im Zimmer schon. Die habe ich nie gemocht hier, die Wolkenpiste. Nee, oder? Die war auch die letzte im Spiel. Also Rainbow Road von den neuen Strecken und das ist die letzte Retro-Map. Aber ich mag sie tatsächlich mittlerweile sehr. Ich kann das verstehen, dass man sie damals nicht so gefühlt hat, aber irgendwie finde ich den Look gerade durch Malkart 8 irgendwie voll geil. Keine Ahnung. Na ja, Leute, wenn ich hier irgendwann mit am Start bin, dann kommt der Sportanteil natürlich auch nicht zu kurz. Für die Leute, die es interessiert haben, war es in der Relegation. Und ich bin heute 1000 Tode gestorben. Wenn Philipp schon hier ist. Ich bin heute 1000 Tode äh, ähm, Tode gestorben. Muss ja erstmal wenden. Du darfst gerne einfach lauter reden. Ja, stimmt. Hier, Johnny, Philipp und Tim. Was ein Trio. Und alle falsch geschrieben. Ja, Tim. True. Tim natürlich auch, aber ich meinte noch jemand anderen. Ich weiß gar nicht wem. Aber dafür braucht man eigentlich auch einen fucking Befehl, damit alle das checken. Äh, aber Philipp mit F, weil das, äh, keine deutsche Schreibweise ist. Fabi, ja genau. Ja, genau. Schau und trocken. Ja, ich komme ja ursprünglich, oder ich, also ich bin hier geboren und aufgewachsen, ne, aber, äh, meine Eltern kommen ursprünglich aus Serbien. Mit der Name halt auch vorhin. Ex-Jugoslawien, ich weiß viele checken gar nicht, für welche Länder liegen. Im Balkan. Östlich von Deutschland. Südöstlich von Deutschland. Aber noch in Europa. Junge, warum bin ich grad so scheiße? Ähm, und bei uns spricht man halt alles, wie man's, äh, schreibt man alles, wie man's spricht. Pascal Ray, als härter Fan unsympathisch. Tja, Pascal, wir sprechen uns dann nächsten, äh, Montag nochmal, nach dem Rückspiel. Zum Glück bin ich jetzt nicht, ist das nicht dein Stream. Nee. Zum Glück kannst du hierbleiben. Ähm, und, ja, bei uns spricht, ja genau, das, was so gesagt ist. Was ein bisschen weird ist, weil wir, äh, im Deutschen, im Deutschen ändern wir natürlich auch die Namen der englischen Schauspieler oder sowas nicht. Fuck, oh. Bei uns halt schon. Oh mein Gott, ihr schreibt dann einfach eigenen Namen von Menschen anders? What the fuck? Das klassische Beispiel ist immer Andy Murray, der Tennisspieler. A, N, D, Y. Kenn ich natürlich. M, U, R, R, A, Y. Okay, lass mich raten, wie. Okay. E, N, D, I. Nein. Du sagst ja Andy, Andy. Also A, N, D, I. Ja, und dann Marie. M, A, R, I. Andy, Marie. Andy, Marie. So, so ungefähr sowas. und das ist halt richtig weird, wenn ich halt Serbisch lese und dann bleibe ich bei diesem Namen so richtig hängen und muss die langsam, so richtig, also langsam vorlesen. Ich so, ach Gott, das ist der Name, weil so wie Christopher oder so, das ist so weird auf Serbisch geschrieben. Christopher. Weil im Deutschen ändert man die Schreibweise ja nicht, bei uns halt schon. Einfach, das passt sich halt, das passt sich halt unserer Schreibweise an, die Namen. Einfach der Name von, äh, Quatsch, also ihr macht das einfach so, wie der, wie der Vater von Felix, der sich immer so bei Tom Cruise oder so, einfach Thomas Krause oder so sagt. Ja, ungefähr. Johnny wäre D, J, wir haben einen eigenen Buchstaben dafür, also J. Richtige Dad-Jokes. Wir haben einen eigenen Buchstaben für J, also J-O-N-I. So wärst du bei uns geschrieben. Mein Opa hat mich immer Jonas genannt. Der war das irgendwie auch nicht gewohnt, das J zu nutzen, der hat immer Jonas gesagt. Vielleicht heiße ich auch deswegen Johnny, weil eben das leichter fiel. Ich dachte immer, mein Vater war das, aber kann sein, dass das so, da auch so entstanden ist. Das fällt mir jetzt erst auf. Alter, die Origin. Ihr macht das dann ein bisschen, wie bei so Städten. Weißt du, jedes Land hat ja so Eigennamen für, für, also Mailand zum Beispiel, so heißt es in Italien ja nicht. Nee. Aber ihr macht das dann einfach bei Schauspielern und so auch. Ja. Das ist schon seltsam. Darf ich ja nicht das Puh von Puma zeigen? Natürlich nicht. Du darfst alles zeigen. Du kannst dir auch sagen, wie unfassbar geil Coca-Cola schmeckt und so. Wenn ich nicht bezahlt werde, ist es ja auch keine Steichwährung. Ja, was ist mit dem 80 Millionen Dollar Deal, den du mit Coca-Cola abgeschafft hast? Ich sitze hier mit meinem scheiß Ventilator und so viel zu heißen Bude und trinke einfach hin und wieder nur mal eine Coke für 80 Millionen. Das ist das Leben. Hört man noch irgendwas? Ich weiß nicht, wie dieses Mikrofon funktioniert, ehrlich gesagt. Für zwei Leute brauche ich auf jeden Fall noch ein besseres Setup. Ist das der andere Kinogamper? Genau, das ist der andere Kinogamper. Dieser andere da. Oder der Sido, was habe ich noch gehört? Sido, Monte. Monte. Was war noch? Versuch mal Monte so irgendwas zu sagen, was er sei. Das Ding ist, ich gucke ihn viel zu selten, damit ich irgendwie weiß, wie er klingt. Deswegen... Ich überlege auch gerade, aber... Ich weiß ja immer, wenn ich die Kamera gehalten habe, war es so, ach, da ist wieder Monte oder Sido. Und ich so, hä? Aktiv, Digga. Warum Sido? Das ist auch so alt, dieses Aktiv, Digga. Das ist immer so eine Parodie von Monte 2050. Aber wenn ich so klinge, wie die beiden, dann müssen die untereinander auch eine Ähnlichkeit haben und ich sehe keine Ähnlichkeit zwischen Sido und Monte. Das ist... Das Thema hatte ich letztens schon durch. Nicht nur Stimmen, also alles, Gesichtserkennung und so. Jeder Mensch hat so ganz andere Assoziationen, wie das funktioniert. Das heißt, die einen siehst du auch aus wie irgendein Schauspieler und du siehst es nicht. Dann klingst du wie irgendwer und du hörst es nicht. Oh, Digga. Booty. Das war bad. Das war ziemlich... Da gebe ich zu. Aber ich habe halt auch nicht Knochen trocken. Ich habe hier vielleicht sogar gerade so ein paar Regeln gebrochen. Es gab zwar keine, aber es fühlt sich schon falsch an irgendwie auf... Ich war gerade nicht auf dem ersten Platz, oder? Aber du machst jeden Cup durch, oder was? Ja. Okay, streng mich aber nochmal an. Hier beim letzten Cup muss es jetzt sitzen. Warte, mach immer meinen Stuhl. Gönn dir. Du musst wie bei deiner Schwester einen Schriftzug einblenden mit Philipp ist dabei. Ah ja, ja. Ne, jetzt kommt er ja dazu. Sollte man eigentlich sehen. So, hier werde ich jetzt jede Runde erster. Let's go. Ich glaube, das Yoshi-Eye ist ganz nice. Wobei, ich werde sehr durch die Gegend geschubst. Was bei den ersten Runden auch nicht erster. Nicht bei den Runden. Ich meine jetzt insgesamt. Hatte ich schon irgendeinen Cup als Zweiter abgeschlossen? Ja, kann gut sein. Ich habe wirklich nicht darauf geachtet bei Marker TS. Das spiele ich gerade so. Ich enjoy es einfach. Was ein geiles Game ist. Obwohl ich am Anfang noch so meinte, das war das Spiel, was ich am ehesten getriertet habe. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, das ist doch eine Rolle an der Küche. Na ja, krass. Ja, der ist aber mit Rollen und so. Bro, wir haben in der Küche nicht mehr Stühle. Ich weiß. Das Wohnzimmer sagen können. Ich bin noch ein bisschen aus dem Bild, oder? Hast du mir schon geantwortet darauf? Ja, ich muss mal gucken, weil Mama hat auch noch sehr viel. Dass wir es nicht einfach doppelt kaufen. Oh Gott. Ach so, Wäscheständer? Ja, muss ich mal gucken. Ich habe Philipp schon gefragt, wieso solltet ihr zwei Wäscheständer haben? Er meint, wir haben alles. Ja, ich habe bitte alles. Aber das ist natürlich sehr viel auch für die Zukunft und wenn man vielleicht Frau und Kinder hat. Dann kommt der Wäscheständer erst. Nein, aber es gibt halt noch andere Sachen. Schatz, ich habe so lange gewartet, endlich den Wäscheständer aus dem Keller zu holen. Und jetzt ist es soweit. Willst du meine Frau werden? Richtig. Nee, deswegen. Aber das kostet ja nicht die Welt. Von daher muss ich mal gucken, was wir da alles haben und was nicht. Und dann wird das los. Also ich muss auf jeden Fall bald mal eine bessere Methode haben zu waschen, auf jeden Fall. Nicht nur den Ständer, sondern ich habe nicht mal einen Wäschekorb. Philipp hat einen. Ich könnte mir einfach borgen. Aber ich lebe gerade aus dem Koffer. Na ja, gut, Wäschekorb. Ja, aber ich meine, ich bräuchte eigentlich so einen richtigen Wäschekorb. Das ist ja nur für, eigentlich ist das nur für Wäsche, die halt schon zwischen... Oh nein, der nimmt den A-Knopf nicht. Ach so, mein Gamepad ist aus. Oh mein Gott, wo ich mir vorgenommen habe, erster zu werden. Ich habe wieder nicht drauf geachtet, dass der... Ich meinte vorhin noch, hoffentlich reicht das, bis wir mal KTS durchgespielt haben und es fehlt ein Cup. Und jetzt muss ich in die Kisten tauchen und den scheiß Larkar. Ach, Junge. Ein Cup! Ich mache hier mal jetzt Alleinunterhaltung. Ich will eben schlecht Johnny ist. Was hat denn vor? Übrigens, wenn ich mal ein Gesicht zeige, sieht Jonas auch zum ersten Mal mein Gesicht, weil ich treffe ihn immer nur so. Er darf mein Gesicht nämlich auch nicht sehen. Ich will nicht mit ihm gesehen werden, deswegen. Philipp ist ein besuchter Straftäter. Ja. Aber ich darf es halt nicht wissen. Richtig. Sieht der mit der Maske überhaupt irgendwas? Wir sehen die ja Skidgame in irgendwas. Natürlich müssen die irgendwas sehen. Klar, das ist ja so eine Skidgame-Maske. Das wäre ja voll der Flop. Wenn ich ihn nicht sehen würde, dann würde der ganze Serie ja voll schwarz-tränig sein. Was fällt dir ein, so etwas zu fragen? Ähm... Will Johnny jetzt erschaffen... Nee, sonntags arbeite ich nicht. Okay. Der war stark. Der muss... Ich muss keine Maske tragen, man weiß ja, wie ich aus der Animation aussehe. Alter, wisst ihr, wie Jonas in seiner Animation aussehen? Ja, gut. Also, naja. Aber ey, wenn man die Animation jetzt sieht, du siehst schon noch so aus, würde ich sagen. Aber es sieht halt... Man kann daraus nichts schließen. Nee. Außerdem ist meine große Narbe von rechts nach links nicht gezeigt. Die ich damals im Kampf gegen den Bären mir zugezogen habe. Ich wollte gerade sagen, was ist das jetzt für eine... Aber ihr müsst euch erst mal den Bären angucken, wie der aussieht. Jeder Mensch hat so Sachen, die er selbst an sich immer so sieht und denkt, jeder andere weiß das und denen fällt das auch auf. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Aber meine Narbe sieht man erst immer so nach... Ich habe ja eine Narbe hier oben. Ja, ja. Äh... Und mich fragen so Leute von die ich 25 Jahre kenne. Die sagen, was hast du da oben gemacht? Und ich so, Digga, ich habe die Narbe gefühlt seit meiner Geburt. Ja, ja, eben. Genau. Ich war fünf Monate alt bei der OP. Bei mir ist es so, die... Ich kenne Leute, die sehen beim ersten Treffen, gucken die mich komisch an, weil sie merken, ich schiele. Und das finden sie weird. Und dann gibt es Leute, die kenne ich so seit 20 Jahren, die sagen so, ach, du schielst. So, auf einmal finden die das raus. Gut. Aber zum Glück können wir den einmal neu starten, den Cup. Wohnt ihr zusammen? Nee, ich bin einfach so hier. Ja, also das ist jetzt der Philipp, für auch die, die jetzt erst einschalten, der mit mir zusammengezogen ist. Wir haben jetzt Anfang 2022 Wohnung gesucht und jetzt sind wir endlich das erste Mal so wirklich hier. Yes! Diesen Monat ist es passiert. Ich nehme doch Toad. Mit der Pilzkarre, ich glaube, es war das geil. Hatten die für sich auch so zwei Cards oder konnte man hier auch mehrere? Nee, man konnte ganz viel freischalten, ich habe hier gar nichts. Ich weiß auch nicht, es ist auch leider aufwendig, man muss so 50 CCM für Knochentrocken und 100 CCM alles für den Knochenpanzer freispielen. Das fand ich jetzt ein bisschen zu lang. Sonst hätte ich gerne Knochentrocken gespielt. Ach, Knochentrocken einfach... Hast du ja kein Spiel schon gehabt. Nee, also es ist Wii U. Das habe ich mir irgendwann halt 2015 gekauft. Bist du alles... Nee, du spielst ja nicht. In Deutschland kannst du gar nicht auf so Wii U spielen, ne? Gibt aber viel. Ich habe vorhin gerade davon gesprochen, dass die Wii U einfach das perfekte Streamer hat. Ja, weißt du, ist sie auch aufwärtskompatibel? Nicht nur abwärtskompatibel. Nein, nichts ist aufwärtskompatibel. Das meine ich ja. Du kannst ja nichts neu spielen. Das wäre die dümmste Geschäftsstruktur. Ja, ja, absolut nicht. Nee, nee. Ich war gerade voll geschockt. Ich so, warum sollte man sich dann eine Switch kaufen? So alles, was in Wii U spielen kann. Also da war es so ein bisschen schnell. Ich habe ja nicht gesagt, dass es geht. Ich meinte nur, man kann viel hier drauf spielen. Also zum Beispiel DS, Wii, Wii U, also eigentlich alle, die es gibt, bis auf die Smartphone-Games jetzt. Und ich meine, für Switch gibt es ja normalerweise keine Art Deluxe. Aber krass, dass es auch mehrere Generationen abwärtskompatibel ist, ne? Weil oft ist es ja so, du PS3 kann PS2, PS2 kann 1, glaube ich. Okay, das ist auch so. Also abwärtskompatibel kann man es nicht nennen, weil es wird nur, du musst es halt nochmal kaufen. Abwärtskompatibel würde ja bedeuten, du legst ein DS-Spiel rein und dann geht das. Du kannst ja kein DS-Spiel in die Wii U reinlegen. Du kannst es nur kaufen im eShop und dann wird es emuliert. Also rein digital, so wie im Play Store. Checkste? Ja. Klingt überzeugend. And they were roommates. Wir haben jetzt schon, wir haben jetzt schon so, wir haben jetzt schon diese Sachen, wo ich genau weiß, später, wenn man so Hallmatt-Your-Mother-mäßig was drüber schreiben würde, wären das so genau diese kleinen Insider. Unsere Tür wurde irgendwie von Malern so ein bisschen ramponiert, dass da so ein Loch drin ist. Grüße gehen raus an der Stelle. Und jetzt hängt da so ein Bild von Philips Bruder drüber einfach. Als ein Lord. Ja, er sieht aus wie so ein Monarch einfach. Und ich wette, wir werden das bis wir ausziehen nicht ändern. Wir werden diese Tür einfach erst ersetzen, wenn wir müssen. Und bis dahin wird dieses Bild da hängen. Ich liebe solche Sachen. Das war noch irgendwas. Dieses Brett. Wir haben so ein Brett, wir haben so ein kaputtes Fenster hier. Nee. Junge, was passiert denn jetzt? Da wurde gerade wieder irgendein Input gefressen. Das war... Oh mein Gott. Bitte nicht. Ich will wirklich gerne Erster werden. Fucking Wario. Nein, kein Item. Das ist nicht wahr. Das war's. Den erwische ich nicht mehr. Ach man, was ist da passiert? Okay, aber insgesamt werden wir Erster. Das war... Das war viel zu uns, als hätte ich vorhin jetzt... Jeder sagt... Jeder sagt, Philipp hört sich an wie Monte und ich finde, er sieht bis jetzt noch wie ein Gute-Laune-Typ aus. Bis jetzt. Okay. Wieso hat er auch noch was? Glaub ich, oder was? Nee, eigentlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Dann ja eher Sido. An sich. Oder vielleicht denkt er, dass Sido Gute-Laune-Typ ist. Das kann ja für dich auch sein. Doch, ja, würde ich unterschreiben. Wie... Weiß man eigentlich jetzt, ob Wilhelm Kramer LP hier... Oh. Williger ist? Kennt ihr noch Wilhelm Kramer LP? Der Typ, der macht sogar immer noch manchmal Uploads, glaube ich. und es war lange Zeit Gerücht, dass das einfach ähm... Kollege ist. Also ich habe eine ganz eigene Theorie und die ist halt irgendwie auch so... Ich habe das Gefühl, der muss was mit ähm... Herrn Newstime und mit Gomme... Wie heißt der nochmal? Äh, nicht Gomme. Ähm... Ome. Ome-TV oder... Oder wie heißt der Typ? Der hat auch Animationen gemacht. Voll auf die Ome heißt der, glaube ich. Der klingt, glaube ich, so. Ich kann mir so gut vorstellen, dass er das ist. Das würde auch passen, dass sie dieses Gerücht anstreuen, dass es Kollege ist. Voll auf die Ome, genau, danke. Ist Philipp Kollege. Safe. Oh Gott. Hier hat übrigens, hast du es auch immer gesehen, eine Freundin von mir hat, da hinten jetzt, diese Büsche, die du jetzt siehst, da. Siehst du das? Es dachte immer, das wäre eine Mickey Maus. Ja. Kann man ja machen. Kann man mal machen. Also ich sehe es halt sofort auf. Ja, aber ich wurde immer richtig sauer, weil ich habe das gar nicht gerafft, weil die Ohren sind ja nicht attached. Man kann ja lang fahren. Ja, das sieht man ja von oben. Von da sehen sie ja attached aus. Ja, aber sowas, da kann ich irgendwie nicht relaten. Da war ich so richtig verwirrt, als sie das meinte. So, hä, wo denn? Ich habe das gar nicht gesehen. Wo soll denn da eine Mickey Maus sein? Hä, da ist eine. Ich sehe schon, du bist Team Mickey Maus. Nein. Nein, ich will. Das kann nicht passieren. Ich will auch, oh mein Gott, bitte, lass mich ein paar Mal erster werden. How happen? Kannst gerne ein paar Chat-Nachrichten vorlesen. Ja, aber hier steht nur so unnötig gesagt, wie es dir geht. Das interessiert jetzt ja wirklich wahrlich. Nein, ich bin so schlecht. Das interessiert jetzt wahrlich niemanden. Hilfe. Wie es Jonas geht. Wo? Mir geht es gerade relativ, ich bin ein bisschen gestresst. Aber es geht vorbei. Oh, let's go. Siehst du? Jetzt geht es mir schon besser. Johnny, wie geht es dir? Ganz gut. Damit wollte ich jetzt Daniel Botwinko, cooler Name übrigens. Oh, das Schlüsselloch sehe ich. Absolut. Damit wollte ich jetzt nicht deine Nachricht untergraben, aber ich finde, ich wollte Jonas einfach nur in die Pfanne hauen. Das ist mir schon klar. Wie es mir geht. Mir geht es Bumpe. Also gestern... Gut gefeiert. Wenn ihr viele Zwievers trinkt, dann läuft das. Zwie-wat? Zwievers. Zwischenwasser. Oh mein Gott. Das habe ich noch nie gehört. Zwievers. Zwischenwasser. Ich will mehr von solchen Abkürzungen, die so richtig typisch... Wenn ihr viele Zwievers trinkt, dann könnt ihr trinken, was ihr wollt. Schlefi. Oh mein Gott, Schlefi. Schleimmafilet kennt man, ja? Das kennt man nicht, Bro. Das kennt nur deine Familie, glaube ich. Ja, okay. Ja, Schlefi ist auch von uns. Schlefi, so geil. Aber Zwievers kennt man. Ich glaube, hat Zwievers nicht sogar hier mal Yoko gesagt in irgendeinem Video? Das kann gut sein. Zwischenwasser, ja. Zwischenwasser. Wenn die Zwievers halt irgendwie, ne? Klingt wie so der Bruder von Ceva. Wenn die... Ihr müsst einfach nur Zwievers trinken. Zwieva davor, dann sparst du dir das Ceva danach. Und dann... Und dann kann man, äh... Wenigstens Peach ist mit hochgefloten. Nee, ist sie nicht. Dann kann man, äh... Zwievers trinken. Also ja, das ist auch meine Methode meistens. Und man sagt ja eigentlich, wenn man denselben Amount, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wenn man denselben Amount vom Wasser zu dem Alkoholgehalt trinkt, dann kannst du auch, wenn du schaffst, fünf Liter Alkohol trinken, wenn du fünf Liter Wasser dazu trinkst. Ich mein... Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also zehn Liter ist schon todrig, aber als Beispiel, ne? Es funktioniert es so, er ist übrigens... Philipp ist übrigens Chemiker. Deswegen vielleicht... Also er kann zumindest auch den Alkohol, der verträglich ist, von dem unterscheiden, der einen direkt blind und umbringt. Das stimmt. Blind macht und umbringt. Chad, wisst ihr, wisst ihr denn, was man machen muss, wenn man Methanol getrunken hat? Natürlich. Das ist eigentlich ganz, ganz witzig. Das Allgemeinwissen. Ja, könnt ihr mal, könnt ihr mal, also falls, aber nur die Leute, die auch wirklich überachten sind. Ich will hier keine 50-jährigen können wir das wissen. Ich glaube, das Alter steht nicht direkt im Twitch-Namen dabei. Also... Eternol trinken, siehst du. Alter! Die haben doch Ahnung. Tatsächlich? Gut, ein Liter Eternol trinken, naja, das kommt immer darauf an, wie viel man trinken hat. Und außerdem muss man eigentlich nur ein Lied trinken haben. Hör auf, ich... Wenn man das jetzt so anspricht, habe ich das Gefühl, man könnte so eine Challenge lostreten. Du musst so lange Tödliches Alkohol trinken und dann das andere hinterher. Du musst so viel Ethanol trinken, bis das Methanol aus dem Körper ist. Das kannst du aber nicht selber wissen, sondern das wissen halt die Ärzte, die haben da Equipment für und so ein Scheiß. Die neue Methanol-Ethanol-Challenge. Darauf hat die Jugend gewartet. Nein, in meinem Headcanon stellt Philipp Luftpolsterfolie her. Wie ist hier? Ich habe wieder welche. Das arbeite ich auch übrigens. Er hat tatsächlich welche mitgebracht? Er hat jemand Alkohol mit Haar am Ende geschrieben, als Alkohol. Und ich habe... Oh, ich wollte noch einmal diesen kranksten... Es hat einfach funktioniert. Ich dachte mir, ich habe so viel Abstand. Ich hole jetzt noch mal die weiteste Entfernung, die man da überspringen kann. Und ich habe es getan. Da hat jemand Alkohol mit Haar geschrieben, wahrscheinlich mit Absicht. Und ich habe aber Kohl gelesen. Alkohol! Was will man denn mit Kohl? Ich habe nicht über Kohl geredet. Das sind nicht so Alkopops, sondern so ein Kohl, den du so isst. Oh, Junge. Oh, ja, die Strecke, die ich nie mochte. Die ist... Ja, bitte? Jetzt weiß ich auch warum. Das ist die gute Mario Kart Erfahrung, wenn man immer nur... Ich nehme immer die leichten Charaktere. Chat, ihr müsst wissen, ich spiele Spiele, gut, heutzutage vielleicht schon, aber damals habe ich sie nie gespielt, um irgendwie was freizuschalten oder sowas. Ich habe legit... Ich weiß nicht, ob du das nicht mal die Strecke erzählt hast. Ich hatte damals Super Mario 3. Ich dachte, das geht. Ich wollte irgendwas Dummes machen und es war dümmer als erwartet. Ich hatte Super Mario 3. Ne, mach nie, Quatsch. Ich hatte Mario Land 3, so hieß es ja. Oh mein Gott, in Klam nie weiter. Das hatte ich. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber... Jut! Am ersten Level steht, dass man am Ziel, dass man für die nächsten Ziele, um die zu öffnen, unten B oder links B drücken muss. Oben B. Oben B. Damit so ein... Wario holt sich dann eine Münze. Eine Münze, so eine spezielle Münze. In Wario Land muss man jedes Ziel oder fast jedes mit so einer Münze öffnen und das geht mit oben B. Aber ich glaube, da sind richtig viele dran gescheitert. Genau so. Und beim ersten Mal machen sie es noch automatisch. Das heißt, ich habe diese ersten beiden Level, weil beim zweiten muss ich es halt selber machen. Ja, ich habe die wirklich Monate und vielleicht sogar jahrelang gespielt. Ich hätte auch richtig Spaß immer daran, immer Neues zu entdecken und sowas. Ey, du hättest so viel mehr Spaß. Aber ich habe nie... Ich bin nie weitergekommen. Einmal habe ich irgendwie jetzt eine scheiß Taste-Kombination gedrückt und dann bin ich ins dritte Level gekommen, aber bin direkt gestorben und wusste aber nicht, wie ich es gemacht habe. Und dann bin ich auch Game Over gegangen, deswegen war es direkt so von Anfang an. Und ich wusste halt nie... Irgendwann machen wir es jetzt streamen. Und dann haben wir... Aber Jonas und ich haben jetzt irgendwann mal zusammengezockt. Philipp und Johnny spielen und lieben Wario Land. Und... Mario Land 3. Oh mein Gott! Achso, ich dachte... Oh man, ich dachte, das ist letzte Runde. Und das Spiel ist so schön. Wir haben das ja zusammen gespielt. Das ist ja so riesig auch, das Spiel. Also riesig, weil es ja so riesig ist. Also meine... Ja, also... Meine Definition von riesig ist was anderes als irgendwie Mario Olli. Ja, aber größer als meine Vorgänger. Ja. Es war so cool, aber klar, es kickt da anders. Und die ersten zwei Level habe ich halt gefühlt und danach war es so... Joa, geil. Aber kann ich nicht. Ja. Das ist auf jeden Fall dann nicht mehr so spannend, wenn man... Als geht das halt nicht. Ich liebe das. Das war so eins, was ich immer... gespielt... Ich meine, er hatte nur vier DS-Games. So, was für ein Freak. Ja. Wer? Drei. Oh mein fucking Gott, das passiert jetzt nicht wirklich, dass Peach noch... Peach hier vorbeizieht. Aber du bist doch trotzdem Erster, oder? Ja, weiß ich gar nicht. Oder ist sie immer Zweiter geworden, das Gleichstand. Ekelhaft, Mann. Wenn sie... Weil dann hat... War sie zwar im Erster... Tatsäch... Nee. Oh, okay. Oder Zweiter. Gold Pokal. Ja, nochmal Worte. Das war MarioCartDS. Ihr wisst, dass ich es liebe. Ich habe es am Anfang gepriesen. Mario Kart und der Gold Pokal. Die letzten vier Strecken auf jeden Fall. Ähm, alle geile Designs. Ich liebe Peach Schlosskarten, muss zurückkehren. Die Rainbow Road ist... Der Looping ist so viel langweiliger, als man denkt, aber sie ist trotzdem hübsch. Mike HTS. Wenn nicht das Spiel, ist mir alles Fick. Egal. Also, ich habe deinen Joke beendet. Aber man kriegt keinen Stern, wenn man 40 Punkte hat. Ja, A-Platz ist natürlich ekelhaft. Oder? Oder ist es so? Ich glaube, es hat sogar mit Zeiten zu tun. Ich kann neue Cards... Jetzt kann ich neue Cards wählen. Die gucken wir uns kurz an. Aber erstmal genießen wir die geile... Nach dem besten Mario Kart ever hast du dir echt verdient. Jo, vielen, vielen lieben Dank. Trotzdem, für weitere 100 Bits hat nach jedem Mario Kart bisher sowas geschrieben. Oh. Nach dieser... Ich weiß gar nicht mehr, was das erste war. Aber hast du es noch exponentiell gemacht, Ronte? Also, 10, 100, 1000... Ja, eben, ja, genau. Aber egal. Wir sind nett und sagen linear, nicht exponentiell. Ist schon ein bisschen schwach, muss ich sagen. Ja. Mein Joke. Man sollte Geld nie für selbstverständlich nehmen. Dankeschön. Warte mal, kommt gar nicht Luigi in dieser Version? Ah, ich wollte gerade sagen. 40 Punkte gibt es 3 Stellen. Es gibt sogar 3 Stellen. Mario. Ah, Luigi war in den Rennmissionen und Mario fährt hier. Oh, die Rennmission habe ich geliebt. Die musst du... Das muss auch Nostalgie für dich sein, die Credits, oder? Ja, ja. Doch, doch. Ich habe noch nie gesehen, aber wahrscheinlich. Ja, ich muss die Kategorie gleich erinnern. Was ist denn noch für eine Kategorie? Allgemein sollte ich mal so eine Retro-Woche machen, wo ich Spiele meiner Kindheit wieder spiele. Same. Letztens hat jemand in den Kommentaren vorgeschlagen, dass ich die Spiele, die ich alle immer mal spielen wollte und nie gespielt habe, die ich jetzt hier so... Ich hatte alle meine Spiele mal gezeigt. Ja, das war ewig. Das habe ich gesehen. Dass ich das mal machen sollte, aber das... Ich weiß gar nicht, das dauert ewig, glaube ich. Also, viele der Spiele habe ich ja auch gespielt. Ah ja, same, sorry. Ich spende gleich noch den Rest meines BAföGs. Also, das BAföG, das heißt, du hast... Ich hoffe, du hast es nicht in Farbe gedruckt und hast die Pizza auch gut versteckt, die du mit Doppelkäse bestellt hast. Weil sonst hättest du kein BAföG gekriegt. Die kommen so... Ich wollte gerade sagen. Wisst ihr, ich habe damals zu Hause gewohnt... Studiert nicht in derselben Stadt wie eure Eltern. Ich habe damals zu Hause gewohnt noch. Also damals. Kommt so vor, als ob ich hier... Also, aber als ich studiert habe... Du hast es auch nicht bekommen, oder? Und mein Vater und meine Mutter verdienen relativ gut. Ich habe sie nicht mal angemeldet. Ich habe sie nicht mal gefragt, weil ich hatte Angst, dass sie sagen, jo, du verdienst so gut, zahl uns Geld, damit wir den anderen BAföG zahlen können. Ich habe mal gefragt, ich habe das mal versucht einzureichern, weil sie mal... Die hat auch... Die Beratungsperson meinte auch so direkt, ja, und dann, hä, was versuchen sie hier gerade überhaupt? Oder irgendwie... Also, weil meine Geschwister auch nicht in Ausbildung haben. Das ist richtig wie hier, der ist ein Kommilitone von mir, der bekommt... Das heißt, wir sind jetzt WG... Der kriegt volles BAföG, ne? Ja. Und wo er zu Hause wohnt und beide Eltern arbeiten. Hä? Gut, er ist Pole. Vielleicht hat er was... Vielleicht war es auch eine andere Zeit, aber jetzt holen wir das nach. Also, beide das gleiche Schicksal. Junggesellenleben wird jetzt so mit 26, 27 gemacht. Weil... Weil wir einfach... Nicht in der... Junggesellenleben, dafür bin ich in drei Wochen wieder auf einer Hochzeit und auf einen Junggesellenabschied, also... Es ist jetzt weird. Gleichzeitig werden... Leute in unserem Alter-Chat werden jetzt einfach... So, die heiraten um einen herum und so. Ich bin dieses Jahr... Diese frühreifen Menschen... Insgesamt, also mit... Mit jetzt... Mit gestern... Das ist grausam. Bin ich auf zwei Junggesellenabschieden, auf drei Hochzeiten und auf einer Taufe. Bisher, was ich weiß. Okay, okay. Ich war in meinem Leben... Ich war... Ich hab zwar auch so Leute um mich rum, aber von denen tatsächlich noch gar nicht so viel. Das höre ich eher von dir. Ich war... Ich war nur auf einer Hochzeit und die war von meiner Schwester. Ich hab einfach keinen Kontakt zu... zu Menschen. Mare KTS. Ey, geil. Das Logo ist weird, aber... Guck hier. Das Spiel hat alles nicht. Eine Freundin von mir hatte vor drei Jahren 700 Euro BAföG bekommen, obwohl sie zu Hause gewohnt hat, ihre Eltern Geld ohne Ende hatten und sie selbst hat dann auch einen Job. Ich meine, ich hab's versucht, ich hab's nicht bekommen. Ich meine, man weiß nicht, was die da alles angeben, ne? Also da gibt's ja so viele Sachen, wo man irgendwie so schön... Ähm... Ja, was anderes hinschreiben kann. Ich will dir nichts unterstellen, aber, äh... Es kann nicht sein, dass ihr einen irgendwie, ne? Dieser Joke mit diesem Doppel... Pizza mit Doppelkäse kommt ja nicht von irgendwo her. Das kommt ja... Das muss ja von irgendwo her kommen. Kann auch sein, dass du irgendeinen Sachbearbeiter bekommst oder... Ich weiß nicht, wie BAföG genau... Oder vielleicht ist es auch jedes Jahr anders gewesen. Neue... Neue Regelungen und so. Äh... Warte mal... Zombie M1911 hatte ich, glaube ich, noch nicht, oder? Danke für den Prime Sub. Zwei Monate bleib im Team und im Stream. Ich bin mir nicht sicher. Ja, vielen lieben Dank. Ähm... Danke für dein Interesse. Ist auch... Nicht danke fürs Spielen oder so. Es klingt wie, als würde ich von mal KTS in die Friendzone geschickt werden. Na, oder wie in der Schweiz. In der Schweiz steht auch nicht Parten verboten oder sowas. Es ist verboten, sondern es ist nicht erwünscht. Finde ich auch sehr schön. Ja, ich hab's halt trotzdem gemacht. Es ist nicht erwünscht. Es war zwar nicht erwünscht, aber ich... Ich dachte mir, ich packe hier einfach trotzdem. Nicht erwünscht ist sehr schön. Ist so warm. Überlebst du hier überhaupt noch? Ich hab ja... Ich hab ja Dings hier. Ich bin ja eigentlich relativ sommerlich angesetzt. Ich hab fast nichts an, hab ich das Gefühl. Die hält mir auch... ...kategorie... ...hält mir auch ne Waffe in den Rücken. So. Ich weiß nicht, was du meinst. Dragon Rider Loki. Nächstes Game. Hast du dazu ne Bindung? Hattest du eigentlich... Hier, Dragon Rider Loki... Hat das irgendwas mit dem Loki zu tun? Also mit dem Tom Hiddleston Loki? Oder woher kommt das? Oder es ist Loki bis zum Dragon Rider? Allein... Oh ja, ja. Oh. Uff. Äh, Loki, danke für 100 Bits. Vielen, vielen lieben Dank. Wir schauen uns gleich die neuen Cards an. Stimmt, da wurden wir dran erinnert. Hast du zu diesem Game... Zu welchem? Hast du gehört? Wir sollten die neuen Cards angucken. Nostalgie. Ach ja. Ja, die Credits. Ach komm. Ne, äh, das ist... Hangover, wollte ich gerade sagen. Cliffhanger für nächstes Mal. Die Credits haben mich abgelenkt. Knochi, sowas musst du eher hinschreien. Hat er bestimmt. Ich lese den Chat halt nicht. Aber... So. Du hast doch mit allen Mario Cards auch so zwei Detaile. Du musst dann die... Die Dings ändern. Nein, nein, ich habe alles richtig gemacht. Aber weil ich selber dachte, wir schauen uns jetzt eben noch die Cards an, weil ich da Bock drauf hatte. Aber habe ich jetzt vergessen. Das ist immer so. Ich habe dann noch... Ich sage immer, okay, bevor ich den Stream beende, mache ich noch das und das und dann beende ich den Stream. Also ich... Es ist oft genug, dass ich das einfach... sage und dann... Ich schulde noch irgendwen Luftpolster. Das mache ich jetzt. Ich weiß nicht, ob die Person gerade da ist, aber wo wir es gerade mal sagen. Enderman Endo bekommt noch ein Luftpolster, weil ich das irgendwie am Ende des Streams nicht mehr mitbekommen hatte. Letztes Mal? Nee, vor Dänemark. Deswegen... Vielen, vielen Dank. Was fühlst du? Den Mega Mushroom? Ja. Enderman Endo, keine Ahnung, ob du am Start bist. Vielen Dank. Für 10 Euro. Oh Gott, das habe ich noch nie in dieser Wohnung gemacht. Ich weiß wirklich nicht. Meinst du, man hört uns auf dem Hausflur gerade? I don't know. Also ich weiß, wenn ich penne gehe, höre ich dich nicht. Ja gut, aber du pennst auch gut. Ja. Bist du guter Schläfer. Da habe ich auch richtig Glück. Generell mega stark, dass du mein Mitbewohner bist, weil du eigentlich... Ich habe es schon mal erzählt. Du weißt, was ich hier mache. Weil so wie viele Leute einfach gar nicht drauf klarkämen, was das hier ist. Checkste? So was ist das überhaupt? Also ich weiß nicht, was du machst, aber dein Lambo da in der Garage sagt mir, das ist gut, was du tust. Also da kann man schon mal Mitbewohner sein, ne? Ja. Du weißt ja, es gibt ja so viele Leute, Kelly und so, es haben ja so viele Leute oder auch glaube ich auch Unge. Du hast so ausgerechnet auf Kelly? Ja, weil die auch so ewig mit ihm Führerschein gebraucht hat. Achso. Die haben sich einen Tesla gekauft, bevor ich den Führerschein hatte. Oh mein Gott, ja, die haben auch keinen Führerschein. Ich glaube, Unge auch. Also jetzt mittlerweile haben die, aber ich denke mir so, wie kauft man sich ein Auto? Bis jetzt zu dieser Zeit? Bro, das Intro. Wenn man... Auto kaufen. Wenn man noch nicht mal Lappen hat. Ich sag, an meiner Theorie ist was dran. Ich hab das in der Ersatzbank schon erzählt. Ich fand das, das fand ich wirklich geil damals. Ich hab dann einfach vom Spiel mehr erwartet, aber ich bin kein riesen Mario Kart Wii Fan. Aber weißt du was? Ich hab schon so viel darüber geredet. Das Bild ist noch gespült. Oh stimmt. Es ist ganz gut, dass du mich, danke, dass du mich ablängst. Weil dann, dann trigger ich nicht so viele Leute, die dieses Spiel lieben. Weil ich nicht allzu viel dazu sage. Ich hab vielleicht auch keinen Lappen in Amerika. Guck mal, wie die Grafik einfach schlechter ist als Mario Kart Double Dash. Das ist jetzt der Wii-Teil. Der Bloom-Effekt ist es teilweise. Ich hab gesagt, ich hatte richtig viele DS-Spiele, aber Wii-Spiele kann ich noch mehr toppen. Ich hatte Wii Sports. Aber ja, es sieht schon in Ordnung aus. Es ist vielleicht sogar ein Stück weit mehr Details bei manchen Strecken. Der Game ist ziemlich laut. Aber bei den Charakteren irgendwie nicht. Guck mal, wenn ich irgendwann hier häufiger bin, die ganzen Chat-Nachrichten, die verloren gehen, die werde ich dann alle nachholen. Ja, das ist auf jeden Fall geil. Das ist sehr nützlich für mich, vor allem, wenn ich jetzt fahren will. Und ich versuche mal so ein Lenkrad aufzutreiben. Wo hast du sogar eins? Ja, zwei sogar. Oh, willst du mitspielen? Ja. Wenn ich mitspiele, dann siehst du aus dem Profi. Ich hab Spaß. Ich hab eben gesagt, ich hatte ja richtig viele DS-Spiele, drei, aber Wii-Spiele hatte ich noch mehr und zwar Wii Sports Resorts. Das war's. Weil das zu Wii dazukam. Nee, Resort nicht. Dann hast du es zusammen gekauft. Ja, oder so. Vielleicht gab es ein Bundle mit Wii. Mit Wii Sports Resorts. Ich glaub ich hatte Resort. Na auf jeden Fall, nee das stimmt gar nicht. Ich hatte noch, Achtung, ich hatte FIFA 12 oder 13 für die Wii. Und FIFA auf der Wii, das, scheiße, dass wir das nicht gespielt haben, weil das wäre wirklich ein Video wert. Was da wirklich für Sachen gibt, das ist wirklich legendär. Warte doch, das hab ich bei dir gespielt. FIFA auf der Wii, wie sollen wir dich nennen, Mann mit der Maske? Ist doch gut, Mann mit der Maske. Wie krass ist der Cousin vom Magier mit der Maske. Er weiß nur einfach nichts über Magie. Ähm, und, genau, bei dem FIFA, ich weiß jetzt nicht, ob ihr, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mal gespielt habt, aber da konnte man nach jedem, ähm, nach jedem Match, was man bestritten hat, konnte man Memory spielen, mit neun Karten. Und, äh, du durftest zwei ziehen, und die zwei haben dir dann Attribute für das nächste Spiel gegeben. Guck mal, da steht sogar Jonas noch drin, falls ich das mal verliere. Und es gab, äh, so gewöhnliche Attribute, äh, ähm, ungewöhnliche Attribute und seltene Attribute. Und die seltenen Attribute, die waren richtig geil. Da gab's eine mit Schusskraft, da war jeder Ball, egal ob 80 Meter oder 20 Meter, so mit 300 kmh ins Tor geflogen. Das war das lezenzierte FIFA-Spiel von EA auf der Wii. Ja, ja, wie geil. Dann gab es eine mit, äh, mit Bananen. Einfach Strikers. So Bananenflanke mäßig, dass jeder Ball wirklich so in so einer, in so einer Kurve rein ging. So mag ich meine Videospiele. Eigentlich mit anderen, die Kamera ist ja gespiegelt. Stimmt, stimmt. In so einer Kurve rein ging. Die ist eben nicht gespiegelt. Ja, stimmt. Genau. Das ist das Weirde daran. Und, ähm, So muss man das Game spielen. Und das war so weird, das ist das Original. Weil, äh, Wann habe ich denn 150 CCM hier schon mal gespielt? Muss auch im Stream gewesen sein. Wie sahst du eine Maske auf, weil es eigentlich funny ist? Ja, und warum liegt sie ja, okay. Stoch. Den habe ich schon einmal gebracht, so gerade erst, letztens schon. So liegt sie eigentlich stoch. Oh, nehme ich jetzt Funky, oh Gott, was mache ich denn nun? Nimm mal die. Oh, Rosalinas Five, weil wir hier auf der Konsole schon die geilste gespielt haben, glaube ich. Soll ich den ersten Cup jetzt nochmal wiederholen? Ich denke schon. Da habe ich ja nicht. Vielleicht komme ich nachher wieder, ich muss mir was zu essen. Gönn dir. Jetzt, wo ich mich hingestellt habe. Ja. Hatte keinen Bock mehr. Stunts übers Schütteln, genau. Viel Spaß, Ziggy. Viel Erfolg. Machst du Omelette? Ja, meine Nase ist so dick, das drückt hier mal gegen. gegen die Maske. Nee, nicht nur deine, das ist bei mir auch so. Die Maske ist echt nicht gut. Das ist so billig, die tut ein bisschen weh. Entweder waren unter allen die Masken, weil sie durch den Voldemorten, Voldemorten, weil die ja alle keine Maske hatten. Ja, genau. Die haben alle so eine Niedrig-Nase. Ja. Kennt man. Die Flach-Nasen. So, jetzt. Ist ja gar nicht Jodie, das ist Squid Games. Willy ziehst du auch mit Remote? Nur. Okay. Mit Nunchuck nur mit Remote. Äh, nur mit Bewegungssteuerung. Oh, viel besser. Oh mein Gott. Ich hab unterschätzt, wie geil, äh, fucking Controller ist. Okay, ich dachte, Bewegungssteuerung ist auch möglich, so kann man schon machen, aber das Fahrgefühl ist ja direkt viel besser. Heißt nicht, dass ich instant hier jetzt abräume, so, aber ich spiele plötzlich Mario Kart. Ich hab früher mit Bewegungssteuerung, mit Lenkrad tatsächlich gespielt. Ich dachte, das wäre eigentlich eine machbare Sache, so. Es gibt bestimmt Profis, die da drin, aber für mich fühlt sich das gerade auf jeden Fall ein wenig besser an. Da kann man nichts gegen sagen. Oh, die Bewegungssteuerung für den Wheelie ist auch eigentlich richtig satisfying. Ja. Ich wusste doch, Vol und Corner mich natürlich abgezogen in Zeitfahren, aber manchmal, wenn sie gechoked haben, war ich auch gut genug. Also, so war es nicht. Ja, das fühlt sich, das fühlt sich um einiges besser an. Wups, ein bisschen weit. So, jetzt nochmal neu hier. Jetzt spielen wir Mario Kart Wii. Ich hab übrigens schon vor vier Stunden gesagt, dass Mario Kart Wii Payne ist. Ich erinnere mich, also ich weiß, ob es deine Nachricht war, aber ihr habt mich gewarnt. Mich gewann, dass Mario Kart Wii auf jeden Fall. Ja, allein das Item benutzen mit dem Steuerkreuz war so nicht, hat sich nicht richtig angefühlt, dass ich es auch gar nicht gemacht habe. jetzt einfach mal eine Banane dranhängen, Stani. Jetzt spiele ich endlich ein Normales. Vergessen wir die ersten paar Minuten. Ich hab mich ja auch warm spielen können damit erstmal. So, nämlich. Ob ich jetzt mit Birdo den selben Platz belegt hätte, wissen wir nicht, aber ich hätte nicht gedacht, dass das so ein Unterschied ist. Scheiße. Wobei ich weiß nicht, hab ich vorhin trotzdem ersten Platz auf der ersten Map gemacht. Vielleicht kacke ich jetzt trotzdem nochmal rein. Seht euch diesen Gamer an. Ah, Kumu war ja auch so schön. In Minecraft 8 noch schöner natürlich, aber ich mag das Land. Ich wohne auch jetzt nicht besonders City-mäßig, wo ich immer so ein bisschen denke, ja, ich bin doch noch jung, ich brauch so ein bisschen das Stadtleben, ist eigentlich geil, aber an sich muss ich... Oh, Yoshi, du fucking Bodyguard. Danke dafür. Eigentlich muss ich nur auf mein Herz hören, ich mag voll so außerhalb leben eigentlich. Gerade mit diesem Beruf, nenne ich es mal, ist es ja auch möglich so. Aber ich hab Läden in Gehweite, wir hatten so ein Glück mit dieser Wohnung, ich find das so angenehm. Die zwei Male, die ich jetzt schon einkaufen war, waren so richtig nette Ausflüge, waren nicht nervig oder so. Oh, wir haben Frame-Drops. Das kann sein, da kann ich mal schauen. Wait, hab ich vielleicht das Kabel beim Hochfahren von dem Schreibtisch irgendwas gelockert? Aber euch nicht? Okay. Ich schau gleich mal, ich schau mal. Ich schaue, ob OBS was schon mal gemeckert hat. Okay, ja, aber das läuft so viel besser. Gott, hat mich Kumu-Weide eben fertig gemacht. Ich wollte schon sagen, also so hatte ich Minecraft Wii jetzt auch nicht in Erinnerung. dass ich wirklich non-stop mich da nach vorne kämpfen muss. Bisschen Schwierigkeiten, dass sowas Unfähres passieren kann, dass man plötzlich überholt wird. So kenne ich das. Aber, dass ich wenigstens die Maps bis hierhin bekomme. Das ist aber fast schon schade. Vor allem das Driften habe ich jetzt natürlich auch gerade eben gelernt, dass ich erst später anfangen muss mit Bewegungssteuerung. Aber dass mir gerade das mit Bewegungssteuerung so schwer fällt, ich wusste nicht, dass der... Also ich war immer einer der Leute, die dachten, das ist jetzt nicht so krass scheiße, mit Bewegungssteuerung zu fahren. Aber für mich anscheinend schon. Nicht für jeden natürlich. Oh nein! Warum wurde ich da noch so abgebremst? Wario? Oh, let's go! Zweimal erster. So will ich das sehen. Ja, kein Ding. Ja, okay. Dann bin ich ja beruhigt. Und ich habe die Kategorie natürlich nicht geändert. War auch ein bisschen abgelenkt. Oh, sie wurde geändert. Let's go. Dankeschön. Wenn du einen Hit kassierst, lad mit Gas und Bremse ein Stimm. den Move gibt es ja auch noch. Gerade mit Funky. Ich mache gleich erstmal diesen, diesen, äh, Skip in Varius Goldmine. Ich denke, das lag vielleicht auch mit dem Lenk... Das lag vielleicht auch am Lenkrad. Ohne dieses Lenkrad finde ich Bewegungssteuer relativ smooth. Oh, maybe, maybe. Maybe war es wirklich das Schlimmste, was ich hätte machen können. Also ich konnte auf jeden Fall ganz oft nicht richtig lenken. Was jetzt gerade passiert, weiß ich zwar nicht, aber, ähm, ich habe in eine Richtung gelenkt und dann hat er aber in die andere gedriftet und so. Ich hatte es, ich hatte es eigentlich versucht, vielleicht hatte ich aber auch nicht genug Bewegungsfreiheit in den Arm. Ich saß da jetzt nicht so... Im Stehen ist eigentlich ganz geil. Im Stehen mal zocken, ein bisschen ab, ein bisschen die Beine, äh, belasten, den Hintern entlasten, so rum. Ja, wenigstens verfehle ich jetzt nicht die ganzen Pilze, Junge. Was war eben los? Das war wirklich... Oh, shit. Das war peinlich. Ich wette, Item-Pech werde ich trotzdem noch haben. Ich habe leider keinen Wii-Classic-Controller, das wollte ich vorhin noch kurz erwähnen, als ich darüber nachgedacht habe. Ich könnte den Game-Controller anschließen, dachte ich. Leider keinen Classic-Controller. Das war the way to go, ich weiß. Damit hat man mal Card Wii gespielt. Mit dem Classic oder dem Retro, oder wie der hieß. Das war, glaube ich, der, ne? Bird and Sugar war wirklich keine gute Kombi zum Einsteigen ins Game. Okay. Dann habe ich wirklich einfach alles falsch gemacht. Ich hatte einfach Pech. Aber das macht das Game ja nicht unmöglich. Also wirklich, gute Spieler können ja eigentlich mit jedem Card gewinnen, oder nicht? Oder ist das in dem Game nicht so? Wobei dieses weite Fliegen und so, das ist true. Das bin ich null gewohnt. Das, das... Klar. Da kann ich wahrscheinlich das Funky... Ich weiß gar nicht, wenn ich früher mal gespielt habe. Ich glaube... Ja, ich glaube, Diddy Kong auf dem Rapido. Den können wir in irgendeinem Cup auch nochmal ausprobieren. Ob ich dann so denke, yo, das ist nostalgisch. Daran bin ich gewöhnt. Das kann sein. Stark. Haben wir verteidigt. Ich will immer den Boost noch viel länger ziehen. Ich habe immer das Gefühl, dass es in diesem Spiel auch gehen würde, aber... Gibt's nicht. Wow. Nice. Auch das... Nein. Oh. Aber das enge Driften ist immer noch blöd. Ich will den Pilz erwischen und dann drifte ich daran vorbei. Aber den Pau-Ausweicher, den habe ich noch drauf. Dass der Pau-Block mich nur einmal rumflippt und nicht öfter. Ja, so können wir... So können wir Malkadri auf jeden Fall bestehen. Ah, ich hatte schon Sorgen. Malkadri muss man sich leider dem Tier sehr fügen. Ah, okay. Das mache ich sehr ungern. Auch in Smash und so. Das fuckt mich immer ab. Wenn Leute da ankommen mit, ja, das Tier... Das Tier-Game. Ich spiele jetzt so, keine Ahnung, Kumpels von mir, die eigentlich nur Ultimate wirklich spielen oder so, die in die aktuellen Tierlisten schauen und sich daran einen Charakter auswählen. Da denke ich so, Bro, du bist nicht auf dem Level, wo das eine Rolle spielt. Du kannst jeden spielen und wirst ungefähr so gut sein, wie du bist. Du wirst nicht plötzlich gegen Leute spielen, wo das richtig wichtig ist, diese krassen Unterschiede. Also ist meine Einstellung. Oh Gott, ja, aber das ist ja viel besser. Jetzt ziehe ich endlich normale Linien hier und werde nicht non-stop von irgendwas erwischt, weil ich nur im Mittelfeld unterwegs bin. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Man kann sich absetzen in Malkadri und dann denkt man, die Items sind geil. Wenn du allerdings noch nicht so immer so vorne bist, dann kriegst du mit, wie unfassbar ekelhaft das Mittelfeld sich anfühlt und wie frustrierend es sein kann. Würde ich jetzt mal so schätzen. Kann man, während man ein Item hält, noch ein Item haben? Ja, ne? In dem Game, in dem Game, glaube ich, schon. Das ist halt auch mega schön. Das sind Malkad 8, glaube ich, nicht so. Und das fand ich irgendwie, die Entscheidung fand ich so dumm im Vergleich zum Malkad Wii, dass man einfach wenigstens zwei Items so haben kann, wie jetzt, finde ich so wichtig. Das ist ja selbst in Deluxe nicht so. Aber da hat man wenigstens generell zwei. Also, ganz weirde Nummer. Danke dafür auf jeden Fall. Ach, komm schon. Okay. Let's go. Scheiße. Wenigstens nicht letzte Runde. Und in Ultimate ist es selbst in Pro-Kreisen kaum wichtig, welchen Shadow du spielst, weil es so gebalanced ist. Ja, genau. Also, Ultimate ist wirklich, was das angeht, glaube ich, ganz gut. Ich kenne mich jetzt nicht so gut mit den ganzen Fire Emblem-Charakteren aus den neuen, wo ich so denke, yo, holy shit, die sind einfach so undurchsichtig für mich. Ich kenne deren Moves so schlecht, dass ich denke, die sind OP. Aber ich denke mal, dass sie es nicht verkackt haben. Deswegen da meckere ich immer drüber, aber das ist einfach nur aus eigenem Frust. Weil man, das Spiel musst du wirklich, also selbst, ja, wie gesagt, selbst wenn du Pro bist, spiel, wen du kannst, Alter. Spiel, wer dir gefällt, wen du kannst. Und dann wirst du auch die Tierliste ändern können. Also man kann das Spiel nicht immer so komplett reden, die wird ja ständig angepasst. Wenn da mal ein Profi kommt, mit irgendeinem krassen, plötzlich kommt irgend so ein viel zu heftiger Mario und dann denken die Leute sich so, oh, vielleicht war das Tiergame bei dem noch ein bisschen verschätzt. Ist ja normal eigentlich. Der hat dann irgendwelche Moves oder Konter, mit denen vorher keiner gerechnet hat oder so Antworten auf bestimmte Kombos von anderen Charakteren und dann wird er plötzlich hochgestuft. Aber ich sag, wie es ist. Funky Kong gerade ist schon geil. Wir haben eine Siegerehrung. Stark. Habe ich mal KTS bei irgendeinem Cup keine Siegerehrung gehabt? Ich habe nämlich ab einem gewissen Punkt habe ich nicht mehr darauf geachtet. Kann sein, dass ich irgendwann mal insgesamt vierter war oder noch schlechter. Ein Profi kann auch mit einem schlechten Charakter gegen jeden nur mit gutem Gewinn... Ja, das so... Ja, okay. Gegen Noobs? Wow. Das ist normal in Smash. Also gegen Noobs gewinne ich, glaube ich, auch mit jedem Charakter. Kommt natürlich auch darauf an, ob man mich Noob nennt. Also je nachdem, wie man es jetzt einschätzt. Vielleicht meinst du jetzt nicht komplette Neuanfänger, aber... Das ist das Coole an Smash auf jeden Fall. Ach, Smash! So fun! Ich finde es so schade, wenn Leute das nicht mehr haben, dieses Gefühl bei Smash. Weil das habe ich, auch wenn ich Ultimate nicht so viel gespielt habe, das habe ich immer noch. Dieses, ich nehme einfach irgendeinen coolen Charakter und dann spiele ich gegen jemanden, der so ungefähr auf einem ähnlichen Level ist und dann macht es einfach so Spaß. Hatten wir es hier geschafft? Nee, ne? Ich glaube, es war die erste... Die erste Siegerehrung, die wir gesehen haben. Pyra und Mithra sind OP. Kommt mir ganz genauso vor. Meine Rede, das hat mich so sauer gemacht, wie ich fertig gemacht wurde von diesem fucking Special Move von Mithra. Der ist... Der geht über die komplette Map. Aber halt, weil ich es nicht kenne. Wenn ich mich dran gewöhnen würde oder wenn ich die selber spielen würde, würde ich es wahrscheinlich checken, wo da die Hitboxen sind. Aber man sieht halt nichts. Ich weiß nicht, wo ich da panischen soll. Also wo sie am Ende immer rauskommt oder so. Beziehungsweise wie ich das irgendwie vorhersehen kann, dass das... dass es gleich passiert. Aber das ist ja klar, dass ich am besten gegen Charaktere bin, deren Moves ich kenne und deswegen vorhersehen kann. Also ist das natürlich... Meckern auf einem Niveau, wo ich mir so denke, ja, okay, John, du musst das Spiel auch kennen und spielen, um gut zu sein so. Natürlich ist dieser neue Charakter, wenn den jemand schon gut kann, für dich komplett überfordern, wenn du keine Ahnung hast, was der kann. Und die Person es halt deutlich weiß. Aber das ist halt auch das Schwierige bei Smash. Weil wenn es jetzt 80 Charaktere gibt oder 90 oder so, wo wir... Sind wir bald bei 100? Dann... Wie viele waren es am Ende? Es kommen ja keine mehr. Dann ist es halt auch für neue Spieler hart. Ich habe sie im Laufe meines Lebens alle kennengelernt. So in Smash 4 hatte ich auch noch Zeit und so. Aber wenn du jetzt mit Ultimate... Sagen wir, du hast Smash 64 Spiel und dann Ultimate und willst dann richtig gut sein und spielst immer gegen Charaktere, die dir absolut nichts sagen. Das ist schon härter dann. Oh, ich rede nicht von einem Fußballverein. Guck mal. Peach Peach läuft auch viel besser, aber macht mich trotzdem fertig. Peach Peach sehr, sehr actiongeladen. Sehr enges Feld. Krass. Und Peach Peach bei Double Dash lief auch irgendwie schlecht, meine ich mich zu erinnern. Früher habe ich Peach Peach so viel gespielt. Ich muss eigentlich Profi sein, aber... Sieht nicht so... Du, kleiner... Ah, die KI ist so schlecht. Das war reine Gönnung. Mua. Danke, Mario Cadbury. Er hätte das halt sehen können, aber ich glaube, die haben einfach nur eine feste Bahn, auf der sie fahren. Ich habe es kaum gesehen. Ach, geil. Aber der hat mir meine Items weggeschnappt. Der Pisser. Ist diese Strecke eigentlich auch irgendwo in der Nähe von Isla Delphino? Wäre schon sinnig. Also, Peach Peach habe ich immer so eingeschätzt, dass es absolute Sunshine Map aus Double Dash ist, klar. Die sieht ja viel mehr nach Sunshine aus als Piazza Delphino, so. Ich bin auch überhaupt kein Fan der Marrikan 8 Meter. Marrikan 8 Deluxe Meter. Da bin ich raus. Obwohl wir letztens so versucht haben, übel zu tryharden und so, habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass die Strecken eine Meter haben. Also, dass du je nachdem, auf welchem Platz du abgeschlossen hast, du eine Strecke wählen sollst. Was ich zuerst komplett missverstanden habe, was ich auch viel sinnvoller fand, meine Interpretation. Das ist mir so egal, auf welchem Platz ich starte und dann, klar, also das macht in den ganz obersten Rängen einen Unterschied, aber ich will jede Map von jedem Platz aus einfach gut fahren. Beziehungsweise, es ist ja immer noch Zufall. Ich kann mich ja nicht darauf verlassen, dass die dann auch drankommen und mache dafür jetzt keinen Vokabeltest, um da ein bisschen besser dazustehen. Aber ich fand den Anspruch eigentlich ganz nett, der da so geriert wird mit dem, es gibt Maps wie Käseland, da lohnt es sich einfach, in die letzte Runde mit einem krassen Item zu starten, anstatt vorne die ganze Zeit auf dem ersten zu ridden und am Ende überholt zu werden. Also ich finde, das, was ich da rein interpretiert habe, auch nicht verkehrt. Aber mehr weiß ich von der Meta nicht. Also, dass man zum Beispiel auf Käseland versuchen kann, nicht die ersten zwei Runden auf dem ersten zu sein, beziehungsweise in der dritten Runde irgendwann ein krasses Item erstmal zu bekommen, so ein Goldpilz oder so, macht komplett Sinn. Du bist am Ende einfach viel eher Erster, wenn du Käseland mit einem Goldpilz in der letzten Runde dabei hast. Mir ist die Meta ja so egal, will nur Game und fertig. Eben. Also einfach ein bisschen Zocken und Spaß haben ist ja sowieso nochmal was anderes. Aber wenn man wirklich gut sein will in Smash, wenn man einfach das Gefühl hat, das wäre doch was für mich, anstatt nur entspannt zocken zu wollen, dann finde ich Meta-Sachen schon cool. Aber bei Mario Kart 8 weiß ich jetzt auch nicht so viel. Teezy, welcome back. Hi, ich habe gerade komplett reingeschissen in Mario Kart Wii, aber mit Nunchuck, mit der Steuerung, die ich gewohnt bin, mit dem Top-Tier-Character geht es doch ganz gut. Ich bin doch nicht so enttäuscht von mir. Ich bin gerade sehr beruhigt, dass Mario Kart Wii möglich ist, zumindest in den ersten Cups. Ich hatte schon, ich hatte gerade vorhin echt Angst, dass ihr wirklich recht habt und das Spiel mich einfach überfordern wird. Aber ja, ich muss mich ein bisschen einspielen. Und wenn die nächsten Cups nicht komplett noch viel schwerer werden, dann haben wir hier doch die Möglichkeit, immer auf den ersten zu fahren, denke ich. Guckt euch das an. Da waren auf jeden Fall Unlucky-Rundenfüllen dabei, aber ja, wenn man sich absetzt, wird man echt in Ruhe gelassen, mal Kart Wii teilweise. Bei den Clan-Races bestimmt nicht, aber da ist ja nochmal eine ganz andere, sowieso ein ganz anderes Fahrgefühl. Wahrscheinlich ist das Item-Game für zwölf echte Spieler besser. Könnte ich mir auch vorstellen. Dass da ein bisschen besser funktioniert, weil die ja alle relativ gut sind dann. und dann nicht die ganze Zeit hinten die Kugelwillis und irgendwelche roten Panzer reingedrückt bekommen von Leuten, die, also Computergegner sind halt immer hinten und haben irgendwelche geilen Items, die dich abfacken. Dann kommt immer so ein Powerblock, immer so ein Blitz und so. Während das vielleicht bei so Competitive-Sachen ist es in dem Spiel auch abhängig davon, wie weit man vom ersten Platz entfernt ist, weil dann kommen ja nicht so viele Blitze und so. Hab heute zwei Posen geschafft, die ich seit Jahren trainiere. Das liegt sicher daran, dass Johnny mir viel Erfolg gewünscht hat. Ja, ja. Let's go. GG. Nice. Oh, das ist so cool. Aber sowas hab ich gar nicht. So, so richtig mal irgend so ein, ob es jetzt Sport ist oder was ich mal zeichnen über so, also dieses, dieses Erfolgsgefühl hab ich lange nicht mehr gehabt. So eine Sache, die man lange versucht und dann plötzlich, okay, so PBs. PBs sind wahrscheinlich das. Vergleichbar. Wenn ich mal irgendwie eine PB in New Super Mario Bros schaffen würde oder so, das wäre wahrscheinlich ein ähnliches Gefühl. Aber körperlich über sich hinaus zu wachsen ist nochmal geiler. Das ist richtig cool. So Trainingsergebnisse sehen. Vor allem was Beweglichkeit oder sowas angeht. So ein Skill trainieren. Und dann plötzlich das schaffen. Sollte ich mir vielleicht mal wieder irgendwie überlegen, irgendwas zu machen in die Richtung. Wenn ich Zeit habe, ich tue immer so, als hätte ich keine Zeit, aber eigentlich ist es nur so, dass ich denke, ich sollte stattdessen was anderes machen und dann verplemper ich die Zeit, die ich habe und nutze sie nicht effektiv. Ich muss einfach mehr daran arbeiten, Freizeit einzuplanen oder solche Sachen einzuplanen. So Training von irgendwas oder irgendein, wie nennt man das, Verein? Irgendeine wöchentliche Aktion. Ich bin auch allergisch gegen sowas. Ich meine, die Ersatzbankaufnahmen, da bin ich sehr akribisch. Das fühlt sich auch nicht belastend an, aber ansonsten bin ich immer so ein richtiger Terminalergiker. Ich war früher bei einem kreativen Schreiben, da musste ich jede Woche einmal hin und es hat jedes Mal Spaß gemacht, wenn ich da war, aber vorher ging es mir immer scheiße damit. Ich dachte immer, oh man, morgen ist das, muss ich da hin. Also, das ist irgend so was unterbewusstes, das ist irgend so eine Social Anxiety, die immer, wenn ich sie dann überwinde, immer, habe ich es immer geil gefunden. Können wir schon viele relaten. Der Ersatzbankverein. Da sitzt man halt auf der Ersatzbank, anstatt Sport zu machen. Der Podcast heißt nicht umsonst so. Bin fucking unsportlich. Legit, das letzte Mal Sport war Ringfit im Stream. Also, ich bin gerannt, so im Urlaub auf die Dünen. Ich bin jetzt niemand, der bewegungsscheu ist. Ich bin schon sehr, ich renne manchmal auch einfach so Treppen rauf und so, also gar nicht diese Art von, aber halt dieser geplante Sport, mal richtig was machen zur körperlichen Ertüchtigung, das mache ich wenig. Habe schon eine schlechte Kondition, würde ich sagen. Aber, Sanddün hochklettern und hochrasen war schon, habe ich schon beeindruckend hingekriegt, glaube ich, für mein Alter. Herz hat gepumpt, aber ging noch. Weil das ist wirklich anstrengend. Beziehungsweise wandern, wenn man so lange Aufstiege auf so Berge und so auch dazu zählt, habe ich es ja auch nicht allzu lange hergemacht. Johnny wird alt. Ich war noch nie so. Meine Eltern haben mir nie Sport vorgelebt, aber wir waren auch nie irgendwie alle faul. Man war immer sehr aktiv, aber nie hatten wir aktive Sportarten und so. Ob es die Gene sind, aber meine Familie, da gibt es wirklich keinerlei, auch nicht Übergewicht oder das Gefühl von Wie nennt man das? Ja, Faulheit mag ich sowieso nicht im Begriff. Let's go! Die letzte Strecke war ein bisschen whack, aber jetzt holen wir die Pokale. Täglich Ringfit muss zurück. Das war wirklich krass. Das war täglich. Das würde mein Gesicht auch wieder ein bisschen mehr definieren und so. Wär schon geil. Würde mir safe zugutekommen. Ähm, ja. Ja, also wenn Zeit für neue Routinen und so ist, dann jetzt. Neues Leben beginnt gerade bei mir. Neuer Ort. Oh, Sandhühne. Tammy, du fühlst es einfach. Sanddünen sind mein Paradies. Das ist so, jedes Jahr in meiner Kindheit war das der Ort, wo ich so dachte, Junge, das ist der fucking Himmel. Durch Sanddünen, durch Toben, aber auch einfach durch Wandern an der Strand links, diese, dieses Heidegrad rechts, Heidegras rechts. Du hast Ringfit täglich gemacht? Das war, als ich es im Stream gespielt habe. Da war immer pro Stream habe ich es gemacht und eher zwischen den Streams auch jeden Tag habe ich für eineinhalb Monate oder so durchgezogen. Dann war ich weg. Dann dachte ich mir, okay, wie soll ich jetzt auf diesem Ferienhof da? Da war ich mit meiner Familie und Henry halt, wo ich als Kind immer mal war. Das ist jetzt auch schon, das war 2020 oder so, glaube ich, der Urlaub. Da habe ich dann das nicht gemacht, weil ich die Switch, ich hatte sie vielleicht sogar dabei, aber ich hatte keinen Ort dafür. Ich hatte sogar diese Matte mit, aber irgendwie habe ich nicht, entweder ich habe mich darauf ausgeruht, dass die tägliche Routine eine andere war oder ich hatte das Gefühl, boah, ich kann das hier nirgendwo machen. Eine Mischung aus beidem, denke ich. Dann habe ich die Streak gebrochen, wenn man die Streak einmal bricht, hört man halt auf. Gleichzeitig fand ich auch, Ringfit hat nicht so viel gebracht, außer halt körperliche Gesundheit. Das definitiv, das fand ich sehr gut, aber es war halt nicht, das ist ja kein Training, was irgendwie optisch krass. auf irgendwas ausgelegt ist oder so. Ich war ja im Winter in der Dünenwüste. Oh, schade, wenn du das geregnet hast. Ich hätte gerne mehr auf Kind gemacht. Ah, geil. Oh, ja, Mann. Ey. So eine riesige Düne einfach nur, würde ich auch zu gern mal sehen. Was ist eigentlich jetzt gerade los? Okay, ich muss mich kurz konzentrieren. Ich bin auf dem 12. Ich habe es auch gerade im Chat geschaut, was da gerade passiert ist, aber so geht das hier nicht. Oh, Gott. Hilfe. Okay. Mein Gott. Was passiert denn jetzt schon wieder alles? Warum werde ich da so komisch abgebaut? Oh, Gott. Oh, Gott. Okay, das war gerade Glück. Gib mir Pilze. Das war richtig lucky. Oh, mein Gott. Was? Wie kann jetzt denn noch was passieren? Ich dachte, ich werde schon ein Zweiter. Dass ich da Dritter wurde. Okay, das war so eine richtig typische Mario Kart Runde. What the fuck? Da wurde ich verschont. Bin ich ehrlich. Da war so viel Action um mich rum auf der Zielgerade und ich habe einfach meinen Pilz bekommen und konnte wegfahren. Lucky. Ich will mal die Challenge von Bubsy machen und einen Monat jeden Tag Just Dance streamen. Aber die Zeit, ja. Ich meine, du kannst auch jeden Tag Just Dance machen ohne zu streamen. Ich habe es ja nicht nur gestreamt. Das ist auf jeden Fall vergleichbar mit Ringfit. Das ist, glaube ich, eher die Art von körperlicher Ertüchtigung, die man dann macht. Das ist mega gesund. Aber ich habe dann auch gedacht so, oh, ähm, die paar, also ich habe mich auf jeden Fall dünner gefühlt in dem Moment. Und dann war ich auch zufrieden. Das hat jetzt ja auch sehr lange angehalten. Ich habe das Gefühl, momentan habe ich wieder im Winter halt zugelegt. Ich rede richtig wie so, keine Ahnung, wie so Erwachsene halt, ne? Weil als Kind hatte ich das nicht. Beziehungsweise als 22, 23-Jähriger hatte ich das immer noch nicht. Ich konnte essen, was ich will. Ich konnte leben, wie ich will. Wurde nicht dick. Ich bin immer noch nicht dick, aber es gibt halt schon Fettablagerungen. Die normale Körperfunktion jetzt mittlerweile bei mir. Und solange ich halt noch nicht komplett übertreibe, solange ich das Gefühl habe, ich kann das hier noch auf jeden Fall zu einem dünnen, bei einem dünnen, äh, Menschen erhalten, ohne allzu viel zu machen zu müssen, sollte ich mich auch damit auseinandersetzen. Wenn es irgendwann zu spät ist, weiß ich nicht, ob ich dann noch die Kraft hätte, ob ich der Mensch dafür bin, so Disziplin zu zeigen. Oder um jetzt hier richtig krass Muskeln aufzubauen. Ich meine, ich bin jetzt auch, ich, 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 ich glaube, ich mag mich auch nicht so ganz so krass maskulin. Da sehe ich mich sowieso nicht. Ich bin ja eh so ein bisschen androgyn unterwegs, aber den Bart zum Beispiel mag ich gerne. Also richtig, so Brust und Sixpack aufbauen hätte natürlich was. Gesundheitlich, aber oh Junge. Ich meine, man muss nicht der Typ dafür sein, aber, oh bitte nicht Kugler. Oh Gott. Und das ist der Unterschied zu Eikon 8. Scheiße. Scheiße. 5. Nein. Achso, ist noch eine Rolle. easy. Easy. Hab nichts gesagt. Jetzt werde ich erster. Jetzt werde ich doch easy erster hier. Einmal durch den Laden muss auch noch sein. Achso, und was ich nicht gemacht habe, ist natürlich bei den ach, die gute alte Coconut Mall habe ich gar nicht erwähnt. Der Song, der, wir waren gerade bei Fitness, der Vibe, dass ich durch ein fucking Einkaufszentrum durch Boller, geil, wollte nie was anderes im Leben. Ich fahre diesmal unten lang. Ähm, die Mies, die hier noch gezeigt werden, schönes Original, Mal Cut Wee, und die, die parkenden Autos. Wo war parkende Autos ein Meme? Wieso kommt mir das so bekannt vor? Ich werde wirklich erster. Come on. Wo kann ich nochmal nach hinten gucken? Steuerkreuz? Nanschlag? Ähm. Stehende Autos, das war's. Stehende Autos. Androgyne Menschen. Ja, für beides. Dafür steht mir auch einfach Lippenstift und so viel zu gut. Man kann trotzdem muskulös sein. auf jeden Fall. Aber ich meinte jetzt auch eher, ich weiß nicht, ob ich, ob ich die Disziplin hätte für sowas. Aber um mich körperlich einfach nur fit zu halten, fehlt mir dann irgendwie auch der optische Output. Also, dann will ich auch schon so sehen. Oh, geil. Da baue ich Muskeln auf und so. So ein bisschen wie so ein, wie so ein Level-Up halt. Pina, vielen Dank für den Raid. Grüß dich. Ich hoffe, ihr hättet eine geile Zeit. Macht's euch bequem. Ich bin bei Mario Kart Wii von allen Mario Karts. Das heißt, wir sind schon relativ weit. Es fehlen noch, lass mich lügen, drei Games. Also, nach diesem nur noch zwei. I guess. Ach du Scheiße. Der Drift war nicht so das Gelbe vom Ei. Wo kann ich nach hinten gucken? Ach hier. C. Aber Mario Kart 8 wird auf jeden Fall einige Stunden beanspruchen, denke ich. Mario Kart Wii dauert jetzt natürlich auch noch gut. Aber vor allem Mario Kart 8. Mario Kart 8 dauert echt so fünf Stunden, sechs Stunden, oder? Also, ich könnte sein, dass ich maßlos übertreibe, aber ich bin mir echt unsicher. Oh, mega Delay beziehungsweise hab langsames Internet heute irgendwie. Oh, shit. Ich wollte vorhin noch schauen, ob ich verworfene Frames hab, aber ich glaub nicht, ne? Wir haben jetzt auf jeden Fall sechs Stunden hinter uns. Ich würd sagen, sind wir ab der Hälfte? Ich glaube tatsächlich. Ich glaub, da wir Malkart DS tatsächlich auch schon hinter uns haben und bei Malkart Wii so ungefähr drei Cups, könnte das die Hälfte der Zeit sein. Zumal ich ein bisschen besser in Malkart 8 abschneiden werde, denke ich. Malkart 8 sollte kein Problem sein. Also, hier haben wir ja theoretisch schon zwei weitere Cups gemacht. Nur nicht abgeschlossen. Als ob die Fakebox den roten Panzer nicht abwärts. Nee, das ist ja das Geile an den Fakeboxen. Beziehungsweise, das balanzt die Items so ein bisschen. Die Fakeboxen sollen halt Leute reinlegen können, so, was nicht oft passiert, denke ich, aber die sind durchlässig, natürlich, weil es Itemboxen sind. Das finde ich auch voll cool irgendwie. Bananen sind was zum Abwehren. Panzer natürlich, aber dass die Fakeboxen nicht abwehren, fand ich schon immer total sinnvoll so. Das hat voll Sinn ergeben. Habe ich die Abkürzung jemals geschafft? Ich glaube, ich habe sie beim ersten Mal verkackt und mich dann nicht mehr getraut. Jetzt war ich halt gerade klein. War ein bisschen ungünstig. So geil, diese Rampen hier mit den Shy Guys ausgerechnet, die so Skifahren. Aua. Musste ja noch kommen. Achso, und ich musste diesen Boost machen. Scheiße. Das war zu spät. Das war zu spät. Hätte ich eher machen sollen. Ich hätte beide noch bekommen. Bin ich noch auf dem Treppchen gerade? Oh, wird schwierig. Ne, ich bin sogar Erster. Okay. Zwei Runden noch, oder? Hä, Wie kann ich Erster sein? Ne, es waren schon drei. Malus Goldmine. Jetzt fahren wir natürlich auf diese grüne Röhre, skippen die halbe Map, glitschen uns irgendwie ins Ziel und dann haben wir easy den Cup gemacht. Ich fand das früher so spaßig, diese Rampen hoch und runter zu fahren. Es ist spaßig. Ich habe jetzt gerade Spaß. Minecraft Wii ist spaßig. Safe. Also absolut. Es ist nur wirklich, glaube ich, eher auf diesem na, zum einen auf dem spielerischen Level wurde ich, glaube ich, nie warm mit Doch, ich mochte die Bikes schon. Es ist wirklich, glaube ich, dass ich Minecraft Wii als Game mochte. Ich mochte es nur irgendwie nie als nächster Schritt in der Mario Kart Reihe. Weiß nicht, ich fand es irgendwie ein bisschen charakterlos, ein bisschen lame, aber ich sehe komplett, wenn man das anders sieht. Deswegen, also ich verteidige da wirklich nur so ein Bauchgefühl von damals. aus heutiger Sicht Baba Mario Kart definitiv. Definitiv, sage ich auch in letzter Zeit ständig. Definitiv. Definitiv nein. Ein bisschen besser driften könnte ich auch noch. Das sieht sehr sloppy aus hier. Was war das? Ich wollte einen Stunt machen und er fährt irgendwie einfach runter. Gut, ähm, jetzt wird es gerade ein bisschen eng. Da wollte ich zu viel. Warios Goldmine halt so geil, deswegen habe ich mich sicher gefühlt. Ich liebe die Map einfach. Das ist wirklich auch der perfekte Misch. Das ist so eine richtige Vario Strecke. Weil das kombiniert für mich so ein bisschen dieses Hallo, dieses, ähm, Sand Arena, äh, Dirt Bike Ding. Mit, mit dem Metall Gitter Kolosseum Waluigi Flipper Aesthetic. Okay. Okay, das Item war auf jeden Fall ein Segen. Jetzt. Jetzt holen wir uns nochmal den ersten Platz. Ja, kein Problem. Diesmal driften wir dann nicht einfach runter. Oh mein Gott, ich hätte es fast getan. Sondern machen den Stunt. Ich wollte mich eigentlich gar nicht trauen, das zu machen, aber die Linie war zu gut. Boah, und den hole ich mir mit dem Bob um. Come on. Nein, ich mache den Drift falsch. Wie? So, das war so geil. Ich habe den weggesniped. Ich werde ja viel zu weit hinten aufgesetzt. Ach, Junge. Wie ist denn das jetzt schiefgegangen? Das war so nice. Okay, gib mir noch einen Goldpilz. Ach, du Scheiße. Ähm, nee, Mann. Das fühle ich ja jetzt gar nicht. Hätte ich die Abkürzung nehmen sollen? Oh mein fucking Gott. Wie ist diese Bombe denn? Okay, gib mir noch ein bisschen Itemglück, dass die um mich herum alle sterben. Das war ja so scheiße. Jetzt habe ich kein jetzt habe ich nicht den Goldpokal, ne? Och man, dieser eine dumme Fehler. Wait. Wie? Hä? Jo, wie verge... Oh mein Gott, wie ausgeglichen war dieses Feld? 34, 34, 33, 31. Die haben mir den Goldpokal einfach geschenkt. Okay. Wer hat gesagt, Markadoui ist ein Problem? Ich habe gespielt wie der letzte Noob. Beziehungsweise habe ich echt keine guten Plätze belegt und bin einfach Erster. Let's go. Die Strecke passt auch so gut zu Wario wegen dem Goldthema und oh, normal. Also das ist die beste Wario-Strecke eigentlich. Warios Abfahrt ist einfach eine geile Map, aber von dem Setting her Warios Goldmine... Boah. Trivialer Anfang der Version des Liedes, die man in der Mine hört, ist ungenutzt, da man ihn nie hören kann. Ach, weil man immer schon reinfährt zu dem Zeitpunkt. Ah lol. Aber wenn man es online, wenn man es auf YouTube eingeben, dann kommt das. Oder warum hört man es nie? Warios Goldmine Music. Mal schauen, kommt mir das bekannt vor? Nein, ach, das kommt mir sehr bekannt vor. Also in Markad 8 hört man es auf jeden Fall. Achso, das loopt doch auch. Der Song loopt ja, dann hört man es doch. Wie meinst du denn? Funfact. Nur weil du tot die Wolke übergeben hast, das war wirklich scheiße. Also wollte ich auch nicht. Man wird halt so schnell. Man muss die Wolke auf jeden Fall ein bisschen nutzen, damit man den Geschwindigkeitsboost auch ausnutzen kann. Man hört es erst in Runde drei, okay. Und draußen spielt kein Song oder woran liegt es. Dann hört man es nur in der schnellen Version. Mh, Diddy Kong. Komm, lasst uns einmal kurz Diddy Kong ausprobieren. Einmal gucken, ob ich damit noch was reißen kann. Ich meine, das war immer... Ach nee, ich hab's nicht freigeschaltet. Hab das Bike nicht freigeschaltet, was ich immer hatte. Obwohl, war das Diddy Kong? Diddy Kong ist, glaube ich, mit Tiercharakter. Ich glaube, es war ein leichter Charakter mit der Rapide. Ja, hier sind ein paar. Nein, er ist nicht dabei. Hä, oder Rapido hieß das nicht so? Blitzer? Oh wait, was ist das für eine Stelle? Die kenne ich nicht. Ach, die ist gemein. Oh lol, hab ich ja echt noch nie gehört. Weil man immer schon eine Runde abschließt, oder was? Ich dachte, eine Stelle am Anfang des Songs. Ich glaube, die kommt mir sehr unbekannt vor. Quack, Quack, Quack habe ich früher auch manchmal gefahren. Willi Bike ist auch ganz geil. Kammelknaller ist auch stark. Ich mag die alle sehr tatsächlich. Ich probiere noch mal was. Ich probiere noch mal den Kammelknaller. Wo waren wir zuletzt? Das hatte ich noch nicht. Richtig? Nicht zum ersten Mal, aber ich mag sie nicht so. Ne, das stimmt. Passt auch nicht so rein. Einfach, weil man es nicht gewohnt ist. Wäre sie damals drin gewesen, wir würden es alle feiern. Mit Sicherheit. Die Emotionen sind irgendwie so. Wir würden so sagen, oh, jetzt kommt die geile Stelle im Song. Wenn man sie früher schon mal gehört hätte, dann hätte sie sich 50 Mal ins Gehirn gebrannt und man, das Gehirn würde sich richtig drauf freuen. Ne, weil ganz oft ist ja, sind die geilsten Songs ja so geil, weil man, weil das Gehirn genau weiß, welcher Ton als nächstes droppt und einfach so mit viben kann. Das ist einfach so eine reine Kettenreaktion im Kopf, so richtig dumm eigentlich. Aber es löst so viele Glücksgefühle aus. Au, Luigi einfach synchron. Genau das Gleiche. Oh wait, war die Rampe nur im Wii-Teil vielleicht? Oder gab es die da auch im N64-Teil? Weißt du, ich spiele schon alle rein, äh, alle Spiele und dann gucke ich nicht einmal kurz nah. Im Original-Game. Ich bin jedes Mal außenrum gefahren, aber die Steuerung war auch... ekelhaft. Come on. Mh, schönes Ding. Kameknaller auch sehr geiles Bike, ja definitiv. Fühlt sich auch gerade gut an. Also, vielleicht nicht so geil wie eben, weil ich mit dem Funky bin ich auch die ganze Zeit gefahren, als ich mit Wall-O-Call ein bisschen getrihardet habe, natürlich. Aber ich glaube, damals war eher das hier mein... mein Ding. Es hat bestimmt irgendwer jemand was zu der Rapide geschrieben, aber ich finde es nicht. Ich versuche eure Nachrichten zu überfliegen, aber... Ich will nicht runterfallen. Danke für nichts. Ich meine, du hast nur gewonnen, weil du Toad die Wolke gegeben hast, weil er sonst bestimmt erst... Ach so! Ja, ich fand's eher scheiße, dass ich ihm direkt abgegeben hab, tatsächlich. Dadurch bin ich irgendwie so aus der Kontrolle geraten und so. Ja, Toad war irgendwie mit 31 Punkten oder so, ne? Toad hat von mir so einen Blitz reingedrückt. Ich meine, das könnte man jetzt komplett aus... analysieren, warum ich beim letzten Cup den ersten... den ersten Platz so gegönnt bekommen hab. Was da alles richtig laufen musste, damit das passiert. One in a million. Junge war das close. Mach doch keinen Scheiß hier. Aber ich hab einfach am wenigsten... Guck mal, selbst wenn ich die Maps mag und so... Ich hab, glaub ich, einfach am wenigsten Enthusiasmus und Spaß in MyKadui. Und ich kann euch nicht erklären, warum. Wenn es bei euch nicht so ist, ist das ja mega nice. Aber alle anderen Spieler haben mich bisher so richtig so... Ja, geil, geil. Und hier denk ich mir einfach manchmal so... Ist schon anstrengend. Also manche Strecken. Nicht das reine Fahren. Die dicke Schikane, mega geil. Das hier ist halt auch so weitläufig. Gerade mit MyKadui, stimmt mit MyKadui sowieso. Die Maps sind einfach riesig. Das ist voll seltsam. Sieht teilweise aus wie so... Also gerade die Custom-Tracks hatten auch dieses gleiche Problem. Die waren immer so groß und die Charaktere so klein. Und ich weiß gar nicht, warum. Weil sie zwölf Fahrer auf eine N64-Strecke bekommen wollten wahrscheinlich. Irgendwie so. Sorry, wenn das gerade nicht reinpasst. Aber... Hab gerade einen Anruf bekommen, dass mein... Yo! DreamJuTV! Let's go! Vielen, vielen, vielen lieben Dank für neun Monate! Bleib im Team und im Stream. Bleib beim scharfen Essen. Wie geht's dir? Äh, ein Anruf bekommen, dass mein Dad wieder im Krankenhaus ist. Ich bin so froh, mich mit deinem Stream ablenken zu können. Ach, Loki. Holy Shit, Grüße gehen raus. Also, Kraft an dein Dad. Und alles Gute an euch alle. Sowas... Sowas suckt. Ich meine, da kann man auch wirklich nur warten jetzt, ne? Dann hoffe ich, dass ich ein bisschen... Was wäre denn jetzt ein nices Thema? Worüber können wir reden, was einfach... richtig Spaß macht, drüber nachzudenken? Ich wäre gerade ein bisschen hungrig. Die ersten Gedanken, die ich bekomme, waren einfach irgendwie so... Eissorten. Pizza. Das sind mal gute Themen. MalCut Wii ist für mich pure Nostalgie. Hab früher immer mit meinem Bruder einfach nur die Maps erkundet. Ja, ja. Deswegen sowas halt. Genau das ist bei mir ja mit Double Dash. Das ist ja genau das gleiche. Maps erkunden sowieso immer so cool. Deswegen meine ich auch, MalCut soll da mehr mitmachen. Soll mal Maps mehr so designen. MalCut64 war da eigentlich perfekt. Das bessere Spiel so. Nur halt noch sehr primitiv. Wäre so cool, wenn es dafür dann auch Belohnung gäbe, wenn man das macht. Und so kleine Easter Eggs, die im Online-Mode und so gar keine Rolle spielen. Das ist einfach nur so ein separates Ding. Boah, oder so geile kleine Secrets, die man auch so pro Rennen aktivieren kann. So ein bisschen wie die Schalter in Hyrule-Piste. Nur so versteckter. Und wenn dann mehrere Fahrer das machen, passiert irgendwas. Wäre doch geil. Boah, da erinnert mich das. So kleine Schlüsselmomente. Oh, okay. Ist auch eine geile Map. Die mag ich tatsächlich. Weil irgendwie, du kannst, glaube ich, mit Pilzen hier so unnormal eng fahren die ganze Zeit. Ich hab mich immer richtig gefragt, wie... Das fand ich richtig untypisch für das Game. Du kannst ja so... Totes Stimme. Du kannst ja so easy einfach die ganze Zeit durchs Wasser da... Das war leicht. Eis! Was soll ich sagen? Das Eis ist heiß! Hier gibt's kein Eis! Eis ist ein Gerücht! Eis, Pizza, alles Dinge, die ich in der Truhe hab. Ich nicht mehr. Ich hatte Pizza-Baguettes nach Ewigkeiten mal wieder. Wir hatten zu Hause immer so Pizza in der Truhe und ich hab nie dran gedacht, mir mal Pizza-Baguettes zu kaufen. Ich hab jedes Mal so gedacht, ihr könnt mal wieder Pizza-Baguettes essen. Aber ich hab's einfach nicht getan. So, weil ich auch nie Einkäufe getätigt hab, die so tatsächlich zur Versorgung dienten. Sondern immer nur, wenn ich mal so Snacks wollte oder so. Und jetzt, wo ich für mich wieder verantwortlich bin, wo der Kühlschrank sich nicht von magischer Weise gefüllt hält, geile Einkäufe schon gemacht. Zwei Stück. Hab ich bestimmt morgen in der Ersatzbank ansprechen können. Endlich mal wieder ein Pizza-Baguette mit so Schinken, Pilz und dieser hellen Soße. Die waren immer geil. Die mit Paprika und Salami auch nicht schlecht, aber hab ich nicht so so einen Turn drauf gehabt. Und ich hab mir so fett den Gaumen verbrannt. Also ich hatte sogar Zeitdruck. Ich wollte... Oh Gott, das... Wow! Weitwurf gewinnt Bowser auf jeden Fall. Ja, okay! Das ist auch so typisch Malkart Wii, finde ich. Es geht in allen Malkarts so. Malkart DS wohl eher. Ich glaube, in DS war es noch krasser sogar. Aber genau wenn man hier auch den Wheelie macht, ist man besonders verwundbar dafür. Ist ja natürlich Absicht fürs Balancing. Aber diese Seitwärtsvektoren sind irgendwie... Wer hat sich das ausgedacht? Holy shit! Let's go, guys! Ähm. Ja, und dann muss ich schnell essen. Ich dachte mir so, das wird nichts. Ich werd... Ich werd mir einfach nur den... Nein! Oh, was! Yo! Let's go! Ich werd mir einfach nur den Mund versenken. Versenken? Wie sagt man? Okay. Ja! Gönn dir meinen Pilz! Wieso fliegt er denn so weit? Was soll denn die Scheiße? Und es kam genau, wie es kommen sollte und ich dachte mir so, ah, ja. Was ein nostalgisches Gefühl. Let's go! Ach, nee. Ach, Mann. Ich dachte, das letzte... Wieso denke ich das so oft? Was ein nostalgisches Gefühl, wieder Pizza bei Gets zu essen. Heiße Tomaten sind so grausam. Jelly fühle ich komplett. Ich liebe Tomaten, aber Tomaten in irgendeiner Form erhitzen ist immer widerlich. Ich mag Tomaten auf dem Burger zum Beispiel, weil die ja frisch drauf kommen, aber so Tomaten auf einer Pizza so als Belag, nicht als Soße fühle ich null. Selbst Tomatensoßen und so bin ich gar nicht so ein großer Fan. Für viele ist das, glaube ich, das ultimative Essen. Tomaten in irgendeiner Form. Also in allen möglichen Gerichten, mediterran und so. Ich mag's, aber ist nicht so das Go-To-Ding für mich. Aber gerade, wenn sie noch diese schrumpelige Haut haben und im Mund einfach nur wie Lava explodieren, das kann ja auch keiner gerne essen. Das ist ja einfach nur so, man muss noch länger warten, oder? Und ist zu ungeduldig für den Shit. Bitte nicht, bitte nicht nochmal runterrammen. Die Bananen. Oh, ich könnte trotzdem Erster werden. Wenn ich das richtig sehe, ziehe ich an Yoshi noch vorbei. Hol mir hier noch den Boost. Let's fucking go! Yes! Das war schön. Das war fast schon kalkuliert. Tomatensoße ist so basic. Wenn schon, macht man da wenigstens eine Bolognese. Ja, also Tomatensoße kommt ja drauf an. Kannst ja alles mögliche reinmachen. Kannst noch Zucchini reinmachen, Pilze, Zwiebeln und Knoblauchbraten ist sowieso unfassbar OP. Also da ist die Tomate fast schon so Nebensache. Das schmeckt dann sowieso richtig geil. Und ich mag auch alles mit passierten Tomaten und so sehr gerne. Aber heiße Tomaten können sich wirklich verpissen. Dann mag ich lieber frische Tomaten auf irgendwas. Bei Domino's gibt es glaube ich sogar Pizza mit Tomaten, die nicht im Ofen kommen. Also da war das die Flying Dutchman oder so. Oder einfach nur Dutchman. Die war glaube ich mit Schinken, Hollandaise und dann frische Tomaten. Auch ganz seltsam eigentlich. Hast du gerade ernsthaft gefragt, ob ich passierte Tomaten mag? Habe ich das nicht gerade... Ist das jetzt ein Witz oder was? Ich glaube ich meinte gerade ich mag passierte Tomaten. Was ist passiert? Würde ich damit sagen. Und dann gibt es natürlich Leute die hassen Tomaten roh sowieso. Also die können dann auch Tomatensauce vielleicht essen weil es ein bisschen zweckentfremdet ist aber die finden den Eigengeschmack einfach richtig scheiße. Glaube ich. Und denen wird auch richtig schlecht von so rohen Tomaten. Und das finde ich auch ja schade für euch natürlich weil ich lieb's. Aber ich glaube ich kann's irgendwie nachvollziehen. Tomaten sind schon nicht so einfach. Tomaten? Passiert. Warum gibt's Leute die keine Tomaten mögen? Ja oder? Wie kann das passieren? Wie kann es Menschen geben die in irgendeiner Form einen anderen Geschmack haben als ich? Es ist doch so lecker. Ihr dummen Pisser hört auf anders geprägt zu sein in eurem Gaumen als ich. Ich meine ich rede unfassbar gerne über solche Themen aber dieses stumpfe Haten finde ich wirklich irgendwann so ermüdend. Es ist nicht mal es ist nicht mal schlimm. Es ist aber das Typ die allernormalste Reaktion des wirklich uninteressantesten Gesprächs über Essen ist dieses du magst das nicht? So ja es ist irgendwo ja nicht ernst gemeint von dir aber alter es gibt wirklich anregendere Auseinandersetzungen mit so verschiedenen Geschmäckern als einfach nur so sich gegenseitig wegzubaschen dass irgendwas nicht schmeckt was jedem schmecken sollte. Ich check sogar die Frustration ich empfinde das auch aber muss man manchmal ein bisschen unterdrücken finde ich ich hab auch das Gefühl von okay du bist ja endlos lost wenn du keine Ahnung äh Nektarin nicht magst so macht überhaupt keinen Sinn für mich aber dieses pure stumpfe da so wie wie kann das sein ist mir immer so also das ist mir mehr nicht gehoben genug die Auseinandersetzung über Lebensmittel ist mir da doch ein wenig zu primitiv oh Gott wie wie hab ich das überlebt wie konnte das so gut ausgehen für mich gerade wuh Waluigi Arena so will ich das sehen so schmeckt Marekadui doch auch ach du Scheiße hab ich wirklich zu viel gesagt was die kommt einfach von oben auf mich herabgeregnet die hat sich nicht mal angekündigt die so hast du gerade mein Spiel gelobt ich hatte gerade kurz Spaß es tut mir leid ich mag keine Tomaten nicht wegen dem Geschmack sondern wegen der Konsistenz ja das sowieso also bei Pilzen glaube ich das klang als wären Tomatenpilze ich meine nur bei Pilzen ist das genau das gleiche ähm die wenigsten mögen das nicht wegen dem Geschmack nicht sondern weil die diese komische Konsistenz haben also Konsistenz riesiger Faktor in allen möglichen Dingen deswegen ist sie dann püriert ganz lecker oder ja Leute die irgendwas nicht mögen mussten bloß als Kind nicht aufessen verzogenes Balg ja das ist der Grund wahrscheinlich mussten sie nicht aufessen sie wurden nicht irgendwie reingedrückt bis zum Weinen und haben deswegen Trauma davon die sind einfach zu wählerisch Essen ist wirklich eine sehr mit der Psyche verbundene Sache das darf man nie vergessen ich bin ja jemand der kann alles essen und ich denke mir dann auch so stell dich nicht so an da musst du jetzt durch aber das kommt wirklich wirklich auf die Person an es gibt Leute wo ich sagen würde ey halt jetzt die Fresse und iss einfach weil ich weiß die können aber ich weiß auch genau dass ein Kumpel zum Beispiel von mir auch bei so Fett in Fleisch wenn Fleischfett durchzogen ist der der kann nichts dagegen machen der will das nicht aber er kriegt Schweißausbrüche und ist kurz vorm übergeben und da kann man halt auch wirklich dann nicht argumentieren aber das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema Essstörung und so ist ja ich glaube das ist uns allen bewusst dass man das dann auch nicht meint eigentlich kann natürlich aber sein dass in Thesis zum Beispiel Leute da sehr unsensibel sind weil sie es nicht wussten ich glaube wir sind beim Sternkarp I hope so ich bin in meiner eigenen Wohnung Plasmatrack grüß dich der Hintergrund ist auf jeden Fall noch anpassbar wird sich noch ändern ich glaube er wird sogar sehr anders ich finde den auch gerade eigentlich gar nicht so scheiße ich finde den für die paar Streams hier echt ganz nett aber ich glaube für auf Dauer ist es cooler wenn der Hintergrund ein bisschen tiefer mehr Tiefe hat ich mache das dann glaube ich so dass man in den Raum reinschaut die Zimmertür sieht und ein bisschen so eine Ecke eher also so zwei Wände nicht so eine flache Wand hinter mir ich mag eigentlich immer die Streamer ganz gern die so im Hintergrund sogar fast schon so Unschärfe haben könnten das ist immer hübsch ach und generell hatte ich mich sowieso wegen Strom und dem Bett entschieden dass das Setup so wie ich es jetzt hatte war eigentlich ganz gut geeignet dachte ich aber ich habe jetzt eine viel bessere Idee ich mag es wie die Lichter die weiße Wand äh die die weiße Wand leicht lila färben ich ja das war früher auch nicht so geil fand ich das sah zwar interessant aus aber dieses äh lila Licht beziehungsweise pinke Licht hat so die grüne Wand ja wahrscheinlich lila gemacht aber das da drüber so blau wait ist das jetzt wieder so ne das war irgendwie komisch im das war eine coole Lichttechnikstudie aber das war schon halt ich mochte meinen alten Hintergrund aber es war halt alles so random irgendwie so hingewachsen so ich dachte mir irgendwann da hinten ist es immer so dunkel vielleicht mache ich doch mal einfach LED Streifen an die Bilder ran und dann haben wir es gemacht das war auch geil und die sind auch immer noch dran aber mal sehen was ich die Woche mache ich gestalte das demnächst mal ein bisschen hier um hoffentlich kriege ich die Tischplatte ohne ähm in den Boden zu bohren oder so ran geschraubt erlebnisfrei erfunden und dann habe ich ein oh mein Gott was ist da was ist da passiert let's go wer hat seine roten Panzer verloren ich habe sie gefunden dann habe ich die Aufgabe mal einen richtig durchdachten Hintergrund zu machen ich mag zwar dass das so langsam wächst und so aber ich will auch mal ein bisschen mehr Deko machen warum habe ich denn gerade so schlecht besteuert ja ich hätte den Scheiß ich denke da nicht dran Fits Batman wirklich wieder ein fucking Stachy der einen dann ach so bitte ich habe als dritter gefinisht kriegt noch ein Stachy Panzer wurde der abgeschickt genau als die im Ziel waren und ich noch nicht ja oder das funktioniert irgendwie anders wenn man schon im Ziel ist sondern der Scheiß einfach nur der Disrespect das ist das muss doch nicht sein Johnny hat wieder Spaß ja ich finde die Daisys Piste habe ich so dominiert eigentlich dann kommt so ein Scheiß hatte ich jetzt keinen krassen Vorsprung aber da habe ich mich sicher gefühlt oh Cooper Cup ist so eine Ehrenstrecke Cooper Cup der Song okay ich habe es schon beim Flug gemerkt ich bin irgendwie auf dem auf dem komischen Weg nach links aber das soll das soll mir die Strecke nicht madig machen ich finde die richtig gut okay ich mag die Musik und ich mag den Verlauf eigentlich aber ja so ein Kugel Willi wollen wir ja auch mal sehen ach komm oh wobei Pilze sind hier krass Pilze sind hier teilweise krasser als der Kugel Willi das war das wäre wahrscheinlich auf selbe hinausgekommen so geil wie der Sound hier abgespielt wird so wie war das jetzt nochmal hier in Malkat Wii ist das cooler durch die Röhre zu fahren wegen diesem Boost hier oder in Malkat 7 wo dann die Röhre keine Röhre mehr ist sondern nur noch eine Halfpipe wortwörtlich auf neunten ich habe letzte Woche alle Malkats gemacht habe ich von dir geklaut geil wie lange es gebraucht hat Spaß gemacht oh mein Gott das ist der Kugel das ist ein guter Kugel ich freue mich schon auf Malkat 7 ich habe Anlass Nostalgie dafür ja ich glaube Malkat 7 werde ich auch wieder mehr fühlen als Malkat Wii ich weiß wirklich nicht was Malkat Wii mir getan hat ob die Wii irgendwie für mich generell in der Situation war wo ich irgendwie nicht mehr so viel Bock hatte aber eigentlich habe ich so viel Nostalgie wow geiler Move hatte ich so viel Nostalgie für Wii Sports und so ne dass das eigentlich auch nicht daran liegen kann aber dazu muss man halt sagen das kam später ich glaube ihr erinnert euch vielleicht ich habe Mario das hat jemand gefragt unter dem Spiele Video oder wo war das ich hatte erzählt dass ich mir Galaxy von meinem Nachbar ausgeliehen habe das gespielt habe und mir dann erst die Wii gekauft habe und dann meinten die Leute so hä wie soll das möglich sein und ich habe vergessen zu erwähnen dass er mir seine ganze Konsole ausgeliehen hat deswegen war er ja so ein Ehrenmann aber es war halt auch ein Nachbar so der brauchte die in der Woche nicht oder weiß nicht wie lange ich das hatte und dann habe ich jetzt meine eigene Konsole meine eigene Wii gekauft und vielleicht war Mario Kart Wii in so einem Zwischenlimbo wo ich das nie genug Zeit damit verbracht habe um richtig damit warm zu werden und danach dachte ich mir so boah ist echt kein so geiles Mario Kart irgendwie ich kann es mir nicht ganz anders erklären aber ich habe auf jeden Fall Kritiken an Mario Kart Wii die auch nicht nur subjektiv sind wo ich schon der Meinung bin also da hätten sie wenn man sich Double Dash anguckt und das hier vor allem im Vergleich mit Mario Kart DS viel viel mehr daraus machen müssen so richtig Next Gen sage ich mal mäßig Mario Kart hätte anders ausgesehen so im Vergleich zu Galaxy mit Sunshine oder wisst ihr wie ich meine also die haben ja echt nur Mario Kart DS ist irgendwie echt schnell rausgekommen habe ich das Gefühl weil die Grafik ist so also wirklich vielleicht irgendwo ein bisschen besser als Double Dash aber Double Dash war mehr polished kann mir keiner erzählen vor allem die Charakter Models sind in Double Dash objektiv besser guckt euch diese fucking Kanten in seinem Feld er hat nicht mal Feld er glänzt so wie Plastik alles ist so Plastik in diesem Spiel also gerade Funky ist richtig hässlich ich mag Funky aber dieser Quadratarsch allein die Füße das ist so fast DS mäßig natürlich ist es das nicht bevor Leute sich getriggert fühlen aber vielleicht weiß man wovon ich spreche es ist ein Wii Spiel was erwartest du ja das besser das ist ungefähr auf demselben Level bis bisschen besser als Gamecube ist weil es ist halt eine umgebaute Gamecube aber Galaxy hat trotzdem einiges gerissen Galaxy ist bis heute ein fucking gutes Spiel weil es geht nicht darum dass es nur leistungstechnisch gut sein soll überhaupt nicht das ist ja nie mein Problem es muss einfach entsprechend der Leistung so einen richtig geilen Artstyle und Knowhow dahinter haben bei Nintendo Qualität das heißt es muss aber wenn es sich mit den anderen vergleichen will mit den anderen Games von Nintendo dann reichen so ein paar Partikel-Effekt-Blätter hier nicht unbedingt für ich weiß nicht das sieht so alles so so riesig aus die Kanone auch sah doch in DK-Bergland ein bisschen besser aus oder die Blätterhaufen ist alles nichts beeindruckendes so aber ich finde das Spiel nicht hässlich es hat schon den Artstyle oh mein Gott als ob es hier Sterne stimmt da kommen ja Sachen raus Mann ich vollidiot okay das war fucking cool Blätterwald auch wieder eine meiner Lieblings-Maps wurde gerade wieder nochmal geiler habe ich wieder unterschätzt die Haufen das ist cool ich glaube ich habe oft genug gesagt ich bin zu hart zu Mario Kart Wii aber ich habe gerade versucht halt irgendwie nachzuvollziehen warum es waren bei der Lurie 13 Stunden für alle Mario Kart alle 8 Mario Karts aber davon allein waren 3 Stunden Frust in Super Mario Kart genau ohne das das habe ich mir einfach dreist erspart und tue so als hätte ich hier irgendwie die Reihe durchgespielt aber oder ich würde sie durchspielen aber ich finde ich bleibe bei der Entscheidung wie so leiden das ist hier ja keine oh was niemand hat den geholt ja ich habe nichts gesagt war alles geplant jetzt habe ich fett Vorsprung und so spielt man mal Kart Wii die Stunts sind auch anders also da muss ich sagen das Fahrgefühl was diesen Speed angeht ist schon geil das auf jeden Fall ich habe gemerkt dass ich die Kontrolle verliere aber ich wusste nicht warum als ob mich schon jemand überholt hat ich hatte überhaupt keinen Vorsprung ähm ah ok wo will ich denn hin Junge wie seltsam ist das denn hier gerade holy shit Rosalina was ein Finale was ein Finale ich bin durch die Baumwipfel gehüpft ich war kurz Peter Pan Herbstwaldszenerien sind so magisch definitiv oh nein das erinnert mich gerade an diese diese TikToks oder weiß nicht wahrscheinlich auch Twitter Videos wo diese KI so ein schönes Ölgemälde macht mit so Laub und so Waldtönen und Sonnenuntergangs Aesthetics und dann ist es irgendwie einfach nur so eine Version von never gonna give you up also wisst ihr was ich meine das ist dann eigentlich so ein Bild von von Omni-Man mit seinem Arsch und so mit dieser Arschpose ach es ist so so ein schöner Handy Hintergrund dann ist es einfach nur hier come that boy oder so Hilfe ich werde runter auf Oh Gott ja Vulkan rollen bin ich richtig scheiße in Malkat Wii kann ich diese Map irgendwie nicht also nicht dass ich in Malkat 8 krass könnte aber ich weiß nicht was es ist ich fliege hier ich fahre hier immer die falsche Route oder so da erwarte ich nichts großes von mir jetzt wo ich das gesagt habe werde ich bestimmt erst aber ne seht ihr das oh Gott zum Glück habe ich Funky wirklich das Innendriften rettet mir den Arsch vielleicht bin ich dann ein bisschen besser hier die Map ist einfach hart für mich die Luftpolster darfst du sparen was hab ich was bekommen was ich nicht gehört hab au oh warum ist mein Tipi geschlossen wieso kann ich mein Tipi nicht sehen muss das denn das muss doch nicht nein Bro Jo Mana Gifted Subs ja ich habe es tatsächlich einfach nicht gehört 5 du was für Luftpolster sparen ich hab welche die sind da und darum geht es vielen vielen Dank Mana für 5 Gifted Subs ich hab es an Kribo Alex Kryziki Bian 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 Mattis das war auch beim jeden Mal schwierig Bian Mattis Hermini Chrisino6 Herz in den Chat vielen vielen lieben Dank Samy Pa bekommt von Skills ein Gifted Subs vielen vielen lieben Dank Skills Samy gönne dir die Emotes gönne dir das scharfe Essen vielen vielen lieben Dank und 9 Monate von Dream Drew hatte ich vorhin oder wenn nicht vielen lieben Dank bleib im Team und im Stream let's go äh zwei Stück ne oder hab ich was verpasst warum soll ich sie mir sparen er hat 5 gegiftet und vorher wurde auch einer gegiftet ja true true that uh das war ein Hörsturz das war ein Hörsturz Kandidat schönes Ding vielen vielen lieben Dank Mana oh Gott wie hab ich das überlebt oh dritter Platz ach ein Pilz ein Pool 10. Platz ich hab mich ich brauch's gar nicht als Ansprechen eigentlich wenn ich sag die Map läuft nicht dann läuft die auch nicht da kann ich das auch einfach einfach mal die Fresse halten so die scheiß Reifen werden einmal plattgeworfen dann äh ja dann Gott rotieren die da so das ist ein nettes Detail das muss man ja extra einbauen anstatt einfach nur den das Model platt zu drücken es brennt es brennt hier oh Gott aber auch nur weil ich so eng driften kann das ist wirklich ich wär schon dreimal in die Lava geflogen an genau derselben Stelle oh nein oh Gott warum passiert das warum warum ist die Map so weird ich werd einfach Didi wo wohin wohin er ist einfach gegen das Ziel geflogen oder ich werd einfach dritter ich wollt mich grad über den zweiten freuen aber ist ok ist ok dritter für Vulkanrollen stark voller Support in eine neue Bude wie also und deswegen kann ich die Luftpolster weglassen oder einfach nur so dankeschön funky sounds sind irgendwie echt nervig er macht mich sauer wenn ich ihn sehe oh nein soll ich nochmal wechseln ich mein Didi lief ja auch ganz gut was hör ich hier grad für ein Geräusch er ist schon ein kleiner Pisser also der Drecksack wie er hier auch noch so er ist ja schlimmer als Donkey Kong er ist ja halt auch ein Gorilla und so klar die müssen richtig dick auftragen aber sein Blick wie er da driftet einfach nur so Gott du widerlicher Egoist Funky ne Funky ist ein cooler ich glaub der ist eigentlich voll nett der ist so richtig so ein Bro wechsel mal zu Birdo ich könnte es nochmal versuchen jetzt wo ich eingespielt bin und die Nunchucks nutze vielleicht gibt es auch noch ein besseres Bike Rapido leider nicht ich habe ja in die Richtung nichts freigeschaltet Mach Bike ist das geiler mach mal ich probiere es mal einfach nimm dein Mi ah ja true wow wow hey ich weiß gar nicht mehr irgendwie haben die so weirde Sounds gemacht dieses scheiß Feuerwerk aber immer lass doch mal noch Feuerwerk einbauen das ist sonst nicht irgendwie kriegen wir die der Song der Song ist auch scheiße bin ich ehrlich der Song wie die weiß ich nicht was sie sich dabei gedacht haben der Soundtrack von dem Game ist geil aber diese Map Vorstellung klingt einfach mega lame das ist das muss man ja so fanfarrig sein nicht so ein komischer Keyboard Sound und dann muss da noch Feuerwerk abgeschossen werden die Nunchucks wie viele denn ach come on ich habe zwei einen in der Hand den anderen in der Hose zur Unterstützung moralischer Support weißt du noch nicht let's go als ob ich den Pilz so ein bisschen zu früh dafür eingesetzt habe wehe okay was was war mit Lucky wird Lucky 2 nicht eingeblendet wenn man gerade ich finde heute so viel über diese Games raus ich sehe so Dinge die ich noch nie gesehen habe wie immer eigentlich ähm ist Lucky 2 mir gerade so komisch hinterher geflogen weil ich vorher noch Blooper Zeug auf dem Screen hatte dass er sich einfach denkt ah die sieht gerade sowieso nichts ja man hat immer einen Nunchuck dabei für Notfälle klar for real das wäre eigentlich geil so einen Nunchuck so einen kleinen irgendwie mit dem man umgehen könnte wenn man krass damit wäre also das wäre jetzt zwar der absolute Freak Move aber das würde vielleicht sogar noch eher abschrecken also wenn man damit Selbstverteidigung beherrscht dann dann rennen denke ich die falls man mal in irgendeine Bredouille kommt dann rennen die eher weg als wenn man einfach nur mit den bloßen Fäusten gut umgehen kann glaube ich dann denken sie sich so ach du Scheiße den Nerd verprühen wir jetzt erst richtig dann wird der erste ausgedockt und man denkt sich so oh oh maybe not boah da hätte ich aber Angst dass ich auch zu krass verletzen könnte das ist immer so eine Sache ich bin ja eh pazifistisch unterwegs ich würde eigentlich das nie also kann eigentlich passieren was will ich möchte dieses Leben eigentlich nicht in irgendeiner Form mit Gewalt verbinden manchmal ist man natürlich gezwungen aber solange ich nicht in irgendeine krasse Anime Situation komme oder in irgendeiner Form zu viel Courage mäßig mich einsetze und dann kämpfen muss einfach um zu überleben das wäre grausam das wäre einer meiner größten Albträume aber ansonsten würde ich es vermeiden ähm beziehungsweise auch dann nicht machen was soll ich gerade sagen achso und mit so Waffen hätte ich immer übel Schiss dass ich plötzlich dass plötzlich irgendwer an den Verletzungen irgendwie erliegt die ich nie geplant hätte die eigentlich nur Selbstverteidigung waren hast du Nunchuck dabei oder freust du dich nur mich zu sehen wann gibt es mal in alle Mario Kart Games am Stück Race gegen Woll und Kornel ja wahrscheinlich ein Race oder doch das hatten wir haben die sogar schon mal gemacht oder geplant boah mit allen ist schon krass aber da muss es dann mehr Regeln geben also da muss man dann irgendwie sagen man muss Goldpokal holen oder irgendwie ne damit es auch wirklich Möglichkeiten gibt schneller zu sein als der andere also klar man fährt auch irgendwo schneller aber ich hätte keinen Bock auf ein Race wo es dann darauf runtergebrochen ist wie schnell man das neueste Spiel einlegt und startet und das Menü auswählt wenn die Races relativ ähnlich alle durchschnittlich brauchen was natürlich nicht der Fall ist so weil die einen sind besser an Double Dash die anderen in Mario Kart Wii und so aber you know ich finde man hat da zu wenig Failpotenzial im Vergleich zu so Plattformen und so wo man sich so denkt nein jetzt bin ich hier runtergefallen also das kann hier auch passieren aber irgendwie es ist halt trotzdem ein Rennen und dann das nächste und dann das nächste so ansonsten mal gerade Spiele gegeneinander so ist geil oder halt immer Time Trial verglichen auch nicht nicht schlecht ach zu früh losgelassen aber ich gewöhne mich vielleicht gewöhne ich mich bis zum letzten Cup langsam dran immer diesen Move zu machen wenn ich auf 0 runter bin oh nice und so kann man dem Powerblock ausweichen man verliert zwar die Items aber kaum Speed ich hab's doch noch ich hab doch noch manchmal was drauf das konnte ich irgendwie von Anfang an ganz gut DS Double Dash und Wii Back to Back wäre stark ja das auf jeden Fall wenn man da nochmal Cut 8 dran hängen würde das wäre irgendwie zu too much aber so wie wir jetzt gebraucht haben minus mal 64 ist ein geiles Race hab ich da aber dann ne Schu- ja doch Double Dash bin ich halt gut und DS ist genauso lang ungefähr wie das hier ne weil wenn man in dem einen Spiel halt viel schlechter ist als die andere und das Spiel ist das längste das ist schon ungünstig aber man muss sich halt üben ne get good ein Race ist kein Race wenn man es daran anpasst dass das für jeden die gleichen Chancen sind eigentlich dann ist es ja einfach nur Glücksspiel daran ist es Baby Park Baby Park ist geil aber nicht unbedingt spannend sag ich mal der Busch ist topfit auch hier wieder auch der Powerblock hat mich nicht aus der Ruhe gebracht keine Schwäche zeigen let's go stark ich liebe diese Bowser Castles die mochte ich schon immer hatte mal KTS überhaupt eins ich dachte DS hat auch so eins haben wir irgendeinen Retro Cup vergessen in mal KTS ich hoffe nicht ähm da gab es doch auch ne Bowser Festung dann sind wir sie doch wir sind sie wir sind sie gefahren ich erinnere mich ich bin mit ich bin da oben so ein bisschen drauf oder in Minecraft 7 gibt es die auf jeden Fall auch der ES hatte zwei Castle also das Main Castle und das vom GBA oder zwei von diesen Retro Castles kannst gegen das Vorum Kornel Projekt racen stimmt sowas finde ich auch immer richtig cool irgend so ne alte gute Leistung von irgendjemandem raussuchen und dann einfach im Stream so laufen lassen da können wir uns mal mehr überlegen ob es irgendwas gibt was auch mehr sich für mich eignet weil Mario Kart Wii ich mag es ja echt nicht so gerne irgendwas was so richtig ja theoretisch muss ich gegen meinen eigenen New Super Mario Bros. Run irgendwann gewinnen so da geht auf jeden Fall irgendwann der Grind wieder weiter da bin ich auch von weggekommen so wie Ring Fit aber da finde ich schon wieder hin muss ich auch immer anbieten beziehungsweise ich muss privat ein bisschen üben sonst ist jeder Stream davon immer so ungefähr gleich gut und dann spiele ich so zwei Wochen wieder nicht und dann spiele ich wieder und dann wieder gleich gut so oder so ne oh so ne so ne Schornwoche einlegen New Super Mario Bros. hab ich das nicht beim letzten Mal schon gesagt New Super Mario Bros. PB endlich schaffen Challenge für ne Woche wenn ich es nicht schaffe mit Bestrafung so dass ich dass ich jeden Tag ein paar Stunden das versuche aber dann sollte tatsächlich endlich mal Fortschritt stattfinden die NSMB Offensive ganz genau exakt ja man das wär geil aber ich hab so viele Pläne für sowas ich will ja auch noch Videos machen wann machen wir dat dat ist ja die Frage erstmal einziehen erstmal muss ich mich auch um den ganzen Scheiß jetzt kümmern mit der Wohnung und so aber an sich muss ich das halt nebenbei machen sonst komm ich nie zu irgendwas ne Healthy Work Life Balance und die Work in dem Fall ist Videospiele spielen das kannst du nicht aussingen das ist man will also beschwerend tue ich mich ja gar nicht aber dann noch darüber nachdenken oh meine Freizeit ok aber ich glaube niemand würde gerade unbedingt mit mir tauschen fag ich mal mir ist so warm steht in diesem Zimmer ist auf jeden Fall nicht vergleichbar mit einem geilen Feierabend wo man einfach entspannt auf der Couch sitzt und uns genießt aber irgendwann hole ich mir die PB irgendwann mache ich das und irgendwann wird mich einer dieser Pau-Blocke erwischen aber nicht heute darauf entspannt ist ein Marathon kein Sprint ja aber ein Marathon musst du dann auch machen ich habe ja ewig jetzt schon nicht mehr gespielt das verlernt man wieder man muss einen Speedrun dann auch regelmäßig üben und ich habe halt nicht jeden Stream den Content so geplant dass ich das mache so ich ich will ja auch coole andere Sachen die mir einfallen dann streamen dann mache ich halt länger nicht und dann sollte ich privat ein bisschen spielen wer ist auch so verrückt und arbeitet an einem Sonntag das ist mir letztens aufgefallen das ist wirklich ein krasses Privileg weil Sonntag ist ja absoluter Arbeitstag für mich da mache ich ja wirklich heute sowieso mehr als 8 Stunden aber oft einfach 8 Stunden so mein mein Stream und dann bin ich auch damit zufrieden und eigentlich ist der Tag dann auch neben irgendwie noch Essen machen und danach meistens noch irgendwie ein Thumbnail oder so zumindest das letzte Jahr jetzt ist der Tag auf jeden Fall richtig gut gefüllt und trotzdem ist dieses Gefühl was ich als Kind auch hatte nicht weggegangen Sonntag ist für mich trotzdem ein Sonntag trotzdem freue ich mich irgendwie auf so einen Sonntag das ist irgendwie geil also teilweise kommt mir so ein Samstag noch viel unentspannter und so vor als so ein Sonntag also Sonntag habe ich auch immer so als melancholisch im Kopf gehabt früher als Kind weil dann ist am nächsten Tag wieder Montag und Schule und so da ist der Sonntag für mich jetzt geiler geworden obwohl ich es ja sozusagen zum Arbeitstag gemacht habe das ist mega schön so ich freue mich dann auch übel auf die Aufnahmen Mogi fully Maeve am nächsten Tag ich weiß einfach was mich erwartet und dass es etwas ist was mir Freude macht und das ist voll cool also die Streams auch komplett machen einfach Spaß sind anstrengend und machen Spaß das schließt sich ja nicht aus wobei Samstag auch sich immer noch anfühlt wie ein Samstag so ist es nicht aber ist nicht mehr wirklich mein Wochenende mein Wochenende habe ich jetzt immer so Dienstag und Mittwoch da ist so am wenigsten Erwartungshaltung an mich da habe ich auch am ehesten Mal so nicht Freunde die dann irgendwas planen und so also das ist natürlich Freizeit wenn ich an einem Wochenende was mit Freunden mache so aber so richtig für mich und für dieses Abcatchen mit so ein paar Dingen die ich erledigen muss und so ist es immer so Dienstag und Mittwoch also Dienstag fühlt sich eher an wie so ein Samstag beziehungsweise Montag ist so ein Freitag wenn ich die Aufnahme mit Mogi fertig habe dann ist es immer so richtig so Montagabend der ist chillig ich habe heute schon was geleistet kann mich schon mal auf morgen freuen irgendwie ein Video schnibbeln das ist geil Sonntags ist eins vom Montag also scheiße ja für viele aber da bin ich sowieso absolut dankbar und momentan halt aus diesem ich war ja nie im Hamsterrad drin das Privileg hatte ich ja auch aber ich bin auch aus diesem Gedanken gerade so ein bisschen befreit Zukunftsängste hat man so oder so aber oh nein ein bisschen entspannen durfte ich mich was spiele ich hier gerade ich kenne die Map achso Double Dash da habe ich sie gespielt ich dachte gerade wieso spiele ich die doppelt und warum bin ich so scheiße gewesen warst du schon? Geo geht doch schneller als gedacht ich habe in den letzten Monaten den Samstag als Tag der Ruhe ich habe in den letzten Monaten achso für mich außer Grund um einfach mal abzuschalten und Zeit für mich zu haben ey so ein guter Gedanke sollte ich definitiv machen anstatt immer so mehrere Tage zu halben Tagen für mich zu machen wo ich dann das Gefühl habe oh heute hast du nichts geleistet oh und am nächsten Tag dann auch so ein bisschen ja ich habe ein bisschen was gemacht na das ist mega dumm ich muss einfach einen Tag machen wo ich das darf wo ich einfach so chillen kann irgendwas nices mir koche oder so ohne das Gefühl von jo jetzt mal eben schnell kurz was essen und dann weiter oder so ähm und dann kann ich an den anderen Tagen viel produktiver sein das macht halt viel mehr Sinn ich glaube ich habe sogar mein Mi gespielt mit Rapido ich glaube da ich habe meine Gewichtsklasse extra daran angepasst ich habe mein Mi so so gemacht dass das irgendwie geklappt hat ich wollte ich war da ich war glaube ich entweder zu leicht oder zu groß eingestellt zu groß macht eigentlich keinen Sinn ich war ja schon immer also zu Mi-Zeiten war ich 1,65 groß Mach-Bike war ja in Ordnung ich hatte so Angst vor der Blue Shell aus Mario Kart Wii dieses fauchende Geräusch ist so gruselig das meinte ich vorhin sogar so ähnlich ich fand es überhaupt nicht gruselig aber ich habe das geliebt das war so richtig beeindruckend die Blue Shell ist so ein so eine Erscheinung im Leben irgendwie die ist was ganz besonderes der Sound der Look die Blue Shell ist so dass das nicht nur das seltenste Item wortwörtlich obwohl ich nicht mal weiß ob das stimmt ähm so die fühlt sich auch richtig an wie so ein Sammlerobjekt also das als als kleine Trophäe bei Mario Kart 8 war Genius wow die came mit seinen Bananen natürlich unterwegs ich fühle das gerade anders das ist gerade voll nice mit Mi hä die Steuerung ist übel geil eigentlich dürfte es sich das nicht anders steuern als das eben oder aber ich habe das Gefühl es ist richtig quick und hängt das doch auch vom Charakter ab wahrscheinlich man muss ja muss ja sonst wäre Funk ja nicht so krass ja tschuldig macht einen Unterschied Mi ist geil Ups Mi Noises wer hat das gesprochen vorher hätten sie so in Tomodachi Live geredet ich weiß nicht in Tomodachi Live reden sie so bescheuert dass es wieder geil ist aber das hier wäre so ein bisschen interessant sag ich mal die Pau Blöcke ne das Timing habe ich einfach raus ich glaube ich habe es schon mal verschissen vorhin aber da reden wir nicht drüber wir reden darüber wie nice ich diese Pau Blöcke immer überlebe krasser Typ wir sind Familie Junge man hat nichts gehört die Songs die Songs okay die sind sowieso schwach sind ah ich wollte gerade sagen jetzt bin ich raus ich habe nämlich den ersten nicht mitgekriegt ich habe den Beat nicht gehabt nicht mein Streamer wobei er ist auf Platz da kann so ein Pau Blöcke auch mal gefressen werden easy und die Junge also das hatte ich wirklich ich wusste dass das Kacke ist aber dass sie in der Katzen Mario Show aber auch den allerschlimmsten Text rausfinden und die schlimmste Stimmlage so dass man eigentlich auch die Lautstärke also man hört es halt nicht das war schon interessant da waren die Songs die ich bei so anderen Let's Plays gehört habe auf jeden Fall irgendwie besser je nach Farbe gibt es andere Stimmen oh hier in My Capri ne tu und je nach Größe glaube ich ich weiß nicht ob das dann einfach gepitcht ist wie bei Tomodachi oder nicht aber Junge guckt euch das an wie klein die Fahrer an diesem Spiel sind das finde ich so seltsam guck mal wie groß ich neben so Blumen bin in MyCardTS wird das so ein bisschen so ich meine MyCard Charaktere sind immer sehr klein einfach weil das Racing Game kommt dann besser rüber aber das hier ist doch krass was ist das denn was ist dieses Spiel das merkt man beim Fahren manchmal nicht oder weil die Blumen sehen halt klein aus aber ich bin so groß wie diese Blumen das ist schon seltsam also selbst Bowser ist winzig in diesem Spiel guckt euch das an wie winzig als wäre er er sieht eins zu eins aus als würde er in einem ferngesteuerten Auto hier so lang steuern das ist einfach dieses Radio Racers diese die Funkflitzer von wie hieß das von Tisi weißt du es noch bist du noch da so sieht der gerade aus oh ich hab gecallt ich hab einfach gegammelt dass das irgendwas ist was mich schneller macht boom also da finde ich MyCardTW echt seltsam die Itemboxen auch riesig im Vergleich zum Fahrer ich wette sie haben es gemacht weil es irgendwie sonst das Fahrgefühl gestört hat weil es irgendwie besser funktioniert hat dann oder halt wegen den zwölf Fahrern aber sowas ist halt unwichtig aber sowas triggert mich sowas finde ich dann einfach immer ein bisschen unsympathisch MyCardTW ist mir einfach unsympathisch geile Maps ich liebe gewisse Strecken aber der ganze Rest Funkflitzer war richtig? okay ach geil der Sound war unfassbar nervig aber so nostalgisch die ganze Zeit immer beim Spielen die Eltern hören es im Nebenzimmer rasten irgendwann komplett aus okay nach MyCardTW setze ich mich auf jeden Fall glaube ich wieder hin um mir erstmal was zu trinken und vielleicht einen kleinen Danisane Pudding oder sowas der Danisane Wagen auch Danisane ewig nicht gekauft direkt gemacht so einen richtig kleinen Appetiteinkauf ich bin erwachsen jetzt darf ich mir endlich Dinge kaufen die ich will mit 26 jetzt darf ich vom Fernseher essen und ins Bett wann ich will dann hab ich mein Jodel Diplom ich glaub die Anspielung hab ich auch in der Ersatzbank gemacht hat noch keiner hat noch keiner angemerkt wie bepisst ich gucke ah okay dieser Johnny Mee ja der lohnt sich in jedem Game wo Mies möglich sind wirklich ich seh ihn immer wieder gerne die Stimmen der Mies werden durch die Farben und das Geschlecht bestimmt und die Höhe der Stimme durch das Gewicht so so war's ja Bergland ich darf es noch einmal erfahren und seht ihr diesen Bloom-Effekt er macht's einfach hässlicher die Map ist so schön sie haben so schöne neue Elemente reingemacht aber dieser scheiß Licht-Effekt da drauf ich ich krieg immer vielleicht auch weil ich Brillenträger bin ich krieg immer den den Drang meine Gläser zu putzen wenn ich das seh wenn ich Minecraft Wii seh da ist einfach Fett auf der Linse drauf wie klein sind die Fahrer das fällt mir ja jetzt gerade also gerade heute besonders auf ich hätte unter diesem Zaun durchfahren können ich glaub der Mee das Mee Ding ist auch irgendwie klein das Fahrgefühl ist normal also man fühlt sich groß so aber wenn man dann näher an die Sachen ranfährt ist man so winzig winzig oh okay dann nicht sorry mein Fehler die Textur auf dem grünen Panzer sieht auch gerade sehr hässlich aus irgendwie entdecke ich gerade Dinge hier die schon nicht so hübsch sind uh okay aber Abkürzung war clean und ich weiß nicht das hatte ich auch noch in keinem anderen Malkart in Malkart Wii ich entdecke gerade alles was mich triggert irgendwie in Malkart Wii let's go habe ich immer das Gefühl wenn man den Panzer nach hinten schießt fährt der trotzdem nach vorne fühlt ihr das? der hat nämlich trotzdem diesen Schweif der irgendwie nach hinten zeigt ich habe das Gefühl der ist dann einfach langsamer hinter mir aber fährt immer noch nach vorne der wird nicht richtig nach hinten geschossen vielleicht kann ich es nochmal demonstrieren das kommt mir immer so vor als würde ich die nur so ein bisschen ablegen und die sind dann einfach ein bisschen langsam unterwegs nice good job uh so also ich glaube ich habe das immer falsch gemacht jetzt checke ich das sogar besser die Abkürzung habe ich jetzt raus hoffentlich werden wir hier nicht noch gemario kartet das ist die Sagen umwohmende Map das ist die Stelle wo Daisy einfach ihre Existenz genommen bekommen hat Johnny liebt alles außer Malkart Wii irgendwie ist es so es tut mir auch so leid für alle die dieses Spiel halt auch gerade als Kind zum ersten Mal gespielt haben und lieben und so es macht ja wirklich nicht so krass was falsch es ist ein gutes Mario Kart die Reihe ist für mich nur einfach auf einem zu hohen Niveau so und mich triggert es dass genau dieses Spiel halt für viele der beste Teil ist das fühlt sich für mich so falsch an ja das war genau das war eben so habe ich es die vorigen Runden genau so habe ich es nicht gemacht ja du hast ja nachvollziehbare Gründe oder danke es kommt mir immer so vor als würde ich so reden und alle anderen werden anderer Meinung aber das ist nicht mal so ich glaube Malkart Wii ist wirklich nicht so beliebt wie ich in der Bubble manchmal das Gefühl bekommen hatte und jetzt und ich rede und ich äh im Kopf denke ich so immer noch an Wolle und Korn die ganze Zeit wenn ich das Spiel spiele und dass ich denen das nicht mies reden will aber ich kann es echt nicht so leiden oh Gott ich will nicht fies sein ah ja Bro ich sehe dich nicht mal weil das so blendet ach so ich habe dreimal geklappt echt? ja oh shit hast du eine Minute für GameCulture? ja ich glaube sogar obwohl ne warte das war nicht die letzte okay äh was geht ne ich meine das ist der Chat, das ich gehört ach nein ähm ja easy warte bis gleich Chat kia 100 my RUF Helcopterfu so assoma so assoma so as-so as-so-a In absoluter Stille, das habe ich lange nicht mehr gemacht. Okay, ich hoffe, euch ist es gut ergangen. Buh, alle aufwachen. Faggen den Borsers Festung. Hatte ich hier vorhin nicht irgendwie eine Frage, die ich dann klären wollte, was in Malkadwee anders war? Der ist immer noch eingesperrt auf jeden Fall. Aber die Throms sehen jetzt anders aus. Philipp wollte nur klären, weil der ist bis Donnerstag weg. Deswegen musste ich mich sozusagen gerade verabschieden. Weil er demnächst schlafen geht. Und wir sehen uns jetzt erstmal ein paar Tage nicht. Da wissen wir Bescheid. Oh, oh. Es war nichts Ernstes. Habe gerade nicht hingeschaut, mich mega erschrocken. Habe ich mir schon gedacht. Das war der Plan. Oh, Waluigi, so schmerzhaft. Ich habe mich richtig gefreut gerade. Der rote Panzer ist so in Zeitlupe gedreht. Ich dachte mir so, Waluigi, bleib an der Stelle, bleib an der Stelle. Oh mein Gott, dasselbe ist nochmal. Passiert was? Ja, was sind das für Idioten. Runter von der Straße, ihr Sonntagsfahrer. Bitte nicht. Oh mein Gott. Oh, ich dachte ich snipe. Das wäre anders. Da hätte ich mich ein bisschen gefeiert. Ich kriege hier so Windschatten. Was geht ab? Ich war meilenweit von innen so weg. Nochmal Peach, komm. Tu mir nochmal den Gefallen. Oder fahr einfach rein. Oh shit. Yahoo. Mach mir erstmal Führerschein. Eben. Geht mir erstmal auf den Verkehrstrainingsplatz. Wisst ihr, was geil wäre ein Stream? Wie ich irgendwie ohne jegliche Erfahrung. Ne, das ist ja dieses typische YouTuber-Vlog-Ding-Thema. Ja, ich bin auf dem Verkehrsübungsplatz. Ich glaube ein Video dazu würde ich nicht unbedingt fühlen. Habe ich schon zu oft gesehen. Aber so als Livestream? Das wäre irgendwie mega witzig. Och, nö. Wenn ich ein bisschen mehr in Richtung Real Livestream-Equipment ausgestattet bin. Das sollten wir uns auf jeden Fall merken. Oh nein, er spricht wieder. So, was hatten wir eben? Worüber habe ich gerade geredet? Minecraft Wii einfach nur? Irgendwas wollte ich noch loswerden. Als ich kurz unterbrochen wurde. Da. Der fucking grüne Panzer. Seht ihr das? Der sieht immer aus, als würde der nicht nach hinten fliegen. Ich muss nochmal drauf achten. Obwohl ich es euch nochmal wirklich abschließend demonstrieren kann. Weil gleich ist das Spiel vorbei. Dann sehe ich das nicht mehr so schnell wieder. Let's go. Da hat jemand was verloren. Ach shit, mein Tippi ist schon wieder nicht nach oben gescrollt. Wäre ja auch zu schön. Dass Leute Minecraft Wii mögen und du nicht. Das war Thema. Das ist Thema seit drei Stunden, glaube ich. Da kann ich auch nicht aufhören. Da bin ich immer im Clinch mit meiner Persönlichkeit und mir selbst. Ich bin eine sehr... Bin ich so analytisch. Ich bin auf jeden Fall eine Person, die dann auf jeden Fall Meinung hat zu Qualität und... Wie gut etwas ist. Also wie gut es gemacht ist und so. Aber gleichzeitig denke ich mir immer, yo, ich will das aber auch niemandem schlecht reden. Und ich sehe ja die Perspektive. Boah. Und wenn jemand mir noch ein gutes Argument für die andere Perspektive geben würde, dann würde ich vielleicht meine Meinung ändern und so. Und dann höre ich nicht auf. Dann bin ich immer so im... Im Redefluss hin und her zu überlegen. Ja, es ist zwar scheiße. Ich finde das zwar scheiße. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das jemand gut findet. Oh Gott, dieses Bike. Das ist auch einfach nur so ein Moped. So ein Mofa. Wee. Der Johnny Mii. Ein Cup noch, ne? Let it go. 16 Monate. Bleib beim Team und im Stream. Das war's. Vielen, vielen lieben Dank. Bleib beim scharfen Essen. Oh, wie süß die Wolke aussieht. Die sieht zwar immer in Mario so aus, aber... Oh Gott, will ich jetzt warten, bis sie sich noch einmal rumdreht? Ja, will ich. Guck mal, die hat irgendwie so einen anderen Gesichtsausdruck. Die ist mega cute. Hydrato, vielen lieben Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, du hast eine geile Zeit. Schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Bis vielleicht Donnerstag. Hätte Nintendo bloß Double Dash Deluxe gemacht. Dann wäre ein Johnny zufrieden. Definitiv. Ne, nicht mal. Das darf ruhig einzelne Fahrer sein und so. Aber irgendwie, dass das mit den Special Items mehr aus... Einfach ein Spiel so wirken lassen, als wäre es neu. Als wäre es eine geile neue Vision. Und da sind Bikes und die Stunts auf jeden Fall cool. Aber irgendwie, der Rest wirkte so hingebaut einfach. Auch vom Look her. Hmm. Diese Wolke. Die hat irgendwie eine offensichtlichere Unterlippe oder so. Deswegen sah die so aus. Oh shit, sind das andere Credits? Sollen wir die schauen? Oder sind das die gleichen wie nach Rainbow Road? Der gute Shigi. Die fucking mies. Ausgerechnet dieser hässliche, also bewusst hässlich gemachte Meal von mir. Nichts gegen eine Person, die so aussieht. Der ist einfach absichtlich so erstellt worden. Ähm. Ich höre nichts. Was ist das denn für eine Musik? Na, die fühle ich eigentlich jetzt auch nicht unbedingt... Ja, ist so der Vibe vom DS-Teil, ne? Alle überholen. Sonnenuntergangsstimmung. Ist so ein bisschen dieses Luigi-Mario-Ding. Na, aber Mario Kart 64 ist das schon geiler. Ich weiß nicht, ob ich diese... Melancholischen Credits aus Mario Kart so fühle. Also das aus dem DS ist ikonisch. Vom Look her. Ja. Nein. Passt zum Game. Ist auf jeden Fall völlig... Macht nichts falsch. Habe ich aber auch ewig nicht mehr... Oder beziehungsweise weiß ich nicht, ob ich das jemals gehört habe. Die Credits sind mir gänzlich unbekannt. Krass, wie will ich den Song dann auch kennen. Ich kenne so alle Songs aus dem Game, außer denen. Genau wie bei... Wo war's denn? Ah ja, Mario Kart 64. Da auch den Creditsong komplett nicht mehr gewusst, wie der klingt. Und gelber Himmel, ne? Ihr wisst, wie ich dazu denke. Ist nicht so meins. Dann schon eher roter Himmel. Das ist ein Banger. Okay. Fühl ich viel mehr. Mexiko-Filter. Genau das. Die, wo dann mittendrin einfach der Song wechselt. Okay. Wisst ihr was? Das ist geil. Das ist so ein richtiger Mal-Cut-Wii-Song. Und dieses melancholische da. Ist dann so wie bei Mal-Cut-DS. So ein bisschen so ein... Emotionaler Abschluss. Das ist cool. Oh, und diese Funktion, dass man dann auf der Wii diesen Brief bekommt. Wo irgendwie drin steht. Ja, danke fürs Spielen. Und dann konntest du den noch bearbeiten und so. Das weiß ich auch noch. Also man kann wirklich nicht sagen, dass ich keine Nostalgie für das Game habe. Ich fass nur damals schon nicht so gut. Aber dieser... Dieses Bild am Ende ist auch so... Genauso cursed wie ein Double Dash. Definitiv those. Ja. Das ist fantastisch. Jo. fretful. Das ist ne gute Melodie, nices Main Theme. Yo, die Claps. Ich hab mich nie beschwert. Ich bin zu pessimistisch, was das Game angeht. Jede Kleinigkeit, die es so nicht so gut macht, ich so, äh, das ist geil. Ist der beste Track im ganzen Spiel? Ist halt das Main Theme oder wo läuft der? Man kennt ihn doch. Das ist einfach das Opening. Das war die Musiktheorie. Was ist das noch? Kriege ich das Bessere noch, wenn ich jetzt den anderen Cup mache? Ja, es sieht genauso aus wie bei Double Dash. Es ist derselbe Drop Shadow irgendwie. Einfach so ein Screenshot von einer der Maps und dann diese Bilder da drauf geklatscht, aber auch viel zu bunt, aber ich mag's. Oh wait, ist mein Filter noch drauf? Vielleicht ist es noch bunter als für mich, ne? Den wir für DS drin hatten? Nee, ich glaub, er ist nicht drauf. Okay. Wait, doch ist er. Oh. Es hat aber eigentlich keinen großen Unterschied gemacht. Hätte ich bei DS ein bisschen, bisschen cooler einstellen können. Alter, der Johnny mit dem Mario und der Peach, der so einen Blick noch genießen hat. Was für ein Abend. Krasser Abend. Das Erinnerungsfoto wurde an die Wii-Pinnwand geheftet. Der Shit, den meinte ich. Achte darauf, ach Gott, achte darauf, dass du nicht zu viele an der Pinnwand hast. Das gucken wir uns an. Wait, das vergesse ich bestimmt wieder, aber einen Cup müssen wir ja noch machen. Das ist jetzt dasselbe wie bei, ich guck mir die Autos an. Einen Cup fehlt noch. Good Job. Den müssen wir auch mit Johnny machen. Johnny hat gut funktioniert. Die letzten beiden finalen Cups. Aber wer auch immer, wer auch immer dachte, dieses Spiel würde ein Problem für mich abgeben. Der hat zuerst noch gedacht, oha, da ist was dran. Aber ich dachte schon. Also mittlerweile wäre jede Wette für jeden Cup auf jeden Fall gewonnen worden. Jetzt fühlt es sich an, wie jedes andere Mal gehört. Jetzt darf er aber wieder leiser. Habe ich auch kurz vergessen. Ist so gut. Oh, der ist noch zu laut. Er ist noch zu laut, oder? Ich dachte, ich hätte leiser gemacht, aber er ist erstaunlich laut immer noch. Oh, geil. Den gönne ich mir direkt. Ich erinnere mich genau. Ich meine, es klang ja auch genau so, weil es der selbe mies ist, aber genau so klang das früher. Beziehungsweise, wie kann das zu laut sein? Audio Setup ist das Schrecklichste am Stream möglich. Ach ja, kennst du eigentlich Mario Kart Wii Deluxe? Das ist ein Fan-Mod mit sehr, sehr vielen Strecken von Fans und da waren auch echt coole Strecken bei. Ich glaube, Deluxe kenne ich nicht. Das klingt auf jeden Fall interessant. Ich kenne auf jeden Fall so ein paar Custom-Track-Roms halt, so von damals vor allem. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass mittlerweile da so richtig High-Quality-Stuff dabei ist. Ich meine, wäre eigentlich geil, aber an sich, oh Gott, ich bin halt echt nicht der Mario Kart Wii Spieler so. Da würde ich fast lieber andere Games mir angucken. Ist natürlich lange nicht so eine krasse Hacker- und ROM-Szene oder Mod-Szene wie für Mario Kart Wii, aber ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich links oder rechts vorbei will. Das war weird. Boah, der Sniper ist unterwegs. Der war doch nice. Aber ich habe das Gefühl, in keinem Spiel hatte ich so wirklich ein gutes Gefühl für grüne Panzer als wie in DS und Minecraft 8. Also auch hier finde ich die ein bisschen willkürlich irgendwie. Ich weiß immer nicht ganz, wovon das abhängt. In welche Richtung die so ein bisschen wegdriften. Ich habe schon Double Dash Custom-Tracks gesehen. Ja, safe. Gibt's bestimmt. Aber ich glaube, hierfür gibt's die meisten und somit auch die coolsten, denke ich mal. Könnte ich mich auf jeden Fall mit auseinandersetzen. Das war nie geplant. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Der war seltsam, dass man da immer so an der Wand direkt im rechten Winkel gefahren ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zum Glück sehen wir das noch. Oh scheiße. Hahaha. Och man. Wir hatten gar nicht die ganze Zeit über dieses Item nicht. Im ganzen Playthrough, oder? Den hatten nur andere. Scheiße. Elfter Platz. Netter Einstieg. Okay. Vielleicht Zehnter. Vielleicht doch Elfter. Okay. Hm. Kann man machen. Wüstenstrecken sowieso nicht so meins. Aber die ist eigentlich echt okay. Ich mag nur die riesige Ruine nicht. Die ist mir zu leer. Aber dass der Sand jede Runde ansteigt, ist cool. Ich liebe das Wort Queruland. Und deswegen nutze ich's. Die ist so schön. Oh mein Gott. Ja. Da sind sie. So soll's nämlich sein. Falls ihr euch an Noclip erinnert. Das sind die. Die kopflose Peach und der Mond. Auf dem Mond ist einfach auch so ein Mii jetzt drauf. Da war glaube ich Marios Gesicht eigentlich, ne? Der wird einfach überdeckt. Autsch. Okay. Fahren wir da, wo die Reifenspuren hochführen, hoch. Das finde ich auch richtig cool gemacht. Also Mondblickstraße ist wirklich so ein absolutes Musterbeispiel dafür, dass ich die Maps hier liebe. Das ist eine der besten Maps der ganzen Reihe. Definitiv. Vom Look. Ihr kennt es. Nachts Auto fahren. Viel besser als Pilz City. Vom Layout. Also vom Fahrspaß her. Mit den ganzen Schnellstreifen. Mit diesen Mautschranken. Der Anfang überhaupt mit diesem, dass man eher so wie so eine Mischung aus... Ach du Scheiße. Aus Pilzpass und Pilz City. Die Strecken mag ich sowieso alle ziemlich gern immer. Aber die hier ist besonders gut. Und ähm... Die ganzen Details. Die Details haben wir uns auch nochmal angeguckt. Auf einer eigenen Webseite dafür. Noclip-Website heißt das. Deswegen habe ich das gerade gesagt. Halleluja. Okay aber ich bin echt scheiße. Also so kriegen wir keinen Pokal. Oh Leute, als man da einen Stunt machen kann. Das war sick. Das war irgendwie geil. Da habe ich gerade bisschen... Bisschen recovered. Wieso will ich snaken? Ja und hier die ganzen Plakate und 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 das Licht und so. Da ist der Blumeneffekt auch echt nicht so verkehrt. Weil das ist so ein Las Vegas, New York Ding hier. Da passt das rein. Wow. Fucking Bob-Oms. Ach ja stimmt. Das war hier ja auch besonders. Der Gegenverkehr ist hier viel schneller. Oder der Verkehr generell glaube ich. Ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall habe ich hier immer am meisten drauf geachtet. Nicht in den Gegenverkehr zu rasen. Das war nie so smart. Holy Shit ist ja gut. Gib mir wenigstens ein Item. Okay. Nein, ich dachte ich kriege den. Okay, es hat sich nichts geändert. Die Pilze einzusetzen war echt in Ordnung. Guten Morgen. Wow, der Laster. What the fuck? Aber überlebt. Powerblock. Kommt mich nicht verarschen. Ach du Scheiße. Ich fahre wie der letzte Dulli. Aber es ist auch wirklich das gesamte Feld grad einfach in die Luft geflogen. Wir hätten genauso gut über so ein Minenfeld grad fahren können. Das wäre derselbe Outcome gewesen. Die hassen dich. Ich dachte grad du hast mir. Ich dachte grad wir haben doch gar keine Wetter am Laufen. Oh mein Gott so cheap. Jetzt hole ich mir hier den Sieg wegen dem Kugel Willi. So muss das sein. Easy win. Skill. Skill. Das war mega geil irgendwie gerade. Wann kann 8 Momente. Oder? Also davor glaubst du. Glaub ich meinst du. An der Wand fahren. Als der Mond ins Ghetto in mein Pilzkönigreich gestürzt ist. Wenn der Mond in mein. Man hat nicht wirklich was mit zwei Silben. Mit Mario. Der Mond in mein. Mushroom. Kracht. Oh man. Commentary. Hier passt das Scaling aber wieder ganz gut. Das glaub ich nicht. Ich hab nicht drauf geachtet gerade. Aber ich. Ich bin mir ziemlich sicher. Wir hätten easy unter der Schranke durchgepasst. Es sieht zwar nicht so aus. Aber. Wenn man dann da stehen bleibt. Und näher ran. Fährt so. Dann. Dann ist das meistens insane wie klein man ist. Ich glaub hier. Ja. Ich mein. Man ist gerade so groß wie diese. Wie diese Randteile hier so. Aber das kann schon sein. Dass es in den anderen Spielen auch so ist. Also man ist schon in allen Mario Karts ziemlich klein. Sonst sieht das glaub ich einfach falsch aus. Hat mich das grad gerettet? Wär ich grad. Wär ich grad. Wie hab ich das geschafft? Wär ich grad einfach da in den. In den. Holy shit. Ist ja gut. Ähm. In die Lava geflogen. Hätte der Feuer bei mich nicht noch erwischt. Ich bin grad wieder so lucky. Der ganze Cup. Ich bin echt schlecht. Aber der erste Platz gerade hat einige. Also sonst hätten wir den Goldpokal schon vergessen können. Das war schon geil. Das war schon geil. Und da ist das Plakat. Mit Buhu und Knochentrocken als Team. Die ihren eigenen YouTube Channel aufgemacht haben. Kann ich nächste Runde nochmal kurz zeigen. Yo. Homen die? Hat Mark Country eingebaute Zielsuche bei den grünen Panzern. Dass die so ein bisschen mehr. Schon mal in die Richtung losgeschickt werden. Das wäre irgendwie cool. Gleichzeitig auch richtig fies. Aber das würde auf jeden Fall bei dem Online Spiel ein bisschen Sinn machen. Weil sonst trifft man ja nie. Sonst trifft man ja wirklich nur aus reinem Zufall. Ich glaube das macht sogar Sinn hier einfach mit dem Pilz lang. Nice. Doch. Bin zufrieden. Ich. Ich. Ich freue mich auf Mario Kart 7. Ich hoffe ich habe da die Steuerung noch raus. Weil die ist so ein bisschen anders als Mario Kart 8. Das wird ganz seltsam. Mario Kart 8 habe ich ja voll raus. Da ist das Plakat übrigens. Ähm. Jo. Äh. nur irgendwie so ein bisschen abgespeckter. So eine etwas andere Version von Mario Kart 8. Aber mit meinen Mario Kart Wii Fahrskills bin ich jetzt doch am Ende relativ zufrieden. Okay. Hab paar coole Moves auf jeden Fall gemacht. Der gehört nicht dazu. Der knochentrocken reitende Buhu war tatsächlich lange mein Profilbild. Was? Also doch. Irgendwas war doch da. Wer hat mir das denn erzählt? Warst du das Knochi? Oder Mogi? Oder Wollo? Wer hat mir erzählt, dass er lange dachte, Knochi und Buhu sind so geschippt wie so Birdo und Yoshi und Daisy und Luigi wegen diesem Spiel halt. Seht mal wie klein man ist in Mario Kart Wii. Das ist doch bescheuert. Schlechtes Spiel. Einfach nur wegen der Scale. Das hat nichts mehr mit einem Racing Game zu tun. Jetzt wollte ich euch grad das Plakat nochmal zeigen. Und dann habe ich die Scheiße hier auf dem Kopf. Ja gut. Wäre so oder so schlecht für mich ausgegangen glaube ich. Oh, bitte nicht verbrennen. Let's go! Dritter ist okay. Vollkommen okay. Bestimmt dachte, dass Riki kann sein. Also ich war es sicher nicht, da ich die Primär aus einem anderen Spiel kenne. Die Charaktere oder die Theorie, dass sie zusammen sind? Mario Kart Wii ist einfach ein Minispiel in Mario Party DS. Ah, genau. Die sind einfach nur vom, vom, von diesem Stab geschrumpft worden. Aber die ist auch einfach geil. Die Regenbogen ist schwer. Das ist seltsam, dieser Ring, aber ansonsten ist sie perfekt. So eine geile Rainbow Road. Oh mein Gott, wir dürfen ja heute Mario Kart 7's Rainbow Road spielen. Wie oft ich über die schwärme, aber einfach nie das Game mal einlege und sie spiele. Heute habe ich einen Grund, Mario Kart 7's Rainbow Road zu spielen. Das wird ein Fest. Das wird einfach nur geil. Die würde ich am liebsten zweimal spielen, die hat ja nur eine Runde. Ach, come on. Schaut euch die Farben an, ja! Die ist wirklich geil. Also ich muss sagen, der Boden, den mag ich in Malka Double Dash lieber, aber der ist hier genauso, der ist nice. Wieso war da überhaupt noch jemand? Ich bin doch schon einmal runtergefallen. Wie kann es sein, dass immer noch jemand mit mir dieselbe scheiß Rampe nehmen wollte? Lasst mich doch alle in Ruhe, Alter. Ich will die Farben hier genießen, ich will Mario Galaxy Vibes genießen mit den Sternen, äh, also sowohl mit den Sternenringen als auch mit den Sternen. Oha, Skiller! Wie habe ich das Item verpasst? Die Sternenteile! Ich will diesen schlecht ausgeschnittenen Saturn irgendwo sehen. Der wäre, das wäre es jetzt. Wenn wir den irgendwie, da hinten, da ist er! Oh, da ist irgendwas davor. Ah, okay, nur so Sternteile. Ne, man sieht es nicht. Ist auf jeden Fall nur zu erkennen, wenn man näher heranschaut. Also, haben sie es smart gelöst. Ich glaube, unter uns ist doch so eine relativ, okay, detailgetreue Erde. Ich dachte irgendwie, das wäre so eine Mega-Erde, wo alles auf einer Halbkugel wäre, aber ich glaube, das kommt sogar hin. Sollte relativ globusgetreu sein. Jo, jetzt sehen wir ihn nochmal. Komm schon. Fall jetzt da nicht rein. Okay. Ja, nochmal ein paar Leute platt machen damit. So will ich das sehen. Jetzt haben wir alle Items. Ich frage mich, ob ich noch irgendein Item vielleicht heute verpasst habe, was wir so nie gesehen haben. Gut, bei Double Dash hatte ich natürlich selber nie ein anderes. So hat man vielleicht die Herzen nicht gesehen, was so ein übel geniales Item aus Double Dash ist. Die Herzen von Daisy und Peach sind so kreativ, das ist so geil. Die klauen einfach das Item, was sie trifft. Das heißt auch andere Spezial-Items und so und haben das dann einfach selber. Warum gab es nie wieder so eine Fähigkeit? Das muss ja nicht mal als Special-Move oder so sein. Ich fände so ein Item so cool. So ein richtig seltenes geiles Abwehr-Item, wo alles, was dich trifft, einfach absorbiert wird und in deinen Items-Lot kommt. Oh! Holy Shit! Das war Tanz mit dem, weiß ich auch nicht. Tim, vielen lieben Dank für den Raid, grüßt euch, macht's euch bequem. Ich glaube, ihr seht, was hier abgeht. Ich bin am Ende von MarioCut Wii angelangt auf meiner Quest, alle 3D-MarioCuts heute durchzuspielen. Das heißt, uns fehlen nur noch zwei Games, MarioCut 7 und 8. Oder? Ja. Ab jetzt sind sie nummeriert. Aber, äh, äh, ähm, MarioCut 8 ist ein Brocken. Also, wir sitzen noch, wir brauchen noch ein bisschen. MarioCut 7 dauert noch. Und dann noch MarioCut 8. Ich sitze hier bestimmt bis 2, 3 Uhr morgens. Yo, what the fuck, wie viele? Ey, lass mich kurz ins Ziel fahren. Dann verschaffe ich mir einen kleinen Überblick. Weil dann haben wir hier auch die, die Credits. Oh nein! Nein, 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 nein. Okay, erster wäre ich wahrscheinlich sowieso nicht geworden. Er hat ja voll den Abstand zu den nächsten. Let's go! Vielen, vielen lieben Dank, E.T. 8! Für 10 Gifted Subs, man. Bro, vielen Dank für die Unterstützung. Danke fürs Einschalten. Wir haben MarioCut Wii durch. Sehr stark. Die Gifted Subs gehen an. Space Fox, Mr. Prunkvoll, Prunkvoll, The Motion, The Grumpy Kev, Caligo Hearts, Alucos, Tyler Watch, Eddie McMurlin, René To Go, ich verleihe Brennholz. Vielen, vielen lieben Dank. Oh, E.T. 8 hat davor schon, ich wollte gerade sagen, das waren nicht alle, ne? Ich dachte 10 ist, das klang mehr, das klang nach mehr als 10. Davor waren doch schon mal welche. Hä, was passiert hier, Alter? Sind das 30 Stück? Also hier hat Tim geradet. Dann kamen 10 Stück. Dann kamen nochmal 10 Stück. Es sind 20, oder? Gönn dir die Credits. Herz in den Chat. Eine Lawine will ich sehen. Vielen, vielen lieben Dank, E.T. 8, für die tatkräftige Unterstützung, man. Jesus Christ. Das heißt, übertreib halt deine Lage. Animeheaven.de. Danke für den Raid, grüßt euch, macht's euch bequem. Auch ihr seht, was hier gerade passiert, glaube ich. Vielen, vielen lieben Dank. CaptainMulle, Basti310801, Ritengo, Lichwrath, TheHolyCurvo, Emilytoon, Mafadas, Poisonjenny, Zero Poisonjenny0, RingoFan und DentoArmy, auch ihr. Bedankt euch bei E.T. 8 für die Gifted Subs. Bro, holy shit. Entspann dich. Entspann dich. Kerbo wieder. Kerbo immer am Abstauben von Gifted Subs. So ist das. Alter, ich hab das jetzt nicht weggelegt. Okay. Ich wollte die ganze Zeit schon die Credits triggern und ich hab immer vergessen zu drücken. Bin ich überhaupt Erster geworden? Insgesamt? Ich glaube, ich hab grad einen Silberpokal bekommen, oder? Aber das zählt trotzdem. Okay, es scheinen dieselben Credits zu sein. Aber diesmal bin ich auf dem Schild, okay? Darum heiße ich Kerbo. True. Nummer 1. Nummer 2. Oh, holy shit. Phillip soll ja schlafen. Ab dem Punkt muss ich das, glaube ich, auf jeden Fall jetzt lassen. Er ist bestimmt noch nicht im Bett, aber so gut wie. Nummer 3. Oh nein, der wird so laut. Nee, das geht nicht, Alter. Das sind Schüsse. Weißt du, im Elternhaus hab ich noch das Gefühl gehabt, der Raum ist so relativ... zu den Nachbarn nicht so laut. Aber Phillip ist direkt hier neben. Okay, aber eins kriegst du noch. Eins soll noch sein. Der war ertragbar. Vielen, vielen Dank, ETA. Das war doch nicht nötig, Mann. Und das war mal Cut We. Haben wir schon gesehen, oder? Die kann ich jetzt weg machen. Die haben wir ein bisschen zu früh enjoyed, weil ich dachte, vielleicht sind die anders. Weiß irgendjemand, ob sich das noch ändert? Also, ob das einen Unterschied zwischen den beiden gibt. Jeden Sonn- und Donnerstag wird in Johnnys neuer Wohnung herumgeschossen. Ähm, ich hör da laute Geräusche, tatsächlich donnerstags und sonntags vermehrt. Was ist da los? Herr, ich wollte grad meinen Namen sagen. Ich wollte mich den Nachbarn eigentlich auch vorstellen, bevor ich das mache. Und denen dann sagen, yo, falls das irgendwie zu laut ist, falls ich laut rede, falls sie das mitkriegen. Sie wissen Bescheid, was da abgeht. Ähm, sie dürfen mir immer Bescheid sagen, wenn's zu leise ist. Natürlich war ich so sozial inkompetent, mich überhaupt da zu melden oder da so zu klopfen. Wann klopft man bei fremden Menschen so einfach? Wann kann ich davon ausgehen, dass es die grad nicht übel abfuckt oder dass sie zuhause sind oder so? Beziehungsweise, ich hatte auch echt nicht viel Zeit jetzt. Irgendwie, ich bin so hier, aber gefühlt bin ich gestern eingezogen. Vielleicht, vielleicht mach ich's noch irgendwann. Wenn ich das jetzt schon so sage, wird's nicht passieren. Die Statue, Johnny, die Statue! Scheiß, ich hab nicht hingeschaut. Aber ich war eben schon die Statue. Was war denn die Statue? Die Pinnwand vergesse ich nicht. Habt ihr ne Pinnwand im Flur oder sowas? Ne. Aber da können... Oder, vielleicht hab ich sie noch nicht gesehen. Da könnte ich das natürlich machen, aber irgendwie find ich das auch unangenehm, so. Ich bin ne neue Mieter, ich arbeite... Ich mein, wenn man mich eh nicht hört, so, dann muss das nicht jeder wissen. Ich würd' eher so auf Undercover sagen, jo, haben sie am Sonntag oder Donnerstag irgendwas wahrgenommen? Haben sie sich gestört gefühlt? Einfach machen, ja, ja. Ja, ich muss über meinen Schatten springen. Ist schon cooler. 7 Uhr morgens auf jeden Fall. Was? So, weg damit. Hey, warte, es gab noch ein anderes Bild. Das kriegt man wahrscheinlich nur, wenn... Ja, auch das möchte ich mir noch anheften. Das kriegt man nur, wenn man alle Cups auf Gold hat. Das hatte ich damals natürlich. Da war ich noch Completionist. Beziehungsweise, ich fand's später einfach mega ungeil, mal Kart 8 und so, das alles zu holen. War lange nicht so satisfying. Mit den Münzen. Das andere ist bei Spiegel. Ich glaub, man muss alles holen. Alle Gold, ne, da hat man ja den Spielstand, da sind diese Stempel oder diese... Die sind ein bisschen aus wie Schallplatten. Was ist das eigentlich? Äh... Und die sollen Gold sein. Beziehungsweise, dann gibt's bestimmt irgendwas Besonderes. Yeah! Die Wii war auch so interessant. Glückwunsch, Johnny! Du hast Pokale in allen Cups erhalten. Als Anerkennung für diese Leistung möchten wir dir ein Erinnerungsfoto schenken. Vielen Dank fürs Spielen. Wir wünschen dir auch weiterhin viel Spaß mit Minecraft Wii. So ein richtiges Dokument. Das ist schon cool. Naja. Ja gut, dann äh... Ein bisschen Speicherplatz. Das darf hier ja... Also ich... Müll mir den Scheiß hier doch jetzt nicht damit zu. So. Brauch ich die Wii-Firming heute nochmal? Ansonsten bin ich froh, dass die nicht auch noch ihren Geist aufgegeben hat. Weil ich glaub, ich hab keine Batterien. Darüber hab ich noch gar nicht nachgedacht. Ich muss dringend Batterien kaufen. Oha! Ne, sollte passen. Ich glaube, wir sind in der Lage, die nächsten zwei Mario Cards zu spielen. Ich bin eben was zu trinken holen. Und vielleicht auf Toilette. Bietet sich an. Ganzes mit dem Gameboy-Printer drucken. Ja wirklich, oder? Wofür war das? Ist schon cool, ist niedlich, aber... Hatte das wirklich einen Sinn? Wahrscheinlich einfach so ein Gefühl von... Ja, die waren ja der Zeit voraus. Die hätten... Nintendo hätte iPads und iPhones und so erfinden müssen. Mit dem DS und mit der Wii irgendwie. Die hatten so gewisse Oberflächen und so. Das war schon fast wie so ein... Betriebsprogramm. So klein... Also als wäre es so ein E-Mail-Eingang nur halt nur für ihre... simplen Dinge. Pikto-Chat und so. Alles coole Sachen, aber in viel zu kleiner Ausführung. Bis gleich. MarioCard7. Macht euch bereit? Was für ein Banger... Was für ein... Banger-Song wollt ihr hören? Den dreh ich richtig laut. Irgendwas aus MarioCard... Aus der MarioCard-Reihe. So, dann schmeiß ich jetzt auch mein 3DS an. Ja, parallel zu mir zocken. Natürlich. Bietet sich mega an. Voll gut. Endlich die guten MarioCards. Oder... MarioCard 8 wird zu lange dauern. Oh Gott. Mushroom Bridge. Mmmh. Double Dash Rainbow Road hatte ich auch gedacht. Coconut Maul dachte ich auch. Das war mein erster Gedanke gerade. Aber das hatten wir jetzt nicht schon so oft. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Äh, Taguru. Tagaru. Danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, du wirst Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, ich habe auch wirklich lange gebraucht für die Spiele tatsächlich. Ich bin ein langsamer Gamer irgendwie. Mushroom Factory finde ich auch stark. Ähm... Ja, so ein richtiger Banger ist halt schon Coconut Maul, ne? Der geht richtig ab. Waluigi Pinboy. Ich habe vorhin drüber gesprochen. Machen wir die Mario... Luigi Pinboy... Brawl Version. Die war krass. Bis gleich. So. Zeit nochmal alle mit Misophonie ein bisschen zu triggern. Das ist ja jetzt hier unten. Ich hoffe, euch geht's gut. Die habe ich mir extra für den Stream... gegönnt. Crunch Chips. Wow. Was auch immer. Äh... Terrifying... Terrifying Jarapeño and Cream Cheese. Inferno. Mh... 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 Boah, also... Die letzten Jahre habe ich immer so... Jarapeño Chips und so... Peperoni Chips und Paprika Chips probiert. Ich glaube, Grilled Paprika war auch so. Die sind so... Die haben so einen echten Paprika Geschmack. Das ist richtig geil. Boah, die sind ja mega. Mh... Holy Shit. Mh... 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 Habe ich gar nicht auf Vollbild gemacht. Mh... 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 Aber scharf. Mh... 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 Die schmecken richtig geil nach Jalapeño und so ein bisschen das Frischkäse-Ding eignet sich sehr gut Wieso erkennst du jetzt wieder den Bildschirm nicht? Wurde keine weitere Anzeige erkannt Jetzt ist das Problem doch noch woanders als nur bei dem Bei der Wii U Okay, how about now Ich hätte gerne meinen zweiten PC-Bildschirm wieder, wenn das gehen würde Was ist denn anders? Ich habe das Setup genau wie zu Hause, also Das dauert noch bis ich hierzu zu Hause sage glaube ich, ich sage dann immer noch so zu Hause Der Cam sieht so fresh aus, ja die Beleuchtung ist halt viel besser also das 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 ging durch das Fenster oder ich weiß nicht Wodurch genau ist hier so viel besser funktioniert, aber hi Maeve, Dankeschön Ja Das liegt daran wie wie die Beleuchtung hier funktioniert, dass ich das auch viel besser Hier hier, hier konnte jetzt endlich auch eine Lampe hin und so Das ging vorher nicht, da war einfach direkt eine Wand und ich habe jetzt ein Key Light Holy shit, that's huge Oh mein Gott Der ging einfach nicht in meinen Mund Wo ist das Problem? Das Kabel vom Bildschirm ist das hier Das geht hier rein Sorry, ich würde das, ich würde gerne das nächste Spiel starten, weil wir sitzen hier wirklich lange, es ist gleich 11 Uhr Und ich habe, ich habe das Gefühl, wir spielen bis 4 Uhr morgens Ich weiß nicht warum es bei mir so viel länger dauert, aber Die zwei Cups die ich in MyCardie verkackt habe, haben anscheinend den Unterschied gemacht Und mein Bildschirm funktioniert nicht mehr Das war vorhin schon komisch, aber jetzt Jetzt weiß ich vielleicht gar nicht mehr, was abgeht Okay, hier gibt ein HDMI-Kabel Hier hin Okay, zur Not muss ich einfach ohne HDMI-Splitter arbeiten, dann muss es ja eigentlich gehen Ja, ich glaube mein Splitter, jetzt habe ich es geschafft, mein Splitter funktioniert nicht mehr Ich kann nur noch einen Slot Meines, nicht Splitters, meines HDMI-Switches nutzen Die anderen sind dead Läuft Da freuen wir uns doch Kann ich direkt einen neuen kaufen Egal, erstmal das neue Setup bauen Manchmal ist Technik, braucht nur einen Neustart oder so, vielleicht geht es dann einfach wieder Manchmal ist es so, von Zauberhand geht es plötzlich wieder Man denkt sich so, ach, kein Bock mich jetzt darum zu kümmern Und irgendwie ist das Problem dann manchmal weg Ist auch eine gute Strat, oder? Macht man, macht man gerne so Ist meist von Erfolg gekrönt Braucht ihr den Bottom Screen Für Mario Kart 7 ist jetzt die Frage Ist das wirklich so Also in Mario Kart DS War es relativ cool, den einzublenden Aber hier finde ich, ich will das Bild jetzt nicht kleiner machen Mario Kart 7 ist fast 16 zu 9 Da kann man auch fast Vollbild machen Da finde ich meine Cam Mache ich bei den 16 zu 9 Spielen auch immer drüber Ist okay Aber das Diesen Diesen Bottom Screen Wir schauen mal, ob es da was Sinnvolles für euch gibt Ui, das wird sogar interessant Da war gerade irgendwie gar Da war nichts freigeschaltet Okay Wir starten Standardmäßig gibt es die Bolide jetzt schon War die auch in diesem Spiel Ich bin mir gerade nicht sicher Mach mal das Ding Oh, ich hab keine Räder Nicht viele auf jeden Fall Würde sich das steuern wie Mario Kart 8 Das erste Mal Das Feature mit dem Bauen Wer hat denn alle Retro Cups und nicht die neuen gespielt? Let's go Let's go Rein da Kategorie Willst du nicht auf Linux wechseln? Das soll so viel besser laufen als Windows 10 So, braucht ihr den Bottom Screen? Mario Kart Ah, Hilfe, es geht los Oh Gott, wie die sich Die pumpen sich ja richtig auf Oh, Minecraft 7 sind richtig gut ausemuliert, oder? So, die Auflösung ist halt viel, viel höher Das wird interesting Lange nicht mehr, ich hab so lange nicht mehr Mario Kart 7 gespielt Ich werde so Glaube ich, so überrascht von einigen Maps sein Das habe ich noch weniger auswendig Die Tracks eventuell Das habe ich auch am wenigsten gespielt Von allen Mario Karts Weil halt Mario Kart 8 auch so ewig schon existiert Aber es war geil Mario Kart 7 So So sehr Meinen Augen eigentlich nicht getraut Oh, ich muss eventuell noch ein bisschen was gegen Lags tun Wie es gerade aussieht Ich dachte eigentlich gestern, dass das geht, aber Ja Scheint zu passen Ich habe gestern extra noch so eine Einstellung gemacht Dass es besser läuft Und ich dachte, dann ist es gut Aber Oh 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 mein Gott, ich voll Was habe ich mir dabei gerade gedacht? Oh, ich kann trotzdem Stunt machen Das war relativ nett Das sieht richtig so Krasser aus, als ich es in Erinnerung habe Sogar noch Vielleicht im Vergleich zu Mario Kart Wii oder so Die Kirschblüten Stage wird wundervoll sein, glaube ich Vielleicht auch im Vergleich zu Mario Kart 8 Denke ich so Oha, das sieht voll gut aus Weil sie in Mario Kart 8 wirklich nicht so viel getan haben Beziehungsweise in Mario Kart Tour, ne? Ja, aber die Frames sind ein bisschen schwierig Also ich kann so spielen, aber stört euch das? Ups Bottom Screen ist echt nicht schlecht Aber es ist etwas seltsam, wie ihr da so halb über dem Bild hängt Ist es auf jeden Fall Aber ich will doch nicht, dass jetzt so Ich hasse 3DS-Setups, wenn man da so den Bottom Screen hat Und dann den eigentlich voll geilen Screen in so In so kleiner Ich mag das schon, wenn man so So groß wie möglich das Gameplay hat Aber der ist doch nicht wichtig Der ist doch für euch nicht wichtig Der ist für mich wichtig beim Fahren, oder? Okay, war es hier eigentlich schon möglich Mit dem Pilz auch auszuweichen? Ich schaue gleich auf jeden Fall nochmal wegen Frames Dass ich so ein paar auf jeden Fall skippen kann Weil es ist gerade ein bisschen laggy Aber ansonsten beeindruckend gut aussehendes Spiel Für den 3DS-Junge Als ich den Trailer gesehen habe Ich dachte mir so, holy shit Wie kann das schon aussehen wie Gamecube? Das sieht besser aus als Double Dash Vor allem teilweise besser als Wii Ich meine nicht wirklich, ne? Aber man gibt dem immer so ein bisschen noch so ein Weil es auf dem DS ist So ein bisschen das Gefühl von Oh, du siehst ja noch krasser aus Ich kann es eigentlich nicht so gut beurteilen So, einmal kurz nochmal grafiken Advanced Shader, ne, muss nicht, oder? Es gibt doch Saves und Frameskip So eine Frameskip-Option Debugging? Ne, oder? Doch Nein Emulation Ich meine, es ist in Ordnung Wir können es so spielen Aber so ein ganz bisschen smoother könnte es noch laufen CPU Speed Nee Audio Eventuell sogar so, dass es nicht Gesynkt sein muss Und dann Geht es besser Nee, Audio Stretching ist aktiviert Sollte gut sein Shit Ich hätte mich mit dem Emulator mehr auseinandersetzen müssen Bei Dismune weiß ich immer so ein bisschen, was abgeht Emulation Speed erhöhen einfach Was passiert jetzt? Yo, das ist doch gut Damit werden wir heute noch fertig Wenn wir so spielen Ja, so habe ich das in Erinnerung Die Musik ist auch in Markkart 8 wie in Markkart 7, oder? Wenn die Strecken vorgestellt werden Hilfe Oh mein fucking Gott Wee Ja, guck mal So ist doch so ein Markkart Alle Markkarts am Stück spielen Im Stream ganz, ganz nice eigentlich Also die Frames kommen damit zurecht Ja, das heißt, es gibt definitiv noch eine Option Dass es besser Dass es flüssiger laufen kann Wenn es so schnell laufen kann auch Ich muss es nur irgendwo finden Obwohl Nee Nee, ich glaube, das hat damit gar nichts zu tun Ich glaube, ich habe scheiße gearbeitet Ja, okay Okay, reicht Wie schnell kann man das machen? Ich will es gar nicht wissen Das war auf jeden Fall Oh Gott, wo war es jetzt? Hier Oh Junge Du kannst es mir nicht erzählen Ich Ihr seht es nicht, oder? Nee Ich bin gerade einfach Auf 95% Und wenn ich ein Pixel weitergehe Es ist auf 105% Und man kann die Zahlen nicht eingeben Wäre einfach nice Die 100 zu hitten Würde sich das nicht einfach gut anfühlen 105 95 Nein Größter Fehler, den ich hier gemacht habe Okay Das versuchen wir noch Nein, scheiße Jetzt habe ich ja das erste Die erste Jetzt muss ich das erste Rennen nochmal spielen Hä, was ist passiert? Ist gerade alles abgestorben? Oh Junge, ich habe das gestern eingerichtet Und jetzt Wieso findet er die Spiele nicht mal mehr? Ich weiß nicht, wo die sind Also die waren noch da Ich habe ja mal 3D Land gespielt Oh bitte Sag mir, die sind einfach da Dass ich gründlich war Nein, war ich nicht Ich war nicht gründlich Ich weiß nicht, wo die ROMs sind Ey, wir konnten eben spielen Und jetzt ist alles gestorben Ich meine, die Suchfunktion sollte helfen, aber Ja, hier Aber das ist jetzt so unnötig Zeitverschwendung Doch Doch, 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 doch Ich bin dumm Also das wusstet ihr schon, aber Jetzt ist der scheiß Screen falsch Okay, das sollte aber kein Problem sein Oh, ich wette Jetzt sind auch meine Meine, meine Steuerung Oh, mein Controller Ist nicht mal mehr eingerichtet Muss Was habe ich getan Dass ich nur die scheiß Speed Eingestellt habe Und dann ist alles verreckt Ich meine, vielleicht ist die Emulation Jetzt trotzdem besser Vor allem ist er auf einmal auf Deutsch Der war eben nicht auf Deutsch Hm A, B, X, Y, Steuerkreuz links, rechts, hoch, runter Schiebepeddel links, rechts, hoch, runter Analog sich festlegen Ah Cheer 100, hey Johnny Warum formatierst du nicht gleich deine Festplatte? D So fühle ich mich gerade Ich wollte nur ein paar Frames eventuell Die mich ein bisschen gestört haben ändern Auf einmal DE installiere ich einfach das Game Musste so kommen Musste echt so kommen C-Stick brauche ich doch gar nicht Den gibt es doch gar nicht Schulterknöpfe Die Chips sind so gut Das sind so gute Chips Chips ZL Ach ne, das ist falsch, oder? Das habe ich es genau falsch rum gemacht Seit wann hat der 3DS denn ZL und ZR? Das triggert mich bestimmt gleich Weil es nicht so eingestellt ist, wie ich es geil finde Das geht schon mal Funktionieren jetzt die Funktionieren die Knöpfe? Und wenn du 3DS hat Ich hatte keine Ahnung Wirklich? Früher habe ich immer verstanden Er sagt sogar wirklich Mario Kart 7 Und nicht 7 Mario Kart 7 Wait, hat er das vielleicht sogar gesagt? Haben sie mehrere Versionen aufgenommen? 7 Sagt er das? Geht ihr da mit? Okay, komm, ich brauche nur noch Nur noch das Layout des Screens Dann sind wir wieder so wie eben Screen Layout Ja Large Screen Large Screen klingt so wie das Was ich gerade eingestellt hatte Jetzt so? Ja Okay, we're back Aber wahrscheinlich hat es nichts gebracht Ich habe jetzt die Screen Äh, die Äh, oh Schalke gibt es hier auch Okay Schalke ist natürlich Eigentlich the way to go In diesen Games für mich Wenn es Knochen trocken nicht gibt Dann nehme ich Schalke Die Lok ist auch geil Okay Jetzt auf einer tiefen 240 Ah, das habe ich noch nicht geändert Ah, okay Sieht aber auch gar nicht so scheiße aus Das kaschiert natürlich Sachen Wait, das lassen wir so Vielleicht ist es smoother Vielleicht war das ein bisschen zu überfordernd Lass ich mal gucken Könnte helfen Oh, das war sogar noch ein Superstar Ich dachte, der wäre Fehlstart jetzt Okay, nice Ja, das war so klar L&R sind jetzt falsch L&R sind jetzt eine analoge Xbox Ja Nee, hilft dem Spiel Ich glaube, es hilft den Frames nicht Und sieht nicht so geil aus Das lag trotzdem Problem ist, diese Map ist noch sehr simpel Ich glaube, bei späteren Maps könnte es noch viel mehr Frames droppen Falls irgendjemand kurz Bock hat zu googeln Oder Ahnung hat Wie schnell nochmal so ein paar Lags wegbekommen So ein bisschen so eine kleine Beschleunigung reinkriegt Also einfach Frames gibt, glaube ich Falls ihr wisst, wo das bei Seedra ist Gerne einmal reinschreiben Und jetzt holen wir uns hier den ersten Platz Easy Easy peasy Es ist ein geiles Game Also MyCut7 Ich merke schon, es steuert sich Wie MyCut8 Hat was Habe ich vermisst sogar War ich mit Felix auch so richtig getryhardet damals Er war besser Erneut Kein Wunder, dass dann MyCut8 auch so gut war Weil es ist wirklich Es fühlt sich genau gleich an Ich verstehe nicht, wie Leute Diese sind Manche merken das Also manche sind der Meinung Das steuert sich gar nicht so ähnlich Aber ich finde das steuert sich eins zu eins Nur halt Es ist nicht dasselbe Spiel so Aber Der Anspruch an die Steuerung ist genau der gleiche Ich sehe da echt kaum Es fühlt sich so Also Wenn jedes Mario Kart So einen komplett neuen Approach an die Steuerung hatte Wie es halt bisher der Fall war Dann ist es bei MyCut8 nicht so MyCut8 hat denselben Anspruch wie MyCut7 Nur mit so ein paar anderen Mechaniken Aber die Das Fahrgefühl ist das gleiche Oh, okay Sad So ein paar Frames Es ist nicht unaushaltsam Aber es ist auch nicht geil Es ist nicht ganz geil Auf jeden Fall Auflösung Windows Size So Boah Was ein hübsches Spiel Mit dem C-Stick des New 3DS Wie konnten die denn so verkacken Dass sie sich nicht einfach dachten Oh, vielleicht wäre sowas sowieso ganz nützlich Stimmt Und der New 3DS hat dann diesen Ne, der New 3DS Nicht der 2DS Sondern der New 3DS hatte Dieses Win's zweite C-Stick-Pad Das war einfach nur so ein kleiner rauer Knopf Unten Unten rechts Wie ist es allerdings hier Das ist eine Sache, die auf jeden Fall anders ist Mit dem Driften Driften ist definitiv anders Ach du Scheiße Definitiv anders Ja, das Spiel wäre auf jeden Fall Mit einer Capture-Card cooler gekommen Hatte ich jetzt nicht Hatte ich jetzt nicht Es lief eigentlich ganz smooth Dachte ich, aber Da waren noch nicht so viele Sachen Auf dem Screen los Ähm Ich glaube, es ist nicht so wie in 8 Dass man So oft wie So lange wie möglich In Kurvenrichtung drücken muss Sondern hier muss man tatsächlich Hin und her machen Kein Wunder, dass man das deswegen Vielleicht dachte in Malkat 7, oder? Okay, warte Ich muss es einmal kurz testen Äh, in Malkat 8 Mein Gott Weil Tim zum Beispiel Also Spielnator Dachte ja, dass man Hier auch links und rechts machen muss Ne, ich glaube, es ist aber nicht so Ist doch wie in Malkat 8 Wait Jetzt hier ist eine Kurve Wo wir es gut testen können Ja, ja, ja Es ging voll schnell Und ich habe nur in eine Richtung gedrückt halten Also ich habe nicht einmal Nach Rechtsgelenk in der Situation Let's go Die Mies haben ein Verbotsschild auf dem Kopf Ach, das war das Ich habe mich eben schon gefragt Was ist da eigentlich am Rand Für ein Park Parken verboten Ach so, warte mal Das wollte ich natürlich auch nochmal zeigen Den Weg hier Ach, die Maps sind auch geil Hier werden richtig gute Maps Geremact werden Von Malkat 7, glaube ich Ich finde die so schön Oh Gott Was sollte der scheiß Daisyhausen Finde ich richtig, richtig Hübsch einfach Stimmt Das sind Mies Oh mein Gott Ja, ich habe keine Mies hier Ach, das Wasser Der See Guckt euch das an Da will man Urlaub machen Ich finde Malkat 7 hat die besten Retro Maps Geremact Ja und Malkat 8 hat so die schlechtesten gemacht Und die sind alle geil Das finde ich so interessant Malkat 8 hat, finde ich Sich für ganz, ganz blöde Retro Maps entschieden Aber sie alle gut gemacht Deswegen finde ich es voll Also ich bin so gespannt Auf das nächste Weil das wird so viel geilere Retro Maps noch haben Die ganzen Banger Gibt es in Malkat 8 Eigentlich gar nicht Das sind so die richtig guten Die Die Sachen Die in Malkat Wii Zum Beispiel schon weg waren Gibt es natürlich nicht So Peets Schlossgarten Und so Waligi Flipper nicht Walcolosseum nicht Bergland nicht Weil es das halt schon oft gab Ja, Schiss Island ist ganz geil Aus diesem Spiel haben sie auch Die sind okay Röhrenraserei voll gut Das war tatsächlich eine gute Entscheidung Aber hier gibt es auch Maps Die ich viel eher in Malkat 8 gesehen hätte Die hier ist okay Aber ja Können wir uns darauf einigen Dass wir den C-Stick einfach Nupsi nennen Bin ich dabei Das klingt Das klingt nach dem was es ist Auf dem 3DS 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 Welch fucking Ironie Ich mache heute im Stream Einen Witz über Linux Bekomme gerade E-Mail vom Chef Was? Dass ich morgen einen Linux-Server aufsetzen muss Ja gut Aber dann hast du wahrscheinlich Echt Berührungspunkte damit, oder? Trotzdem What are the odds? Das ist dieses typische Phänomen Man lernt gerade so ein neues Wort Und plötzlich kommt das vor Tesi hat gerade letztens Welches Wort war das? Oder war das Tesi? Irgend so ein Wort hat Tesi benutzt Und dann dachte ich so Oh das höre ich zum ersten Mal Irgendein Was ist ein Körperteil? Und dann habe ich es gestern erneut gehört Wo ich so What the fuck? Wie einem sowas immer direkt nochmal begegnet Ist so witzig Schenkelbürste Das war's Habe ich von Tesi gelernt Ne Ähm Ich weiß auch nicht Ob es im Stream war Oder kurz danach Ich weiß auch nicht mehr Verdammt Ich habe das Wort gestern doch Irgendwer hat es genutzt War mit Matratzen Concord Hab nie die wahrgenommen Bis letztens Und dann kommt das Video Von den Two Board Guys Ne Indie Recommended So seltsam Da hatte ich schon Das haben wir im Stream geguckt Und dann Habe ich auch schon so gesagt So Maybe Gucken die die Ersatz Man kann es nicht ausschließen Es muss nicht sein Aber es war einfach so witzig Ich habe das ja vor Jahren Schon mal im Stream erwähnt Und jetzt gerade aber Erst vor kurzem euch erzählt Und dann so Dann wurde es uns ja auch zugeschickt Aus dem Grund so Oh Shiger Balsar zum Beispiel Ich weiß nicht Shiger Balsar Ich finde die hier Gar nicht mal so nice Also ich mag die nicht so gerne fahren Aber ich habe das Shiger Balsar Hat richtig Potenzial Für Minecraft 8 Dieses hier Hier so Anti-Gravity Ding Und so Ist bisschen wie Todshafenstadt Auch aufgebaut Ähm Ist jetzt nicht meine Top Tier Strecke Aber ist okay Ist ganz nett Boah holy shit Ja Die Frames gefallen mir nicht Ich glaube im Stream sind sie für euch nicht so schlimm Aber Also hoffe ich zumindest Yo Das Feuerwerk Boah Aber hübsch Hübsch Die Shiger ist natürlich Die liebe ich auch Aber ich glaube ich finde das Layout irgendwie Oder was man hier macht Jetzt nicht besonders spannend Ich werde einfach hier Einmal kurz über den Markt Ein paar Kurven Und dann fliegt man alles durch Macht jetzt nichts besonders krasses Wobei das auf den Dächern Ah die 7 Das auf den Dächern fahren Ist natürlich Vorher noch nicht so wirklich vorgekommen Oder Das war einmal Kart 8 natürlich Dann weiterhin Aber Darf ich nicht unterschätzen Ist mir bisher noch nicht passiert Wir haben heute alle Teile der Reihe gespielt Ich kann eigentlich perfekt jetzt einschätzen Wann welche Troll überhaupt eingeführt wurde Oh mein Gott Saubere Selbstzerstörung Ein weiterer Mario Party Part Auf Moodles of Playing Was hab ich getan? Direkt Part 2 dazu auch noch aufgenommen Ich bin über den Schnellstreifen rüber gehüpft Ich wollte einen Stunt machen Bitte nicht Das letzte Runde Ne ok Dann ist es nochmal gut Wait ist Schalkei Baisar Schalkei Baisar ist auf jeden Fall ein Tour drin Dann kommt es auf jeden Fall jetzt für Minecraft 8 Aber sie werden halt leider nichts dran ändern Schon bemerkt Dass das Fake Item weg ist Das wollte ich vorhin sogar noch sagen Als wir drüber gesprochen haben Dass ich das übel sad finde Dass es das in Minecraft 8 nicht mehr gibt Man weiß es manchmal nicht mal Es ist so unscheinbar Dass man sich so denkt Hä? Das gibt es doch in Minecraft 8 Oder gibt es das überhaupt? Man ist sich nicht sicher Aber Ich finde es eigentlich schade Dass es raus ist Es war schon sehr worthless Weil man kann sich damit nicht verteidigen Das war eine nette Idee eigentlich Vor allem so auf dem ersten Platz Da kriegt man eh Münzen und so Das ist nicht komplett worthless Aber Selbes Prinzip Da kann man auch mal so eine Fake Item Box eigentlich ziehen Ich mochte die schon Vor allem wenn sie gut aussehen Sie sollten nicht ganz so offensichtlich Fake sein Ok das war stark tot Da kann ich mich nicht Da kann ich nicht sagen Dass das jetzt Pech war oder so Der hat mich sauber ausgetrickst Ah Wickler mach noch irgendwas falsch Schade Finish Ähm Aber hier gibt es doch den Tanuki Schweif Der ist auch nicht mehr Der ist nicht geblieben Dafür gibt es die Piranha Pflanze Die ist ja schon vergleichbar Würde ich sagen Finde ich auch besser Und vergesst nicht die beste Neu-Ring-Mark hat sieben Der Tanuki-Schwanz Exakt Ähm Tobi Du verstehst es Das mit der Schenkelbürste Schenkelbürste war andersherum Da habe ich vor kurzem das Wort gedacht Und dann hat Johnny es benutzt Ach so Ja Ich wünsche du wüsstest noch was Was für ein Wort du mir Zum ersten Mal Vielleicht wusstest du aber auch nicht Dass du es zum ersten Mal gesagt hast Vielleicht habe ich nicht gefragt was es ist Sondern Habe es aus dem Kontext heraus verstanden Mir ist gestern irgendein Wort direkt begegnet Was du am Donnerstag auf jeden Fall zu mir gesagt hast Und ich weiß ja nicht mehr was Scheiße zweiter Also mit Ruhm Mal Cut Ruhm ernte ich hier auf jeden Fall nicht Ne Ich dachte Mal Cut Wii Also der eine Ausrutscher Aber Mal Cut 7 Ist auch nicht gerade so skillig unterwegs Ey hoffentlich wie wenigstens Mal Cut 8 Gut dabei Weil das wäre echt Das wäre traurig Oh Luigi's Piste wurde hier gerimakt Ich dachte gerade Mal Cut 64 Luigi's Piste gab es auch noch nie Aber Da ist sie Der Mie da drin Ich kann mich dann an nichts erinnern Bin aber arg neugierig Ey same Ich komme nicht drauf Ich wünschte ich hätte den Kontext auch Habe ich es in irgendeiner Whatsapp Sprachnachricht Dann von irgendjemandem gehört Oder war es in einem Video Da ist es mir direkt begegnet Und ich dachte so Jetzt weiß ich was das ist Luigi's Piste Die Strecke Die alles begann Wir sind We've come full circle Da haben wir heute um 16 Uhr circa Angefangen Boah und jetzt brauche ich echt noch ein paar Stunden Also was würdet ihr schätzen Wie lange ich jetzt brauche Um dieses Spiel abzuschließen Und dann noch ganz mal Cut 8 Ich meine ich bin Ich hab Zeit Ich bin wach so Aber Am Anfang des Streams dachte ich Ich schaffe es so bis 2 Uhr nachts 1 Uhr nachts Vielleicht sogar Ich schätze mal Hä Warum ist denn Warum habe ich denn meine Aufnahme Wenn ich habe eigentlich auch Eine Aufnahme laufen gehabt Damit ich das direkt als Video habe Den Stream Und die ist anscheinend Zu groß geworden Für meinen Speicherplatz Geil Habe ich gestern mich auch nochmal richtig angestrengt Schön alles frei zu räumen Auf der Festplatte Damit das Heute funktioniert Dann nehme ich halt den Stream Da habe ich die irgendwie aus Versehen beendet irgendwann Bis 3 locker Ja ich habe jetzt gerade so Habe ich so 4 Uhr morgens Befürchte ich gerade Und morgen Morgen um 12 Ah shit Das wollte ich eigentlich auch in die Gruppe schreiben Morgen um 12 ist natürlich Aufnahme Und da kommen Handwerker Dem muss ich auf jeden Fall Das dauert nicht lange Dem muss ich nur kurz aufmachen Wir fangen eh meistens nicht Punkt 12 an Aber Still Klingt nach viel Schlaf für mich Aber trotzdem insane Wie viele Leute hier waren War auf jeden Fall Ist auf jeden Fall ein geiles Event Nice dass wir es endlich Endlich angegangen sind Hat mir das richtig Richtig aufgespart Für so Wenn du in der neuen Wohnung bist Machst du alle Mario Kart Teile Das ist Fun Jetzt bin ich angekommen Ja Schöne Strecke MK8 Dann vielleicht die Cups Online Habe ich auch irgendwie überlegt Ob wir das machen können Das ist absolut möglich oder Da spricht eigentlich nichts dagegen Oder Ne dann kriege ich die Credits nicht Ich könnte vielleicht alle Cups Online spielen Außer den letzten Dann kriege ich die Credits trotzdem oder Ah Moment Hm Ich wollte Mario Kart 8 auf Wii spielen Auf Wii U spielen Da war ja was Hm Ne ich glaube dann heute eher einfach alles offline So eine richtige Singleplayer Mario Kart Ich dachte gerade es wird keinen Unterschied machen Aber es ist schon Entgegen der Des Grundgedankens Dass ich alle Teile durchspielen will Das heißt mit Credits und so Also noch geht Wii U Online Okay das stimmt Aber kriege ich dann die Oh Gott Ich müsste den Raum aufmachen Die würden Die würden mir überhaupt die Cups spielen Muss ich dann jede Strecke einzeln selber auswählen Weil das wäre Das wäre nicht echt Kann man online einfach Cups spielen Ich bin nicht sicher Bis morgen 5.25 Boah jetzt macht mir echt Angst Wie lange braucht man denn für Mario Kart 8 Also klar Mario Kart 7 dauert jetzt auch noch gut lange Aber Wie lange soll Mario Kart 8 denn bitte sein Hey no Wii U Gang Leute die bis heute noch Mario Kart 8 auf Wii U spielen Einfach Die Oh Gott Die krassere Lebensform Oh Gott Die haben Erleuchtung erlangt Wie riesig die Münzen sind Aber wie viel hübscher die Münzen sind Im Vergleich zu Mario Kart Wii Die sind einfach wenigstens Ey Und ich würde sogar sagen Hier ist man größer im Vergleich zum Rand Oder Ja nur so ein bisschen Aber man ist nicht so winzig Entspannst du dich mal bitte Ich Ich fahre hier Ich fahre hier Ich fahre hier Ich fahre hier Die Bienenkönigin Direkt erstmal eine Bombe gezündet Aber die Frames sind scheiße Die Frames sind echt nicht gut So ein bisschen besser performen müsste das Spiel Ich bete da gibt es eine Einstellung Die ich einfach nur nicht habe Pro 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 Cup 15 Minuten No Nein Pro Cup 15 Minuten Ja Maybe Doch Also vielleicht sogar länger Ne Das heißt eine Stunde Alle vier Cups Das heißt Das Base Game Zwei Stunden Und dann die DLC Nochmal eine Stunde Und dann das DLC Ja also so vier Stunden Ne Und ich bin bis null Hiermit nicht durch Scheiße man Scheiße Ich dachte ich spare mir einiges Ohne Super Mario Kart Und Super Circuit Was ich auch tue Weil mit hätte ich ja einfach 20 Stunden gebraucht Was denn da los Yes Oh der sieht doch so cool aus Kann echt nicht viel Aber ich fand den eigentlich immer ganz geil Ein bisschen Ist ja auch der Vorgänger der Hupe Auf gewisse Art Immer wenn jemand so in der Nähe ist Kann man den doch noch irgendwie wegrammen Um sich herum Schon cool Johnny realisiert die Ausmaße seines Verbrechens Clown Beppo muss ein wenig lachen Als er realisiert wie sinnlos seine Tat eigentlich war Ey der allererste nicht lustig Strip Beziehungsweise Das allererste nicht lustig Bild Ist immer noch so lustig Das ist genial Besser hätten die nicht anfangen können Es gibt so ein paar die sind so Ja einigermaßen lustig so Aber die Idee mit Herrn Riedmann Der in der Wand wurde und so Nicht lustig ist so gut Da kann mir auch keiner sagen Dass das dieser Ralf Rute Also ich mag ja Ralle Aber Als würde ich ihn so kennen Ähm Ich mag Ralf Rute Aber da kann mir auch keiner sagen Dass das so ein krasser Ü40 Basic Humor ist Nicht lustig Hat teilweise so Nischige Makabere Jokes drin Das ist so Das ist absolut so Spongebob Coldmirror Material Also auf dem selben Level Ist richtig gut Die animierte Serie Mega geil Würde ich jedem empfehlen Nicht ganz Die ist schon ein bisschen schwächer Aber wenn ihr die Comics lest Die Bücher Und die darin Wie konnte ich nicht im Abgrund landen Was ist gerade passiert Okay das war eine gute Pilzschluch Die war gut Besser als in Malkarui Also wenn ihr die Comics lest einfach Und dazu nicht das Voice Acting Weil solche Solche Charaktere zu Voice acten Ist einfach schwierig Ähm Vor allem diesen Humor Auch rüber zu bringen Hat schon gut funktioniert In der Show Ich liebe die Show Aber ist als Comic Einfach noch besser Ne Niemals ist das auf Spongebob Staffel 1 bis 3 Oder Coldmirror Humor Doch Definitiv Also nicht Nicht das gleiche Weil Coldmirror ist ja auch nicht Wie Spongebob Aber es ist Geil Du kannst mir Du kannst mir nicht lustig Bilder zeigen Wo ich so denke Oh mein Gott Wie bad Wie scheiße Definitiv Aber ich kann dir welche zeigen Da kommt keiner drauf Die sind so gut Es gibt welche Die sind einfach nur so basic Aber diese kleinen Comics In den In den Büchern Richtig nice Richtig durchdacht Richtig clever Die hängen so zusammen Erzählen so eine zusammenhängende Story Über verschiedene Settings hinweg Mit den Yetis Und den Und dem Dino Und dann den Zeitreiseschild Und den Enten und so Joscha Sauer Geoartik Definitiv auch ein Vorbild Wenn du es Selber so nicht empfindest Ist das ja vollkommen fein Aber Wenn du es einfach sagst Aus der Erinnerung heraus Würde ich dir Würde ich nochmal Empfehlen Zumindest den Büchern Vor allem eine Chance zu geben Weil die Comics Mit den zusammenhängenden Storys Die gibt es online glaube ich Nirgendwo Die muss man kaufen Die sind zwischen Den einzelnen Witzbildern Sag ich mal Dazwischen sind diese Comics Die immer eine Geschichte erzählen Ich weiß nicht Ab welchem nicht lustig Band das angefangen hat Aber der Der Comic in nicht lustig 4, 5 Ich glaube in 6 Gibt es auch einen Der ist einfach geil Shit Die Spongebung ist vielleicht Ein bisschen übertrieben Aber definitiv hat es für mich Einen ähnlichen Stellenwert Im Leben An Inspiration Wie die Wie die anderen Sachen Es ist vor allem nicht basic Es ist richtig clever Und smart Und teilweise einfach So Nie da gewesen Das darf Und das Das ist für mich immer Was viel besondereres Als irgendeine Nickelodeon Show Die so Lustig ist Aber halt Man rechnet mit diesem Humor So es ist so Ja Kennt man Oh Luigi's Mansion Gutes Mansion In dieser Version Auf jeden Fall Nice Aber davon Muss noch ein anderes Remake kommen Also die Die Mansion aus Mario Kart 8 Für sich ist auch schon geil Aber Die hier ist Also dass die Geister hier rumfliegen Mega cool Die will ich in HD sehen Oh die wäre so Die wäre so sick Und ich sag's wie es ist Die Bäume hier sind eben Nicht so cool Ich dachte sie wären hier auch Irgendwie nochmal cooler gewesen Aber Ich glaube ich finde sie In Malkart DS Da funktioniert Funktioniert die Illusion Irgendwie besser als hier Mit den tatsächlichen 3D Bäumen Da sind das so normale Gegner Und auf dem DS Sind die so ein bisschen creepy einfach Könnte aber auch an mir liegen Vielleicht assoziiere ich deshalb so Es ist deshalb so als Ü40 Humor Meine Mutter guckt's Und ich find's nicht witzig Nicht lustig Die guckt das Bist du sicher Wie kommt sie da überhaupt ran Also ich rede nicht von Rute Nicht von Shit Happens Oder von Ralf Rute So Was gibt's noch Nicht lustig Fällt da auf jeden Fall raus Meine Mutter zeigt mir regelmäßig Welche und meine Oma auch Ich find die absolut nix Ich find da absolut nix dran Nicht das mit den großen Nasen Und so ne Und auch nichts wo es über Aktuelle politische Themen geht Oder so Das Internet hat keine obere Altersgrenze Es ist wirklich Es klang grad so Wie kommt sie da ran Die ist doch viel zu alt Nein Nicht lustig ist auf jeden Fall Auch für Leute Die Mütter sein können Aber Ihr könnt euch grad gar nicht sagen Wo man nicht lustig gucken kann Auf welcher Plattform Außer wenn man einfach Auf die Website geht Und irgendwie nachschaut Das ist ja nicht so Mal eben auf dem Auf dem Fire TV Stick Oder so Lief das irgendwie bei Blackpill Oder Ich kann mich wirklich nicht erinnern So Ich glaub ich kann das Ich kann das Spiel noch ein bisschen Lauter machen Oder Hier würde ich eigentlich auch Ich wollt grad sagen Ich will mal was neues freischalten Geil Ein bisschen Abwechslung Abwechslung hier Ja bei den Rädern Kann ich mich irgendwie nicht entscheiden Ich find die großen Räder Immer so hässlich zu fahren Aber die sind halt immer Angenehm zu fahren Aber ich streub mich da So ein bisschen gegen So das ist laut genug Wie smooth sind denn die Kartkörper Smooth Du meinst das ist so glänzt Oder Oder verstehe ich das Wort Kartkörper falsch Oh Boho Island Maps Die Wenn die mal geremaked Also wehe die Die vergessen das irgendwie Weil sie Woho Island nicht mehr so Vorhanden haben Weil ich glaub Das Model hatten sie wegen Pilot Wings auch auf dem 3DS schon Das war easy Das müssten sie ja sehr aufwendig Noch mal bauen so Aber Minecraft 8 hatte ja diese Wettkampf Map Aber sie ist auf jeden Fall teilweise schon gebaut Boah Die Woho Island Maps so geil man Dass sie nur ein Ziel haben Ist schon cool Dass es überhaupt Zweifel in diesem Game gab Weil das Mein Von dem guten Herr kann man wahrscheinlich Sogar noch zwei weitere Maps hier reinbekommen Boho Island war so cool Und so durchdacht irgendwie Aber jetzt auch nicht Irgendwie das krasseste Open World Game Design Ich check nicht warum sie nicht So was nochmal gebracht haben In neuen Switch Spots Kann jetzt auch nicht so Schick gewesen sein So was wie Boho Island zu designen Was man auch erkunden kann Und so vor allem Die haben ja was krasses Design in Switch Sports Das ist ja so ein richtig Lebendiger Ort Dieser Poco Square Man kann nur nichts machen Man kann es nur im Hintergrund sehen Nein Auch wie sad Ich dachte es war schon ein bisschen eher Die Abkürzung Kann man halt auch nur einmal Ich kann es nicht in der zweiten Runde holen Deswegen Let's go Passt doch gerade voll gut Ich als Flugzeug hier Let's go Ist das Spiel lauter Als meine Stimme Warum ist es denn für mich so leise Ah Wieso habe ich keinen Startknopf Shit Ich konnte da mal rüberfahren Aber Meine Malkat 7 Skills Sind auf dem Emulator Auf jeden Fall nicht so Vergleichbar Ich habe das Gefühl Ich hatte immer Boah Welche Card Kombi hatte ich denn Früher Ich will das hier nicht verkacken Ich mache den Sound gleich leiser Es tut mir leid Hier Hier kommen wir auch noch hoch Allein dieses nach dem Drücken So zurechthüpfen und so Das kennt man alles aus Malkat 7 Also Malkat 8 Gibt sich genau so an Wirklich Als ob ich damit erster werde Wie strong Let's go Ja selbst das Also Bild ich mir das ein Oder ist das gerade Mario Kart 8 Mucke Ist doch genau so oder Ja ist ja gute Musik Aber du hast halt Du hast halt eine schöne Stimme Oh Oh die ist auch so hübsch Dass man durchs Castle fährt Ist übel geil Das sollte noch cooler sein Aber die Kirschbäume Eine richtig gute Mario Pist Malkat 7 Du hast was Du hast auf jeden Fall was Du bist mir viel zu schnell Im Leben eigentlich untergegangen Ich habe dich so selten Ab irgendeinem Punkt Habe ich dich gar nicht mehr gespielt Richtig selten Einfach weil es kein Kein Malkat DS Stellenwert für mich hatte Und kein Konsolen Malkat Ist was man sowieso Mal hin und wieder Rauskram Aber das hier war so richtig Trailer Material Da war ich auch total drauf reingefallen Also beziehungsweise War richtig gut gemacht So Ich bin richtig verliebt In den In den Look von dem Game Direkt Oh für ein 3DS Das sieht so aus So richtig hübschen 3D Strecken In echtem 3D Was ich nicht sehen kann Weil ich 2,5D Blick hatte Weil ich ein Augen Eingeschränkter Mensch Wow What the fuck Halbe Malkat 8 gerade Die Musik ist nicht Die gleiche wie MK Das kommt mir so bekannt Vor gerade Als ob es noch In irgendeinem anderen Spiel Vorkommen Nicht nur Malkat 7 Wenn man so ein Rennen Wenn man so ein Rennen Schafft oder so Letztend Hallo Malkat Haben alle Malkats Aber auch so Bestimmte Melodien Die wiederkehren Und ich hab's gar nicht bemerkt Ich hab's gar nicht bemerkt Ich hab' mir doch geachtet Ob so irgendwelche Melodien Aus Double Dash Also aus den Menüs Und so Nochmal Irgendeine Guckung Hallo Hört mal auf meine Roten Zu klauen Eine muss noch Für den ersten Halt Ja voll Also dass die hier Auch nicht in Malkat 8 war Röhrenraserei Ja passt so Aber Ist doch so geil Ist bisschen wie Malkat Stadium Also nicht optisch Sondern Am Ende da so fliegen Und mit den Röhren Und so Aber Ich glaube ich hätte das Mehr gefühlt als Ich find die auch besser Als die Mario Als die Mario Strecke aus Malkat 8 Aber das Möbel Spun ist natürlich Eine coole Idee Eigentlich Man merkt es beim Fahren Nämlich Die Strecke ist jetzt Nicht so aufregend Das Resort Stream Ist ein Remix Aus dem MK64 Okay Das nehme ich Das nehme ich Das höre ich doch Heute nicht zum ersten Mal Das ist so geil Diese Diese kleinen Röhren Ist mir War mir glaube ich nie bewusst Dass das auch so ein Callback zu Malkat 64 ist Diese kleinen Röhren Auf der Mario Piste Wo man immer so ein bisschen So ein Stunt macht Sind irgendwie Ikonisch Iconic Ich weiß nicht Irgendwie wirkt Malkat 7 Wirklich langsam und langweilig Das liegt aber ein bisschen Gerade an den Frames Muss ich sagen Ähm Langsam Ja im Vergleich zu Malkat 7 Safe Aber ich hab das wirklich Gerne gespielt Nee das passt schon Also Malkat 8 Fand ich auch immer ein bisschen Zu langsam im Vergleich zu vorher Ich liebe ja Double Dash Für die Geschwindigkeit So aber Ich glaube ich Ich hab die Das Setting und What the fuck Und die Funktionen Und so Habe ich hier trotzdem Mehr gefühlt Als Malkat Wie Äh Wie Beziehungsweise Ich war einfach beeindruckt Davon So funktioniert Ich glaube ich leider Dass das Gameplay Manchmal mir nicht reicht Um ein geiles Game zu machen Sondern jetzt so ein bisschen Das Feeling haben Yo Wir haben da richtig Richtig viel Polish drin Neue Ideen Neue Gedanken Das fand ich hier auf jeden Fall Und die Mentalpiste Ist ein schlechtes Beispiel Weil die mag ich nicht so gerne Aber Oh dieser Berg Kart So eine nice Schrecke Ich meine was heißt langsam Das hier Das ist basically Markant8 Geschwindigkeit Deswegen sie halt 100 Deswegen sie noch 200 eingefübt haben Oder Also wenn ich mit 150 Markant8 zu kriegen bin Ist das hier Vollkommen Fine Aber das Chaos Aber das Chaos ist in Minecraft Wie auf jeden Fall mehr fahren Quali ist echt nicht die beste Ein bisschen Zeit Glück im Unglück Können wir fast sagen Ich glaube Durch den Superstart Kam das jetzt Aufs selbe hinaus Das war gar nicht mal so verkehrt Einem blauen Panzer Einfach in den Abgrund fahren Ist das eine Threat In bestimmten Teilen Die Mike hat 8 Auf jeden Fall Das ist eigentlich immer besser Weil es viel zu schnell geht Nice Dodge Danke schön Pure Absicht 200cc war ein überfälliger Modus In der Serie Ich finde sie 150 einfach schnell genug machen Dass ich das Nötige 200cc Einkommen Aber 200cc Ist auf jeden Fall cool Irgendwie geil Das existiert Vor allem das ist so dumm schnell Das ist so richtig Für manche Strecken Überhaupt nicht ausgelegt Und dadurch wird es nochmal So ein ganz eigener Modus Wo du so Ja bremsen musst Was man sonst unbedingt Muss den Markt hat Beziehungsweise Das Kurvenanlass nimmt Viel früher schon anfängst So Das Level Design Der Maps wird so ein bisschen Absurder dadurch Weil sie nie darauf ausgelegt waren Aber wenn sie im nächsten Spiel 200cc Direkt reinbauen Finde ich seltsam Weil dann hat man 200cc Bestimmt auf so einem Niveau Wo auch 150 hätte sein können Weil die Strecken daran Wieder angepasst funktionieren Und so Und dann hat man einfach nur In vier Geschwindigkeiten eingeteilt Weil das ist ja nicht echt Oder so Das sind ja einfach nur Ausgedachte Geschwindigkeiten Weil zum Beispiel Double Dash ist Meiner Meinung nach Viel schneller als 150 Als die 150 aus DS Ja so ist ja nur Irgendeine Zahl Und unnötige Einteilungen Oder ist das tatsächlich An irgendwas Also Ist das realistisch Geile Map Was auch immer gerade passiert ist Aber Das war nice Oh so hübsch Also das gab es in keiner Mal Kakui-Strecke Ich Ich mag ja auch Ich hab mich direkt In dieses Spiel In die Meer verliebt Mondlichtstraße Geil Wetterwald geil Aber das hier ist so Eine neue Ära Das war einfach so der Nächste Schritt Fand ich schon mal Fand ich schon nice Oh mein Gott Endgame Endgame soll ich immer noch laut Was ist denn mit meinen Lautsprechern schon wieder passieren Ich hab das Gefühl Seit dem neuen Setup Höre ich Höre ich das alles Viel leiser als sonst Deswegen denke ich Ihr hört es auch leise Aber Das ist not the case Ich mein Ich seh hier jetzt auch nichts Was irgendwie grafisch krasser ist Als die Vorgänger Ist halt Handheld so Fieber ist das mal Ich hab die erste Aber irgendwas an den Strecken Wirkt trotzdem More polished Oh man konnte ja ein bisschen Fliegen damit Das ist schon cool Oh mein Gott Habe ich die Habe ich die Habe ich das gut gemacht Oder habe ich einfach Ganz bekommen Wenn ich noch eins hatte Ja und die Münzen Wohin hier auch eingeführt Ist schon Schon ein sehr anderes Spiel Wow Wow Im Endeffekt läuft es sogar Vielleicht einfach Lässt es sich da auch Unterbrechen Dass Es eine Eindeutigere Art Direction Hat Und die fehlt mir In my card Wie so ein bisschen Beziehungsweise Sie ist nicht uneinheitlich In my card Wie aber ich mochte sie Einfach nicht so gern Das war einfach vielleicht Nicht mein Mein look Und das was rein subjektives Ich bin immer noch bei my card Wie ich muss aufhören Aber über irgendwas muss ich ja reden Und ich habe irgendwie Jalapeno Chip in der In der Nase Ist nicht schön Oh das ist das schlimmste Kennt ihr das wenn das irgendwie so hinten Bei manchen Gerichten passiert das Manchmal bei Nudeln oder so Oder ich atme vielleicht auch falsch Vielleicht ist euch das noch nie passiert Aber ich habe manchmal Situation wo ich dann so merke Oh shit Jetzt ist irgendwas über meinen Gaumen Gerade Nach oben gerutscht Und geht mir von hinten So in die Nase Das ist das schlimmste Ne man kennt Okay Das ist wirklich Also ich hatte schon Nudeln Die ich dann aus der Nase Tatsächlich ausgeschnaubt habe Ins Taschentuch Weil ich mir so dachte Oh mein Gott Das nervt gerade so rum Ist mir irgendwie vom Mund In die Nase gekommen Mit Nudeln kenne ich auch Ich hasse das Aber gut okay Ich dachte mir immer Alter kann ich nicht schlucken Bin ich irgendwie Bin ich zu dumm zum Essen Mir ist einmal so ein saurer Gummi Bär Oder so ein Ähm Diese Fische Diese schwedisch Swedish Fish Ne wie heißt Ich glaube es war dieses Ikea Ist auch egal Geschmacklich auch so ein bisschen Wie dieses Smileys bei Lotto Toto Toto Lotto Was auch immer Ey Dass wir rausgefunden haben Dass es Lotto Toto Und Toto Lotto gibt Kommt Kriege ich immer noch nicht in meinen Kopf Bei mir in der Nähe gab es immer nur das eine Und bei anderen nur das andere Und man hat sich gestritten Wie das eigentlich Wie das heißt Und am Ende gab es beides Und es gab verschiedene Logos Na auf jeden Fall Hab ich so ein saures So eine Süßigkeit Hinten in den Rachen gekriegt Und dann in die Nase Und das war so nervig Weil das sowieso Das war halt sauer Und deswegen hat das noch mehr geätzt Und so Ekligen Geruch Beziehungsweise Geschmack erzeugt Und die ganze Zeit hab ich so Ich hab's nicht so Ich hab's nicht weggekriegt Das Kratzen war ein bisschen so Wie wenn man krank wird Das ist das Schlimmste Dieses wenn man Die hatte ich noch nicht oder Wie wenn man Eine Erkältung im Anflug hat So fühlt sich das manchmal an Wenn irgendwas so da hinten In die Nase gelangt Und bei diesem Gummibär war es besonders schrecklich Johnny wichtige Frage Was hältst du von Zungenküssen Ich mein bestimmt gibt's Leute Die das nicht so nice finden Aber ansonsten würde ich sagen Na mega Also natürlich Gibt kaum was Was schöneres eigentlich Was für zwei Menschen Auch beim Rummachen So machen können Also Der nächste Schritt ist dann halt Entweder richtig Richtig Also wirklich wertvoll Wie sagt man Wertvoll Sehr Ehrlicher Liebender Sex Ist natürlich krasser Aber bei beidem Kann man natürlich sagen Also manchmal ist so ein Zungenkuss Einfach noch Persönlicher Und irgendwie intensiver Als so Sex ist jetzt nicht krass Intim Also natürlich ist es intim Aber der nicht so Wisst ihr was ich mein? Der so ein bisschen Oberflächlicher ist Sozusagen Aber natürlich ist Sex Mit Zungenküssen Dann auch Noch krasser Auf jeden Fall von den Dingen Bevor es richtig ums Eingemachte geht Ist Zungenküssen Krass Finde ich wunderschön Die Lippen Die Lippen und Also die Zungen und die Lippen Sind aber auch einfach so Empfindliche Bereiche Das ist einfach nur Prädestiniert Sich gut anzufühlen Also wenn man das nicht mag Dann ist es wahrscheinlich Ehr so ein grundlegender Persönlicher Groll gegen Gegen Intimitäten Oder Vielleicht habe ich aber Die Frage auch zu ernst genommen Sonst würde ich sagen Jeder die Zungenküsse Jetzt kommt wieder Der Sextall So ist das Ihr habt angefangen Ich wollte hier einfach Nur durchs Kupacap fahren Kupacapana Aber ich kann ja Durchs Wasser fahren Ist ja gar kein Problem Ist ein cooles Remake Definitiv Also Viel besser als ohne Die Schwimmmechanik Sonst ist die Strecke Ein bisschen Bisschen leer Das Fliegen auch Macht voll Sinn An dieser Stelle Ich ehrlich gesagt Ich gucke Ich Wenn ich die Strecke in Minecraft 64 Sehe Denke ich mir immer so Hä Wie sind diese ganzen Features Überhaupt gemeint In Minecraft 7 Machen die viel mehr Sinn Diese Rampen und so Also gutes Remake Oder man ist einfach Sensibler Ja aber findet man das Dann scheiße Also Kannst ja auch sensibel sein Und dich vielleicht noch nicht trauen Du willst das noch nicht Und so Aber Wenn du es dann willst Selber Und die richtige Person Dafür hast Das ist doch eigentlich wunderschön Mit Berührung und so Das meine ich Das meine ich ja Wenn man einfach generell Nicht so ein Also empfindlich Im Sinne von So ein bisschen So eine Abneigung Dagegen hat Oder Dabei sehr nervös wird Das sehr unangenehm Empfindet Aber wenn man das jetzt mal Außen vor lässt Und man küssen generell Und so Auch leiden kann Natürlich jeder Mensch ist anders Da würde ich gar nicht sagen Zungenküsse können natürlich sehr seltsam sein Wenn beide so ein bisschen Nicht wissen was abgeht Und wahrscheinlich jeder erste Zungenkuss Den Also zumindest wenn man das mal so Als Jugendlicher gemacht hat Wo beide Parteien noch nicht so Wussten was abgeht Das kann natürlich seltsam sein Aber sonst Auch gar nicht zu viel Overthinken Da geht es ja wirklich nur um Dieses reine Wahrnehmen Der anderen Person Finde ich schon sehr nice Überstimulation Klar Aber gut Ich meine man muss auch nicht so Komplett Übertreiben Das ist einfach Wirklich Für jeden Menschen glaube ich Die Situation eine andere Wenn man einfach komplett abgeschlabbert wird Ist das nicht so nice Wie wenn man das geführt Oh die andere Person Sieht das ungefähr genau wie ich Wir sind im Rhythmus Wie bei allem Wenn die Zahnräder ineinander greifen Dann ist geil Ansonsten kann es unangenehm werden Bei Kommunikation Bei Körperlichkeiten Bei Streamer Interaktion Wenn man nicht fühlt Wie die Die Person Die man schaut Tickt Das ist unangenehm Zungen Rachen Oder gar nicht Boah in den Rachen Ist halt Das sagt man so Aber das wäre ja wirklich Ein bisschen unangenehm Also wirklich so hinten Nur so hinten rein Stochern Nicht dass die Zungen Sich so umarmen Und so Einfach nur in Rachen Man sollte sich schon Auf ein gemeinsames Maß Einstimmen Definitiv Oder ja Das passiert ja mit Übungen Einfach ein bisschen küssen üben Ein bisschen Zungen küssen üben Ganz harmlos Ganz unverbindlich Ist auch nichts dabei Oh auch hier sind schon Ich sehe schon Hier sind auch die Pfeile drauf Ja Aber nicht so deutlich Wie in Tour Also die Leute haben mir gesagt Hier sind die Pfeile auch schon drauf Aber in Tour ist einfach Leuchtbeklame Hier ist rot Fahr hier nicht lang Das hier ist wenigstens noch ein bisschen subtil Die Dinger hier habe ich trotzdem nie verstanden Was ist das für ein Auffahrt Warum hat das so Löcher Soll irgendwie so ein Metall sein Aber Erinnert mich immer an Raymond 3 Aber Nicht an irgendwas Was ich in einem Einkaufszentrum Oder in einem Parkhaus finde Ich weiß, wie du tigst, Johnny Diese hemmungslosen Gewaltfantasien Die du uns verbirgst Ich bin mir nicht sicher Ob es irgendwas In die Richtung gäbe Was ich verbergen muss Von den Fantasien her Mit Sicherheit Also hat eigentlich jeder, oder? Aber Auf jeden Fall nichts Ich bin ja überhaupt nicht der Typ Wo das irgendwie Dass so ein Ungleichgewicht ist Dass nicht beide Ähm Darauf stehen Also das ist wirklich Der größte Turn-On für mich Ist wenn Wenn die andere Person Übel darauf abgeht Auf was auch immer man gerade macht Das ist das Beste Dann ist es automatisch Also auch wenn ich es vielleicht Nicht so krass fühle Ey, wäre ich gerade nochmal Gegen das Auto gefahren, ne? Da wäre es vorbei gewesen Deswegen habe ich so gar nichts In Richtung So mit Schmerzen und so Aber Auf mich bezogen Dass ich so ein bisschen Ausgenutzt Nicht ausgenutzt Also so ein bisschen Benutzt werde Von Von Einer Frau Die weiß was die will Das ist schon so ein Eher auf Roleplay Basis Aber das ist schon auf jeden Fall Geht Das soll jetzt kein echter emotionales Keine echte emotionalen Belastung sein Sondern einfach so ein So eine Fantasy Situation Wie so eine Raubkatze Die mich einfach Für ihre Für ihre eigene Lust Braucht Das wäre so ein Kink Über den ich aber tatsächlich Wie ihr gerade merkt Reden kann Also ich weiß es nicht Johnny du bist toll Viel lieber Dich Dankeschön Warum ist das Remake so viel besser Als das neue aus Malkat 8 Das ist so sad Dass die sich dann nicht mehr Angestrengt haben Ja es ist halt eher aus Malkatur Aber darüber haben wir ewig geredet Also Es ist sad Malkat 8 Neue Strecken sehen so Unfassbar Schlecht aus Im Vergleich zu Malkat 8 Anderen Strecken Aber Ja selbst diese Version Ich finde sie auch ein bisschen besser Ähm Also gerade beim Fahren Fand ich sie schon cooler Aber ich freue mich trotzdem Dass die halt da sind so Dann nimmt man halt die Ah ne stimmt Ich glaube eben Malkatur gab es das noch nicht Aber ich meine es kommt noch Das heißt es würde mit Sicherheit Trotzdem für meine Tattoo gemacht Oh wait Ist man hier schneller Wenn man nach oben Äh Wenn man nach unten gedrückt hält Und nach oben fließt zu sein Die haben mich gerade alle In dieser Röhre überholt Irgendwas war da Hilfe Einer der Windschatten war Muss nicht sein Ich gucke mal hier auch richtig Also nicht krass Remake oder so Sie haben jetzt nichts Riesiges verändert Aber Schön Weiterhin eine schöne Map Haben denselben Vibe Eingefangen Haben sie eigentlich Basically geported So Aber Das Ding Im neuesten Mal Card zu sehen wird So ein Augenschmaus Also das nächste Mal Card wird ja noch besser aus In dem Fall Oh mein Gott Jetzt höre ich erst Wie laut der Ingame-Sound ist Weil die Alerts wieder Viel leiser für mich sind Was macht mein Lautsprecher denn So Schmuh Das ist ja immer noch Unfassbar laut Scheiße Vor allem jetzt Wo ich ein bisschen leiser werde Im Laufe der Der Nacht Der Mann ist ja immer noch Nicht bei Mario Kart 8 Aber fast Mario Kart 8 dauert halt Wirklich nochmal vier Stunden Oder fünf Eieiei Nochmal einen halben Stream Hier dran Wir haben null Uhr Wir sind auf jeden Fall Bei der Hälfte Oder Von Mario Kart 7 Also noch so ein Stündchen Und dann nochmal vier Wie kann ich mich denn so Verschätzen Also verschätzen Ich dachte so Ja wenn ich um 12 Uhr Anfange Dann bin ich vor 0 fertig An dem Stream Dann dachte ich mir aber Hm okay 12 Uhr Schaffe ich nicht ganz 14 Uhr sollte passen Und dann wurde es glaube ich Wie spät war es am Ende Also bis 15 Uhr War ich auf jeden Fall live Da dachte ich Gut dann schaffe ich es Bis 2, 3 Uhr morgens Aber jetzt ist ja wirklich Gott man Ich dachte Lüchs jetzt noch Boah ich bin Ich bin gerade so ein bisschen Sogar Ich habe das Gefühl Es wäre für alle cooler Wenn ich einfach nur noch Das hier spiele Und wäre dann Wann anders Ich meine Mario Kart 8 Kennen wir ja auch so gut Aber dann wäre das Gimmick ein bisschen tot Dann wäre das Gimmick Alle Mario Kart 8 Teile zu spielen Auch irgendwie Seltsam Ja Mario Kart 8 Spiele halt sowieso So viel Schwierig Hab ich den ganzen Tag Mich gefallen Wie du es vorgestellt hast Ich dachte es dauerte So 11 Stunden 12 Stunden Weil alle mir das so erzählt haben Alle meinten Oh ja Ich habe Super Mario Kart gespielt Und Super Circuit noch Und ich habe so 13 Stunden gebraucht Oh Ich brauche 14 Stunden Gefühl für Also Okay nicht ganz Aber Holy shit Ich konnte ja nicht wissen Wie lange das dauert Dieses 15 Stunden Druck Hab Äh 15 Minuten Druck Hab Ich frage auch Ob sich das so Hochrechnen lässt Meiner Meinung nach Wäre es auch cooler Wenn du nach dem aufhörst Ja dann könnte ich es wenigstens Noch mal machen Zu so einer Zeit Wo ich es auch mitbekomme Aber so ein eigenes Stream für Mario Kart 8 Wäre halt überhaupt nichts besonderes Alle Mario Kart 8 Strecken fahren So Ja wow Scheiße Nur so 11, 12 Stunden Naja komm Wie lange bin ich live Wie lange sind wir mittlerweile live 9, 9,5 Stunden oder so Ja Das heißt jetzt noch mal So 2 Stunden wäre machbar Aber es wird sehr viel länger sein Da habe ich zu sehr getrödelt Zwischen den Zwischen den Kart-Teilen glaube ich Ich habe viel geredet Haben uns ein bisschen stuff angeschaut Und so Jo Das ist der Beste Ich wollte es halt auch ausführlich machen Eigentlich so dass ich Dass ich es in der Zeit schaffen kann Habe ich extra ein paar Teile weggelassen Peinlich wenn du jetzt nicht durchziehst Damit kriegst du mich jetzt nicht Ah da gehe ich gar nicht erst drauf ein Ich finde es aber selbst einfach ein bisschen Seltsam dann So was Was war das dann hier Was war das dann hier Klar ein geiler Stream So oder so aber Was war dann der Aufhänger Alle 3D Mario Kart Bis Mario Kart 8 Außer die Gameboy Spiele Und ohne SNES Hey Ich habe Mario Kart gespielt Aber wenn ich das hier jetzt durch habe Ist es halt wirklich Spät Dann war es einfach ein echt langer Nicer Stream Klar ich wollte aus dem Big Event machen So 12 Stunden Stream ist jetzt vollkommen Das Ziel gewesen Aber jetzt nicht so viel mehr Das kommt mir vor als wäre es sehr viele hier jetzt 50 Euro Absahnen Denn was Denn Hardcore Peach Fan Fictions Ne Peach Also da müsstest du mich mittlerweile wirklich kennen Du warst nicht bei Smash or Pass dabei Peach Ist eine Süße Ich habe jetzt nicht den Todesanspruch Aber absolut nicht meine Oh Gott Meine Vorliebe Sag ich mal Einfach Gesicht verloren Wenn du nicht durchziehst Was für nicht durchziehen Ich check nicht warum das so lange dauert Beziehungsweise wo ich so viel Zeit liegen gelassen habe Wahrscheinlich ist dieses Spiel aber auch wirklich so am laggen Dass es echt nicht so schnell läuft wie sonst Und deswegen kann Topia auch so langsam vorkommen Vielleicht läuft es auch so 90%iger Geschwindigkeit Oder irgendwie so Sodass man es gerade so nicht merkt Sound sind auch sehr markant Ach Ne Bei was? Oh Gott Ähm What the fuck Wo kommen die ganze Blitz her Ich bin gleich soweit Und dann mache ich auch den Ingame-Sound noch mal leiser Problem ist ich kann In diesem Spiel gerade nicht Pause drücken Weil ich den Knopf nicht gebeindet habe Und weil ich den Sound so laut habe Und es mir nicht aufgefallen ist Habe ich die vorgelesene Nachricht nicht gut verstanden Ich hoffe ich äh Ich kriege das gleich hin Das springt jetzt immer geil Das ist immer so Das hättest fein Also rüberjumpen Da kann man auch nicht sagen Man hat alle Mario Karts am Stück gespielt Wenn man das dann so splitit Ja beim nächsten Mal geht es dann weiter Das ist ja nicht am Stück spielen Johnny finde so deine Persönlichkeit voll geil Ich mag es wie du so simple Sachen so erklärst Dass diese Sache so etwas besonderes ist Oh Dass du über den Tellerrand nachdenkst Und deine Erfahrung und Meinung sagst Ich kann es schlecht erklären Aber ich hoffe man versteht was ich meine Ey Alessio Vielen lieben Dank Ich verstehe komplett was du meinst Äh Ist so ein bisschen das Ding als Streamer Und Ja was heißt Als Commentary YouTuber Sozusagen Klar alles was mir einfällt Dass ich es irgendwie in Worte fassen will Und Ähm Die Dinge wie Wie ich über Dinge denke Das erläutern möchte und so Ist für mich was ganz natürliches Und normales Aber hey Trotzdem voll süß solche Worte zu hören Scheiße ich hab direkt weitergeklickt So Ingame Sound Scheiße Wir kriegen eh ein Kugelbilly Ingame Sound kann noch leiser Dann kann mein Lautsprecher insgesamt lauter Bisschen zu leise Glaub ich sogar Ja Ja das ist glaube ich gut Und dann 100 Bits Von ETA Warte Warum stelle ich hier einfach Pause ein Ich tue so als wäre es so unmöglich Das jetzt nachzureichen Und dann kann ich Pause drücken Und nochmal neu starten Ah Konfigurieren Jetzt gibt es so ein Disconnect Du standst zu lange Rum Wo ist der Pause Knopf Ich kann den gar nicht belegen Der wird mir einfach gar nicht angezeigt Kann ich irgendwie scrollen Der ist hier nicht dabei Oder bin ich so Ich bin so blind Hier Ich bin wirklich blind Start Select Kann ich nochmal neu starten Ah scheiße Das war schon die zweite Map In dem Cup Das kann ich ja nicht mehr schaffen Die haben mich jetzt überrundet Hätte ich im ersten Cup machen sollen So Vielen lieben Dank ETA Hey Johnny Heute durchziehen und 50 Euro absahnen Okay das ist natürlich Das ist eine andere Sprache Bald ist null Das bedeutet du kannst mit deinem Hardcore Mario Peach Fan Fictions anfangen Passend zu Mario Kart Johnny warum formatierst du nicht gleich die Festplatte Das war ja vorhin Okay Das war so lang her Da hatte ich doch nicht so viel verpasst wie ich dachte Ah das war es natürlich jetzt wert Hier jetzt einfach Nee Einfach nichts hinzukriegen Oh Gott das kann ich ja niemals aufholen Ausgerechnet der Track Viele mögen die glaube ich sehr gerne Aber das ist so eine Vario Strecke Die fühle ich überhaupt nicht Das ist so Vario Galleone Yo Was Wieso ist das jetzt falsch Was ist mit Tippy in letzter Zeit Jetzt ist mein Setup so verrutscht Dass ich das nicht sehen kann hinter OBS So jetzt Ich lege auch noch ein 50er drauf Hört mal auf mit der Scheiße Ich muss schlafen Ja ich muss es eigentlich durchziehen Weil ich hab Das war der Plan für heute so Tregassi Ich muss einfach ganz oft sagen Nee ich höre jetzt auf Ich höre jetzt auf Bis ihr immer mehr drauflegt Weil ich eh Im Gewissen noch weitermachen will Und wenn es bis 6 Uhr morgens geht Eigentlich easy Könnte ich ja easy machen Ich hab dann ja immer noch 4-5 Stunden Schlaf So Es ist nicht unmöglich 100 Imports 100 Bits von ETA 100 von Schwarzfeder Das ist eine gute Strat Einfach so tun Als würde man weich werden Als würde man nachgeben Und die Challenge verkacken Oh Hastet ich den Vario an Er hat mal wieder Ein Wikingerhelm auf Okay das ist cool Das sieht aus wie ein Vario Land 1 Tregassi Danke für 3 Monate Bleib beim Team und im Stream Bleib beim scharfen Essen Extra noch spät Nachts für die neue Wohnung reinschauen Geil Du siehst I did it Ich hab das Nest verlassen Aber der Hintergrund Wird sich nochmal anpassen Ich muss das Zimmer nochmal komplett umstellen Weil ich eine viel bessere Idee Bekommen hab Wie ich das Ganze Wie ich mich hier wohler fühle Der Hintergrund Wird sich nochmal ändern Bleibt gespannt Mal sehen wir ob damit noch Irgendwas theoretisch möglich ist Das ist ja jetzt Ein maximaler Kugel Willi Boah die halten ja nicht mal lange Also die halten ja länger Ein Malkart 8 Vom 6 auf den Okay da hat das mit dem Abstand zu tun Aber trotzdem Der war Der war nix Oh guck mal hier auch Malkart 8 Material Absolut Man ist grad so steil hochgefahren Hat man an den Münzen gesehen Das wäre Wow Das hätte voll reingepasst Und es gäbe Ach du Scheiße Das tut mir so leicht Yoshi Ähm Und da hätte ich die Map Glaub ich auch besser Beziehungsweise hübscher gefunden Ich sehe warum man die hier Richtig Richtig nice findet Aber irgendwie ist sie nichts für mich Ob es der Look ist oder so Eigentlich macht es hier alles richtig Ich mag so Seefahrer Stuff Er sieht auch ein bisschen aus Wie so Wie so ein Wie heißt das Freizeitpark So das Das ist so ein Wie heißt das denn So ein Ride ist Das hat doch einen Namen Kann ich mit einem achten Platz Trotzdem noch Einen guten Kopf schaffen Oh mein Gott Als ob Als ob ich in der letzten Runde Noch jemanden gekriegt habe Ist da noch der sechste Platz Wo ist das Ziel Ah ok Ich wusste nicht mal mehr Dass das hier ist Die Map kann ich gar nicht auswendig Da weiß ich so wenig von Genau wie Rosalinas Eisplanet Oder Eierplanet Oder was auch immer Ok mit einem siebten Ist das eventuell machbar Boah Varius Galeone in HD Das klingt nach Gönnung Ja und stattdessen wurde Fucking Bausas Bausas Großstadtfieber Ne hier Koopa Großstadtfieber genommen Weißt du der Look und so Ja Natürlich ist das in Mario Kart 8 geil Weil so viele Lichter und so Aber Das Design Das ist der Fahrspaß Diese Map ist einfach Die macht auch Ich weiß nicht was die Fallt von Aber ich kann ich einfach nicht leiden Ob mir die Häuser Zu seltsam aussehen So es hat echt nichts Mit Bausas zu tun eigentlich Ob ich sie nicht so gern fahre Ich kann es nicht ganz sagen Ist einfach zu Das ist wie so ein Sonic Level Oder so Die passt nicht rein Die sieht aus wie so Irgendwas von Von Dr. Eggman Es gibt nichts besonderes hier Es sind einfach nur so futuristische Kurse So als F-Zero Strecke wäre es so voll normal Aber in Mario Kart Da finde ich irgendwie einfach lame Boah und da die Galeone anstelle von Von dem hier wäre krass gewesen In Mario Kartal Aber solange es dir das alles halt nicht gab Haben wir eine Chance auf Demnächst Demnächst noch mehr Ach du Scheiße Ich kann doch jetzt nicht rum Null Uhr hier Den Hype Train Einfahren lassen Okay Okay shit Ich kann ja Pause drücken Vielen, vielen Dank Vielen Dank für den Hype Train Philipp Ich hoffe du schläfst tief und fest Der Typ ist nämlich ein guter Schläfer Also wenn der einmal wegknackt Dann wird man den auch nicht mehr so schnell wach machen können Das ist auf jeden Fall vorteilhaft für unsere WG Kree Vielen Dank für 100 Bits Du sitzt in der Muckbahn Du sitzt im Hype Train Genauso wie E.T.8 Ich meine der sitzt schon fünfmal drin 100 Uhr Es geht wieder los Es geht wieder los Tammy Vielen, vielen, vielen Dank Auch für dein Ticket Planmäßiger Late Night Hype Train Here we go Muss das Dankeschön Das wäre doch nicht nötig Ach ich wollte den gerade platt machen Also es sieht natürlich mal keine Art gut aus Aber es sieht auch hier schon Nach nichts Besonderem aus Das ist einfach, ja Lichter und Regen und so Es hat was cooles Aber Cheer 108 Was soll der Guide Ich lege nochmal 50 drauf Und erhöhe somit auf 100 Nur damit du nachher in der Ersatzbank sagst Kannst du dich denn für Donations wach geblieben Um Mario Kart alle zu spielen Echt mit dem Federsiegel Dass ich mal so eine richtig schöne Low Energy Ersatzbank dann raus hasse Könnt ihr Mogi dann Cheer 100 Let's go Könnt ihr Mogi direkt auch nochmal die Entschädigung auszahlen Dass ich nicht ganz performen konnte an dem Tag Dass seine Videos darunter leiden Dass ihr mich hier Bestech Nicht erpresst Aber zumindest irgendwie in irgendeiner Form Cheer 100 In Versuchung führt Ne 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 Also ehrlich gesagt wollte ich eh keine Schwäche zeigen Ich glaube wenn wir das doch jetzt Cheer 100 auch von 50 Euro drauf Jetzt 200 Euro Wenn wir doch Malkat 7 gleich durch haben So ewig lang kann Malkat 8 doch gar nicht sein Und ich meine ich wollte einen Late Night Stream machen So ist es nicht Ich wollte schon so bis 2 Uhr Aber Malkat 8 ist halt wirklich lang Das ist eher das Problem Das geht hier so bis 5 Uhr morgens dann Und der Vollmond scheint hier rein Okay das ist ein Zeichen Ist heute Vollmond oder war gestern? Der sieht auf jeden Fall sehr rund aus Auch von Auch von 50 drauf Jetzt 200 im Pod Alles für den geilen Stream Was soll da groß passieren? Wir spielen so Malkat 8 um 3 Uhr morgens Oh Kinder 3 Uhr morgens Dann reden wir vielleicht wieder über Porn oder so Dann sagt jemand Boah Johnny deine Persönlichkeit Wenn du über Sex so offen redest Das ist so So bewundernswert Ich denke mir so yeah Und dann gehe ich offline Und habe 200 Euro verdient Das ist für ein Leben Ey vielen vielen lieben Dank An der Stelle Dass ihr meine Streams schaut Oh Wuhu Island Die zweite Map Toad Es kommt sogar Nen Blutmond Joanie Hype Sebi Blatt Vielen vielen lieben Dank Für 100 Bits Genauso von Loki Es ist Vollmond Es ist Vollmond Genau heute Es kommt sogar ein Blutmond Das ist jetzt Also Blutmond gibt es doch auch in echt Ne Das könnte ja wirklich sein Verarsch mich jetzt nicht Das ist nur eine Breath of the Wild Anspielung Ich meine den Blutmond gibt es wirklich Oder hieß der irgendwie Saphirmond oder Ne Irgendwas mit Rot war da doch Oh Gott However Wie auch immer ich das überlebt habe Ah Und jetzt fliegt man so an den Strand Oh das ist echt nice Oh ist das Ist das einfach ein Abgrund Oder war hier auch eine Abkürzung Okay Warum sind die da Ist da so ein Unfall So eine So ein Dings Ah und erstmal am Schloss vorbei Genau Ru Island einfach prädestiniert Um mit dem Kart einmal da durchzufahren Das kam noch gar nicht gut genug zur Geltung In Ich bin auch ehrlich In Resort Hätt es noch einen Modus geben müssen Wo man auch einfach rumrennen kann Und so Nur das Fliegen hat auch irgendwie nicht gereicht Da hätte dann natürlich noch mehr Inhalt sein müssen Damit man auch interagieren kann mit der Insel Aber Das Potential war einfach auch noch nicht erschöpft Das hätte man in dem Nachfolger Auch noch Tier 100M Auch noch machen können Oder beziehungsweise Hätten wir auch immer noch auf der Switch Ruhr Island nehmen können In In neu und Vollgestoff mit Stuff Nicht ganz so Kahl und nackt Jo hört mal auf jetzt Was übertreibt ihr hier so NoSkills Vielen Dank für 100 Bits Äh Ach ne warte Hä Da kam doch gerade noch mehr Okay dann Ja dann hat der ja überhaupt nicht übertrieben Was soll das eigentlich Schwing euch mal an Der Sniper Der Sniperboss Den ersten Platz nimmst du mir nicht tot Der hat mich schon von Anfang an abgefuckt Let's go Den hab ich auf der Karte gesehen Also wirklich der zweite Der zweite Bildschirm ist ein Segen In diesen In diesen Handheld Mario Cards Das ist so geil Stark Ich hab alle Mario Kart Ich hab alle Mario Kart Spiele gespielt Außer die zweite Spiele Acht 4100 Wie wärs mit 203 Joanie Luke Bist der beste Mein Juni Digga Tim Hört mal auf Vielen, vielen, vielen Dank Für drei Cheer 300 Bits Fast red ich Vielen lieben Dank Für die Unterstützung Du sitzt dreimal im Hype Train Oh Yoshi freut sich auch Vielen Dank Chat Wie wärs mit 203 Achso Die hab ich ja jetzt schon bekommen Oder machst du dann nochmal 3 draus Cheer 100 kannst gerne Fully fragen Wenn ich was sage Halte ich mich auch dran Komm jung hau raus MK8 Und eine Ersatzbank Wo ich und deine anderen Zuschauer wissen Der Junge hat die Nachtschicht wehbollert Toad hat trotzdem 3 Punkte mehr als ich gehabt Insgesamt Ich dachte ich war eigentlich relativ gut unterwegs Johnny ist das so unangenehm Wenn ihr ihm Geld spendet Cheer 100 bitte Macht das nicht Ihm ist das peinlich Cheer 100 Nee das ist auch wirklich Das ist alles hier umsonst Also ist es wirklich aber Behaltet euer Geld Oh nein Oh nein doch nicht an den Streamer Geld spenden Ab genau 5 Uhr 29 Was labert ihr Hab gegoogelt Achso ok Keiner als 3 Der Halbschattenfinsternis Und ab 4 Uhr 7 Was für ne Nacht Ja jetzt bleiben wir wach Also das ist ja Schicksal Dass wir auch wirklich einfach 600 Bits von ET8 Nochmal Du bist einfach irre Vielen vielen lieben Dank Wie macht man das Herz so Vielen lieben Dank Für die Unterstützung Also ihr seid doch bescheuert Einfach übertrieben Übertreiben heute Ich glaube auch Also wenn wir da noch So eine halbe Mondfinsternis Tatsächlich mit dieser Verfärbung sehen Das ist ja übel cool Und ich hab halt For real Der Zug Oh mein Gott der Zug ist so Wir haben den Hype schon da Und wir spielen die Zugstrecke Shoot shoot Okay diesmal fahre ich da nicht rein Ach du scheiße Kommt das Game nicht auf den Zug Klar Okay Ich hab nichts gesagt Das ist ja die Leistungsfressendste Strecke Die das Game hat Was passiert denn hier Oh warte Das sind mehrere Züge Ach kommt schier 100 Lass mich durch Knochi Vielen vielen Dank auch von dir Für 145 Bild Absolut Warte Warte was Hashtag Mods loben Was Was ist das denn Ja ach die Mods Müssen auch mal mehr Von mir zurückbekommen Sind die Mods Überhaupt hier Um das Lob zu empfangen Absolut Claps für die Mods Einfach mal Mod Appreciation Chat An den Streamer Geld spenden Okay Gott ist das eine Slideshow Ist das eine Also allein deswegen Muss ich mal Cut 8 spielen Damit wir heute einfach nochmal richtig schön So ein bisschen Gameplay haben Dieses Spiel ist halt wirklich Ein bisschen ungeeignet Für die Aktion gewesen Ich dachte Ich dachte das läuft Aber Capture Card Capture Card Ist notiert Ist auf dem Set Jo wie soll Ihr zögert das halt auch einfach Noch weiter hinaus Weil ich einfach Nebenbei nicht fahren kann Ach so Ja Ja hört doch Leute Der Mann will keine spenden Hat er gesagt Ey das ist jetzt aber auch Schon dein Wettgeld Okay Wirklich Das ist ohne Spaß Vielen 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 lieben Dank Für 100 Euro Schwarzfeder Jesus fucking Christ Ganz ganz viel Liebe an dich Ey Diese Unterstützung ist insane Ist Absolut nicht nötig Aber ich bedanke mich Ey Nicht noch mehr Wenn ich dann nachher machen kann Ich spiele doch einfach nur Ich mache doch einfach nur Das was ich versprochen habe Zu Ende Können wir aufhören Das zu Contents zu machen Diese Das ist so ein Selbstläufer auf Twitch Das ist so dumm Dieses Oh Oh Viele spenden Oh das ist jetzt Das ist jetzt die Sache Die passiert Das ist immer so unangenehm Und dann wird es immer mehr Weil es ja dadurch lustiger wird Und es ist ja so Und ich freue mich auch drüber Vielen lieben Dank Ey Ich glaube ich kann das nicht machen Ich glaube ich weg Philipp Wenn wir jetzt die Luftpolster durchziehen Eins bekommst du Und ich reiche das sonst nach Okay Oh nein Das wird auch noch so richtig ekelhaft Ich kann es retten Schwarzfeder Vielen vielen lieben Dank Scheiß drauf Philipp soll nicht heulen Fick dich Philipp hat nichts getan ETA 100 Bits Auch von dir nochmal Toxikad 100 Bits Vielen lieben Dank für deine Teilnahme am Hype Train Kree 100 Bits Ähm Lookert recht Ich sehe gut aus Eben Femtopi 5 Euro Die dürfen auch nicht untergehen Vielen vielen Dank Für deine Unterstützung Für diese Für die Teilnahme am Hype Train Ihr sollt nochmal eine Eine Flöte bekommen Vielen lieben Dank Aber wir machen jetzt hier Late Night Stuff Okay Entspannt euch Haltet euch zurück Würde ich fast sagen Erntenburg und Drakran 92 Kriegen noch von Johannes Zwei gifted Zapps Johannes Vielen vielen Dank Erneut für deine Unterstützung Bleibt im Team und im Stream Entenburg Und Drakran Oh Gott Es ist so laggy Dass ich sogar Dass ich es nicht mal richtig Richtig steuern kann Ich hoffe wirklich die Ich hoffe wirklich die Rainbow Road Wird funktionieren Die Rainbow Road ist so schön So eine Gönnerstrecke 400 Schwarzfeder nennen mich Meine Eltern Kannst ruhig was persönlicher sein Und mich Feder nennen Ja stimmt Ich hab dich bisher immer Schwarzfeder genannt Obwohl ich das bei anderen auch immer sehe Dass du einfach Feder bist Weiß ich mag den Namen Schwarzfeder Aber Hey Ich nehm dich beim Wort Du darfst mich auch Johnny nennen Weißt du was Ich fahre jetzt da rüber Seht ihr das Solche Probleme Habe ich mit Mario Kart 64 Äh Ich mein Solche Skills Habe ich mit Mario Kart 64 Nicht Hier weiß ich Wie man auf Rampen fährt Das hat nichts geändert Holy shit Warte Wie viel ist das Wie viel kam da von Schwarzfeder Womit hat er das gerade gemacht Beziehungsweise von Feder Wenn ich es anspreche Macht es das irgendwie schlimmer Okay mit 100 Bits Holy shit Ich hatte Angst Feder vielen vielen lieben Dank Und ET8 Nochmal Wie viele 10 Gifted Subs Bro Ne 9 Sind das einfach 9 Ne es sind 10 Vielen lieben Dank Et8 Et8 Ah ok Auch nochmal 100 Bits Natürlich Auch von dir Ich dachte ich hätte mich jetzt verlesen Und das war gar nicht von ET8 Aber es ist beides von ET8 10 Gifted Subs Und 100 Bits Ohne Sinn Dankeschön Dankeschön Vielen vielen lieben Dank Da es bereits schon ungefähr 3 Leute auf Twitch gibt die ET8 als Namen haben Wirklich Kannst du mich auch Niklas nennen Cheer100 Yo Das ist ein Das ist ein Durchbruch Das war's Neues Ich hatte keine Ahnung Seit Jahren bist du hier am Start Und du heißt einfach Niklas Wusste ich nicht Ich weiß nicht ob ich es bei Paypal irgendwie hätte sehen können Das kann sein Aber Niklas Vielen lieben Dank für deine tatkräftige Unterstützung Die letzten Jahre Monate Und auch jetzt wieder Dank für 100 Bits Dank für 10 Gifted Subs Auch du kriegst ein Luftpolster Okay Eins Sonst ist hier wirklich Feuerwerk am Start Das ist nicht in Ordnung Ich habe einen Grund Warum ich in der neuen Wohnung nicht bis so spät nachts streamen wollte Ich wollte ein dickes Event machen Wenn wir im neuen Setting sind Und ansonsten wollte ich meinen Rhythmus vielleicht sogar mal so machen Dass wir um so um 14 Uhr anfangen eher Und um 22 Uhr schon wieder in Richtung Schluss gehen Dass ich so ein bisschen mich daran anpasse Wie Philipp immer schlafen geht Aber Ich weiß schon warum ich nicht so spät live sein sollte Loveo Games Banjo Isaac Captain Falco Shiny Keks 2 Mimalana Finlay 1307 Lev 321 Lars X7 Hades oder Hades 4132 Gehört euch die Emotes Willkommen im Team Willkommen im Stream Ihr seid Paprikas Könnt Jalapeños oder Javaneros werden Bleibt beim scharfen Essen Bedankt euch bei ETH Ich will noch mehr Herzen im Chat sehen Vielen Dank für den Level 5 Halbchen Chat Krank Mit so ein paar Bits begonnen Und dann wieder Level 5 erreicht Jesus Christ Weißt du ihr zögert das hier immer noch weiter raus Aber mit einem Stundenlohn von weiß ich auch nicht Da kann man sich nicht beschweren Aber ich denke mir so Jetzt lasst mich das scheiß Spiel spielen Die Nacht des Vollmondes In dieser Nacht ist Gernons Macht am stärksten Sie verleiht den verstorbenen Seelen wieder eine fleischige Gestalt Johnny Sei auf der Hut Ich weiß so wie Leute gefragt haben Was ist denn bei sei auf der Hut so lustig Da ist eigentlich nichts lustig dran Ich mag einfach nur die Redewendung Sei auf der Hut Das ist so alt Das Zelda das so sagt ist irgendwie geil Sei auf der Hut Link Das ist ein altertümliches Spiel Aber das ist so eine Ich weiß nicht Ich finde diese Rede wäre nur einfach witzig Oh Die ist schön geworden Die Map sieht geil aus Ist zwar nebliger als ich dachte so Weil so nebel in Videospielen Assoziiere ich meistens irgendwie mit Render Distanz Auch wenn es hier eigentlich wirklich nur ein Stilmittel sein soll glaube ich Aber die Texturen sind erstaunlich hübsch irgendwie Das ist auf jeden Fall Holy Moly Ein Improvement Und hier zu fliegen hat sich komplett angeboten Finde ich auch sehr geil Weil die Rampe im Original ist eigentlich richtig random Und man fällt da einfach Wow Wow Da fällt man einfach nur runter Ohne Sinn Oh Moment Was ist passiert Das habt ihr gar nicht mitgekriegt oder Tippies in letzter Zeit Ich muss wechseln Ich muss dringend wechseln Es gibt mehrere Gründe Zelda gleich geil Okay Ich seh schon Es ist wirklich halb eins nachts Nicer Beitrag an der Stelle Eher so Sie verleiht den Spendern wieder eine offene Geldböse Sei auf der Hut Halt echt Wo bekommt ihr diese Diese Muse teilweise her Wie entstehen diese Situationen Und wie kann man sie Systematisch herbeiführen Hä Oh mein Gott Ich hab Bowser einfach in den Tod geschubst Oh nein Das hat sich richtig fies angefühlt Oh der war so geblendet Und am Rand seines Untergangs Ich dachte mir so Oh ich darf Jetzt gehe ich 4100 aber real Talk Es gibt Bowser ist doch schwer Bowser ist doch schwer Bindestrich größer als der echte Bindestrich unreal Unterstrich Ich wusste nicht Ich hätte nicht gedacht Dass das klappt Was ist passiert hier überhaupt Achso das ist dein Account Boah die Text to Speech Lies das nochmal besonders anstrengend vor Niklas Vielen Dank für 100 Bits Ich werde es mir nicht merken Wenn du nichts dagegen hast Was ist der Stachypanzer hier in diesem Spiel Ähm Ist die Textur verpackt Warum also nicht in dem Spiel Sondern in der Emulation Das sah ein bisschen düster aus Als ich das gewohnt bin Komm schon Lies am Melds Gamecube ok Er sagt einfach Ey sag einfach wenn du Hilfe brauchst Stream Elements zum Beispiel Ist ganz fix eingerichtet Definitiv ist es das Bei mir ist es wirklich immer dieses Warum mache ich das jetzt Ne Mach grad was anderes Ist es so richtig Ist doch unnötig Kein Bock das jetzt einzurichten Genau wie die Panels Einfach mal neue Panels Kurz und dann streamen packen Das simpelste von allen Seven TV einrichten Und auch so dass das Das Kree dann irgendwie Die Emotes hier managen kann Und so Das wäre ein paar Handgriffe Dann wäre der Boy endlich Wieder zufrieden Ich schiebe es einfach auf Weil ich so Ich mach es einfach nicht Weiß ich nicht So ein paar Handgriffe Und genau deswegen mach ich es nicht Ich versuche schon Mein Bestes hier herbeizuführen Kannst mir später danken Per Paypal Ich hab letztens drüber gesprochen Also da wurde Irgendwie gefragt im Chat So yo Was kriegt ihr Mods eigentlich So von Johnny bezahlt Wie ist denn das Und kann man sich da bewerben Das war halt schon funny So Beziehungsweise der hat dann Richtig so geschrieben Ich hab nämlich gehört Er macht das umsonst So als wäre 200 Euro verdient Hast da werden die sich bestimmt M-C-I-T-H-S verdächtiges denken Als wäre ich so ein richtig Ausnutzender Tyrann So Oh habt ihr Das ist so Als würde ich so meine Cutter umsonst Wisst ihr so Leute die so Videos Für mich schneiden Als würde ich die so nicht bezahlen Mordarbeit ist halt so eine Sache Es ist bei mir absolut freiwillig Und sobald man dafür irgendwie bezahlen würde Suggeriert das finde ich auch Auch so eine Pflicht halt Dass sie dann immer hier sein müssen Und ihre Mordarbeit machen müssen Und so Das will ich eigentlich nicht Und das bisschen Kleingeld Was man mit Mordarbeit verdienen würde Ist wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt So das was man sich dann darunter versteht Wenn man plötzlich Immer da sein muss so Deswegen ist das finde ich Ein schwieriges Thema Aber könnt ihr mir gerne mal schreiben Was ihr davon Was ihr dazu denkt So wenn Wenn sie mal ihre Mords nicht bezahlen Beziehungsweise Das ist eigentlich normal Das ist so eine freiwillige Nebenbei Tätigkeit Beim Gucken halt Beziehungsweise für manche Auch so ein Privileg natürlich Als wäre es so VIP mäßig Das ist dann verlangt auch zu sehr So kann ich das Spiel doch nicht beenden Das geht doch nicht Hat irgendwer Nicht irgendwer einen Plan Ich muss doch safe Irgendwo so einen Haken setzen Und dann Vielleicht kann ich es auch Einfach kleiner machen Vielleicht fordert das Mein PC auch ein bisschen zu sehr Dass ich es jetzt doch So in Hochauflösen Und in Riesig spiele Hat da irgendwer Ahnung von Dass es vielleicht weniger leckt Wenn ich das Nicht auf Vollbild mache Oh Gott Wieso ist das so komisch Oh tatsächlich Oder? Warte ich spiele kurz so Ich kann es gleich für euch Ja das sieht gut aus Ein bisschen weniger krass Einfach Ein bisschen weniger riesig Ja Okay easy Wenn ich eure Tipps übrigens Vorhin nicht gelesen habe Dann müsst ihr irgendwie Die Nachricht hervorheben Oder also Ich kann das nicht verlangen Natürlich aber es tut mir dann leid Wenn ich es nicht sehe Okay dann machen wir es so Ist ja ein 3DS Spiel Sollte eigentlich Passen Und wisst ihr was? Ihr kriegt den Bottom Screen Jetzt nicht Ich habe genug Zeit Verschwendet hier Schwarz Nichts verdächtiges denken Ich meine Was heißt stell dir vor Du könntest das sagen Ich kann ihnen das Wort Wollte ich sagen Und das wäre glaube ich Nicht das erste Mal Dass ich denen ein bisschen Was seltsames erzähle Was mein Einkommen angeht Also Ich weiß nicht Ob sie sich da wirklich Noch so krass wundern würden An dem Punkt Ich habe das zwei Jahre In ihrem Haus gemacht So Das ganze Ding Was mir jetzt hier Die WG finanziert Und so Das ist Absolut Insane Ich bin so froh An diesem Punkt zu sein Und Vielen Dank Es weckt auf jeden Fall weniger Die anderen Strecken Sollen jetzt richtig gut laufen Weil Daisy Stamford war wegen Den ganzen Tischen da Und so sowieso Gerade sehr Sehr laggy Das heißt Wir sollten noch Ein, zwei Strecken Auf jeden Fall bekommen Die so richtig smooth laufen Jetzt Das hat einiges geändert Als ob ihnen das verfehlt Oh mein Gott Vollidiot Johnny Vollidiot Vollidiot Kommt in meinen Augen Ein bisschen Darauf an Wenn ein Streamer Sehr viel streamt Und auch eine gewisse Größe hat Wodurch der Chat Tatsächlich Aktive Moderationsarbeit braucht Finde ich es fair Bei kleineren und mittleren Streamern eher nicht so Aber da finde ich das dann korrekt Wie es viele Streamer machen Und ihre Mods dann zum Beispiel Mal eine Kleinigkeit schenken Genau das hatte ich dann auch gesagt Das meinte ich sogar Können diemals bestätigen Dass ich vielleicht mal so Dann auch zu Weihnachten Dieses Ich kaufe meinen Mods Was sie wollen Oder so mache Da sehe ich mich auf jeden Fall RIP-Bottom-Screener ist für unsere Sünden gestorben Ich habe gerade so einen großen Kartoffelchip-Krümel in meine Tastatur gespuckt Lass der Gamer Lifestyle Den werde ich dann nie rausbekommen Wer ist einfach verschwunden Ich habe es genau gesehen Belastend Guck mal das leckt auch extrem Auf jeden Fall gut das anzupassen Ja so Scheiße Wir haben das Spiel echt so auf halber Zeitrippe gespielt Wenn das mal smooth läuft Das ist so viel schneller irgendwie Dann ist das Gameplay auch lange nicht so lame glaube ich Wie es vorhin vielleicht rüberkam Guck ich das an Hier ist die Action Ah tatsächlich Hier kann man jetzt keinen Stunt mehr machen Ist einfach weg die Stelle Ja das ist ein Downgrade für Blätterwald Bin ich ehrlich Das Fliegen hier jetzt gleich ist ganz nett So passt halt voll rein Aber Wups Ich wollte es eigentlich verteidigen Aber Oha So den Grünpanzer bis hier hin Der wird noch nützlich Damit reicht dann noch was gleich Nicht schlecht Ups Oh ich sollte die Abkürzung fahren Ich habe die Abkürzung für nicht einmal gezeigt In MyCardWii Weil ich sie jetzt mittlerweile so gut kenne So Aber früher habe ich ewig gebraucht Bis ich die gefunden habe So lange keine Ahnung Dass ich hier eine Abkürzung gebe Der Kartoffelchip ist jetzt in den Backrooms Oh mein Gott die Backrooms Also Kennt man natürlich auch schon länger Aber ich liebe das In letzter Zeit sehe ich das überall Dass Dinge einfach in die Backrooms fallen oder teleportiert werden Oder so Ich liebe den Gedanken und das Konzept der Backrooms Also ich hasse es natürlich auch Teilweise ist es auch creepy Und irgendwie Die Liminal Videos dazu Habe ich mal eine Zeit lang immer so reingeschaut Das sind einfach Das sind schon geil Aber ich mag es auch Einfach nur als der Ort Wo man plötzlich auftaucht Wenn man so Zwischen den Welten gelandet ist Einfach alles was so unerklärlich verschwunden ist So dass Bermuda Dreieck Mein Animal Crossing Animal Crossing ist in den Backrooms Meine Animal Crossing Cartridge die ich vor Jahren einfach verloren habe Die ist so safe Jo was geht ab alter Pilze Laubpilz Profi auf einmal Die ist sowas von Ach du Scheiße Sowas von in den Backrooms gelandet Oh Junge Sollte ich mir noch eine Cola genehmigen Bisschen noch wacher sein Bisschen Bock habe ich auch Oder sollte ich bei Wasser bleiben Für die Energie Das ist natürlich nicht verkehrt Ich fühle bei Limited Spaces gar nichts Also man muss nicht krass was fühlen So ASMR mäßig oder so Also es ist auch nicht unbedingt so eine Angst Oder es ist schwer zu erklären Limited Spaces Limited Pictures und so Sind irgendwie cool Die sind einfach für mich einfach sehr faszinierend Manche sind lame Cola ist verbessertes Mineralwasser Also hau weg das Zeug Was für Verbesser Ist so voll viel Zucker drin Ja gut wenn es nur Mineralwasser ist Dann kann es ja nicht schlecht sein Ja ich habe überlegt Alles was ich hier so consider Ich so Mach ich heute überhaupt noch zu Ende Du kriegst Geld wenn du es machst Sollte ich überhaupt noch eine Cola trinken Das ist ungesund Also mach es Ihr corrupted mich einfach komplett Was soll die Scheiße Äh Et8 Vielen lieben Dank für 100 Bits Dankeschön So Wie viele Cups haben wir noch Zwei oder drei Ich habe gerade Angst Dass ich es unterschätze Aber es sind noch drei Aber ansonsten Sind wir doch Ja es sind noch zwei Let's go Sind wir doch gut dabei Ich will immer die Rainbow Road Als letztes Spiel auf jeden Fall Tisi Hau rein Vielen lieben Dank fürs Reinschauen Danke fürs so lange durchhalten Danke für deine Mordarbeit Schlaf gut Und bis zum nächsten Mal Und nochmal GG An deinen heutigen Erfolg Sehr sehr cool Oh Cooper Cup yes Die bessere Version Ne nicht unbedingt Aber ich mag das Spiel ein bisschen lieber Seht ihr das Ich bin auch nicht direkt In den Koopa rein Äh in den Goomba reingefahren Oder in den Abgrund geflogen Einfach nur Geile Map Einfach fun Bisschen fliegen Bisschen durch den Wasserstrom Leiten lassen Und jetzt Ich glaube jetzt ist es tatsächlich Wack Ich glaube das hier war nicht so gut Wie auf Äh Im Original oder Oh dieses hier rüberspringen Ist aber immer geil Ja genau Weil hier gibt es nicht mehr Dieses Wasser Und nicht mehr Die Schrumpfteile Also das ist wirklich Das ist fast schon mal Cut DS Artiges Downgrade Ja ne Original ist die bessere Strecke Was bitte Auch wirklich Dinge Die noch nie passiert sind Nicht dass also Dass man mal da runterfällt Okay aber Der ist so von der Seite Irgendwie schneller als ich Vor mich gesprungen Und hat mit einem An ihm dranhängenden Shell Mich genau überm Abgrund Da runter Von Abgrund runter Geballert Das nächste Mal Bei Japano schlampen Oh Gott Na safe Aber absolut Was ist das Eine richtige So eine schöne Finca Einfach ne Safe Für die Für die Mordarbeit Ich mein Mit den Bits Hast du es dir best Die selbst finanziert Also Wart mal bis Dezember Kree Vielen vielen lieben Dank Für 100 Bits Dankeschön Ja Stark Danke Ja danke ne Mündlicher Vertrag Ist binden Genauso wie Der mündliche Arbeitsvertrag Den du mit mir hast Piss dich Irgendwer ist da noch Hinter mir Scheigai fährt genau An meinen Hecklichtern Irgendwie Okay dass der Tanuki So lange hält Ist bisschen nervig Man würde schon gerne Ein nächstes Item Bekommen Der sollte nicht so lange Halten dass man Ja wobei Vielleicht hab ich ihn zu spät Eigensilft Oh nein Vollidiot Schmeckt Hätte man auf jeden Fall Versuchen können Mit dem Pilz auszuweichen Weiß allerdings nicht Ob es in Markkart 7 Tatsächlich Eine sichere Stachysurvive Methode gibt In Markkart 8 Dann direkt 2 Ein Pilz kann dir helfen Das war Was glaube ich Mein Glitch war Aber halt drinnen blieb Und Also haben sie nie Der hat mich So outplayed Niemals Niemals macht er genau Da eine Banane Warum wollte ich auch Links an ihm vorbei Ich hätte einfach Rechts bleiben müssen Wäre ich erster gewesen Scheiger Du kleiner Pisser Der hat mich direkt getriggert Als er so direkt hinter mir war Ich wusste der Der fühlt nichts Gutes im Schilde Ich wünsche wir könnten jetzt den Bottom Screen sehen Ach ja Seht ihr deswegen rede ich jetzt auch darüber Deswegen erzähle ich euch was da passiert Damit ihr wisst Was auf dem Bottom Screen Bottom Screen Abgeht Spindelbude Komplett Das ist doch einfach nur Das ist doch einfach gemein Was der Ja Ach komm Ich wollte das für Scheiger nutzen Jetzt komm hier Einmal Skill zeigen Guck mal In Malkat 8 ist kein Problem In Malkat 7 ist kein Problem Ich werde langsam irre Ich habe immer noch nicht das letzte Spiel angefangen Was die meiste Zeit einnehmen wird Ja Also Für Malkat 8 Wird sich eine Kalte Cola gezischt Das ist so dumm Ich bleibe einfach viel zu lang wach Obwohl ich morgen Ja ich meine 12 Uhr ist halt auch spät Es ist vollkommen normal Also wenn man um 6 Uhr morgens aufsteht Dann um 1 ins Bett zu gehen Kann mal passieren So würde ich mir nichts bedenken Aber wenn ich um 12 Uhr morgens was machen muss Ist es trotzdem irgendwie scheiß Um 6 ins Bett zu gehen Wisst ihr Obwohl es eine Stunde mehr Schlaf ist 6 Uhr morgens schlafen ist halt so richtig Raindead irgendwie Die Vögel singen Es ist schon wieder hell Ich meine so lange wird es nicht dauern Aber es fühlt sich immer mehr so an Als ob wir hier noch richtig lange sind Aber irgendwo ist das der Point Der Der Aktion gewesen Also Also nachgeben wäre eigentlich so dumm gewesen Und ihr bietet mir dann auch noch Preisgeld Man ist einfach verwöhnt An dem Punkt Das ist so nicht normal Nachher ziehe ich gar nichts mehr durch Außer ich kriege Geld dafür Ihr dürft mich nicht so verhätscheln Ich hätte schon fast hier nachgegeben Ohne Sinn Wann im Marka Double Dash Auch da so An diesen Holzteilen So Seile dran Weil das sieht echt cool aus Ich mag den Look hiervon sehr So man könnte jetzt meinen Das war aber jetzt wasted Mit dem roten Panzer Aber der erste Platz Wurde ja von dem blauen Panzer erwischt Insofern Ja wobei Das ist ja immer noch viel zu weit vorne Ich dachte ich kriege jetzt beide Hm Haben jetzt gesagt Nein ich hätte den Pilz behalten sollen Für die Abkürz Wait Ich kann hier sowieso die Abkürzung nehmen Oder Klar man wird ein bisschen langsamer Aber dann kann man hier einmal Easy Da braucht man gar keinen Pilz Das ist ja ein No-Brainer Komplett vergessen Der Sound vom Dino Also im Blätter weiter Wir haben jetzt leider ein paar Abkürzungen No way Der scheiß Schallgeil wieder Oh er ist auch reingefahren Oh Gott Oh Gott Er erwischt mich mit sowas Ich dachte ich bin safe Dieser Schallgeil muss bluten Ich hab nen roten Panzer hinten dran Er erwischt mich seitlich Der hat ne persönliche Vendetta gegen mich Ich dachte wirklich Ne roter Panzer Wenn der mich noch überholt Ist ja alles easy Beziehungsweise denn Wenn der jetzt noch mit grünen Panzern Auf mich schießt Gott Ach Fehlen die Worte Was war das für ein Scheiß Das war so ein Schwachsinn Wird auch nichts gegönnen Wieder nur Silberpokal jetzt hier Aber Johnny Ich würde auch nicht arbeiten Ohne Geld dafür zu bekommen Bin ich so verwöhnt Ne Geld kriege ich ja auch Von den Subs und so So ist ja nicht Ich meinte eher Wenn ich mir was vornehme Dann mach ich's halt auch so Dann will ich nicht dafür bezahlt werden Weißt du Du kriegst Geld dafür Dass du gearbeitet hast Nicht dafür Dass du nicht zu früh gegangen bist Also weißt du Du kannst nicht Du kannst nicht einfach gehen Und dann sagt dein Chef so Ach komm Du kriegst nochmal 200 Euro Ich mein das ist schön Wäre geil Kann man versuchen so Ich wünsche euch viel Erfolg Mit der Strat Ne Ich mag jetzt Wochenende Chef Ich hab zwar Ich hab zwar Also ja Wenn man noch Überstunden hat Kann das vielleicht sogar wirklich so eine Situation sein Kein Plan wie das funktioniert Weil irgendwie weiß ich Man Da kann ja nicht einfach Überstunden nehmen Man man will Aber Je nachdem Ähm Aber einfach sagen Yo ich geh jetzt 3 Stunden eher Und der Chef dann so Ne Komm wenn du durchziehst Dann kriegst du nochmal Ein 200er Das wär doch was Was für ne Moral hier Wie soll ich denn da Meinen Eltern je sagen Och was Ich bin doch eigentlich Auf dem Arbeitsmarkt angekommen Nach 10 Jahren studieren Und dann einfach Selbstständig mit Videospielen Das ist das wahre Harte Leben Boah zum Glück ist mir das Nicht wirklich wichtig Von wegen irgendwie so Oh In den Club der harten Jungs Kommt man erst Wenn man Wenn man auf dem Bau war Ich weiß doch gar nicht Was arbeiten ist Kreative Arbeit Das ist keine echte Arbeit Ach du Scheiße Der sollte eigentlich Nicht in diese Richtung gehen Uh Fliegende Festung Auch hier richtig fahren Wunderschöne Map Map Wunderschöne Strecke Weißt du wenn ich In Smash sage ich Strecke Obwohl es irgendwie Unpassend ist Und hier sage ich dann einfach Map Ist Maeve noch da Mep heißt Karte Mep heißt außerdem noch was ganz anderes Und ich hoffe nicht dass das bei Dora Jemals der Kontext war Ach aber ich muss erstmal hoffen Dass ich für meinen Chef Dass ich für meinen Chef nicht zu teuer bin Ich Kenne den Kontext nicht Aber Es klingt so als würdest du immer irgendwas kaputt machen Oder so Wie ist das gemein Streamer sein Aua Direkt Karma Streamer sein ist keine Arbeit Ja ich meine es ist Arbeit Und natürlich ist es eine fucking Nice Arbeit so Aber gleichzeitig ist es immer verbunden mit Du musst das jetzt immer machen Um Geld zu verdienen Du musst immer Ideen haben Du musst immer Nicht immer fröhlich sein Aber du musst halt so in der Lage sein Du musst für dich entscheiden können Yo kannst du das dein Leben lang Machen Kannst du das machen ohne Irgendwie nebenbei eine tatsächliche Festanstellung zu haben Mit äh Rente Mit Versicherung So das Das ist halt die Sache Wenn man so riesige Streamer anschaut Dann Ist es halbwegs ein No-Brainer Die sorgen ja teilweise aus fürs Leben so Und arbeiten dann natürlich weiter Weil es Macher sind so Aber Gerade in meiner Position Ist auf jeden Fall was für Träumer wie mich glaube ich Sonst hat man wirklich zu viele Zweifel dran Weil die Zweifel die ich hab Die hab ich eher so von außen Die kommen nicht aus meinem Herzen Dafür bin ich extrem dankbar Aber wenn ich selbst noch so ein Mensch wäre Der so viel Wert auf Sicherheit und so legt Und nicht nur Menschen um sich hat Die einem die ganze Zeit erzählen Dass man was Festes braucht und so Oh Gott Dann wäre das Ganze noch viel schwerer Und wenn ich es nicht machen würde Wäre ich nie so weit gekommen Wie ich jetzt bin Deswegen Man lebt halt nur einmal so Man muss es probieren Would you take it Or just let it slip One moment One opportunity Das ist so ein bisschen das Streamer-Ding halt tatsächlich Ab irgendeinem Punkt ist jeder Streamer da An der Position und denkt sich so The music The moment You own it You better never let it go Only get one shot Do not miss a chance to blow This opportunity comes once in a lifetime Hilfe Oh Heißt nicht Das ist nicht auch gut wert Hätte ich mein Studium einfach beendet Und wäre dann Streamer geworden Versteht mich nicht falsch An der Ausbildung machen Da ist absolut nichts verkehrt dran Fuck Man kann mich dumm nennen Ich nenn mich einfach Lucky Ich hab das Glück Leute wie euch zu haben Die sich für den Shit interessieren Leute um mich zu haben Die genau denselben kreativen Stuff fühlen Und machen und feiern Und wo ich Beratung bekomme Wo ich Vorbilder habe Wo ich Schauen kann wie es läuft Das ist Das ist einfach die Branche Das ist das Hollywood was Deutschland hat So mehr gibt es eigentlich nicht Du kannst nicht nach CalArts gehen oder so Kannst du Du kannst das schaffen Wenn du es wirklich wirklich früh anfängst und früh willst Da will ich nichts gegen sagen Aber das ist Das ist wirklich Ein Das ist einer der Wege den mein Leben hätte nehmen können Der mich Kaum glücklicher machen könnte glaube ich Deswegen Lass es den letzten Cup in Mario Kart 7 fahren Und dann absolut Mario Kart 8 durchholzen Das bin ich meinem Schicksal schuldig Und meine Moral als ich Fully kennengelernt habe Vor 6 Jahren über Bord geworfen habe Wie es ein Hamburger Jung sagen würde Über Bord geworfen Feder vielen vielen lieben Dank für nochmal 100 Bits Und lieben Worte Sie ist nicht als vorgezahlter Bonus Sie ist mehr als Investition in die Jugend Ja ja sowieso Ich mein Man könnte auch noch Man könnte auch noch mit Ja Also es ist ja nicht so Als ob man nicht auch richtig viel Sacrifices Um sowas wie YouTube und Twitch und so machen zu können Die Stunden vom PC und so Ist ja jetzt auch Vielleicht nicht so gesund und solche Sachen Aber Ja klar Ähm Ich lese Ich lese gleich nochmal Ja Und dann Einfach zur Feier Zur Feier meiner Selbstständigkeit Der neuen Bude Der Lebenssituation In der ich tatsächlich In der ich mich so glücklich fühlen darf Wie ich gerade bin Einfach für den Moment Selbst wenn die Zukunft vielleicht auch mal dunklere Seiten bringt Einfach für den Moment Spielen wir auf jeden Fall Diese Nacht Mario Kart 8 Alle Strecken hier an die Wand Let's do this Äh ich muss das mit den 6 Jahren bei Fully nochmal Besser nachvollziehen Komm schon Und als Zeichen Als Zeichen Dass meine Moral Als ich Fully kennengelernt habe Vor 6 Jahren über Bord geworfen habe Äh wie es ein Hammerjung sagen würde Warte was Achso Die Investition Ist ein Zeichen Dass du Ja Behalt dein scheiß Geld Alter Über eure finanzielle Situation Will ich gar nichts wissen Beziehungsweise Man kann wirklich nur hoffen Dass es eben die Leute sind Die es Tatsächlich entbehren können Und dann nicht Dieser Dieser ungesunde Dynamik Entsteht von wegen Ich gebe mir immer so mein ganzes Geld Dann für die Streamer aus Ich weiß auch gar nicht warum Das macht halt so Gibt mir so einen gewissen Boost irgendwie Das wäre natürlich Das was man nicht unbedingt will Aber nicht das Spots Vielen lieben Dank Mehr als Danke sagen kann man irgendwo wohl nicht Oder Melv grüß dich Auch du noch wach Ich meine Das geht noch Aber ich muss doch so lange Ich muss doch viel länger wach bleiben Du kannst eigentlich schon mal Melv kannst du in die Gruppe schreiben Dass ich morgen Handwerker habe Um 12 Uhr Also Wir werden trotzdem relativ zeitig aufnehmen können Denk ich Die brauchen nicht ewig Aber Ich muss sie zumindest reinlassen Ja Dann wissen wir anderen Bescheid Und Vielleicht Dass ich auch nicht besonders ausgeschlafen sein werde Aber Das geile ist Beziehungsweise Wenigstens Stehe ich nicht nur für die Ersatzbank auf Sondern habt ja tatsächlich Äh Ein Real Life Grund Das wäre lieb von dir Melv Wer hat recht Warte worum geht es Welche Farbe Melv hat Die ist halt krass Oder Dieser Farbverlauf ist geil Sehe ich andere Farben als ihr Bei 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 Melv Wieso hast du noch mal hallo geschrieben Ich dachte du warst zwischendurch weg Du warst gar nicht weg Also ich habe dich vorhin auch gelesen Und so Aber Woher kam das hallo Das war nur wegen den Farben Okay sorry Aber Vielleicht kannst du es trotzdem in die Gruppe schreiben Bei mir sind es so Grün Dann Türkis Dann weiß Dann rot Dann gelb Ich habe hallo geschrieben weil man die Farbe sehen wollte Dann schreibt das so wie sie die Test oder so Dann checke ich den Kontext Ich dachte so Okay Melv ist anscheinend zurück So Rosalinas Eisplanet Die fand ich immer unfassbar langweilig Die habe ich bei der Tierliste glaube ich sehr schlecht geratet Mal sehen ob ich mich getäuscht habe Der Anfang auf jeden Fall nicht allzu prickeln gerade Könnte besser sein Liegt nicht unbedingt an der Strecke Okay die erste Kurve schon mal ziemlich lame Einfach nur so ein Kreis Ja ist okay Ist so ein bisschen Bobbahn mäßig Ne Ich mag Schlitten fahren an sich auch Hier dann so Unterwasser und Überwasser Ist eigentlich auch cool Doch Boah das Festung in Malka 7 hat ein bisschen enttäuscht finde ich Da fand ich das Setting immer sehr seltsam Ja doch Eigentlich ist die ganz nett als Eisstrecke oder Ist eigentlich eine geile Eisstrecke Ich glaube was mich immer ein bisschen gestört hat Ist einfach nur dass das irgendwie mit Rosalina so wenig zu tun hat Hier ist halt Ah hier ist so ein Zelt was aussieht wie Wie Sternwarte Und sie ist relativ kurz Hier passiert nichts Aufregendes Aber das liegt bis in Malka 7 Malka 7 Maps sind Teilweise Sehr un Also der Verlauf ist cool Aber da sie dieses Tauchen und Fliegen Zeug halt immer etablieren wollten Haben die Maps manchmal kein Alleinstellungsmerkmal Nichts wo man so denkt Oh ja das war die Map mit dem und dem So wie Tic Tac Trauma Oder Äh Ja Oder Waluigi Pinball sowieso Das hier ist einfach so eine cleane Lame Map So ein bisschen wie Instrumentalpiste Hat wenigstens noch einen cooleren Look Aber da muss ich sagen Strecken Malka 3 sind besser Die neuen Strecken hier Haben absolute Highlights Die Mario Piste ist geil Die äh Ach du Scheiße Na Dieses Der Gebirgspfad und so Aber die Strecken Malka 3 sind auf jeden Fall ein bisschen Haben mehr Die haben Gott wie heißt das Die haben mehr Identität Aber dieses Spiel ist finde ich trotzdem irgendwie moderner Und Irgendwo Also nicht hübscher Aber irgendwie Ist das für mich mehr Auf dem neuesten Stand gewesen Malka 3 war einfach geil Aber war so ein bisschen Rückschritt Für mich Aber trotzdem nice Strecken Ist eigentlich bestätigt Das Mario ein Deutscher ist Früher Also bestätigt weiß ich Weiß nicht ob es jemals bestätigt war Früher war auf jeden Fall das so ein bisschen der Die Regieanweisung Die sie hatten Für den einen deutschen Sprecher ja tatsächlich auch Und ob das in irgendeiner Form besteht Er ist ja kein deutscher Er kann ja ja nicht Er kann ja kein deutscher sein Im Pilzkönigreich Obwohl Ja doch klar Mario ist ja ein Italiener Hab ich vergessen Kurz Keine Ahnung wieso Insofern Definitiv Aber ich glaube heutzutage ist das nicht mehr so Ich glaube das ist nicht aktuell Mario hat ja auch jetzt Charles übernommen Hat keinen deutschen Synchronsprecher mehr Wobei eigentlich ist die Bowserfestung Sogar echt in Ordnung Ich finde sie sieht nur nicht aus Wie eine Bowserfestung Die Ideen sind geil Wäre das hier so ein bisschen mehr Nicht so seltsam mit diesem Wasser Und dann die Lava hier reinfließt Und so Das hätte so Gift sein müssen Sie wollten halt das Tauchen auch etablieren Und dann die Lava unter Wasser Diese Lava Säulen sind Eigentlich eine geile Idee Aber man ist hier die ganze Zeit draußen unterwegs Sieht aus wie Vulkanen rollen Ein bisschen Das Schloss fehlt halt irgendwo Man sieht den Eingang Und dann Und dann ist man direkt irgendwie wieder draußen Das ist eine sehr Sehr zerkluftete Bowserfestung Das ist natürlich nice Das ist irgendwo auch geiler Als Als die Mario Kart 8 Bowserfestung Dieser ganze Eingang hier ist mega cool Aber danach Danach Scheißt sie ein bisschen rein So ab Ab hier finde ich das irgendwie weird Ah ist okay Ich hatte sie schlechter in Erinnerung Ist geil eigentlich Uh und innen an der Lava langdriften War immer die Disziplin eigentlich Das sollte ich in der letzten Runde Vielleicht nochmal kurz versuchen Och ne Genau da rein Natürlich So ein Mist Oh Das ging nur mit Pilz Ich dachte gerade irgendwie Oh hey Hier war doch mal was Scheiße Scheiße Ich war gerade noch so gut Ich fahre zweimal Gefühlt Beim zweiten Mal freiwillig runter Ist das der Teil in dem Mario Den Thick Booty hat Das gibt es öfter Ich würde argumentieren In Brawl hat dann Thick Booty Uh in Smash Football Da shakt er den richtig Varios Milkshake Bringt so ein paar Boys In den Yard Ist mit Milkshake eigentlich Brüste gemeint In dem Song Ich hab keine Ahnung Nein Ah okay Ich hab den Blüft nicht richtig gesetzt Um Um innen lang zu können Aber ich glaube ich hab's gecheckt Wenn man da innen lang fährt Das bringt natürlich fast nichts Aber Theoretisch die schnellere Linie My Milkshake brings all the boys to the yard And they're like It's better than yours I'm damn right Ne I'm like damn right It's better than yours MK8 hat er den Booty In DL In Deluxe haben sie einen Booty Haben sie den Booty Size verkleinert Das haben sie wirklich gemacht In Mario Party Superstars hat er auch einen Big Booty Beim Da müssen wir noch mal Trash Royale aufs Thumbnail gucken Beim Skispringen Äh beim Snowboard Stuntspringen Oh okay Ruhe Nicht Nicht off Off topic werden jetzt Die Musik auch Das ist eine richtig gute Version Die beste Wirklich die beste Rainbow Road Nicht nur weil sie so lang ist Und dadurch so viele coole Ideen Überhaupt einbringen konnte Nein auch generell Und sie haben die Textur hier auch nicht so verschissen Wie im Nachfolger Niceer Anfang Oh ja die würde krass laggen Hätten wir vorhin nichts gepflegt Ich bin gerade sehr zufrieden Dass wir es gemacht haben Oh ich meine guck mal Ich hör die Musik leider nicht Jetzt Die treibt so Dieses treibende daran ist so geil Und jetzt Und dann auf diesen Ring Auf diesen Planeten und Monden Hier mit den Kratern und so Wieso gab es nicht viel Eher so ein richtig Also Mallorca hat mir jetzt ja auch Komplett richtig gemacht so Aber dass sie danach Diesen satten Satelliten machen War wirklich die dümmste Entscheidung Der hätte Definitiv Teil der Strecke sein können Aber nicht die ganze Strecke Die Strecke in Mallorca 8 hätte Das schönste sein müssen Was wir je gesehen haben Ich halt mein Maul Ich will dass der Ingame Sound leiser ist Boah diese Musik Oha Letzte Runde Letzter Abschnitt Das ist einfach Spielspaß Das ist so geil Du musst die ganze Zeit was machen So einen kleinen Parcours sozusagen fahren Immer so über Rampen Dann Durch diese Röhre das teilen Kartoffeln ausweichen Das ist einfach der Stoff Junge Und dieser Dieser Glanz dahinten Sieht auch richtig sexy aus Das ist so wichtig Dieses pinke Dieses pinke Leuchten Was ich gerne auch selber In meinen Artworks und so hab Oh mein Gott Und sie loopt sogar Da könnte man easy Zwei Runden fahren Das wäre auch ein Kandidat Für zwei Runden Mario Kart 7 Du wunderschönes Game Und tatsächlich Ich hab mit 1 Uhr Tatsächlich ungefähr Richtig geschätzt Wohin Haben wir auch hinter uns gebracht Sechs Ne Sechs sind es insgesamt Ich heute spiele Fünf von sechs Mario Cards Haben wir geschafft Sagt doch nicht Dass es wie Kartoffeln aussehen Oh nein Jetzt kann ich es nicht mehr anziehen Was ist mit DK los Okay DK sieht in Mario Cards Sieht mir immer noch seltsam aus Der sieht fast aus wie ein DS Obwohl Ne Er sah nur ebenso komisch aus Ist doch alles gut Am Ende wo diese rot-weiße Stelle ist Dort kann man abkürzen Ach ja Das habe ich fast nie gemacht Das habe ich irgendwann Viel zu spät rausgefunden Wenn ich das meine Was du meinst Cheer 100 Bits Hast du dir echt verdient Ach ich weiß doch auch nicht Ja ich weiß auch nicht Was du da jetzt sagst Nach der besten Regenwo Oh geil Stimmt das hatte so ein Film Richtig So einen kleinen Oh die Bolide habe ich jetzt Nicht mal freigeschaltet Das ist schon irgendwie sad Dronte Danke für 100 Bits Vielen vielen lieben Dank Für die Unterstützung Du bleibst dir treu Du bist auch immer noch am Start Insane Guck dir das an Ich habe das auf der E3 gesehen Und gedacht Oh mein Gott So schön Das sieht so viel Zeitgemäßer aus Irgendwie als MyCardWii Ist wahrscheinlich einfach nur ein Bauchgefühl Ich höre jetzt auf darüber zu diskutieren Ich hole mir eine Coke Ich hole mir definitiv Eine Eisgekühlte Coke Das ist jetzt genau das was ich brauche Es ist so warm hier Ach so Genau apropos Ersatzbank In der letzten Folge habe ich angesprochen Dass die Dose Dass ich die hatte Was besonderes ist Weil doch immer sonst Die Cola Dosen in Deutschland Jetzt so hoch kann Also seit Jahren schon so sind Sind die zurück Sind die Dose jetzt ab jetzt wieder so Ich bin einfach in den Laden gegangen Und habe die gekauft Ich dachte die hätte mein Vater Irgendwo in Dänemark aufgetrieben Die Dose Es war mir nicht bewusst Dass solche Dosen In deutschen Läden Auch wieder erhältlich sind Da habe ich aber geguckt Ich stoße mit meiner Mit meiner kalten Coke an Prost Tammy Prost an alle Prost auf euch Danke fürs reinschauen Und fürs so spät noch dabei sein Auf Mario Kart 8 Also auf Mario Kart 7 Und auf nach Mario Kart 8 Ah ihr liebt es wie die Namen Gerade so schön zur Geltung kommen Bei diesen Bei diesen Credits Die habe ich richtig nice Mit eingeblendet direkt Die sind so klein Das kriege ich jetzt auch nicht So easy gefixt gerade Holy shit wie weit Wie weit drüben ist das So könnt ihr beides sehen Das nenne ich mal Das nenne ich mal Credits Oh Gott die ist viel zu gut Die Chips und diese Cola Gesunde Ernährung nach 12 Stunden Ich habe gut gefrühstückt Und seitdem nichts gegessen Stell dir vor Jetzt kommt der Shadow Drop Mario Kart 9 Dann willst du noch einiges Vorjahr Ohne Sinn Einfach Mario Kart 9 Vor der E3 Auf der Switch noch Das Konzept Nicht unbedingt jetzt Aber das Konzept Shadow Drop Eines Mario Karts Ist wirklich das dümmste Das wäre so dumm Da keine Promotional Arbeit zu leisten Das würde gar keinen Sinn machen Ja vor allem noch während des DLCs Juhu diese Chips sind ja so gut Shoutout an diese Chips Von Lorenz Kein Placement Mario Kart 9 Lieg in den Credits Von Mario Kart 7 Boah solche versteckten Hinweise auf das nächste Game Wären irgendwie voll geil Ich wusste nicht wie das Bei Mario Kart möglich wäre Aber Hey man kann doch träumen So Ich suche Mario Kart 8 Für Wii U Das habe ich noch nicht Oh Way to go Das ist viel besser Und das ist auch der Grund Warum es Viel fortschrittlicher ist Als Mario Bros Äh Als Double Dash Und Wii Das ist einfach Das sieht aus wie ein modernes Spiel Am Ende Wisst ihr wie ich meine Das ist kompetent Süß Das sieht so gut aus Ich meine Ich mache solche Sachen Immer in so Kleinigkeiten fest Mein Mie Der Mie Der Mie da in der Mitte Den habe ich nicht mal gesehen Das ist Das ist wundervoll So ein So ein gutes Sinnbild Irgendwie Mario Kart 7 war so War geil Aber ein bisschen problematisch Heute Ich hätte mal mein Mie Einstellen sollen Das habe ich nicht bedacht Dass das eine Sache ist Okay Wäre wahrscheinlich möglich gewesen Ich hole die Steelbook Edition Das hätte ich nicht groß ankündigen müssen Ich habe sie einfach sofort gefunden Oh das ist sogar drin Das originale Wii U Game Das heißt es steht wirklich nichts im Weg Wir spielen Wir spielen nicht Deluxe Wir spielen das Game Was ich die größte Zeit Auf meinem Kanal Und auch auf Twitch Wahrscheinlich gespielt habe Ich glaube ich habe Immer noch mehr das hier gespielt Als Deluxe Ich habe Deluxe auch relativ spät Ja erst gekauft Oh geil Darauf habe ich Bock Das hat irgendwie einen Vibe Wir spielen nicht die DLCs Die ich auch auf Wii U schon hatte Also die hat man ja dafür auch kaufen können Beziehungsweise musste man In Deluxe sind die schon mit drin Die spielen wir nicht Wir spielen alle 32 Strecken Die originalen Und dann switchen wir zu Deluxe Klingt nach dem Plan oder? Das ist geil Das ist richtig Nochmal was eigenes Das ist so Wie ich mit Gamepad? Ja Ich habe zwar auch meinen Pro Controller Da irgendwo Aber Wobei Wenn der Der hat dasselbe Aufleidekabel wie das Gamepad Oder Dann sollte das Eigentlich möglich sein Alter Now we're talking Jetzt sind wir in 2014 Und spielen Noch ein letztes Mal In meinem Leben Wahrscheinlich Mario Kart 8 Für Wii U Weil es gibt ja ansonsten Keinen Grund Nice Ich habe Bock Achso ja Die Wii U ist wieder nicht angeschlossen Weil mein HDMI Shit nicht funktioniert Das haben wir gleich Ich habe mich Wasser ist trotzdem nicht verkehrt. Wasser mit Cola zusammentrinken fühlt sich auch einfach gesünder an. Nicht gemischt, nicht gemischt, das haben wir letztens getestet, war nicht so geil. Ahhhh. Das ist eben nicht derselbe Anschluss. Ja, dann doch mit Gamepad. Ich glaube, das finde ich jetzt nicht. Diese dumme Anschlussbuchse, das ist irgendwie USB. Das hat irgend so nen Namen, USB. Ähm, weiß ich nicht mehr. Okay, mit dem Gamepad ist es aber halt genauso nostalgisch insofern. Keine Ahnung, eigentlich... Eigentlich habe ich es glaube ich auch zu Anfang nicht mit Pro Controller gespielt. Ist das Mini-USB? USB-B? Johnny Instrumental Album When? Oh shit, oh shit, das Spiel geht los und ich bin noch nicht so... ich bin noch nicht hier. Nein! Nein! Hahaha! 8! 8! Okay, stark. Oh, ist das leise. So, jetzt geht der Stream erst los. An alle, für die das reicht, schlaft gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche. Bis doch nochstag. An alle anderen. Schnallt euch an. Schnallt euch an. Sound. Da bist du. Zu laut, oder? Warum ist das so ein minimal... Okay. Mit Gamepad mal wieder hier spielen. Das habe ich wirklich seit Season Battle nicht mehr gemacht, glaube ich. Version 4.1. Ah, es sieht so anders aus. Hier gibt es gar nicht die Bilder mit dem Weltraum. Also, wow. Hier ist die Erde. Aber das sind... Das sind diese anderen Artworks. Grand Prix. Uh. Uh, ist es noch eine Überlegung nachher die anderen Strecken in 200 CCM zu spielen dann? Was wir jetzt 150 machen und dann später nochmal 200 oder sowas? Wir machen auf jeden Fall nicht beides. Da können wir auf jeden Fall ganz sicher sein. Natürlich gehe ich jetzt nicht auf mein neuer Tryhard, äh, meine neuen Kombination aus Teilen, sondern das gute alte Flammenbein. Flammenbike. Mit Retro-Rädern. Oh. Und der... Der Schirm war immer schon egal. Markats Stadium. Warum... Wir spielen das so oft. Warum fühle ich mich grad so nostalgisch? Das ist so dumm. Ich... Ich... Diese Strecke ist legit... Ja, wie... Haben wir zuletzt vor zwei Wochen gespielt. Oder so. Mach doch jetzt 200 CC und nachher dann nicht mehr, oder wie? Oder ausschließlich 200 CC. Du bist eigentlich morgen zur Schule, aber ich bin in Quarantäne, weshalb ich gucken kann. Oh, let's go. Dann, äh, gute Besserung. Ich hoffe, es ist nur, weil du irgendwie Kontakt hattest oder so. Ansonsten, Alter, schlag dir bitte nicht die Nacht um die Ohren. Einfach später dann DLC 200. Cost by not. Nur 200 CC... CCM spart Zeit. Oh, das ist so ein guter Call eigentlich. Das geht halt ja echt wirklich viel schneller. Ja, ich mein, wir spielen so oft 150 CCM. Warum nicht? Warum nicht heute endlich mal 200? Weil 200 gegen euch gegeneinander finde ich immer nicht ganz so fun. Bin ich ehrlich. Also das ist mir immer ein bisschen zu krass. Weil... Ich hab das Gefühl, das hat niemand von uns so richtig geübt. So, außer die paar Cracks. Außer von Tobi natürlich. Ja, so könnte ich mir vorstellen. Ähm... Ja. True. Sieht das Game anders aus? Oder ist es wirklich genau das gleiche? Also, natürlich ist es genau das gleiche, aber... Es gibt so ein paar irgendwie... Farbtönen, die anders sind durch das HDMI-Kabel der Wii U und so. Klein, aber feine Unterschiede. Ich fühle mich auf jeden Fall grad wirklich, als würde ich nicht... Wie immer Mario Kart 8 spielen. Ich fühle mich grad, als wäre das was richtig Besonderes. Vielleicht bin ich auch einfach schon zu lange wach und erleide grad einen Hitschlag, aber... Es fühlt sich gut an. Ich mein, Shy Guy hab ich auch lange nicht gespielt. Das ist wirklich... Das ist wirklich... Nicht nostalgisch, aber ist ein Throwback. 59 statt 60 FPS. Ja, maybe. Das ist so basically der Unterschied zwischen Switch und Wii U sowieso. Irgendwie. Kann so ein ganz bisschen vielleicht... Breath of the Wild besser abspielen. Wobei da ist es sogar nicht deutlich der Unterschied. Aber ich glaub bei Mario Kart 8 wirklich kaum. Einfach auf einer Reise gewesen. Das ist es, glaube ich. Dieses Spiel ist so unfassbar schön und... Geil und wirklich, wirklich. Also da kann man nichts sagen. Als es rauskam, dachte ich so... Ja, es ist spaßig, es ist gut und so. Aber irgendwie kann ich es nicht ganz so sehr... Grinden wie die anderen Teilen, obwohl... Ich glaub, das hab ich nicht gedacht. Aber ich dachte mir an irgendeinem Punkt so... Oh, jetzt hab ich eigentlich genug gespielt. Wird das Spiel mich wirklich so lange... Zufrieden stellen? Ich weiß ja nicht. Das ist so geil. Also jetzt gesehen zu haben, was die ganzen Mario Karts vorher gemacht haben und so. Und wie nice dieses Spiel einfach ist. Das ist schon krass. Genau, das war's eher. Ich hab den Wettkampf vermisst und solche Sachen. Da war ich auch ein bisschen enttäuscht von Minecraft 8. Aber... Ey, wie das aussieht. Dieses Spiel ist von 2014. Und das ist in diesem Cartoon-Look natürlich, deswegen fällt es noch ein bisschen leichter. Aber selbst dafür ist es so ein hübsches Game, man. Diese ganzen kleinen Texturen und so, die sie sich die Mühe gemacht haben, da für jedes... Für jede Oberfläche noch so eine eigene Spiegel-Map zu bauen und so. Damit das eine nass wirkt, das andere matt. Manches wie Metall, manches wie Plastik. Die ganzen Flammen sehen unfassbar echt aus und so. Also, wenn man hier so einen Boost kriegt. Die Partikeleffekte, wenn man überhaupt so ein... Die Funken und wenn man so ein Teil rammt, was einen rum drehen lässt hier. Also, der Sprung von Minecraft Wii, Minecraft 7, hierzu ist halt... Nintendo war plötzlich angekommen so. Auch wieder eine Generation später, aber ab dem Punkt sahen Spiele einfach nice aus. Und das ist ja aus heutiger Sicht immer noch ein richtig hübsches Game. Und das ist grad so weird, das mit Gamepad zu spielen. Ja, und keine zwei Items, genau. Deswegen spielen wir auf jeden Fall noch Deluxe. Aber ein bisschen MK8 für Wii U. Hit it anders, ist auch geil. Mach mal ein Stream, wo du einmal Wii U... Einmal die Wii U-Version... Und MK8 Online spielst. Achso, einmal spielen wir irgendwann MK8 Wii U Online. Weil du MK8 heute noch am Stück machst? Cheer 101. Einfaches Ja. Reicht aus und du bekommst dein Cash. Nein! Nein! Hä, was? Ich dachte, du hast das schon... Wer hat das denn jetzt versprochen? Will ich verarschen? GTA, danke schön! Ach, du meinst das, was du schon angekündigt hast, nicht noch mehr, oder? Niemand muss hier irgendwas zahlen. Das haben wir eindeutig durch. Der Hightrend vorhin war auch wieder Level 5. Ich bin komplett zufrieden. Es ist alles gut. Ich hab eh Bock, das jetzt grad zu spielen. Es ist grad mega nice. Ich hab sogar Spaß an Wasserpark gerade. Wenn ich online spiele, hätte ich niemals Bock auf Wasserpark. Aber jetzt nochmal alle Strecken so Revue passieren lassen. Nochmal so hintereinander zu spielen, ist irgendwie... Irgendwie was... Das ist sehr befriedigend. Ne, was... Was beruhigendes. Es hat grad was beruhigendes. Fucking Wasserpark. Ja, oder? Aber ist voll hübsch. Vielleicht hab ich auch nochmal einen anderen Blick, weil wir sie halt analysiert haben, die Strecken. Ich hatte 100 Euro angeboten. Schwarzfeder hatte bereits 100 Euro bezahlt. Genau. Ich war skeptisch. Aber jetzt ist es ja beschlossene Sache... Jetzt machst du einen Rückzieher. Du dachtest dir, das macht der sowieso nicht. Wirklich? Nein, wirklich. Lass stecken. Du hast so viel da gelassen. Vielen lieben Dank. Brauche ich nicht. Ich brauche von Schwarzkäse... Auch von Schwarzkäse keine... Keine 100 Euro. Ich finde das... Ich fände es einfach dumm, zu sagen, ich spiele alle Mario Karts in einem Stream und dann mache ich es nicht. Ich mache es jetzt. Es ist nicht so krass spät. Es wird so 4, 5 Uhr werden und das ist verkraftbar. Ach, weil ich sie schon habe. True. Da kam ja schon mal 100. Ja, sorry. Genau. Wirklich. Also... Die sind nicht mehr rücknehmbar. Aber... Also ich könnte es zurückgeben, aber... Ja. Wie gesagt, ich bin ja schon wohin. Mein Schlund wurde schon gestoppt. Also nein. Von mir aus auf keinen Fall. Oh, auch solche Kleinigkeiten. Habe ich das jemals angesprochen? Ich finde es voll geil. Ja, okay. Aber habe gerade in diesem Stream 1200 Plus-Bits ausgegeben. Ich bin doch krank. Also es ist mir ja alles bewusst. Also wirklich gar keinen Stress. Du bist einer der krassesten Unterstützer jemals. What the fuck. Ähm, dass da in der Zahl unten, also in der 1, dass ich da immer die... Ich weiß nicht, was ist es? Da loopt immer so eine Map. Irgend so eine Skybox oder so. Aber ich mag das total. So richtig... Als wäre man unterwegs. Aus. Es ist einfach... Mehres Detail. Es ist nicht einfach nur irgendeine Einzelne. Sondern es ist, dass sich da drin so die Bewegung spiegelt. Dass man wirklich Speed suggeriert damit. Das ist ein sehr, sehr cleverer Gedanke. Dieses ganze... Die Skybox habe ich mir noch nie so genau angeguckt. Dieses ganze Game ist unfassbar hübsch. Wenn man die anderen Spiele alle spielt, dann merkt man erst wieder, wie insane hübsch das ist. Gott, diese ganzen kleinen... Diese Kleinigkeiten, die man überall sieht. Die ganzen Lichteffekte. Die Rüschen hier am Rand. Die Partikel bei allem, was passiert. Oh Gott, ist das ein geiles... Geiles Videospiel. Oh Gott, warum sagst du jetzt? Das muss ich da die ganze Zeit hinschauen. Warum? Warum muss ich... Ist dir das noch nie aufgefallen? Also ich habe es noch nie krass... Hervorgehoben irgendwie, aber... Das war mir von Anfang an... Das war so eine Sache, die ist mir sehr früh aufgefallen. Ich dachte, oh das ist... Das ist niedlich. Jetzt die Zahl hat sich ein bisschen bewegt. Die reißt mit... Betrachtest du, als würde sie so... Spiegeln... Als wäre sie so an meiner... Ähm... An meiner Seite befestigt irgendwo. Und würde immer so spiegeln, wo man langfährt. Ich habe das Gefühl, die nächste Ersatzbank dreht sich um Mario Kart. Ich meine... Die nächste Gamer Woche ist nichts anderes. Ich habe am Donnerstag... Wii Sports wieder gemacht. Switch Sports. Ich bin ja eh nicht der, der die Gamer Woche krass füllt. Insofern passt das. Johnny muss auch mal ein bisschen erzählen in der Gamer Woche. Ich habe zumindest nichts gespielt. Ach, Johnny muss auch mal ein bisschen erzählen. Ja, scheiße. Mein Argument war gerade das gleiche. Oh, wie schön die Flammen aussehen. Wieso sehe ich das Spiel gerade aus einem ganz anderen Blickwinkel? Das ist ja wundervoll. Die Regenbögen. Das ist ja voll geil, das alles nochmal so neu zu betrachten. Ich bin gerade richtig zurückversetzt in den... Das klingt wieder so richtig Pseudo-Hype-mäßig von mir. Aber ich... Ich bin so... Also ich komme nicht drauf klar, wie schön diese Fragezeichen-Block... Fragezeichen... Boxen sein können. Weil die ganzen Spiele vorher waren einfach Dreck im Vergleich zu hier. So haben den Clear-Art-Style, so sind schön, aber... Man kann achten einfach Next Level. Vom Gameplay her... Manche Sachen hat es auf jeden Fall zu wünschen übrig gelassen. In Deluxe-Face viel cooler mit den Items und so. Aber... Damn! Die Songs auch. Dieser Schleier, der hier überall drüber liegt. Sowas ist viel, viel hübscher als dieser Bloom-Effekt. Sieht einfach aus wie so Luftfeuchtigkeit oder... So ein gewisser Filter irgendwie, so die Sonne, die hier übel drauf ballert. Aber es ist mehr so ein kalter Ort gleichzeitig. Es ist sauschön. Die God-Race, die hier reinfallen. Wirklich, ich sehe gerade alle möglichen Details nochmal ganz neu, weil ich das Spiel einfach... Seit acht Jahren gespielt habe, es ist mir alles völlig egal geworden. Ich wusste, das Spiel ist schön, aber ich wusste nicht mehr warum. Oh, wie nass... Wie der nasse Shy Guy aussieht! Was passiert denn jetzt? Das kommt mir gerade alles wieder ins Bewusstsein so. Mittlerweile war das selbstverständlich. Ich hoffe, das nächste Spiel kann ähnlich nochmal überzeugen. Aber so ein riesiger Schritt wie zwischen sieben und acht wird es nicht nochmal geben. Also ich wüsste zumindest nicht wie. Hä? Hier hat einfach gar keinen Bock auf mich. Achso, und ich vergesse immer, dass ich ja die Items... ...nicht behalten darf. Ich muss die wegspammen. Vor der nächsten Itembox. Aber man sieht auf jeden Fall, wo die Routine ist. Also die Computergegner haben wirklich... ...gar kein... ...gar keine Chance aufzuschließen. Oh, wo ist die Map? Da ist die Map! Map heißt Karte! Können wir was euch erzählen, Maeve? Du bist... Ich kann auf jeden Fall ein bisschen was über die... ...über die Malkart-Reihe erzählen. Aber man weiß auch vieles schon. Ist auf jeden Fall eine Erfahrung, alle mal am Stück zu spielen. Johnny ist komplett im Rausch. Ja, ich sag ja, könnte auch das Delirium sein oder so. Ich hab ne kleine Tränen im Auge, wie gut das ist. Ja, und es kommt im Stream ja nicht mal richtig rüber. Ist ja noch die andere Sache. So, ich guck jetzt mal eben, ob die Aufnahme... ...vorhin eigentlich wirklich gestorben ist, weil die Festplatte voll ist. Nein, ist sie nicht. Okay. Dann nehm ich Malkart 8 nochmal auf. Weil da geht immer zu viel verloren. Auf Twitch. Oh, und die Highlights... Machen wir jetzt nicht. Aber dieses Feature... ...bringt es nochmal so anders zur Geltung, wie hübsch das Game ist. Da haben sie sich wirklich komplett selbst... ... zur Schau gestellt, natürlich. Aber... ...zu Recht. Das Game ist da so wundervoll. Und dieser Song... ...ist auch einfach perfekt. Der war perfekt, um ihn im Season-Battle-Trailer zu nutzen und so. Boah, auf den Trailer vom Season-Battle bin ich immer noch richtig stolz. Das ist ein richtig geiles Mal Flashback-Video eigentlich. Bäm, 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 bäm. Drei Sterne. Wenn wir die Spiele sind leichter geworden oder ich bin wirklich am besten in... ...in Double Dash und Michael Acht. Beziehungsweise... ...ja, wahrscheinlich am geübtesten in beiden, ne. Der S habe ich jetzt auch nicht so oft gespielt. Okay, jetzt ist es aber weird. Jetzt werde ich nicht so easy vielleicht erster. Also, keine Ahnung, ob sich die Computergegner auch schwerer... ...ob sie die auch schwerer gemacht haben in 200. Aber ich kenne die Maps nicht in 200. Ich werde überall runterfallen und so. Ich werde es natürlich versuchen, aber das ist jetzt ein bisschen Chaos. Vielleicht ändere ich das dann nochmal zurück, wenn ich es ein bisschen... ...wenn es mich frustriert. Das fühle ich, Maeve. Ich bin letztes Mal in Markkart 8... ...deluxe im Singleplayer gegangen und konnte dann gefühlt 20 mal rein und raus gehen, weil neue Items frei... Ach so! Muss man das immer so einzeln... Ja, doch, ich glaube, dass ist mir auch schon passiert. Ja, stimmt. Man muss da einmal rein und dann kriegt man die... Aha, sollte ich mal machen. Dann habe ich ein bisschen mehr Auswahl. Boah, ist das schnell. Es ist schon sehr geil. Das muss man wirklich sagen. Also das ist auf jeden Fall ein Gefühl, so. Aber die Maps sind so fett nicht dafür gemacht. Aber das ist halt das Coole daran. Deswegen würde 200 CCM im neuesten Markkart, finde ich, keinen Sinn machen. Weil 150 sollte der optimale, schnelle Monos sein. Man sollte sich das Gefühl haben, dass es zu langsam ist. Das sollten sie immer so anpassen, dass es perfekt ist. Aber wenn man dann noch 200 irgendwie hinzufügt später... Und es teilweise einfach dämlich wird an dem Punkt. Das ist auch irgendwie lustig. Also 200 CCM war echt ne weirde, aber coole Idee eigentlich. Ich spiele es fast nie. Ich finde, das ist nicht der richtige Modus. Da bin ich irgendwie elitär oder so. Aber gerade ist es fun. Mein Kumo ist fucking easy dafür. Kann man nicht mal runterfallen. Es ist ein Party-Mode, ja. Okay, ja. Wenn es auch wirklich so wahrgenommen wird. Ich dachte immer eher 200 CCM wäre auch so ein Tryhard-Mode. So ein richtiger... Du musst von Anfang an 200 CCM geübt haben, um hier noch eine Chance gegen alle zu haben, die das momentan spielen. Aber wenn es eher so ein Party-Mode ist, bin ich voll dabei. Boah, dann hat das richtig... Ey, das ist schon geil. Ist schon geil. Man spürt förmlich den Wind in den Haaren. Oh mein Gott. Ich habe sogar noch eine Stufe, die nicht in Höhe einstellen kann in... ...den Ventilator. Oh, geil. Gönnung. Na ja, die 200 CCM-Meter ist anders als die 150 CCM-Meter. Definitiv ja, genau. Aber ich hatte das Gefühl, wenn man jetzt online 200 CCM spielt, dann sind alle besser als ich, weil ich es noch nie wirklich gespielt habe. Beziehungsweise... Man startet ja auf einem gewissen Niveau, ne. Man wird ja mit anderen gematcht, aber trotzdem. Ich habe so gut wie nur 200 CCM gespielt, seit es draußen ist und liebe die Geschwindigkeit. Dann sieht 150 auf jeden Fall richtig lame aus. Das sehe ich. Aber ich habe es nur so ein bisschen ausprobiert mal und habe dann gedacht, hm, ja... Ist irgendwie... So ein bisschen so... Ist geil, aber wenn ich die Strecken so lernen würde, dass sie für 200 CCM funktionieren, dann sind sie so schnell vorbei und... Heute finde ich das gut. Aber irgendwie würde ich ja auch sagen, dass die 150, die wir so immer in den Turnieren machen, eigentlich das normalere sind, oder? So wie sich das gehört. Ich will auch gar nicht wissen, wie insane... Das sollten wir schon einmal machen irgendwann. Wie insane die Trial-Turniere wären. Wie viel Chaos das auch noch wäre, wenn man immer so schnell wäre und dann dieser ganze... Dieser ganze Mist passiert, der da ständig auch... Oh Gott! Das macht es ja schon auch noch mal krasser, wie das alles immer durchgemischt würde, oder? Und hier gibt es natürlich diese ganzen Sachen, die man abkürzen kann. Also es gibt so viele Orte, die man jetzt Mushroomless machen kann, weil 200 CCM einfach bescheuert ist. An so vielen Orten kannst du so rüberjumpen oder einfach durchs Gras fahren, weil es schneller ist. Obwohl alles eigentlich dagegen spricht, Gras zu... Oh Gott, ich habe einen Pilz erwischt! Gott, ein fucking Pilz in 200 CCM! Hilfe! Es ist gut, dass ich nur die Wii U-Version gerade spiele. Dann versuche ich wenigstens gar nicht erst den lila Turbo zu bekommen, weil es den nicht gibt. 200 CCM Trial-Turniert klingt super, haben wir halt noch nie gemacht. Da war ich immer, habe ich es immer zu ernst genommen. Sollten wir tun. Klar ist 150 normaler, aber genau das ist... Genau das ist nicht normal, das ist ja der Appeal an 200 CCM. Absolut. Ich habe es noch nie schlecht empfunden. Ich spiele es nur irgendwie nie. Die Idee ist total gut. Werde ich nicht machen, mein Herz, Junge. Ich stelle es mir auch gerade noch mal... noch mal... chaotischer vor, definitiv. Irgendwie weit man auch fliegen kann. Ich will gar nicht wissen, wie viele Exploits 200 CCM hat. Beziehungsweise, eigentlich weiß ich es ja. Ich habe es ja mal nachgeschaut in dem Video. Aber safe kann ich doch auch da einfach rüberfahren und es wäre in Ordnung. Mein Gott, man fliegt durch die Strecken! Wir sind um drei Uhr morgens fertig. Was haben wir geredet, ey? Die sind ja so schnell vorbei. Das dauert hier nicht mehr lang. Oh, und diese Map. Alter, diese Map, die Boote da, diese Korallen, beziehungsweise diese bunten... Ja, das sind... Ach Gott, sind Korallen wahrscheinlich. Aua! Ähm... Von oben durch das türkise Wasser schimmern. Oh, da links sind auch Rampen? Nicht, dass ich die noch nie gesehen hätte, aber... Eventuell habe ich die gerade noch... Habe ich die noch nie gesehen. Da links kann man auch unter Wasser über Rampen hüpfen. The more you know. Ähm... Das ist wirklich die hübscheste Map in der Geschichte von Mario Kart, könnte ich mir vorstellen. Gibt noch welche, die vielleicht auf demselben Level geil sind in Mario Kart 8, aber... Der Lichteffekt von der Thrombruine ist hier nochmal krasser. Das ist nochmal so ein Stück weit blauer. Das ich total... Gerne mal. Irgendwie dieser Schimmer auf den Palmen und so... Bin ich hier wirklich noch nie lang gefahren hier. Crazy. Durch 200 CCM falle ich da halt eher mal raus, deswegen... Vielleicht entdecken wir noch mehr, was mir nicht bewusst war. Okay, aber ersten Platz mache ich bisher trotzdem konstant. Ich will da sein. Das haben wir schon öfter gesagt, definitiv. Ich meine, man kann da sein. Nicht jetzt dort, aber Malediven sind schon insane, oder? Die sehen doch echt genau so aus. Kannte die Rampen auch nicht? Krass. Diese Rampen ganz links kenne ich auch nicht. Warte. Vielleicht... Vielleicht gibt's die auch gar nicht. In Deluxe. Vielleicht wurden die vergessen. Dort möchte ich auch einmal hinstellen. Das ist immer auch so ein Ziel, wo ich so denke, das ist so Standard und irgendwie so ein bisschen dekadent. Aber das ist einfach zu nice. Ich hoffe wirklich der Tourismus... Ich will da gar nicht viel recherchieren, aber ich hoffe der Tourismus ist da noch nicht so zerstörerisch gegenüber diesem Ort. Ich würde auf jeden Fall versuchen, mich nicht... Also ich würde mich schon vers... Ich würde versuchen, mich äh... Wie soll ich sagen? Der Natur anzupassen. Nicht besonders... Viel Schwachsinn dazu machen. In dem Ökosystem. Ich würde es einfach gerne genießen mal. Oh, okay. Junge ist... Ihr seid so auf der Autobahn. Es speedet einfach so mit Schallgeschwindigkeit so ein kleines Bike und so ein paar Karts an euch vorbei. Die Map ist so... Die ist teilweise, finde ich, so richtig... langweilig, wenn die mal drankommen. Und jetzt ist sie fast schon vorbei. Einfach schon zur Hälfte rum. BTF. Und okay, mir kann ja wirklich keiner was... Ich sollte vielleicht noch ein paar Mal... Wie in den anderen Teilen so ein bisschen... Auch andere Routen versuchen oder so. Oh Gott. Don't do this to me. Let's go. Naja. Wird wohl nie passieren. Ja, die Umwelt ist ja eher ein... Ein größeres Problem als der Tourismus... Das hier sein könnte. Die Umwelt? Du meinst, wie die Umwelt... Schmutzung wie die Umwelt. Ich habe leider keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe es noch nicht recherchiert. Es sind Inseln. Sie sinken. Du meinst, globale Erwärmung. Ich fand die Formulierung, die Umwelt ist ein Problem. Ich wusste nicht genau, was das heißt. Nein, das war auf den Tourismusbezug. Ich wäre auch gern da. Naja. Das war so ein bisschen dieses Hockey, naja. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass das nice ist und irgendwie nicht verwerflich da mal Urlaub zu machen. Das wäre nämlich sehr schön. Wenn wir bloß Pangea hätten. Ui. Boah, dann wäre Globalisierung aber noch einfacher. Das wäre tatsächlich ein bisschen cool. Aber ich weiß nicht, wie es da mit den Wasservorkommnissen an Land immer ist. Das wäre doch ein kurzgesagt Thema. Was, wenn wir immer noch Pangea hätten? Oder irgendwie so. Wenn wir auf einer einzigen Landmasse leben würden. Was hätte das alles für Konsequenzen oder Voraussetzungen oder so? Voll geil. Einfach mit der Lemmy-Bande diesen Sommer rüberjetten. Warum denn auch nicht? Was ist die Lemmy-Bande? Klingt wie die Kumpels von den Kooperlingen. Meine Eltern waren schon dort ohne mich. Ich meine, es ist romantisch. Ist wahrscheinlich nachvollziehbar, dass sie da alleine waren. Aber ist natürlich... Ist hier was entgangen. So ist unser Discord. Die Lemmy-Bande. Ihr seid so cool. Bitte sagt mir nicht, dass der Lemmy gemeint ist. Warum denn Lemmy? Nicht Lenny! Oh nein! Ist Lenny was passiert? Nicht Lenny! Ich will auch wieder mehr Simpsons gucken. Bro! Alter, man zieht hier komplett durch. Die Strecke ist wirklich instant vorbei. Man fährt so los und ist im Ziel. Was? Was? Legit, ich habe doch vor 10 Sekunden den Start gemacht, oder? Ich will die Rundenzeiten gleich mal sehen. Das sind 20 Sekunden oder so. Ich wünschte, ich könnte denen nein, dass es nicht der Lemmy ist. Passt schon. Ja, warum nicht? Ich meine, es ist bestimmt teuer, aber solche Urlaube sind unnormal cool. Würde ich jedem empfehlen. Ich meine, ihr könnt noch mal fragen, ob ich mitkommen will, wenn ihr es wirklich durchziehen würdet. Wann hat man schon mal die Chance auf die Malediven? Das habe ich auch immer falsch verstanden. Ich weiß, ehrlich gesagt, ich kenne diese Fotos davon. Von genau diesem Ort, der aussieht wie Cheepcheep-Stadt. Aber ich weiß gar nicht, was das sonst noch beinhaltet. Was da noch so ist. Beziehungsweise, wo genau das überhaupt liegt. Weiß ich gar nicht genau. Holy shit! In meinem Gefühl hat das gerade eine Minute 50 Sekunden gedauert, das zu beenden. Das ganze Rennen. Kann man das jetzt irgendwo sehen? Wird das hier jemals angezeigt? So ein starkes Fahrgefühl für ein 200 CCM. Ey, gerade ist wirklich unnormal geil. Aber vermutlich wäre das mit anderen Spielern viel, viel schlimmer. Die dann auch genauso gut fahren wie ich oder besser. Auf so leeren Strecken bzw. gegen diese CCMs ist es auf jeden Fall richtig satisfying. Lemmy ist ein Insider? Naja, also gemeinsame Urlaub war schon im Gespräch. Das kann ich mir vorstellen. Oh, das geht nicht! Das ist äh... Junge, die Abkürzung ist einfach dead jetzt oder was? In 200 CCM? Oder muss ich da irgendwas anders machen? Also ich würde sagen, das kann ich mir vorstellen, aber wahrscheinlich nicht Malediven. Malediven ist... Klingt teuer. Aber ich habe keine Ahnung. Ich glaube so Jan Aria und so waren mal da. Und ich dachte mir so, holy shit, okay. Kann man mal machen. Oh! Hilfe! Ich glaube ich bin noch nie von da auf die Straße gesprungen. Das sah fast schon schmerzhaft aus. Wait, wait, das hier ist ne... Das ist ne Mushroomless Abkürzung. War eigentlich ganz richtig ausgeführt, aber irgendwie so. So? Ne, auch ohne Stunt geht das nicht. WTF? Oh, ich fliege so weit! Okay, okay. Ich habe nichts gesagt zu den Computergegnern. Und jetzt kämpfe ich langsam einfach gegen die Strecken und ihre Layouts. Jetzt muss ich aufpassen. Also ich will... Oh, ich will gar nicht wissen wie Rainbow Road, wie ich das machen muss. Vielleicht doch mit Bremsen arbeiten, ne? Hat ich... Oh Gott! Habe ich vorhin ja selber gesagt. Das Aufsetzen geht auch so schnell. Also was das angeht, da ist es wirklich wie Double Dash. Dadurch, dass Lakitu einen immer direkt wieder aufsetzt, hat das Spiel schön schnelles Gameplay so. Da kann man nicht meckern. Nur dieses Runterbremsen auf Null bei so einer Bananen oder so finde ich auch hier noch ein bisschen zählt. Oh, als ob! Okay, wenn man genug Speed hat... Ich habe mich auch sicher gefühlt. Ich hatte so viel Speed, dass ich dachte, ich fliege doch jetzt ganz rüber. Aber es geht tatsächlich. Easy! Komm, erster Platz. Fahr das Ding nach Hause, Johnny. Die Konflikte geht auch noch. Da nirgendwo gegenstoßen. Passt. Können wir jetzt eigentlich nur noch... Machen keinen Scheiß. Das geht sowieso am schnellsten. Oh, holy shit. Ja, das war klar. Dich kriege ich. Ach shit. Hätte ich mir aufbewahren sollen. Passt. Kein Problem. Du musst die Rampe ohne Gas und Beschleunigung nehmen. Aha! Ja gut, das geht auch. Oder man kommt direkt richtig um die Kurve gefetzt und fliegt direkt rüber. Was sagst du jetzt, he? Das geht anscheinend auch. 2 Minuten 1,13 dieses Rennen. Maeve. Stark. Wow, das ist so kurz. Das ist ja wirklich gar nicht. Das ist ja wirklich gar nicht. Weil das kam ja auch noch schneller vor, äh... Länger vor als... Als die Mario-Piste zum Beispiel. Die war einfach instant vorbei. Oder auf die Brücke springen. Du meinst, ohne die Rampe und dann auch... Welche Brücke? Da ist nur so ein... Da ist ein Schiff, falls du das meinst. Oder ich weiß grad überhaupt nicht, wo du bist. Kein Plan, welche Brücke. Ich glaub, das ist ein Schiff. Wo man die Rampe nimmt. Autsch! Ach, die Brücke daneben. Rechts davon. Das ist eine Brücke, ne? Okay. Ja, es ist natürlich irgendwie... Irgendwie dachte ich, da kommt einfach so ein Kanal raus. Aber klar, theoretisch muss das eine Brücke sein. Boah, holy shit. Da muss man ja bremsen. Oh no! Okay. Hier einfach mal Maschumles durch. Wir probieren's mal. Äh, vielleicht doch nicht. Ja, mh... Mit einer besseren Ausführung eventuell. Oh oh. Vollidiot. Vollidiot! Mann, ich dachte wieder, ich kann zwei Items haben. Und dann hab ich's einfach weggeschmissen. Und... Obwohl ich gar kein neues hatte. Und... Hätte man besser machen können. Okay, komm Johnny. Du bist noch nicht einmal nicht Erster gewesen. Häng dich noch mal rein. Ah, das ist doch scheiße. Oh, als ob ich nicht von dem roten Panzer erwischt wurde. Geil. Geil! Road to erster Platz auf jeden Fall wieder möglich. Die Pilze waren Gold wert. Nochmal. Oh nein! Ich hab's schon gerochen, dass der daneben geht. Aber irgendwie... Vierter. Ist noch alles möglich. Alles möglich. Aber die fucking Map ist halt auch ein bisschen... ...sehr, sehr... ...verwirrend. Also, also, die Kurven sind so kurz, ich muss wirklich bremsen so. Und jetzt bleib ich da hängen ohne den Boost. Ja, ist doch scheiße. Aber ich bin ein Erster aus irgendeinem Grund. Nein! Das war's. Musste das denn noch kommen? Das waren wirklich... Das waren drei Sekunden Unterschied. Hätte ich nicht irgendwie einen grünen Panzer haben können. So einen Scheiß. Also, ich hab's eigentlich geschafft. Und dann kommt noch mal ein roter Panzer. Das ist wirklich widerlich. Aber Map, wir sehen uns morgen. Schlaf gut. Träumen was schönes. Danke fürs Reinschauen. Fick das, Studium. Ich geh auf die Malediven. Die Strecke könnte ein Disneyland Ride sein. Ja. Von wem hast du das denn? Oh, guck mal. Tunnel. Lohren. Und... Hutlum-Architektur. Das ist ja voll schön hier. Gefällt mir sehr. Will ich mal hinreisen. Oh, hier ist auch ein Regenbogen. Alter. Scheiße. Die Map. Die Map in 270. Auch krass. Das auch noch mal... Boah. Alter, man kann hier nicht mal... Einen Drift wirklich ziehen. Diese riesige lange Kurve. Und man ist da so... Gott. Wie hab ich es überhaupt geschafft, jetzt gar nicht da oben lang zu fahren? Und das geht doch... Das geht safe. Geil. Oh. Nämlich so selten die abkürzeln. Die kannten auch viele nicht. Weil... Ich hab da irgendwie so selten das Gefühl... Oh, ich würde da jetzt mit nem Pilz rüber... Das rüberschaffen. Weil man sieht die so schlecht. Ich hasse es da so... um so ne Art halben Blindjam machen zu müssen. Aber jetzt einfach ohne Pilze. Heute bin ich... Heute bin ich draufgängerisch unterwegs. Oh. Oh. Warum fliege ich da nie nach oben? So... Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö inspiriert mich wo kann ich definitiv auch noch mal so als lebensziel alter die war getan auch so auch so vor allem die geheimtipps ich bin nicht so der typische luxus urlauber eigentlich mal die wirst da eher so eine ausnahme wie laut hört ihr eigentlich den ventilator merke ich gerade hustet der genau ins mikrofon rom war mega da war ich auch schon da war ich nur einen einzigen tag also da könnte man schon noch mal hin aber muss jetzt kein krasses bucket bucket list goal sein so geht's noch beim ending shortcut von der f0 strecke den nehme ich auf tatsächlich wobei man da auch schwierig manchmal schwierig angefahren kommt so dass der pilz irgendwie vom winkel her würde man es nicht ganz schaffen orodos kann ich ganz empfehlen da habe ich so gar kein bild zu tatsächlich aber klingt sehr sehr interessant wahrscheinlich sehr geile natur irgendwas irgendwas in meinem zimmer hat gerade ein seltsames geräusch gemacht das so klang wie wenn mein hund oscar träumt und bellt und das macht mich ein bisschen weil ich kann nicht mehr jeden tag so streicheln und einfach mal wenn mir danach ist zu dem gehen und so er ist so kuschelig das ist wirklich ein bisschen was auch immer das geräusch gerade war ich glaube es ist irgendwas in meinem umzugskarton hat sich entspannt das ist mir gestern schon passiert das war so creepy da war so so ein verrascheln ich habe ich eine motto irgendwo im umzugskarton jetzt plötzlich weil so eine erfahrung habe ich schon mal gemacht das war einfach das jetzt das da ist langsam zugegangen das hat sich so langsam immer weiter runter bewegt das hat so einen sound irgendwann gemacht das hat sich wahrscheinlich schon den ganzen tag so immer immer ein bisschen stück weiter runter gekriept und dann hat es plötzlich so einen sound gemacht aber eben war hier einfach so ein richtig niedliches kleines so ein wuff wuff man ja ich fahre auf jeden fall demnächst auch nochmal nach hause wollte ich eigentlich schon am wochenende aber meine eltern sind alle also die sind alle krank irgendwie deswegen habe ich mir das gespart oh und dann Hunde sind so fucking treu und niedlich und also vielleicht nicht alle aber wäre auf jeden fall wenn Hunde dich mögen dann hast du also dann hast du ne unfassbare Freude im Leben mehr so oh da ist es da habt ihr es gehört das hat mich gerade wieder erschreckt obwohl ich es selber gerade geset-upt habe da war so ein ffft hinter mir vielleicht hat man gesehen wie es sich bewegt hat ich weiß nicht ob es im Frame ist und ja äh ich freue mich wenn der Oscar mich wieder begrüßt der wird richtig so oh wo warst du so ich war ja voll lange weg wobei ich war letztens ja auch auf Madeira da war es genau so das ist ja jetzt sogar noch gar nicht mal so lange aber die nächsten Jahre werden ja öfter so sein dass er mich ganz lange nicht sieht aber ich denke er wird immer eine Bindung zu mir haben also auch so eine wie als wäre ich Teil des Rudels so dafür habe ich ihn glaube ich lange genug jetzt gekannt er ist noch jung aber ich kannte ihn jetzt zwei Jahre oder so früher hatten wir ja Luna die kannte ich 16 Jahre da dachte ich auch so ja irgendwann werde ich ja ausziehen dann wird die mich voll vermissen ich werde die vermissen und so dann bin ich einfach nicht ausgezogen das war der ganze Grund deswegen bin ich ihm so lange auf den Sack gegangen oh mein Gott Fünfter ich habe gar nicht mehr aufgepasst Scheiße 200 CCM ich muss aufpassen dass ich jetzt nicht hier nachlasse Gold Pokale wären schon gut er wird dich nie vergessen und er hat ja auch kein Zeitgefühl wie wir über genaue Daten nein das nicht aber es verändert sich schon die Dynamik in einer Höhle wenn plötzlich einfach einer von denen losgezogen ist und seine eigenen seinen eigenen Stuff macht ein eigenes Rudel gründet oder einfach in einer anderen Höhle wohnen meine Hunde sind vom Wolf ab stammig das heißt nicht dass sie immer noch so funktionieren aber im Großen und Ganzen er wird sich natürlich immer erinnern ich meine eher so ob er immer noch genau so auf dieselbe Weise mich dann begrüßt oder empfängt so oder ob es dann einfach so ah ok der schon wieder den kenne ich noch von damals ich meine klein nicht so eine Art Zeitgefühl wie wir aber halt so ein Gefühl halt oder man wird schon wissen dass das Jahre her ist er weiß nicht was Jahre sind aber you know Autsch und jetzt fahre ich auch wieder mehr hier lang seit ich das weiß fahre ich da immer lang einfach weil ich es irgendwie cool finde aber es ist überhaupt nicht ist echt dumm und wie fucking hübsch sind diese ist das Wetter auf dieser Map die dachten sich wirklich ey mit Mario Kart 8 ändern wir alles das Terrain wird realistisch aussehen und trotzdem so ein Cartoon Look behalten es wird so richtig ja so hügelig hier sein aber trotzdem halt die flache Map bleiben kleines Fahrgefühl diese Pfützen die den die den Himmel spiegeln in dem diese regenschwangeren Wolken hängen nicht irgendwelche Mario Wolken sondern so richtig realistische unten oh mein Gott das war schon letzte Runde Vario du Drecksack so unten grau oben von der Sonne beleuchteten Wolken ich liebe man kann diese das sag ich immer aber man kann diese Strecke förmlich riechen so Sonne so relativ warme Sonne auf so einen matschigen verregneten Boden die Map ist eine der schönsten aus MK8 genau die hier ist auch mega aber die davor hat so ein ganz eigenen ganz eigenes Merkmal für wirklich wirklich für Ästhetik irgendwie obwohl sie regnerisch ist After Regen Sonne Mh Oh Gott ich habe irgendwann mal gehört was man da riecht aber ich habe es wieder vergessen ich weiß nicht ob es Bullshit war oder ob es real war aber es war irgendwas was man auf jeden Fall nicht unbedingt wissen will deswegen bin ich froh dass ich es vergessen habe irgendwelche schöne chemische Verbindung die eigentlich mit den weiß ich nicht mit den Leichen im Boden von den Insekten oder so zusammenhängt dieser typische Regen Geruch war so eigentlich voll komisch aber vielleicht war es auch Bullshit totes Erdreich ja das wäre ja okay obwohl ja ja doch das ist ja ungefähr das so tote Insekten ja finde ich nicht so schlimm nein oh Gott oh oh nein ich glaube ich habe mir was von der Schärfe von den Chips ins Auge gerieben ich konnte nicht anders seht ihr das man muss echt nicht einmal in eine Richtung lenken und man kriegt den Boost das dürft ihr echt nie vergessen ihr kriegt den Boost am schnellsten wenn ihr einfach nur in die Richtung gedrückt haltet in die ihr die Kurve macht hier jetzt so schneller geht es eigentlich nicht da braucht man nicht links und rechts schnell machen oder so ne das zögert es nur hinaus das sage ich immer mal gerne dazu weil ich habe vor kurzem erfahren dass manche Leute das noch nicht wissen es kann sein dass man immer wieder wenn man es erwähnt jemand Neues damit erreicht der seine Mario Kart äh wie heißt das mit Mario Kart Potenzial nicht vollends ausschöpft wie geil und dass man in Mario Kart 8 nicht daneben fahren kann ist noch geiler dass das dass man das Schloss nicht besuchen kann ist mega scheiße aber dass man nicht die Rampe da verfehlen kann das gefällt mir wobei das das wie gesagt ich wünsche mir eigentlich Strecken die wieder mehr so wären dass man so richtig erkunden kann und so wenn man wenn man gar keinen Bock hat zu gewinnen außer vielleicht online so das war die Coke oh oh zwei auf dem ersten Platz jetzt muss ich mich anstrengen ach ne das war schon die zweite Strecke ne Dom Tendo hat die Rampe auch so verfehlt wie du bei Mario Kart 64 na dann könnte ich mir auch vorstellen dass das öfter mal ein Problem vor allem für Leute ist dieses Spiel oh ich dachte gerade auf dem Gamepad ist eine andere Vorschau als da das wäre eine Entdeckung ähm dann gehe ich mal davon aus dass Leute die nicht so erfahren im Game sind dass das öfter passiert weil ich es auch wirklich ich wollte immer wieder drauf fahren das war nicht so also man hat so viel Speed in Mario Kart 64 nicht nicht also nicht Speed sondern man kann nicht so leicht auf Null runter bremsen der Bremsweg ist insane lange da kriegst du einfach die Kurve nicht wie hat er die Banane auf meinen Panzer aufgeschmissen ohne dass ich das abbekommen habe ok das ist das ist selbst in 150 schon ein Mashhumless Shortcut für mich wo kann das denn jetzt her Alter was passiert hier ähm und hier ist das ja kompletter Nobrainer die Map auch hä das ist doch nun mal Cut 7 Map hab ich die gefahren und das irgendwie einfach ignoriert worüber haben wir da gerade gesprochen die ist mir überhaupt nicht aufgefallen haben wir sie die haben mir nicht übersprungen die haben alles gemacht ich hatte vorhin schon mal das Gefühl wie er in My Cut Weavers übersprungen du hattest sie komplett ignoriert einfach einfach nur gefahren aber es lag daran dass ich es emuliert habe ich hätte das Spiel auf Capture Card ein bisschen mehr auf jeden Fall appreciated weil ich wollte ein bisschen nicht so viel über das Gameplay reden weil das Gameplay war halt jetzt nicht so so prickelnd hier umso hübscher wirklich eine coole Strecke aber irgendwas daran fand ich immer ein bisschen out of place ich kann es nicht ganz sagen ich mag eigentlich die einzelnen Abschnitte mag ich aber ihre Gesamtkomposition die ist nicht krass spaßig sie ist aber sie ist ganz nett die Anspielungen an Returns wiederum sind richtig geil ich liebe Returns man Donkey Kong Country Returns so ein Alltime Favorite ein Meisterwerk Moment mal ist es schon 2 Uhr morgens Moment mal du betest gar nicht das heißt du bist der Mörder Shit Krieg mich doch du Penner es geht voll schnell voran in 200 CCM das ist richtig gut das war einfach ein Lifehack stark wir haben auch wirklich noch viele Strecken vor uns das Spiel ist riesig es ist auch schon 2 ist eben was halb 1 ja bei 200 CCM fliegt nicht nur das Kart auch die Zeit und ich bin auch voller Energie ich dachte boah das würde ich nochmal so richtig quälen ich meine zum einen war es wahrscheinlich jetzt die Cola nicht nur Koffein auch Zucker einfach zum anderen irgendwas ist passiert irgendwas hält mich gerade gut wach der Hype Train vielleicht der Hype vom Game weil ich wirklich so eine neue Appreciation grad für jede Strecke bekomme es ist wundervoll oh der Flughafen der Flughafen war ja auch das erste was man vom Spiel je gesehen hat oder der ist so hübsch und die Strecke macht auch wirklich Spaß sie können noch so ein ganz bisschen aufregender sein aber ansonsten ist das eine perfekte Strecke eigentlich und der Flughafen könnte ein bisschen mehr es könnte noch ein bisschen mehr im Flughafen stattfinden oder auf den Rollfeldern wobei die ist schon nicht kurz so viel mehr hätten sie nicht machen können passt eigentlich es war auch einfach der perfekte Song für den Vlog wo wir am Flughafen sind habe ich natürlich Flughafen Musik gesucht und da dachte ich so oh mein Gott no brainer der war perfekt der hat genau das vermittelt was ich in dem Vlog rüberbringen wollte es ist manchmal Schicksal boah was Junge 200 CCM alter es dauert wirklich länger in einer über eine Rampe rüber zu springen als in diesem als hier zu fliegen so das hier dauert man kann ja auch noch richtig schön weit segeln aber das hochfliegen ist ja ein Katzensprung in 150 CCM einfach über so eine normale Rampe springen dauert länger als in 200 CCM da hoch zu fliegen for real also das muss mal irgendwer timen oh Gott hier falle ich runter oder? nicht crazy ich glaube ich konnte 200 CCM früher viel schlechter und war dann abgeschreckt ich bin gerade erstaunlich fit habe ich das Gefühl ich fliege nicht so viel runter ich habe ein Gefühl dafür wie ich fliegen muss äh ja also was für Drift ich's machen kann und was halt nicht geht weil ich viel zu schnell dafür bin als das rauskam war ich nicht so gut obwohl ich eigentlich keinerlei Übungen habe macht gerade richtig Spaß ja die 200 CCM sind eventuell auch ein Grund warum ich wach bin so ein Action Action Ding das ist nochmal so eine neue Erfahrung nicht einfach nur 150 wie ich's kenne nochmal alle Markkart 8 Strecken spielen so war sehr gut dass ich's lange nicht mehr gemacht hab ah jetzt da wollte ich den lilanen Boost das war nicht möglich oh ich bin gespannt auf 200 CCM in Deluxe nochmal so anders ach muss das jetzt? oh oh wait what? das war seltsam habe ich noch Schaden von dem blauen Panzer nochmal genommen? von dem Radius? ja ich glaube der Flughafen ist das was die meisten Leute am meisten beeindruckt hat oder? weil ich meine es ist einfach ein Flughafen ja und der ist auch richtig schön der hat genau diesen Lichteinstrahl auch wieder wie Cheep Cheep Beach und so denn eine grüne hatte ich getroffen und dann hat mich noch was getroffen oder? es sah aus als ob ich mich wieder recovered hätte der blaue Panzer hat mir keinen Schaden gemacht und dann habe ich nochmal Schaden bekommen es war so unbefrieden dass der Drift nicht lila wurde fühle ich ja wie gut dass du's auch gesehen hast ich dachte mir so ach komm der war doch lang genug vermutlich gerade weil man in 200 CCM eh den so selten holt ne? hat man ja kaum die Möglichkeit zu hier zum Beispiel ich hab's halt verschissen perfekt aber das macht man ja so selten in 200 dass man wirklich kurz dachte so oh jetzt muss das geklappt haben und dann auch den gibt's gar nicht ok jetzt einmal kurz darauf achten nimmt man jeweils warten ne wirklich es also sie haben die Map designt mit diesem Strudel was übel cool ist aber sie haben nicht einmal drauf geachtet ob man das überhaupt sieht das ist bisschen wie Rollercoaster Tycoon man baut so eine richtig aufwendige coole Achterbahn aber wenn man sie dann in der Ego Perspektive fährt dann entgehen so voll viele Sachen die man beim Design so voll cool fand und man sieht's gar nicht richtig und hier ist einfach falls ihr den Stream geschaut habt oder das Video hier ist so ein riesiger Strudel jetzt aus dem wir hier auftauchen und wir sind in der Mitte davon da kommt diese Stein Skulptur raus und man sieht es hier so so ein bisschen ne so alles hier strömt so vorbei aber der sieht von oben so beeindruckend aus und man hat nie wirklich die Möglichkeit das in in der Gänze zu betrachten ich wüsste auch nicht genau wie aber das ist ziemlich cool wenn man raussucht vielleicht sieht man es in der Map Vorschau ich habe sie nie aufmerksam geschaut oder vielleicht immer abgebrochen aber ansonsten der Aal ist auch cool dass der nochmal so einen riesen Einsatz hier hat dass man ja auf ihm rumfährt ich weiß ja nicht warum ich Dolphin Scholes immer so scheiße finde ich mag die wirklich nicht so gerne immer wenn die drankommt denke ich mir so na muss nicht aber die hat eine geile Startlinie es ist wunderschön hier ich glaube es ist eher die erste Hälfte die mag ich nicht aber ab dem Aal und dem Strudel die Zielgerade ist auch geil weil man da nochmal so richtig so eine Abkürzung ziehen kann da macht sie schon Spaß eigentlich man hat nur die Höhle mit den Röhren und diese Rampen davor wo man so aus dem Wasser raus hüpft nicht so gern aber jede Marikata 8 Strecke ist eigentlich geil jede ist krass viele mögen die hier auch überhaupt nicht ich mag die voll gern fahren ich finde sie bräuchte halt noch eine große Disco Kugel sie hat echt eine riesige Disco Kugel irgendwo hin hängen müssen oder sowas das wäre geil wäre cool wenn eine Disco Kugel wäre aber ich check ich sehe auf jeden Fall dass dieses Pink-Grün ein bisschen seltsam ist und dass das Club-Feeling nicht ganz rüberkommt sie haben es zwar eigentlich versucht aber irgendwie dadurch dass man hier so nur an dieser Wand und auf diesen Schienen fährt das finde ich Spaß macht aber ich begreife es wenn Leute die genauso irgendwie so seltsam finden wie Polarparcours oder so die mag ich auch nicht so also das hier könnte schon irgendwie noch mehr Party machen könnten so irgendwie Instrumentalpisten mäßig könnte der Boden ein bisschen mehr wackeln und so aber ich mag den Song auch so gern und dieses Glitzern hier sieht auch total cool aus ich mag die tatsächlich das ist wieder so typisch Johnny ich mag die echt aber ich kann wirklich wirklich sehen warum also was man daran nicht leiden kann ich weiß auch gar nicht warum ich sie so mag ich mag einfach das Nachtleben ich finde interessant dass die Strecken in den Farben von Splatoon 2 ist voll du hast recht aber halt auch eins zu eins so genau die Töne dieses richtige Knallepink und dieses Giftgrün das ist doch kein Zufall das ist eine einzige Verschwörung und ich meine man merkt nicht wirklich dieses Kopfüberfahren und hier dass da die beiden Strecken so ineinander getwistet sind und so das merkt man bei dem bei den wenigsten Strecken die irgendwas cooles machen was das angeht ich frag mich immer ob man es hätte fixen können indem man Stellen in die Strecken einbaut wo die Kamera sich nicht mitdreht wo Lakitu nicht mit dir einfach sich bewegt sondern dein Kart haut einfach ab und du musst trotzdem weiter lenken ich hätte gern mal gibt es ein Mod oder so ich würde gern mal so ein Mod spielen wo Lakitu mit dem Horizont gleich bleibt aber die Strecke sich so drum herumtwistet und du trotzdem noch lenken musst wenn sie damit gearbeitet hätten und dann vielleicht nicht so viele Upside Down Stellen gemacht hätten sondern immer nur so kleine Challenges dann wäre es glaube ich viel aufregender und auch gerade an so Toads Hafenstadt oder hier Toads Autobahn True da kam das wieder zurück dass die Pilzpass Sachen und so wieder tot gehörten also da wo so Straßenbahnen und Autos fahren und so da an den Wänden langfahren wäre auch voll geil wenn die Kamera einfach gerade bleiben würde dann würde man das viel mehr checken wie twisted dieses Spiel ist vielleicht fanden sie es auch gerade cool dass die Kamera eben mit geht und man deswegen so richtig so ein Achterbahnfeeling hat aber hat man halt nicht weil man ist ja nicht wirklich dort man spürt es nicht sondern man denkt sich so oh ja das geht hier jetzt irgendwie so die Wand hoch und wie ich jetzt im Vergleich zum Boden grad bin ist eigentlich voll egal so gleich fahren wir ja am Deich lang so ich glaube das wäre viel mehr zur Geltung gekommen wenn einfach die Kamera gleich bleiben würde aber Schallgeil würde hier so rechts jetzt an der Wand fahren wisst ihr und ich muss dann so lenken warum habe ich das noch nie angesprochen das macht grad voll Sinn in meinem Kopf warum gibt es das nicht macht mich richtig sauer gerade dass das nicht einmal irgendwie vorkommt so wie wenn man bei meiner Katharine schräge fährt ich weiß nicht genau ob es eine Stelle gibt die so ist aber ja da wäre es ja so ne wenn man Stunt hittet auf jeden Fall geht die Kamera nicht so extrem mit einem mit also vor allem tilte sie nicht so zu den Seiten schwenkt höchstens bisschen nach oben mit und so das wäre schon geiler man kann ja auch beides machen also man kann ja einfach man muss da ja gar nicht konsistent sein man kann ja ruhig Strecken machen wo das dann oh shit wo das nicht passiert weil die einfach dann besser funktionieren und dann kann man auch welche machen wo das eher so ne Challenge wäre ich habe den Faden verloren was ich habe doch grad so ein gutes Beispiel gegeben mit dem Damm es wäre eine coole es wäre es käme viel mehr zur Geltung das Feature von MyCard 8 mit dem Magneträdern mit dem wie heißt es denn Anti-Gravity die Anti-Gravity-Sections wären irgendwie cooler wenn Lakitu sich nicht mitdrehen würde mit dem Card das habe ich gesagt ich habe auch kurz nicht zugehört ja gut und Varios Abfahrt ist insane Varios Abfahrt ist auch so hübsch wirklich sowohl also Skistrecken mochte ich sowieso D.K. Abfahrt oder D.K. Schikane glaube ich Varios Abfahrt heißt es fand ich schon geil und das hier fand ich eigentlich nochmal geiler die Rampen die Halfpipe Shy Guys mit den Snowboards sind zwar noch cooler irgendwie aber ansonsten Varios Abfahrt immer noch beste Map im Spiel natürlich ein bisschen Overview also man hat sie schon sehr oft gefahren deswegen habe ich manchmal mehr Spaß mit so Donut Planes tatsächlich oder oder kündigliche Rennpiste ähm oder ein paar von den neuen aber Varios Abfahrt ist trotzdem einfach Liebe Ah naja ich gehe kurz Hot Girl ich gehe kurz Hot Girl Moment bis gleich ich habe erneut keine Ahnung was das heißen soll Varios Abfahrt einfach Liebe das ist Es gibt sie selten regulären Verlauf aber man kann es forcen auf ein paar Maps Kann man? So mit einem Glitch oder? oder oder was? Ja hier zum Beispiel hier ist das ja fast nie hier gibt es ja nur diese eine Sektion wo das basically komplett umgeworfen wurde das Streckendesign vom DS haben wir ja früher gesehen da sind hier eigentlich diese Hoppelpisten und ich glaube selbst der Kurvenverlauf ist eigentlich ein bisschen anders die Map hier geht auch gefühlt irgendwie am Ende schneller als das Original ähm und dann ist hier so random Wasser und so die ist schon sehr verändert worden aber hier das wäre geil wenn da Lakitu nicht sich mitdrehen würde das wäre richtig schwierig glaube ich wobei ne dafür muss man zu weit dafür ist die Kurve zu weit nach rechts also es ist ja so ein rechter Winkel ja aber irgendwie wäre das bestimmt möglich vielleicht für Kinder auch zu blöd als Einsteiger also es ist sehr Einsteiger unfreundlich vielleicht hatten sie es mal geplant und dann wollten sie aber das Konzept nicht mehr über den Haufen werfen weil sie gemerkt haben ne das ist irgendwie doch sehr verwirrend aber für mich wäre es halt geil so aber man will mit Mario Kart ja auf jeden Fall auch casual bleiben das ist ne schwierige schwieriges Unterfangen einfach Modi einfach Modus machen einer wo es passiert und der andere wo es halt nicht passiert so ne Lazy Lakitu Version sozusagen wortwörtlich Aua so wieder schön hier übers geschmolzene Nutella rüber wie wir es lieben nice vielleicht esse ich sogar noch ein kleines Nutella Brot bevor ich schlafe ich hab schon ein bisschen so ein Loch im Bauch so nur Chips und so oder ich esse es nach dem Aufstehen ist schon gesünder glaube ich bisschen Energie für den Tag besser als verdauen wenn man schlafen will so schwierig bin ich noch live Chat ist im Stream kaputt ja aber der war auch bei mir gerade kaputt aber man hat die ganze Zeit Bild gehabt oder? ich glaube mein Chat war abgestürzt ich war kurz weg okay die Aufnahme ist auch komplett broken die kann ich glaube ich vergessen die Aufnahme bleibt immer bei einer Sekunde hängen irgendwie na toll hatten wir noch Not like this? okay dann äh ich weiß nicht mehr was ich erzählt hab war auf jeden Fall cool tja das habt ihr jetzt wohl verpasst aber wir sind zurück ja nice okay dann weiß ich auf jeden Fall dass selbst wenn mal ein kleiner Ausfall sein kann in der neuen Wohnung bisher haben wir so so geil hier internet mäßig gestreamt wir hatten nie irgendwie Frame Drops gefühlt bisher und selbst so kleine Abbrüche reichen dass sie sich selbst fixen ich muss nicht mehr an irgendwelchen D-Link Geräten rum äh rum schalten läuft wieder alles dieser Song ist so niedlich und die der Nachtmodus tut dieser Strecke einfach nur gut das Feuerwerk hier viel viel cooler als im Mario Kart Wii das Feuerwerk waren nur diese platzenden Teile ich meine das war glaube ich ne das war wirklich Absicht weil es gibt ja dieses Feuerwerk was einfach nur so Staub ist aber die Map haben sie so schön gestaltet der Schneewald hier draußen mit den ganzen Laternen oh allein die Spuren im Schnee die die Reifen hinterlassen und auch dass die Reifen so weiß sind und dann die Lichter also dass die Bikes und die Cards haben eigenen Lichter eigene Scheinwerfer die das dann beleuchten während einem die Flocken ins Gesicht äh fallen das kann man einfach nicht ignorieren wie schön diese Map ist weil das Original war nie so meins wo sie Spaß macht zu fahren irgendwas am Original bei mir einfach zu eintönig die Waffeln sind natürlich geil die sind hier weg das ist der einzige Nachteil die Waffeln Double Dash die Waffelränder waren schmackhafter aber so kriege ich wenigstens keinen Appetit auf Waffeln mit Puderzucker zieht vorbei ich hatte Angst die Bombe wollte ich nicht mehr schmeißen die Polarlicht das stimmt die sind ja auch noch hier ne irgendwo Aurora Borealis zu dieser Jahreszeit in diesen Breitengraden Mh Waffeln die ganze MK8 der ganze MK8 Soundtrick ist so gut wenn ich ihn wenn ihn wenn ihn sich mal näher zu wenn man ihn sich mal näher zu Gemüte fühlt ok ok also ich hab immer noch keine verworfenen Frames wir hatten wahrscheinlich einfach nur kurz Komplett Abbruch ich bin wirklich gespannt ob irgendwas von diesem Stream aufgezeichnet wurde oder ob mein OBS einfach von Anfang an gesagt hat ne da wird kein Video draus ich kann den Stream hochladen aber gerade bei MK8 ist das sehr sad oh obwohl Maeve hat letztens geschrieben da wollte ich ihn noch drauf ansprechen er hat geschrieben er hat rausgefunden dass man auf Twitch doch mit mehr als 6000 äh mhm 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 Bits streamen kann das will ich auch wissen wie das geht what the fuck was ok da ist ein Beispiel die Maps sind nicht auf 200 CCM optimiert wieso war ich so weit oben einfach kurz Blätterwald Moment gehabt was ist passiert out of bounds no clip holy shit passiert das regelmäßig oder bin ich auch gerade irgendwie erstaunlich erstaunlich hoch abgesprungen verzieh' dich Peach Zelda braucht dich op ok ist bauen diese Bananen ab ist das meine Banane habe ich das gerade richtig gesehen ok es ist tatsächlich nicht normal wie bin ich eben so hoch gekommen äh wenn man eine Banane auf eine dieser Trommeln wirft fliegt die dann weiter Frame Perfect Frame Perfect was was war Frame Perfect du wurdest kurz gededost I don't hope so ich glaube nicht dass ich in Marikant meine IP geleakt habe so jetzt probiere ich das nochmal ne das ist ach so ach so da ist eine Hitbox ich dachte oben wäre einfach keine Hitbox einprogrammiert lol dann bin ich ja wirklich einfach geklippt dann war es ja viel krasser als ich dachte ich dachte ich bin einfach nur voll hoch geflogen aber man kommt oben gegen bam das war wahrscheinlich echt Frame Perfect Shish dieser Johnny bin gerade auch so hoch gesprungen ach komm bist du auch rausgeklippt gönn mir doch mal was du 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 ich vergesse wieder Wörter scheinbar wird es doch langsam spät was oh der Chat ist immer noch stehen geblieben oh ok kümmer ich mich ach so ich denke mal das ist online fucking kümmer ich mich drum mich gleich jetzt so da sei da hebel das ist Normalzustand bei mir Wörter vergessen ja doch ich glaube bei mir auch oft genug Ich sag manchmal so, heute ist wieder der Stream, wo mir die Wörter, die ich sagen will, nicht einfallen. Aber es ist fast schon Dauerzustand. Wobei, heute war gut. Heute war, glaube ich, ein richtig... In dem Moment fällt mir das Wort nicht ein. Heute war ein... Wie sagt man, wenn man sich gewählt ausdrücken kann? Ich meine, das ist jetzt basically das Gegenbeispiel, aber eigentlich hatte ich heute nicht so oft das Gefühl. Und jetzt gerade fällt es mir nicht ein. Eloquent! Genau! Also heute war ich eloquent, heute sind mir alle möglichen Fremdwörter eingefallen. Ganz eindeutig. Jedes verdammte Mal. Und ich hab mich einfach daran gewöhnt, dass es so ist und dann immer irgendwie umschrieben. Kann auch sein. Heute war ein eloquenter Stream. Würde ich doch... Würde ich behaupten. Hey! Was auch immer das war? Ich dachte, ich würde viel weiter fetzen, aber ich bin so erstaunt. Ich hab das Gefühl, das hab ich damals alles nicht hingekriegt, dass ich hier die perfekte... Also nicht perfekt, aber die... Die kürzeste Route fahre, ohne da von dieser Brücke runterzufetzen und so. Ich hab 200 CCM viel schwieriger im Kopf gehabt. Sollten wir vielleicht doch manchmal spielen. Ist schon... Ist schon fun. Delirium Stream. Okay, das auch. Aber ich bin auch echt wieder mal lange live. Das ist einer der Rekord-Strees. War auch so geplant, aber... Vielleicht schaffen wir jetzt doch die 12 Stunden. Ne, wait. 12 Stunden haben wir jetzt schon bald, ne? Wo sind wir gerade? Wie lange bin ich dabei? Ja, okay. In 16 Minuten haben wir jetzt 12 Stunden. Ist ein 12-Stunden-Stream geworden? Adäquat ausgedrückt. Was ist das für ein Pokal? Den hab ich lange nicht so betrachtet. Der ist eigentlich voll komisch. Aber das ist niedlich, dass da der kleine Mario hinten drauf ist, aber... Ist das so ein Kopf? Also das Ganze... Das Gesamte so. Ist das einfach ein Katzenkopf? Ein Tanuki-Kopf? Mit Ohren? Nice. 200 CCM? Rettet mir auf jeden Fall ein bisschen den Arsch. Sonst wäre es wirklich, glaube ich, 6 Uhr morgens geworden. Jetzt sind wir doch... Wir sind schon fertig. Bald. 2 Cups noch mit dem Basic... Konto noch von Mario Kart 8. Wie es zu Release rauskam. Wir sind schon in den letzten 2 Cups. Das ging so viel schneller als bei den anderen, weil... 200 CCM. Machen wir gleich die 24 Stunden voll? Easy. Schön, die Ersatzmache mitstreamen. Warum nicht? Wäre theoretisch... Kein Problem. Da ist ein Mario auf meinem Pokal, Herr Kellner. Ich möchte einen neuen. Iiiiih. Da ist ein Tanuki-Blatt in meiner Suppe. Wenn ich das aus Versehen essen würde, weil... Wisst ihr, was dann passiert? Dafür bin ich nicht versichert. Die Map wiederum... Wunderschön so, aber... Fängt nicht ganz... Also ich liebe das... Wie diese... Die Pendel aussehen und so. Aber irgendwie... Fängt das nicht ganz das ein, was... Was das Original konnte. Optisch geil. Dieser Turm und alles, aber... Oh Gott. 200 CCM fliegt man ja wirklich einfach über alle Zahnräder rüber. Aber da fehlt irgendwie dieser... Dieses Fahrgefühl auf den Zahnrädern da. Das war eine geile Sache. Im Original. Und das wird hier einfach übersprungen. Also in 150 CCM nicht so viel, aber... Trotzdem durch das... Also dass man hier fliegen kann, ist irgendwie dumm. Also sowieso. In 200 CCM... Das ist einfach bescheuert. Das ist wieder dieses dumme 200 CCM, was ich meinte. Aber... Habe ich gerade geblinzelt oder ist Lakitu kurz irgendwie... Ich bin gerade in die Backrooms geklippt, glaube ich. Ich habe kurz die Realität gewechselt oder so. Ich war plötzlich ganz woanders. Mein Orientierungspunkt hat sich geswitcht. Habt ihr davon mal gehört, dass Leute... Man hat ja immer so einen gewissen Orientierungspunkt, so... Nicht Norden, aber so eine Art imaginäres Norden. Also zum Beispiel, dass dieses Zimmer, wie das ausgerichtet ist, wie meine Wohnung ausgerichtet ist. Es gibt ja eine Richtung, die einen Raum hat, so. Ich denke mir so, der ist in die Richtung lang und in die Richtung breit. Und wenn das plötzlich switchen würde, wäre das voll seltsam. Was ja auch eigentlich nicht passiert. Aber es gibt Leute, denen passiert das manchmal. Bisschen vergleichbar mit so Gesichtsblindheit. Die sind in ihren eigenen Gärten als Kinder. Also es gibt so diese eine berühmte Story, wo so dieses Mädchen in ihrem Garten war hinten. Und dann hat sie irgendwie geblinzelt und der Orientierungspunkt hat sich komplett verschoben. Und sie hat sich in diesem Garten verlaufen, weil sie dachte, ihr Haus ist da hinten. Aber es war um 90 Grad gedreht oder so. Und dann ist sie durch die Nachbarschaft geirrt und hat irgendwann um Hilfe gefragt, wo sie ist. Und dann war die Antwort der Frau, die sie gefragt hat. Schatz, du bist bei uns im Garten. Das war ihre Mom. Sie ist irgendwie so, hat sich so verlaufen und hat dann ihre Mutter gefragt und hat es gar nicht gecheckt. Vielleicht war sie zusätzlich auch noch gesichtsblind und hat deswegen ihre Mom nicht erkannt. Weil das kann natürlich einhergehen, solche Fähigkeiten vom Gehirn Dinge abzuspeichern und so. Dass da sowohl Gesichtsblindheit als auch vielleicht dieser Orientierungsverlust stattfindet. Aber das ist schon fies. Das ist schon eine sehr gruselige Vorstellung. Aber wisst ihr, was ich meine? Wenn jetzt so, auf einmal würdet ihr so nicht mehr denken, oh, mein Haus ist in diese Richtung ausgerichtet, sondern um 90 Grad gedreht. Das wäre seltsam, oder? Könnt ihr euch das vorstellen? Wisst ihr, was ich meine? Oder wäre das für euch egal und ihr würdet euch dann eh wieder dran gewöhnen? Also man würde sich natürlich logischerweise dran gewöhnen. Wenn man jetzt aufwachen würde und die ganze Welt wäre gespiegelt, man würde komplett durchdrehen am ersten Tag, aber irgendwann ist sie wieder richtig rum. Weil das Gehirn einfach... Es kriegt halt basically dieselben Informationen und kann sie wieder so interpretieren wie vorher. Aber wenn das Gehirn sich entscheidet, dieselben Informationen zu haben und die plötzlich anders zu interpretieren, das ist creepy. Oder sagen wir, das ist ziemlich fies. Schlaftrunken kenne ich solche Gefühle. Ich hatte es selber noch nicht, aber ich kann mir voll gefurrschten, was damit gemeint ist. Weil ich mich auch manchmal gefragt habe, so... Wieso hat meine Welt eigentlich so eine gewisse Orientierung? Wieso gibt es so vorne, hinten, rück... äh... links und rechts... Wie ich meine... Also alle Räume, in denen ich mich aufhalte und so, wie ich die so sozusagen abspeichere. Nicht nur, dass die in einer Richtung lang und die andere Richtung breit sind oder so, sondern dass die einfach so eine... So eine Richtung haben. Und die ist eigentlich seltsam... Sie ist ja unfest, eigentlich ein Fest. Aber ich weiß nicht, ob wir relaten können. Ich weiß nicht, ob es ein High sein soll, aber... Submarine-X-DM-K. Grüß dich. Welcome to the Stream. Wunderschöne gute Nacht wünsche ich dir. Oh Gott, ich sollte vielleicht gucken, dass ich Erster werde. Äh, also nicht. Noch irgendwie einen besseren Platz mache, meine ich. Hilfe! Oh, Junge! Okay, ich fahre jetzt einfach durch. Komm, den hole ich mir noch, auch wenn ich noch überholt werde. Nein, voll dumm! Ich hätte lieber den auf den schießen sollen, der an mir vorbeifährt. Naja. Feder passt. Oh, Luigi hat einen Punkt mehr. So geht das nicht. Hatte ich in Malkat 8 jetzt schon einmal einen Silberpokal? Ich glaube nicht, oder? Gute Nacht fühlt sich seltsam an als Begrüßung. Ich meine, deswegen habe ich es gemacht. Definitiv. Das meinte ich sogar letztens erst. Man kann so alle Tage als Begrüßung nehmen. Gute Nacht ist immer ein Auf Wiedersehen. Also eine Verabschiedung. Du kannst dir sagen, so. Wunderschöne gute Nacht. Es ist einfach immer, ja, ich gehe jetzt. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Mittag. Guten Nachmittag. Guten Abend ist einfach so eine krasse Begrüßung so. Guten Abend. Aber gute Nacht ist einfach, ciao. Ist logisch irgendwo, ne? Man geht halt, weil Nacht ist erst, wenn man so schlafen geht. Selbst wenn man noch so um 0 Uhr, um 1 Uhr da sitzt, dann sagt man halt, guten Abend so. Guten Abend. Aber irgendwie wäre es doch cool, wenn man einfach sagen könnte, yo, gute Nacht. Was geht bei euch? Fühlt sich falsch an. Ich glaube, mein Orientierungspunkt hat sich gerade geswitcht. Vulkan Overrated finde ich hier besser als in MyCardWee. Oder? Wait. Habe ich das damals für andersrum gesagt? Manchmal, manchmal habe ich Angst, dass ich irgendwas rede. Junge, wieso ist das so laut? Wäre ich gerade leiser einfach oder war das Spiel die ganze Zeit so laut? Ähm. Ja, das ist besser, oder? Ähm. Ich habe auf jeden Fall gesagt, dass eine der beiden Versionen mir besser gefällt. Ich glaube, es war die hier. Weil man, ja, muss eigentlich, weil MyCardWee, ich kann die einfach nicht. Ich kann die nicht gut fahren. Hier oben einiges besser. Oh, stimmt. Hier gibt es diese eine Stelle. Die muss ich euch noch zeigen, eigentlich. Wo die, wo so Reifenspuren auch anzeigen, dass man da runterfahren kann. Ich frage mich, ob sie solche Sachen auch in Deluxe... Wie sah das denn aus? Das kann ja... Wie geil. Das kann ja auch kein Verbindungsfehler gewesen sein. Online sieht man sowas öfter und dann schwert die Person weiter. Aber Cooper ist gerade wirklich darunter gefallen. Der arme Junge. Oh, Junge. 200 ccm. Fast schon so schwierig wie in MyCardWee die Map zu fahren. War mich noch abschminken und hab ein neues Glas Kaltgetränk geholt. Gönnung. Okay, abschminken ist also Hot Girl Moment. Notiert. Jetzt hab ich die Reifenspuren nicht gezeigt. Nein, okay. Der hatte noch nie so viele Leben... Was? Der hatte noch so viel Leben vorgehabt. Oh nein, er ist einfach tot. Mario Kart aber mit fatalen... Äh... Konsequenzen. Seht ihr? Eloquent. Das ist basically das Video Racist Mario. So, aber... Einfach, man fällt hier runter und sieht den nie wieder. Die starten... Und es ist das absolute... Die absoluten Hunger Games, so. Mario Kart No Hits. Du hast es versucht. Was, bitte? Achso, okay. Hot Girl Moment ist... Ich kenne Hot Girl Moments so. Aber in dem Zusammenhang konnte ich nicht checken, was du meinst mit... Jo, ich bin kurz weg. Hot Girl Moments. Okay. Aber immer nice. Das ist immer ein geiles Gefühl. Einfach viben. Sich sexy fühlen. So muss das. Koopa Cannon Toast now. Das will ich auf einem T... Fuck! Das will ich auf einem T-Shirt drucken. Ich meine, es gibt viele Koopas, die in Lava gefallen sind. Der wird ersetzt. Bei denen würde man es nicht merken. Genau wie bei Toad. Die sind beim nächsten Mal einfach... ...jemand anders. Die gehen drauf und dann ist ein neuer Koopa hier. Aber bei Mario passiert ja eigentlich das Gleiche. Stimmt. Mario stirbt ja eigentlich am meisten in den Mario Games. Insofern... What? How happened? Ich hatte einen Pilz. Er hatte Piranha-Pflanze und plötzlich ist irgendwas explodiert. Oder? Oh, Toad, das tut mir so leid. Aber auch von dir gibt es noch ein paar mehr, glaube ich. Indeed. Habt Hot Girl Moments, Leute. Absolut. Empfehlung geht raus. Ja, auch ihr... Ich hab welche. Oder Hot Boy Moments. Oder Hot... Human Moments. Das Beste ist... Das Beste ist so... Wenn man einfach im Spiegel schauen und sich so denkt... Alter! Gefällt mir voll gut. Wenn man das gar... Also wenn man das zu wenig hat... Dann muss man wirklich irgendwas ändern. Weil teilweise sieht man... Dann denkt man natürlich im Spiegel und denkt sich... Sieht im Spiegel und denkt so... Pfff... Ja, bin halt ich. Kann passieren. Aber manchmal gucke ich so in den Spiegel und denke so... Wieso sehe ich im Stream nicht so aus? Ich weiß, es liegt daran, dass man das Spiegelbild... Das habe ich schon hundertmal geklugscheißt, aber... Aber irgendwie ist die Perspektive auch teilweise besser und vorteilhafter und so. Dann sitzen die Haare irgendwie nice. Und man hat so einen gewissen Blick drauf. Dann stehen die Wangenknochen so ein bisschen vor. Und dann mache ich immer so Gemassen. Dann mache ich immer irgendwie so... Model-Blicke. Und so... Let's go. Get him, Tiger. Ja, ich fühle das sehen. In Kameras immer so aus wie ein Frosch. Aber in RL bin ich ultra-hot. Ich meine, das ist dieses... Dieser Spiegel-Moment, I guess. Aber du siehst in Kameras nicht aus wie ein Frosch. Keine Sorge. Ja, das mit dem in den Spiegel schauen und denken... Ist mein Daily-Hot-Boy-Moment. Ganz genau. Exacto Mundo. So, auch nach dem Dusch oder so. Gerade zur Musik gewalbt. Und dann einfach so... So einfach mal so den machen. Mach ich for real. So richtig... Klischee. Einfach Nick aus Jimmy Neutron. Ja, Mann. Jetzt noch die Haare so zurück. Deo auftragen. Und dann geht's auf ins... Ins Getümmel. Ein paar Leute aufreißen. Wait, was hab ich gerade beendet? Welche Strecke sind wir zuletzt gefahren? Es war auf jeden Fall... Es war wohl Kahn-Grollen, oder? Das war die letzte Map? In dem normalen... Kann danach noch was? Also auf jeden Fall jetzt der letzte Kap, aber... Ach nee, das ist ja... Ach ja, die ist ja... Oh Gott. Die ist ja wirklich instant vorbei in 200 CCM. Die hab ich einfach... Ich hab kurz geblinzelt. Wir haben gefühlt... Zwei Sätze ausgetauscht und dann war das vorbei. Vulkan-Grollen. Ach nee, Rainbow Road. Guck, dir ist das auch passiert. Ja. Natürlich ist die der Abschluss gewesen. Wollte grad sagen. Das kann doch nicht sein, dass Vulkan-Grollen die letzte vor den Credits war. Aber die Credits gönnen wir uns diesmal nach der Rainbow Road. Auch wenn die andere Rainbow Road auch eine Rainbow Road war und eigentlich die bessere Rainbow Road war. Ich dreh durch. Sag mal, wann sind wir denn... In Mario Kart 7? Diese Retro Rainbow Road gefahren. Da kann ich mich wieder null dran erinnern. Die vom SNES. Man spielt alle Mario Kart Strecken an einem Tag und... Und trotzdem fliegen sie so... Weiß man nicht mehr genau, ob man sie gespielt hat. Kann doch nicht sein. Haben wir es hier schon gespielt? Ja, hier war die schon. Das erinnere ich auch noch. Ich meine, es war auch gefühlt eben gerade, aber... In Mario Kart 7 muss das ja auch schon gewesen sein. Ich erinnere mich aber nur, weil du es jetzt erwähnt hast. Ja gut, warum? Sonst hättest du ja auch keinen Grund... Dich daran zu erinnern. Du hast sie zu 100% gehabt. Jaja, muss ja auch. Ich habe ja auch alle Cups gemacht. Das wäre definitiv irgendwem aufgefallen und wir hätten gesagt... Jo, Johnny, da fehlt ein Cup, so. Aber... Oh Gott. Oh, als ob das doch zählt. Wolkenstraße jetzt in 200 CCM. Da bin ich gespannt. Ich liebe diese Map ja einfach zu fahren, ne. Das ist so eine richtige Johnny-Strecke. Die macht einfach richtig Spaß. Finde ich. Keine Ahnung, das Fahrgefühl und so. Aber die Kurven hier... In 200... Ich glaube, ich bin gerade einfach... Ohne mich krass. Wow. Ich dachte, der Blitz... Bis ich da bin, ist der längst vorbei. Aber 200 CCM ist einfach zu schnell. Ich glaube, ich bin gerade einfach so über die Blätter gefahren, ne. Ohne Probleme. 200 CCM ist einfach... I sleep, so. Ich dachte wirklich, ich würde strugglen. Ich würde... Strugglen. Ich würde... Öfter mal... Anecken. Runterfallen. Ich meine, das... Das ist die Sache. Ich bin gerade zweimal angeeckt. Es wird nicht krass bestraft. Deswegen ist 200 CCM nicht ganz so schlimm. Also, es ist ja nicht... Es ist ja geil eigentlich, aber... Ich dachte, ich wäre schlechter. Ich bin sehr zufrieden mit mir. Hätte ich aus irgendwelchen Gründen Revue passieren lassen, wäre sie mir jedenfalls nicht eingefallen. Achso. Macht das Sinn? Wenn man es Revue passieren lässt, ist es einem ja schon eingefallen. Aber ich... Keine Ahnung. Ist meine Facecam eigentlich... Ich weiß, die ist schon sehr lange so. Aber ist die eigentlich zu dunkel? Nö, passt eigentlich. Ist wie White People Blanket Mode ein bisschen, ne. Ist der bessere sogar. Passt zu so spät abends. Yo, einfach die Blätter genommen. So muss das. Oh, 12 Stunden. Wir haben die 12 Stunden. Let's go. Kleiner 12 Stunden Stream mal eben. Easy von der Hand. Ich bin immer noch viel zu... Also, irgendwann kickt die Müdigkeit glaube ich gleich. Sehr. Aber gerade noch gar nicht. Fucking... Diese Strecke ist im letzten Cup? Weil ich immer online spiele? Weiß ich manchmal nicht genau, welche... Wo ist? Aber... Ich dachte, die ist so im Zweiten. Ich hätte so fett gesagt, die ist im Zweiten von links, hätte man mich gefragt. Klar, also da ist eigentlich Zuckersüster Canyon. Flughafen, glaube ich. Shigai Falls? Oh Gott, ich habe echt... Ich habe kein gutes Gefühl, welcher Cup welche Strecken hat in diesem Spiel. Würden wir einen Quiz dazu machen, wäre ich nicht gut. Krass. Obwohl ich natürlich alle Strecken in- und auswendig kenne. Aber dass die hier im Letzten ist, kommt mir gerade ganz seltsam vor. Die hat so richtige Zweiter Cup, Zweite Strecke Vibes. Ich mag die halt auch echt nicht so gerne. Zuckersüster Canyon ist im ersten Cup? Oh shit. Wait, im ersten Cup ist... Ach ja. Zuckersüster... Also... Also... Mildcard... Stadium... Stadion... Ich denke, wäre ich doch müde. Äh... Stadium... Dann Zuckersüster Canyon. Dann Wasser-Dings. Und dann Throms Ruinen. Richtig? Und im zweiten ist... Flughafen. Marius Piste. Diskodrom. Ähm... Keine Ahnung. Was kam denn dann noch? Wasser-Zuckersüster... Achso, erst... Oh Leute, Zuckersüster Canyon ist nicht die zweite Strecke im Cup. Hätte ich auch irgendwie jetzt gedacht. Keine Ahnung. Aber fühlt ihr irgendwie, dass der... Fühlt ihr, dass 7x7 49 ist? Und das ist grün und das ist irgendwie wie Donnerstag? Habe ich letztens so... So ein TikTok gesehen, wo einer das so empfindet. Und ich dachte mir so... Ja, irgendwie hat er... Irgendwie hat er schon... Hat er einen Punkt. Und der Stern Cup ist auch wie Donnerstag irgendwie. Johnny geschlafen. Das war nicht... Entspannt euch. Das war der... Das war der Dude. 7x7 ist 49, es ist grün und es ist Donnerstag. Macht das keinen Sinn für euch? Für irgendwen? 7x7 ist aber feiner Sand. Das ist leider wahr. Flughafen und Diskodrom sind im dritten? Was ist denn nochmal im zweiten? Alter, ich weiß die ja gar nicht. Weil ich spiele die ja nie in der Reihenfolge. Ganz zu Anfang halt, aber... Oder bei... Im Season Battle, aber sonst immer online irgendwie durcheinander so. Was ist denn dann im zweiten überhaupt? Ach so, ja. Ghost, das Geisterhaus. Das Geisterhaus ist da im zweiten, oder? Ich meine, ich habe es gerade gespielt, aber... Todshafenstadt. Todshafenstadt, Schallgeifälle. Die... Wie heißt die überhaupt? Die seltsame Buhu-Burg. Oh, die Bowserfestung 200 CCM kickt ja auch anders. Da gerade so vorbeizufahren ist... Auf jeden Fall nice. Oh, die Kurve hier auch sehr 200 CCM freundlich. Uh, dann sieht man nochmal richtig das Schloss. Ich fahre ja meistens unten lang. Wenn man so da oben langfährt... War das auch was. Ja, Varios Abfahrt ist im... Dritten Cup. Da bin ich mir... Unsicher. Wait, ist es im zweiten? Varios Abfahrt ist doch im dritten Cup, oder? Oh nein! Oh, scheiße! Aber mal, es pistet es im zweiten. Sieben ist grün bei Kree. Ja, gut. Sieben würde ich aber auch so irgendwie bei grün sehen. Gibt diese komischen... Assoziationen. Wahrscheinlich kann man daran echt so einen... So einen kleinen... Persönlichkeitstest machen. Da müsste es mal so Fragebögen geben, die dann so Auswertung haben. Weil das könnte echt sein, dass dann die Gehirne ein bisschen ähnlich aufgebaut sind im... Ja, ob sie zum Beispiel Bilder zu bestimmten Begriffen abspeichern. So, ich hab... Speichern, ich hab zu jedem... Ich hab zu... Zu der Woche zum Beispiel... Warum tat das nicht weh? Zur Woche hab ich eine Visualisierung. Zum Jahr, zu den... Monaten. Jeder Tag hat für mich so eine gewisse Farbe irgendwie. Auf eine gewisse Weise. Und ich glaub, manche Menschen haben das gar nicht. Weil es gibt ja keinen Grund dafür. Ich denk, wieso sollte man... Dafür denk ich nicht wirklich mit einer Stimme. Ich kann mir im Kopf eine Stimme erzeugen. So, ich kann irgendwas lesen und dann liest das plötzlich Donald Duck vor für mich. Oder... Oder ich selber halt. Aber die Stimme, mit der ich denke, ist nicht meine Stimme. Beziehungsweise kann es sein. Aber eigentlich ist sie... Ist es gar keine Stimme. Es ist mehr so ein... Ist einfach vorhanden. Genauso wie ich manchmal gar nicht denke in Sätzen. Sondern mehr so in so... Assoziationen. Manche können so nur in Sätzen denken. Manche gar nicht. Manche denken nur in Bilder und so. Ist voll interessant. Ich mach beides. Ja, ich auch. Also manchmal... Höre ich auf jeden Fall eine Stimme im Kopf. Also ich höre sie nicht wirklich, aber... Man kennt es, oder? Wieso ist mir dieser Blooper... Ich hab diesen Blooper noch nie gesehen. Und das kann doch nicht sein, dass das nur heute passiert, weil ich irgendwie nochmal neu an dieses Spiel rangegangen bin. Ich hab diesen Blooper im Raumschiff noch nie wahrgenommen. Nicht mal... Okay, warte kurz. Den hab ich bestimmt angesprochen bei Dings, oder? Ich auch nicht. Habt ihr den gesehen? Den hab ich doch in der Noclip-Webseite bestimmt sogar erwähnt, dass der cool ist. Obwohl, vielleicht ist der auf der Noclip-Webseite nicht, weil der sich hier bewegt. Das ist ja so ein... So ein Objekt, was vielleicht auch bei Noclip auch gar nicht existiert. Ich seh den immer. Ich glaub, ich hab den noch nie so bewusst wahrgenommen wie jetzt gerade. Ich hab ihn bestimmt schon gesehen. Ich dreh halt einfach nur durch. Bestimmt hat irgendwie 2015 Johnny schon mal gesagt, oh, der Blooper da ist cool. Ich hab's wieder vergessen, aber... Das ist halt der Punkt. Ich hab's voll vergessen, dass er da ist. Hier, aber ansonsten ist alles... Ansonsten hab ich hier noch nichts gesehen, was mich überrascht. Die Tribünen. Die Malka-TV-Logos. Die Tatsache, dass ich... Ich wollte grad sagen, dass ich erstaunlich krass in 200 CCN trotzdem die Kurven nehmen kann. Dann bin ich runtergefallen. Rexa oder so. Irgendwie so heißt die Firma hier. Was auch immer, die bauen. Ich seh den auch zum ersten Mal. Ey, wie seltsam. Das ist auch ein absoluter Unterschied. So, Kree hat schon immer zum Beispiel diesen Fragezeichen-Block auf der Wolkenpiste gesehen. Das ist, glaub ich, auch so ein... So voll ausschlaggebend. Holy shit. Alle Items weg. Wie unaufmerksam ich eigentlich Mario Kart spiele, so. Ich achte viel eher darauf, wie ich fahre und so. Was um mich herum passiert, als darauf, wie die Strecke verläuft. Und was man da so sieht. Zum Beispiel, dass hier drunter so ein bronzener Satellit ist. Mit so ein paar Platinen oder so Tragflächen. War mir jetzt auch grad nicht so bewusst. Also ich hab grad irgendwie so... Da ist der Blupper gewesen. Ich hab grad so wahrnehmensverändernde Zustände. In der Cola war irgendwas drin. Da waren irgendwelche Substanzen drin. Ich nehm das hier gerade so an. Das war das Game. Aber ja. Das war Mario Kart 8 in der Vanilla-Version für Wii U. So wie am Day One erschien. Außer 200 CCM. Das... Das kam später. Geil. Die Mario Kart... Also die Rainbow Road hab ich schon oft erwähnt. Wie scheiße ich die finde. Aber sie ist jetzt... Sie ist trotzdem spaßig zu fahren so. Vergleich zum Mario Kart 7. Welten. Also diesen... Diese Satelliten und diese Raumstationen sind cool. Aber sie hätten verbunden sein müssen von einer richtigen... Seifenblasen-Regenbogen-Straße. Nicht diese komischen Platinen hier, die die Lakitus irgendwie aufgebaut haben. Das fühle ich nicht. Ähm. Und ein bisschen mehr Magie noch da so. Überall auch diese so... So ein bisschen glitzernde Sachen. Nicht alles nur so Technik. Das hätte gern ein Abschnitt sein dürfen. Sie hätten wieder so ein... Wario-Abfahrt... Äh... Mario Kart 7 Rainbow Road mäßiges... Brett einfach raus... Raushauen müssen. Vielleicht im nächsten Spiel. Aber vielleicht auch ganz okay mal... Ein bisschen kürzer zu treten mit Rainbow Road. Ich war trotzdem enttäuscht immer. Würde auch passen, da ich dauerhaft in einem Delirium-Zustand bin. Und du immer so... Wow. Seht ihr die ganzen Strecken? Die Details. Wow. Ich bin kopfüber. Und ich so... Oh. Oh man ist hier kopfüber. So während ich mir die Maps irgendwann mal angucke. Ach so. Man kommt bei Bowsers Festung. Da fährt man in so ein Loch rein. Das war mir auch nicht klar. Und so. Wie wir es ausgerechnet jetzt hier auch nochmal gesehen haben. Wolkenpiste. Wolkenstraße meine ich. Ach wirklich in der... Ich bin Regenbogen nicht mein Erster geworden. Was ist das? Oh Junge, ein 200 CCM ist so schnell. Wow. Ja gut, ich tue so als wäre das Spiel vorbei. Nein. Wir müssen noch ein bisschen hustlen. Aber vor 4 Uhr sollte das was werden. 200 CCM sei Dank. Schöner Pokal. Schönes Spiel. Sind das jetzt andere Credits als eben? Ne, oder? Dit 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 Das ist auch ein sehr guter Song. Sehr, sehr gut. Machst du jetzt eigentlich online auf chillig oder offline? Ich finde offline ist eher auf chillig. Wenn ich wirklich mitspiele. Weil dann das wäre nicht chillig für mich. Das wäre dann so... Keine guten Plätze für Johnny, glaube ich. Heute bin ich ein bisschen matschig schon vom Mario Kart fahren. Wird ich mich auch eingespielt jetzt? Ne, ne, ne. Scheiß auf online. Das ist nicht der Grundgedanke. So, ich will jetzt die Pokale holen. Außer ihr habt geschrieben vorhin, dass die Pokale auch mit online holbar sind. Aber ich wüsste nicht, dass das so ist. 4 Cups noch. Let's go. 6 Cups noch. 4 vom regulären DLC. Und wir spielen... Obwohl... Ich werde ja eh nochmal alle Cups von den allen Wellen dann irgendwann spielen. War schon so ein random Moment, jetzt alle Mario Cups zu spielen. Wo das eine noch nicht mal vollständig ist. Und noch so 2 Cups theoretisch könnte ich spielen. Und dann bin ich durch. Aber wir spielen alle 6. Aber... Ne, da würde ich auch nicht mitmachen. Ich will langsam runterfahren. Genau. Nicht, dass ich es jetzt könnte so. Aber fühle ich auf jeden Fall. Würde ich auch wollen. Ich hoffe, ich komme vor 6 Uhr morgens zur Ruhe so. Nach so einem Stream ist es mir meistens so heiß. Und dann liege ich so da. Da kann ich noch nicht einschlafen. Da muss ich erstmal irgendwie am liebsten duschen. Das mache ich jetzt nicht. Aber irgendwie nochmal ein bisschen chillen. Irgendwas etwas einschläferndes gucken. Damit ich mich schon mal so runterkomme halt. Wie du sagst. Ja. Eigentlich wollte ich wieder um 3 ins Bett. Aber ich bin noch zu wach. Das eignet... Das bietet sich ja an. Okay, der Song ist ab diesem Punkt irgendwie ein bisschen seltsam. Dann habe ich noch den perfekten Tag. Liegt es jetzt am Stream, dass du noch wach bist? Oder ist es jetzt Schicksal? Dass du noch weitergucken kannst. Ich meine, für mich ist es entweder MK oder Rogue Legacy. Also Legacy oder Legacy. Also runterfahren kann ich gerade eh nicht. Okay. Aber Pokal holen klingt auch chillig. Na ja, es ist auf jeden Fall, wäre das jetzt weird, plötzlich online irgendwie die Strecken noch zu machen. Ich will jeden Cup in jedem Malkart spielen, so. Bis auf die 2D-Teile, weil es sehr unsatisfy ist. Für mich. Ich liebe es, wie ich manchmal den Nieser so lange schon kommen merke. Ja, aber so richtig rauszögern kann, bis ich das Taschentuch wirklich auch ausgebreitet habe. Manchmal ist es das Gegenteil. Manchmal niese ich und ich wusste nicht mal, dass ich niesen werde. Und da ist die 8, die einem manchmal auch nicht auffällt. Gutes Spiel. Gute Spielreihe. Also eigentlich gibt es keine Spielreihe, für die ich so viel Enthusiasmus und Liebe habe, oder? Spielreihe? Also selbst Smash empfinde ich nicht als so geil in all seiner reinen Formen, glaube ich. Paper Mario, die Reihe wurde ein bisschen anders so. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall das Multiplayer-Spaß-Party-Game, so. Und trotzdem spiele ich es unfassbar gern auch so. Oh! Boah, der ist strong. Das ist... Das ist so Aristocrats-Musik. So ein richtiger... Richtiger Jam. Switch. This is a switch. Wir switchen auch wirklich. Nice. Ich weiß nicht, warum mein HDMI-Switch nicht... Ist auch ein Switch. Nicht funktioniert, aber... Endspurt, Leute. Jetzt nochmal ein Cut. Ach, Deluxe. Und alles, was da mit beinhaltet ist, beziehungsweise was auch als DLC schon dazu kam. Und dann war das der ultimative Mario-Kart-Abend. Mario Kart 8. Ja, okay, das ist auch ein geiles Bild, muss man schon sagen. Ey, die Stadt da im Hintergrund kommt nochmal richtig zur Geltung. Habe ich auch nie richtig drauf geachtet. Heute bin ich aufmerksamer. So, ich wusste, das ist so die Rainbow Road, aber dass da im Hintergrund auch diese geile Stadt ist, die wir auf Noclip so appreciated haben. Die ist so hübsch, die ist so cool. Guckt auf Noclip, noclip.webseite heißt das einfach, glaube ich. Guckt euch da mal die Mario Kart 8 Maps an. Die sind nochmal so viel detailreicher, als man denkt. Habe ich auch mal so eine kleine Tweet-Serie zugemacht, beziehungsweise ein ganzes Video, aber... Da habe ich nochmal so Sachen hervorgehoben. Und gerade diese City, beziehungsweise der Bahnhof von der City dann auch mit dem Fahrplan und so. Grandios. Fantastisch. Knochi. Ich brauche diesen Knochen-Tonken. Ja, komm, wir fahren jetzt so, damit ich mich dran gewöhne. Damit ich das auch nochmal mache. Ich wette, auch diese Strecken werde ich jetzt wieder ganz anders wahrnehmen. Einfach so richtig, yo, das war der DLC damals, die war neu. Da hatte man die anderen schon viel gespielt und plötzlich kam Yoshis Piste hinzu. Geiler Scheiß. Die ist so hübsch. Diese kleine City da am Start. Das ist so ein niedliches Dörfchen. Hier diese Häuser, die aussehen wie Yoshi, aber auch gleichzeitig so... So richtig wie Wiede Sande. Das ist der Ort in Dänemark, wo ich im Urlaub meistens dann... Wo wir einkaufen und so. Da bin ich auch so gerne. So, Zielstrecke jetzt oder was? Ja, ja. So eine Art Endspur. Also eigentlich... Eigentlich fast nochmal die Hälfte so. Also beziehungsweise ein bisschen mehr als die Hälfte jetzt. Ein bisschen ist es auf jeden Fall noch. Ach du Scheiße, das fühlt sich echt komisch an. 200 CCM mit dem Teil ist viel zu schnell. Oh, dann ist meine Bike-Kombi für 200 CCM voll gut. Bei 150 kam ich hiermit... War ich hiermit schon immer sehr schnell und dachte so... Okay, da muss ich mich noch gewöhnen, aber es ist krass. Also man gewinnt damit auf jeden Fall. Aber holy shit! Hab ich doch mehr Erfahrung mit dem anderen Bike. Hier geht man ja... Alter, hier geht man ja anders, Helm. Wait, das kann doch nicht sein. Ich muss zurück ändern gleich. Das ist ja mega scheiße sonst. Hä, das ist ja voll geil, wie mein anderes Bike für 200 CCM... So funktioniert eigentlich. Hilfe! Oder liegt das jetzt am Markat Deluxe, dass da 200 CCM nochmal anders ist? Weil man jetzt auch einen anderen... Noch den niederlenden Boost holen könnte und so. Das ist interessant. Gott! Man muss mit der Kombo auf jeden Fall sehr viel mehr bremsen. Okay, ja. Das wird jetzt trainiert. Ich trainier jetzt das Bremsen beim Driften. Oh, da war's. Oh, fühlt sich das weird an. Da hätte ich es auf jeden Fall machen müssen. What the fuck? Das fühlt sich so falsch an, mit Bremsen hier zu arbeiten. Aber es macht halt viel mehr Sinn. Ja, und man behält den Drift tatsächlich. Das war ein bisschen scheiße, aber... Hui. Das verlangt mir gerade ein bisschen zu viel Konzentration ab, habe ich das Gefühl. Das Fahrgefühl eben war schon auf jeden Fall geiler. Vielleicht doch diese Card-Kombi für 150 und meine alte für 200. Das hätte doch was. Dann kann ich da dem Flammenbike treu bleiben vielleicht. Ich versuche jetzt den Kugel-Willi-Skip. In Yoshis, äh, Yoshis Piste, oder? Was hat es damit auf sich? Ich muss aber bedenken, zwischen 8 und DX gibt es Stat-Unterschiede. Das war ja gerade meine Frage. Ich habe keine Ahnung davon. Ob jetzt basically auch mein anderes Bike noch schneller wäre oder so. Haben sie da nochmal neu gebalanced oder warum ist das so? Und wie ich hier einfach basically nach so 2-3 Jahren vergessen habe, dass das Gimmick dieser Strecke war, dass sie randomized ist. Als sie rauskam, war mir das so klar und so eindeutig. Als ich das dann nochmal erwähnt habe, irgendwann dachte ich so, war das nicht irgendwie so? Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist die Strecke eigentlich immer gleich. Und ich denke mir so, wow, wie unausschlaggebend kann etwas sein? Natürlich ist sie randomized. Das ist jedes Mal eine ganz andere Reihenfolge, aber das ist auch völlig irrelevant. Es ist halt wirklich egal. Wait, wir haben sogar, diesmal haben wir sogar ein Teil, was fehlt. Es gibt gar nicht jetzt dieses, dieses eine Bauteil, wo man, ähm, ah doch, hier ist es, okay. Ich wollte gerade sagen, eigentlich muss immer alles dabei sein, glaube ich. Aber das ist auch immer noch so, das ist so lustig. Ich glaube, wenn man die Leute fragen würde, viele würden sagen, keine Ahnung, ob das gerandomized ist. Wenn ich jetzt mich festlegen müsste, würde ich sagen, nein. Nein, ich glaube nicht, dass das, ich glaube, die sind immer gleich, weil die Fahrerfahrung halt wirklich immer gleich ist. Es geht ja geradeaus und muss Stunts machen. Das macht nicht wirklich einen Unterschied, wann was kommt. Was das gesamte Konzept der Map irgendwie voll traurig macht. Weil es eigentlich so eine gute Idee ist. Vor allem für Excitebike, es passt perfekt zum Game. Ich glaube sogar auf dem 3DS gab es irgendwie Excitebike 3D, was trotzdem den alten Look hatte. Und da war das auch so. Ich weiß nicht, ob das Originalspiel auch randomized war. Dafür kenne ich mich nicht gut genug damit aus. Aber es bietet sich auf jeden Fall an. E.T.A.T., vielen lieben Dank fürs Reinschauen, vielen Dank für die Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Ich wollte gerade sagen, bleib im Team und im Stream. Aber eignet sich aus, schlaf gut. Danke fürs so lange dabei sein, hau rein. Ich glaube, Charaktere wurden in verschiedene Gruppen unterteilt. Also von den Entwicklern dann? Oder ist das jetzt so ab Deluxe so eine Sache, die die Tryhards so rausgefunden haben? Jetzt Kugel will die unterm Wasserfall einsetzen und der ignoriert den Abstand zum Erd... Ah, der war das, genau. Genau. Der Gong war mir auch... Hätte ich jetzt nicht sagen können, dass das so ist. Aber ich glaube, die... Werden die Maps online vorgestellt? Nee, oder? Nee. Deswegen. Man hört das ja nie. Ähm... Wir haben letztens ein Video gesehen, wo der genau das macht. Wo er den Kugel will hier unterm Wasser verzögelt und einfach... so einen kranken Abstand kriegt. Wie, wie kommt das zu sowas? Weil das irgendwie nicht Teil der Map ist und deswegen der Abstand zum Ersten einfach... nicht berechenbar ist? Das könnten die doch easy fixen. Nehmen sie einfach den Wasserfall als Parallelweg. Mit rein nehmen sie. In die Map-Struktur. Seht ihr? Oh! Mit Bremsen! So weird! Dann kann ich mich, glaube ich, nicht gewöhnen. Aber es ist auch irgendwie geil. Arsche. Irgendwie ist es auch geil, auf der Strecke zu bleiben, weil man bremst. Das geht mir aber richtig gegen den Instinkt. Mario Kart mit Bremsen ist einfach nicht... Das ist doch für... Weiche ja so. Aber natürlich ist es viel sinnvoller. Bei 200 cm sowieso so. Sonst fällst du ja komplett raus hier. Da ist wieder Kung-Fu-Lucky-Tuch. Wann sieht man eigentlich mal diese Statue hier im Hintergrund? Jetzt gerade nicht. Da ist der Himmel. Da unten ist der Boden. Ist die hier links? Da ist sie. Da unten. Gott. Die ist ja wirklich... Ist die irgendwann mal ins Hirn gesetzt? Was passiert denn jetzt? Wo kommt die Bombe her? Oh, bitte nicht. Ich fall wieder runter. Oh! Oh, Junge! Was soll das denn? Überleb' einfach. Überleb' einfach. Jo! Hat Melinda in der Luft irgendwie noch gebremst? Ich dachte, die ist schon im Ziel. Nice. Rip-Kollakaralum-Karambolus. Ah! Der wurde einfach in eine Strecke verwandelt. Er kann sich verpissen. Warum? Ich mag den Boss übel in Mario Galaxy 2. Ist voll satisfying, den zu besiegen mit diesen... ...Segmenten an seinem Körper, die man einfach so weg... ...wegsprengt wie so Pickel. Das ist so ein richtiger Doktor Pimpelpopper Moment. Der Boss... Und der Sound ist geil. Der macht so... ... mit seinem Kiefer so ein... ...so ein Klappergeräusch. Einer meiner Lieblingsbosser aus Galaxy, glaube ich sogar. Der ist so memorable. Ja, natürlich! Ich dachte mir, ich probiere mal was. Boah, aber wir müssen auf jeden Fall... Ich darf das jetzt nicht jede Runde hier verkacken. Ihr müsst auf jeden Fall da fliegen. Beziehungsweise einfach nur springen, weil man... ...man gleitet ja so weit im Original schon. Oh, die... ...die Gravitation hier anders ist. Oh, man fährt dem einfach weg! In 200 CCM. Wie witzig! Oh mein Gott! Okay, ich weiß nicht, was ihn gerade abgewehrt hat, aber... ...wenn man die ganze Zeit die Schnellstreifen hier erwischt... ...der Rot ist einfach nicht schnell genug. So, jetzt. Das reicht, wenn ich hier fahre. Yo! Alter! Dann noch mit dem... Dann noch mit dem Pilz. Dann fliegt man ins Ziel. Jetzt fliegt er zum Mond, du. Knorentrocken. Knorentrocken, du musst mal schalten. Ich glaube, das waren auch Zitate jetzt gerade, die würde keiner zuordnen können, weil das... ...selbst wenn man es kennt, war das jetzt zu wenig. Zu wenig Info. Ach du Scheiße! Ja, der ist weg. Den kriegen wir nicht. Aha! Cool! Da konnte man es ja nochmal richtig enjoyen, die Strecke. Hat Spaß gemacht. So, das kriegt jetzt alles zurück. Bleib gefällig stehen! Ich werde jetzt weiter. Und wenn es... ...wenn es mich sonst was kostet... ...so ist fein. Was ist ein Zungenbrecher? Der wurde halt echt ausgenommen und zur Strecke recycelt. Ja, der ist doch ausgestopft worden. Ach, der Name ist ein Zungenbrecher. Ich dachte gerade, was ist denn für ein Zungenbrecher? Weißt du, davor gehoppt, hättest du es geschafft. Ich weiß, ich war... ...seltsam hinge... ...also ich weiß, dass es möglich ist, aber... ...ich war seltsam drauf zugefahren. Und ich wollte dann nochmal sehen, wie es ist, wenn man... ...wenn man richtig weit fliegt. Du denkst, das klappt, aber Irrtum, das klappt nie. Was? Die Abkürzung dazu nehmen mit 200 CCM? Ich glaube, du meinst irgendwas anderes. Oh, war das Goldmine Stimm? Das war ja DLC. Die ist ja gar nicht im Originalgame gewesen. Das war so eine gute Entscheidung. Nee, schon die. Bist du sicher? In 200 klappt das doch bestimmt. Ich habe auch das im Video gesehen. Okay, es ist möglich, aber man verkackt immer. Also legit, bei mir klappt es nie. Okay. Ich gehe auf den Versuch an. Ich meine, es kommt vor, dass ich für manche Sachen bestimmt ein besseres Feeling habe als du. Oh, Junge. Also Markkart 8 würde ich sogar sagen, sind wir relativ eh nicht gut. Okay, nein, du dominierst immer viel mehr die Turniere, aber ich bin nicht komplett auf einem anderen Level, glaube ich. Nee, wobei. Du bist nicht immer Erster, oder? Ich bin mir gerade unsicher. Also sagen wir, wenn du von Anfang bis Ende dabei warst. Oh, oh. Da muss ich auch noch vielleicht jetzt ein bisschen was ändern. Ja, okay. Okay, okay, alles easy. Ganz easy. Guck mal, hier brauchen wir nicht bremsen. Also da schafft man das auch so. 200 CCM, aber... Die Kurven da hinten sind hart. Junge, man fetzt hier einfach rüber. Gott, 200 CCM. Ich habe mich schon fast daran gewöhnt, aber... Es gibt dann noch Stellen, wo man denkt... VTF. Es ist so viel schneller als das... 150 teilweise. Wie kann das sein? So, jetzt. Yes. Das ist geil. Damit bremsen zu arbeiten, macht so viel Sinn. What the fuck? Weil man beschleunigt auch instant wieder. So wird Maricard nochmal richtig, richtig... Filigran und kompliziert, so. Wenn ich wissen, wie Zeitfahren in... 200 CCM aussieht. Wann es Sinn macht zu bremsen. Wann es einfach nur Frames... Verschwendet so... Der holt mich nicht mal ein. Ich war so am Boosten, dass der blaue Panzer wirklich lang gebraucht hat. Gefühlt ist Fam mit Maricard immer Erster. Ja, ich glaube, ich habe es gerade verwechselt. Ich glaube, irgendwer anders hat nachgelassen, aber... Naja. Ich bootcampe halt auch den Knochi. Also er ist... Er ist auch Konkurrenz für mich. Doch, Fam, die kann man easy nehmen. Achso, also Knochi und du... Er grindet da ein bisschen. Nur nicht, wenn Leute... Ähm... In anderen leeren Lobbys gegrindet haben. Zwischen dir und mir ist das eher öfters knapp. Das stimmt. Das sowieso, ja. Als zwischen Fam und dir. Ja, ich habe es gerade verwechselt. Also nicht, dass es knapp wäre zwischen Fam und mir. Aber ich bin jetzt nicht scheiße. Im Vergleich zu ihm, glaube ich. Deswegen... Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich die Abkürzung kann. Das ist schon eine subjektive Sache. Das ist halt Mario Kart, ne? Ich kann auf jeden Fall sagen, yo, du bist safe besser als ich. Aber es gibt dann so Momente... Was war das? Ich habe es nicht mal versucht. Die hat man einfach nicht raus. Okay. Ja, ich glaube, du bist auch öfter vor mir, Kree, oder? Ich bin echt nicht so gut in den Turnieren. Also zum einen, weil ich halt streame und dann rede und so. Aber... Ich war länger nicht mehr in den Top 5. Immer so 7, 8. Manchmal nicht mal in den Top 10. Aber das kann sich ja wieder ändern. Jetzt gerade so ein bisschen hier die Kart-Kombi zu trainieren. Oh, Junge, ist das Spiel schnell. Hilfe. Da hätte ich auch wieder bremsen können, eigentlich. So, nicht mit mir. So leicht mache ich es euch dann jetzt auch wieder nicht. Und hier einfach mitten rüber ist auch so geil. Junge, man, fickt er viel zu weit. Boah, ich musste bremsen. Das war doch alles so dumm. Das heißt, hier Bootcampen. Ich werde dadurch, dass ich oft mit Femm fahre, eben besser. Und ja, den ein oder anderen Kniff brachte er mir schon bei. Dann ist es Bootcampen sowas. Was ist daran jetzt so verkehrt? Wenn er dir so was beibringt. Also beim letzten Turnier bin ich einfach komplett zerbrochen. Aber sonst bin ich öfters mal vor dir. Aber meist tut knapp. Du bist einfach... Du bist komplett zerbrochen. Da war einfach Endstation. Du bist zugrunde gegangen in dem letzten Turnier. Femm, großer Bruder. Ihr macht das schon. Damit ist doch Bootcampen gemeint. Das ist so ein Johnny-Moment. Wenn man dann so merkt, ja, okay. Aber irgendwie mag ich nicht, das so zu merken. Ihr habt recht, aber ich stimme trotzdem nicht zu. Ich fühle das auf jeden Fall, Knopf. Oh Gott, ja jetzt. 200 CCM, wo kann ich denn hier mit hinfliegen? Okay, das nicht. Da kann man nicht verlängern. Ist notiert. Aber man kann, glaube ich, so, wenn man so in so einem gewissen Winkel so ganz schräg da lang fliegt, auch ohne die Rampen bis ins Ziel, oder? Ich werde es probieren. Ich habe hier eh nur Computergegner neben mir. Das ist auch cool. Einfach, weil man durch das Online-Ding nicht ganz so gestresst ist beim Fahren. Spiele ich das Spiel nochmal so wie früher, als es neu raus war, beziehungsweise wie die anderen Teile, die ich heute gespielt habe. Single-Play-Erfahrung. Vielleicht sehe ich deswegen mehr auf den Strecken. Irgendwie, hey, ich traue mich nicht. Beziehungsweise, es hat gar nicht funktioniert. Ich versuche, eigentlich will ich dieses seitwärts fliegen machen, aber das ist da schwierig. Damit kann man nochmal richtig Strecke machen, gerade in 200 CCM. Ist so seltsam, wie weit man damit kommt. Hätte ich in Minecraft-Stadium noch ausprobieren können. Wenn ich bedenke, ich wollte Minecraft 8 einfach skippen. Es ist so schön und so fun. Wir haben so viele neue Sachen hier noch wieder gesehen und so eine Appreciation für das Game bekommen. Es ist halt so ein Dauerbrenner. Es ist so alt, es kommt einfach kein nächster Teil. Aber es ist auch geil. Ich habe nochmal eine richtig, richtig viel bessere Zeit eigentlich noch mit Minecraft 8 gehabt, als mit den Vorgängern jetzt. Höchstens Double Dash war genauso fun, beziehungsweise Double Dash war more fun. Double Dash war unfassbar spaßig. Das liegt aber rein daran, dass es mein Kindheits-Mario-Kart ist. Das erste Mario-Kart. Das hittet anders. Hyrule-Piste. Auch insane, dass sie doch dabei ist, plötzlich so. Mario Kart 8 hat einiges plötzlich... Mario Kart hat so viel aus dem Left-Field gemacht. Was zur Hölle war Mercedes-Benz Placement? Das war wie so, als wärst du ein YouTuber. Die hatten plötzlich einfach so ein Placement in Mario Kart. What the fuck? Das hatten die ja in keinem Nintendo-Spiel. Oder hat irgendwer nochmal was Vergleichbares? Vor allem, was so on-brand war. Kein Name, so ein Energy Drink in Pikmin 3 oder so. Der da so rumliegt. Einfach Mercedes... Mercedes-Autos, wo Mario drin sitzt. Auch so ein Familienwagen. So frischer Fabrik-neuer Familienwagen, wo oben dann die Charaktere so rausgucken. Das ist echt geil. Das war so funny. Und man hat es... Ich hab's schon so hingenommen jetzt. Weil's so lang her ist, aber... BTF war da eigentlich los. Und dann kam einfach eine Hyrule-Piste, eine Excitebike-Strecke. Animal Crossing. Die Charaktere passen dazu auch. Jo, als ob's keiner ausgelöst hat. Und als ob's auch völlig egal ist, wie stielkrank ist denn Piranha-Pflanze bei 200 CCM. Das ist ja... Das ist ja wie ein Goldpilz-Gefühl. Einen Goldpilz würde man wahrscheinlich eher verkacken. Wenn man nur... Nur umher... Rast. So. Oh, und zum Beispiel auch sowas. Gerade wieder... Nochmal im Kopf so... Festgestellt. Ich mein, das wusste ich zwar, aber... Gerade wieder so... So neu nochmal drauf geachtet. Dass immer wenn man ein Item bekommt, der Sound... Der Sound ist, wenn man eine Truhe öffnet. So geil. Nee. Nee, also musste der Abschluss jetzt so versaut werden. Oh, ich bin trotzdem erst. Ich dachte, die waren schon voll nah dran. Hab nix gesagt. 60. Also Abschluss von dem Cup. Noch sind wir nicht so weit. Verflixt der Mercedes. Den sollte ich spielen. Gibt's den in Mario Kart 8 Deluxe noch? Ich hab ihn, glaube ich, nicht freigeschaltet. Den hätte ich in Mario Kart Wii spielen sollen. Äh, ihr wisst schon. Auf der Wii U. Gibt es? Hab ich den? Ja, den sollten wir auf jeden Fall einmal kurz reinschmeißen. Mercedes-Benz. Müsste. Ich mein, kann ja sein, dass die die Lizenz nur so für... Das eine Spiel bezahlt hätten oder so. Keine Ahnung. Aber ob ich ihn hab, weiß ich grad nicht. Weil der... Ich ignoriere den auf jeden Fall gekonnt. Jedes Mal, wenn ich hier durchgehe. Sieht nicht gut aus. Ah, doch, hier sind sie. Jo, wie viel das auch ist. Ich dachte, ich bin jetzt gerade schon fast... Ja, okay, ich war auch rum. Ich hätte einfach so machen müssen, wenn sie da gewesen. Geht ihr eher nach oben instinktiv oder nach unten? Das wäre eine der Fragen in diesem Persönlichkeitstest darüber, wie euer Gehirn funktioniert. Wir müssen... Wir müssen anfangen zu sammeln. Ich glaube, ich will den. Weil der sieht so geil aus. Der ist straight up aus so einer Werbung halt. Das hier ist so halt ein Oldtimer. Das passt zu Mario Kart. Das ist geil. Das ist ein cooler Callback. Das ist auch so ein Rennauto. Das Ding. Das kannst du dir nicht ausdenken. Boah, da hat solche Räder dazu oder so. Ja, die einfach, ne? Ist GAA das passende dazu? Also die sind von Mercedes, aber sind die auch genau für den Wagen? Wahrscheinlich gibt es nur einen Mercedes-Reifen. Gibt es Mercedes-Gleiter? Allein das Symbol daneben komplett verdrängt, dass es hier einfach so ein Placement hat, dieses Spiel. Basically. Jeder fucking Streber macht Mercedes-Werbung. In irgendeiner Form. So oft. Wahrscheinlich nicht so wie ich jetzt. Aber... Das ist schon fucking funny. So, welche machen wir als Abschluss? Big Blue? Ja, okay, definitiv. Ich wollte jetzt sagen, Big Blue oder... Also ich wollte vorlesen, welches die beiden zur Auswahl sind. Dann habe ich Big Blue gesehen und gedacht... Ah, okay. Das ist definitiv das Finale. Obwohl... Ne, ich will die DLC noch nicht. Ich will... Ach, die zwei DLCs-Cups sind so dumm jetzt. Das Spiel ist so hübsch. Das ist es nämlich deswegen auch. Weil man nie diese Strecken noch mal vorgestellt bekommt, wenn man online spielt. Deswegen sehe ich da so ein paar Sachen mit neuen Augen, glaube ich. Weil ich einfach mal dieses Intro zu einer Map laufen lasse. Junge. Babypark mit so einem Mercedes-Familienwagen. Der GLA. Achso, das ist der GLA. Und dann sind die Reifen natürlich auch passend. Ich kenne mich mit Marken und so eine Bezeichnung halt überhaupt nicht aus. Ey, wenn Leute anfangen zu reden mit über irgendwelche G-Klassen und sagen so, Bist du dumm? Das ist doch keine... Weiß ich nicht. Ich hab... Worüber sprecht ihr, Alter? Was ist ne... Was gibt's noch? Für weirde Begriffe, so. A-Klasse. Weiß ich nicht. Rant incoming. Dafür weiß ich auch zu wenig. Ich kann nicht mal ranten. So wenig Ahnung habe ich. Weil mir fällt nichts mehr ein. Es gibt aber noch etliche weitere Begriffe aus genau dieser Sparte. Für so irgendwelche Lamborghinis und so. Dass dir wohl irgendwie Sportwagen in solche Kategorien eingeteilt werden können. Als ob ich in irgendeiner Form weiß, was ein... Weiß ich nicht ist. For real. Mir fällt kein weiterer Begriff ein. Und fucking Babypark war easy. Wir hatten ja eine Live-Spielshow mit unseren Dozenten gemacht, wo auch Magikart gespielt wurde. Und aus Jux haben wir auch die GLA's den Spielern gegeben. War dann wohl auch... War das wohl auch eine Art Product Placement? An sich, ne? Vor allem so in der Uni? Schwierig. Dürfen die Gelder für sowas verwendet werden? Ich meine, du hast ja auch keinen Führerschein. Gut, ich habe einen und auch keine Ahnung von sowas. Aber still, ich weiß nicht, ob ich das... Das ist ja genau diese Sache, die ich immer sage. Sowas lerne ich einfach nicht. Ich lerne das ungern. Ich lerne das teilweise bewusst nicht. Ach so, ja. Zum Beispiel, was ein AMG ist. Keine Ahnung. GT. Weiß ich doch nicht. Oder halt GLA. Ich weiß gerade, so was SUV bedeutet. Beziehungsweise... Oh, sorry. Beziehungsweise ich kann die... Ich kann es, glaube ich, nicht mal übersetzen, wofür es die Akronyme ist. Sport. Utility Vehicle oder so. SUV. Kann man hier einfach rüber? Hm. Joa. Kann man dann noch hier rüber fliegen ohne Pilz? Nee. Nee, das ist bescheuert. Da, entweder man muss es anders machen oder da ist auch 200 ZCM nicht genug. Das sieht so witzig aus. Oh mein Gott, ich muss dieses Kart öfter... Wieso spielen das so wenige? Das ist so fehl am Platz. Das sieht aus wie... Wie dieses eine... Dieser Edit. Von was war das nochmal? Running in the 90s oder so? So sieht das aus. Wisst ihr welches Video ich meine? Das sieht genauso aus. Irgendwie so ein Auto auf irgendwas anderes drauf getraced wurde. Ich weiß gar nicht mehr. Was war das noch? Scheiße. Fucking Käse, man. Ich kann mich immer noch nicht leiden. Auch mit dieser neuen... Neuen Perspektive, mit der ich gerade auf die Sachen gucke. Gut, das liegt vielleicht jetzt am Mercedes, dass ich nicht so gut bin, aber... Still. Guck mal, wie der... Wie der Mercedes hier durch die Wüste fetzt. Worauf war das denn nochmal getraced? Initial D-Edit? Ja, ja, ja. Vielleicht war es, äh... Auch, auch, äh... Deja Vu. Es war Deja Vu. Deja Vu. Ich weiß gerade nicht mehr genau, was der Joke an der Sache war. Da kann ich nichts mehr machen. Oh Gott, ich liebe Initial D-Edit. Das... Das, äh... Klingt auch nach dir. Du bist doch der... Ich wollte gerade Eurovision sagen. Ukraine hat gewonnen, oder? Ja, ich glaube schon. Du bist der Eurobeat-Typ. Ich habe zu viele Running in the 90s-Videos geschaut. Ich kann das nicht zuteilen, was du meinst. Eurovision aber auch? Okay, du hast auf jeden Fall das... Verfolgt. Ich hatte den Livestream tatsächlich nebenbei offen. Ich habe gestern hier... Das Spongebob-Quiz geschnitten. Und dabei ein paar paar Platte, wie und die, angehabt. Von dem Schachtturnier. Und dabei... Ganz leise im Hintergrund den Eurovision Song Contest, um so mitzukriegen, wann die so Punkte verteilen. Ein paar Songs hatte ich ja mit Philipp schon gehört am... Im Halbfinale. Am... Dienstagabend. Äh, glaube ich. Und ja, ein bisschen über Peter Obern geschnackt. Das ist auch immer das Highlight am ganzen Ding für mich. Die Songs sind auch okay. Äh, aber das war wirklich reizüberfügt. Also da kann man sagen, das ist ineffizientes Schneiden. Eine VOD schauen, während man selbst eine VOD schneidet. Und im Hintergrund so ein Fernsehprogramm. Also, das war ein bisschen dumm. Die Draft und ich waren voll drin. Finde ich auch geil. Also wenn man da sich so richtig... Ob man es jetzt, äh... Einfach tatsächlich auf Serious guckt. Oder auf ein bisschen Unterhaltung. Seid Unterhaltung. Ob man die Songs appreciatet. Ob man einfach nur den Vibe fühlt. Aber diese Rituale, die viele Leute mit Eurovision haben, finde ich übel cool. Und ich meine, die habe ich halt auch. Zumindest die Peter-Ur-Bahn-Rituale habe ich mit Felix. Immer wieder ein Fest. Und halt natürlich, ne? Barbara Schöneberger. Die den ganzen Abend, äh, da irgendwie Stimmung macht. Am Ende kriegen wir null Punkte. Und dann sagt sie, ach, ich fand uns eigentlich ganz gut. Darauf freut man sich sowieso jedes Mal. Jedes Mal wird gesagt, ach, heute, dieses Jahr, könnte es ja auch was werden. Immer Letzte. Ich glaube, in 2018 waren wir plötzlich mal Vierter oder so. Äh, ne, Viertletzter. Ich weiß nicht. Wo natürlich damals, ne? Lena war Erste. Konnte man nicht... Konnte man aber nicht wiederholen. Hast du auf ARD oder auf One geguckt? Auf der Website? Auf... Wieso bin ich jetzt? Wieso schreibst du Lost rein? Was hat Joni Lost denn jetzt damit zu tun? Das nehme ich als Front, wenn ich diesen Emote sehe. Ähm... Ich bin einfach auf Eurovision.de oder so gegangen. Und da war einer der Streams. 2018 doch Vierter? Okay, krass. Ich habe auf Twitter und Discord genug mitbekommen. Ich dachte auch so... Eigentlich denke ich das jedes Jahr. Aber dieses Jahr dachte ich besonders so so, wie viele einfach wirklich richtig aktiv gerade diesen Eurovision Song Contest mit Tweets, mit Anekdoten und so. Den ganzen Abend durch. Ich fand das... Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Aber ich sitze da immer mit so einem gewissen Lächeln. Ich denke mir so, ja, ja. Es ist jetzt nicht ASI-TV, ne? Nicht auf dem Level, aber es ist so ein bisschen so... Schon witzig. Was für eine Farce dieser ganze Contest eigentlich ist. Aber man guckt es halt an. Ob es jetzt politische Statements sind. Ob es tatsächlich um die Musik geht. Was für mich immer interessant am Eurovision Song Contest ist, ist halt diese Tatsache, dass die ganzen Lichttechniker aus meiner Uni da so eine ganze Subkultur drin haben. Weil die Bühnenshows so geil sind. Und die sind ja wirklich auch aufwendig und krass und beeindruckend und so. Und da sind natürlich... Was weiß ich für Lichttechniker dabei. Die choreografieren da die geilste Lichtschuhe ihres Lebens rein. Und natürlich wird es irgendwo appreciated, aber an sich feiern das dann nur die anderen Lichttechniker auf der Welt. Die gucken das alle. Die treffen sich auch, glaube ich, bei mir in der Uni, um die Eurovision Song Contest zu schauen und einfach zu gucken, welches Land hatte die geilste Bühnenshow, die geilste Lichttechnik, Pyrotechnik, Choreo, die beeindruckendste Programmierung, auf was da, auf welchen Beat da, wie die Lichter reagieren und so. Ob da irgendwie ein geiles Programm geschrieben wurde, das bei bestimmten Frequenzen und so irgendwas passiert. ist mega interessant für mich. Aber so übelste Nerd-Scheiße halt, aber ich lieb's. Ich sitz hier und spiel Mario Kart. Wenn die auch denken, okay, ist auch nicht besonders relevant. Wenn der innere Technik-Nerd rauskommt, ist aber auch geil einfach. Komplett so, so, hier, wie heißen sie bei, bei Disney's Große Pause? So ein richtiges, äh, Blassnasen-Ding. Aber geil irgendwie. Oh, und die in der Crossing-Strecke. Hatten wir sie gerade im Weihnachtsmodus? Wunderschön. Ukraine oder Ukraine? Ich weiß immer nicht, was die Leute triggert und was richtig ist. War halt auch so ein Banger und es macht mich traurig, dass jeder den Song nur darauf minimiert, dass es wegen dem politischen Umstand, dass er wegen dem politischen Umstand gewonnen hat. Ja, aber es ist, man kann's nicht denyen. Ist ja nicht mal schlimm so. Aber jeder wusste, wer vorher wäre gewinnen. Es wäre einfach seltsam gewesen, wäre es nicht so, also nicht seltsam, aber es war irgendwie so predictable, dass das da einfach ein Statement gesetzt wird. Wozu ich jetzt auch nicht unbedingt mich äußern will, weil ich finde, die reine Sympathisierung mit dem, ja leider den Opfern natürlich, ist politisch jetzt auch nicht so ganz, naja, das ist so meine, meine komische Einstellung halt mit diesem, ähm, alle Seiten, es ist halt kompliziert, es ist ein fucking Konflikt, der seit Jahrzehnten geht, man kann jetzt nicht plötzlich auf den Train aufspringen und sagen, die Armen, dieses arme Land, alles für die, so ohne sich mit dem, mit dem, mit der Sache selbst auseinanderzusetzen, aber natürlich die Sympathie mit, mit den, mit der Bevölkerung, die einfach nichts getan hat, die nur darunter leidet, unter diesen Entscheidungen von großen Mächten, da sehe ich absolut, also Ukraine, als Statement zu wählen, war predictable und der Song ist halt geil und das ist schade, das stimmt, dass man dann nicht, also dass man dann einfach so sagt, wie hätte der abgeschnitten, wäre das nicht so gewesen, ne? Fucking große Tricks, Großstadtfieber, du hast hier nichts verloren, du siehst gut aus, ja, aber du liebst diesem Spiel nichts, das ist genau aufgebaut, wie in Malkat 7 und in Malkat 7 war es schon langweilig, irgendwo macht es ja sogar Spaß, diese Kurven zu lernen, aber, keine Ahnung, Großstadtfieber, fuck mich ab, vielleicht, dass die Häuser so dumm, also so futuristisch dumm aussehen, dass die, da kann man doch gar nicht drin wohnen, das hat nichts mit irgendeiner tatsächlichen Großstadt zu tun, das ist einfach nur irgendwelche Häuser, das ist einfach nur Formen, ich habe keine tatsächlichen Grudge gegen Cooper, Großstadtfieber, aber, irgendwie, die Strecke ist doch scheiße, kann nämlich, keine Ahnung, ich meine, so wie ich Eurovision einschätze, wäre er halt so oder so in den Top 5, ja, ja, doch, kann sehr gut sein, aber es geht halt auch um Lieder und dann ist, es ist ja immer schon so gewesen, dass das absolut politische Sachen waren, immer, auch nach Sympathie entschieden wurde, die Nachbarländer und so haben sich gegenseitig die Wurz zugeschoben, oder zumindest wurde das immer so gesagt, das kann man auch nicht verhindern, und auch die ganzen Songs teilweise sind nicht so unbedingt das, das repräsentativ, also die einen machen so einen richtig repräsentativen Song für ihr Land und die anderen so einen Club-Hit um zu gewinnen, oder weiß ich nicht, schon interessant, ich finde, es ist so ein absoluter Clusterfuck Eurovision, aber man kann es lieben, okay, also auf jeden Fall etwas kulturell sehr einzigartiges, das definitiv, so, dich hole ich mir jetzt auch noch, never mind, ach du jemine, und tatsächlich, tatsächlich, mit relativ viel Energy hier, alle 48 Strecken, doch noch gestreamt, also noch sind wir nicht so weit, aber, ich dachte, es würde mich mehr abfucken, dass es so viel länger ist, als geplant, 200 CCM, sei Dank, das gemeinsame Haten macht doch auch Spaß, true, absolut, und ich hätte es halt nicht ausschließlich, so, es gibt bei mir nur zwei Varianten, warum ich in den letzten Jahren Twitter aktiv geöffnet habe, erstens neue Oni-Post, zweitens ESC, einfach ohne in ESC zu schauen, und du wolltest dann nur die Sachen dazu lesen, oder weil du es auch verfolgst, und dann nebenbei die ganze Zeit die Leute haben willst, ich mache Twitter regelmäßig aktiv auch, es macht halt einfach Spaß, und es gibt mir jedes Jahr so fünf bis sechs neue Lieder für meine Playlist, da sind auf jeden Fall teilweise so richtige Arien dabei, irgendwelche, ähm, es gibt einen Namen dafür, Eloquenz, äh, ich schlage, teilweise so total herzzerreißen, oder, oder, ah, fuck, wie nennt sich das, diese Songs, die so, wie so Euphoria sind, so Euphoria-Songs halt, und dann gibt es noch so ein paar Banger einfach, so richtig gute Lieder, die einfach Spaß machen, oder auch so emotionale Sachen tun, Banger, Balladen, ja, Balladen meine ich absolut, glaube ich, nicht, aber vielleicht, ja doch, also moderne Balladen, ich weiß nie genau, wie die definiert sind, kann schon sein, dass es das ist, Euphoria, also vielleicht fühlt man Euphoria jetzt nicht so, aber wisst ihr, was ich meine, also beim Eurovision Songkontest sind öfter mal diese, von diesem Ausmaß Lieder drin, die so versuchen, so richtig, die Halle zu füllen, wo einer so richtig, aus vollster Kehle, singt, und so Instrumente, total, äh, pompös, imposant, versucht zu spielen, nicht mir fehlen, da wirklich, ich kann das nicht so gut beschreiben, Euphoria liebe ich ja, ja, same, aber ich hab irgendwann mal so, mitgekriegt, dass Leute das overplayt, und, nervig finden, Euphoria einfach geil, Now until the end of... Was hab ich denn gerade gemacht? Time. Na, 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 na. We going ah, 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 ah. Ich hab bestimmt noch bessere Beispiele. War Euphoria von Eurovision? War das ein Song? In irgendeinem Jahr? Ich glaub, Dänemark hatte auch vor zwei, drei Jahren so einen richtig coolen Song. Den mochte ich richtig gern. Oh, lol. Die, die, die Platzteil konnte sich ja gar nicht entscheiden. Was ist mit Toad passiert? Den hatte ich nicht auf dem Schirm, weil Luigi hab ich selber noch gestoppt. Als ob ich Erster bin. Dankeschön. Was war das? Das Musikfachvokabular fehlt dem Handstreamer, das wirklich. Ich liebe Musik, aber keinerlei Unterricht, der da hängen geblieben ist. Oh, wie cool sind diese Introductions mit den Sounds auch. Kein Know-how, kein autodidaktes Lernen Kein Instrument, was ich kann Oder so Ich höre ja nicht mal wirklich viel Musik Immer wenn ich sie höre, ich liebe Musik Aber Es gibt so viele Menschen, die einfach Non-Stop-Musik hören oder ohne Musik gar nicht können Und so Ich höre Musik wirklich selten Ich höre dann immer Podcasts und so Und immer wenn ich Musik höre, dann fühle ich sie besonders Dann muss ich auch so tanzen oder mitsingen und so Aber Ich kenne mich nicht mit Genres aus Ich habe keine Mehreren Playlisten Ich habe so eine Playlist in meinem Leben Die anderen Songs, die höre ich so Einfach mal auf Abruf halt Oder bediene mich halt an anderen Playlists Also ich würde schon sagen In meiner Jugend war mir Musik relativ egal Es kam dann erst so nochmal Als Kind fand ich es übelgeil Dann so in der Jugend irgendwie Da dachte ich so Hä, was kann es denn alle mit Musik so aussehen Ich habe keine Ahnung von irgendwelchen Künstlern und Alben Und als würde ich mir jemals ein Album holen Ich meine, ich stelle auch nicht ganz Ich hatte ja immer ein Album von den Fratellis Von Green Day so Aber irgendwie Ich habe mich nie mit Musik Also generell mit Dingen Nie wirklich so sehr auseinandergesetzt Außer vielleicht mit Videospielen und Nintendo und so Dass ich immer Begrifflichkeiten und so wusste Oder irgendwie Was der und der Künstler Und der und der Dekade alles geleistet hat Für die Musik und so Da bin ich irgendwie nicht so Habe ich nicht das Ohr für Ich kann Musik sehr appreciaten Und auch sagen Jo, was war das für eine geile Zeit Als solche Songs liefen Aber ich kann nie so sagen Ja, der und der Künstler Hat dann die und die Bewegung In der Musik Ausschlaggebend Mitgestaltet und so Keine Ahnung Weiß ich meistens nicht Ich höre Entschuldigung Ich höre ständig Musik Aber nur wenn ich aufstehen Und mich dazu bewegen kann Ja Also Insofern Ist es bei dir wahrscheinlich sehr viel öfter Der Fall, dass du es dann einfach machst Aber Ja Wenn ich Musik höre Will ich mich auch meistens bewegen Ich stehe halt nicht so oft auf Ich fand als Kind Musik immer sehr egal Bin immer über die Teenager Jahre reingewachsen Als ich Musik Genres gefunden habe Die mir sehr gefallen Ja eben hatte ich gar nicht Dieses Irgendwie nach Genre Und dann neue Künstler entdecken Und so Ich bin echt dieser Basic Es muss mir irgendwie begegnen der Song Ob es jetzt ein Nischensong ist Oder So ein richtiger Chart Nummer 1 Hit Für der allen schon zum Hals raushängt So Finde ich dann immer noch geil Weil ich Musik nie Over here Also ich Ich kann Musik gar nicht zu oft hören Weil ich es nicht oft genug höre Ähm Ziemlich selbst erklärt Und dadurch appreciate ich aber auch Jeden Song immer noch Genauso wie Wie als ich ihn das erste Mal gehört habe Meistens Oder noch mehr sogar Weil ich immer dann so Es ist so dumm mit den Krutten Der ist mir so lange hinterher gefahren Bis ich noch ein Alten eingesammelt habe Und bis Scheiße Easy Ähm Ich hab wirklich Ich hab mir noch ein Brot gemacht Und dann hab ich den roten Panzer abgewählt Äh Ja also Ich liebe Musik Und es gibt auch so Songs Die Oder Underground Künstler Die ich total gut finde Aber ich war nie auf der Suche Nach neuer Musik Oder Hab mir gedacht Oh das Genre ist was für mich Da bin ich voll Tränen Da hole ich mir jetzt verschiedene Alben Und guck mal Ob da Songs für mich dabei sind Oder so Selbst letztens als ich dachte Oh das Falco finde ich dann irgendwie geil Ich hör mir jetzt mal alles so von Falco an Selbst da hab ich nicht den Schritt gemacht Einfach mal so ein Album durchzuhören Sondern hab nur so Die vorgeschlagenen Videos Die so Die Die etwas höheren Ergebnisse und so Einfach Mich so durchgeklickt Und dann immer wieder Gehört Und das war's Das war fucking Big Blue We Basically we did it Wir haben Wir haben Alle 3D Mario Cards Bis auf Vor ein paar Monaten vielleicht Mario Kart 64 Double Dash DS Wii 7 Und 8 Am Stück In einem Stream Durchgehustelt Und ihr wart Erstaunlich Lange wirklich dabei Also Kree heute auch wieder Zu alten Glanzzeiten Von Anfang bis Ende Glaub ich Tammy auch Knochi Erster Erster Chat Kommentar Heute gewesen Krank Knochi auch wieder Den Tab einfach offen Gart bis der Stream losgeht Ey Und vom Tobi Erstaunlich viel Chat Aktivität heute Will ich noch mehr von euch Outcallen Ich weiß es nicht Wir spielen einfach nochmal Die DLCs Jetzt für die Für den Damit es komplett ist so Aber An sich Wo ist das überhaupt Hier im Singleplayer Wart mal ne Sekunde Da Oh und hier kann man sich Schon so sehen Ne wo Ne das kommt man auch vorher schon Also ob der Stachy Ein Cup ist Ah Dronte sowieso Dronte auch Die ganze Zeit über Vielen Du hast es wirklich Durchgezogen Nach jedem Mario Kart Game Hat er mir meine 100 Bits Donatet Dankeschön für 100 Bits Dronte Danke fürs Einschalten Und ich Mir war nicht bewusst Das ist auch ein Stachelpanzer Jetzt Hier sind wirklich Wegwerfsachen Die fucking Rübe Ist da Der Rüben Ich muss Julius Curious wieder ausgraben Für den Rüben Und der Eichel Cup ist auch dabei Doppelkirschen Cup Dieser scheiß Fels Cup Ein Fels Ein Fels Die Namen Sind so primitiv Propeller Cup Federkap Boomerang Cup Sehe ich irgendwie Frucht Okay das ist das Dümmste Frucht Cup Einfach nur Frucht Cup Okay Zwei Cups noch Chat Bitte Ich hab das Ich hab das schon Gestreamt Was ist gerade jetzt Was ist jetzt das Problem Wir haben das Wir haben das gemacht Was ist denn jetzt das Problem Hä Lass mal später den Doppelkirschen Cup spielen Ja man Bin ich voll dabei Glückskatzen Cup Weißt du früher einfach so Pilz Blume Ist auch primitiv Ist eigentlich genauso witzige Namen Nur man hat sich schon dran gewöhnt Hä warum darf ich jetzt nicht spielen Hast du die immer noch nicht runtergeladen Meinst du Aber ich hab das Spiel Wenn ich das starte Steht da nicht Dass es geupdatet werden muss Oder so Nein Ach komm Wir sind so kurz vor Schluss Ich mein ich hab basically Mario Kart 8 Deluxe jetzt gespielt Die 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 DLCs spielen wir eh nochmal alle irgendwann In einem Stream Ähm Alle 48 Oder alle Strecken nochmal Alle 96 Strecken dann Aber wieso Ich konnte jetzt online spielen Obwohl ich sie selber noch nicht hab Oder was Was muss ich denn da eingeben Wie jetzt Ich dachte es ist Schlafenszeit Tronte Es gibt noch zwei Cups Es tut mir leid Das muss jetzt eigentlich echt sein Das kann ich sonst nicht bringen Aber Du darfst gerne Schlafen Das war ja deine Mario Kart 8 Donation Mario Kart Okay dann gebe ich es mal genauso ein Lustig Johnny Warum habe ich schon Okay Gut Ich dachte ich habe aus Versehen Schon bestätigt Die Emotionen überschlagen sich hier wieder Kann ich jetzt bitte Jetzt bitte aufhören Ich muss das doch nicht kaufen Ich besitze doch den Das Online Plus Ah ok Tatsächlich Ich habe es nicht runtergeladen Es kann sich nur um Stunden handeln Wie bescheuert Ich habe das schon so voll viel gespielt Die ganze Ich habe Die Strecken schon so richtig viel gespielt Oh schon fertig Easy Okay nochmal neu starten Das ist doch gerade gedownload worden oder Das hat schon gereicht Weil die waren halt schon installiert Er hat es mir nur nicht freigeschaltet Let's go Einfach 4 KB Key runtergeladen Ja definitiv Ich meine es muss ja auf meiner Switch vorhanden sein Ich habe es ja schon gespielt Okay Das heißt ich hätte es die ganze Zeit auch spielen können ohne Zu zahlen Oder wurde das schon noch überprüft Ich bin verwirrt So 200 CCM habe ich die Strecken auch noch nie gespielt Die anderen hatte ich bestimmt schon irgendwann mal auf 200 CCM versucht Gehe ich von aus Aber die hier noch gar nicht Okay Jetzt aber wirklich Der Endspurt vom Endspurt-Chat Schaffen wir es vor 4 Ne Das sind 10 Minuten Scheiße In 200 CCM sind die DLC-Strecken besser Okay geil Bei Paris kann ich mir das sehr gut vorstellen tatsächlich Bei Paris dachte ich immer so Hm Das bisschen so Lange geraden so Und Basically eine sehr kleine Strecke Im Kopf Aber Dauert dann doch manchmal länger zu fahren als man denkt Oh Oh ja doch Die Kurve hier zu ziehen Das ist auf jeden Fall viel sinnvoller Weil In 450 Da ist sie immer so ein bisschen Da fahre ich fast immer gegen die Wand Weil ich sie zu lang ziehen will Oh Oh Paris Was ist mit dir geschehen? Ich sehe dich in ganz neuen Augen Oh Da geht es nicht lang Das könnte schon Das könnte nice sein Ach du Scheiße Ich muss jetzt nur noch anfangen gut zu spielen Da kommen die Strecken vielleicht zur Geltung Wobei der Ninja Das Ninja Ding auf 200 CCM habe ich glaube ich sogar Müsste ich mal gespielt haben Ich erinnere mich doch eigentlich dran War das dann random? Manchmal kam random 200 CCM oder? Das Gefühl Den Ninja Palast habe ich auf 200 Gespielt Aber ich habe nie alle Bewusst Auf 200 mal gemacht Ist ja auch völlig egal Spielt echt gar keine Rolle Ich bin gespannt Habt ihr die Strecke noch nie gesehen? Oh lol Let's go Was ist das gewesen? War das ein Fahrer? Oder war das... Hä? Ich bin doch erster Was kam mir da entgegen? Und von wo? Ist die Strecke so aufgebaut? Kann man da lang? Was ist da passiert? Öh Ach Die machen ja Schaden Wenn man... Okay Aber easy Vorsprung Das war Toad Ja Das ist das Gimmick der Strecke Hä? Aber doch nicht so Dann habe ich das Gimmick ja gar nicht verstanden Ich dachte Ich wusste schon Dass es so Andere Abbiegungen gibt Aber dass man da Sich entgegenkommt Wusste ich Ah Ist mir nie aufgefallen Du fährst die Strecke in der dritten Runde Ach Der war in der anderen Runde Okay Ich dachte Okay Wenn er noch in der vorigen Runde war Da habe ich es durch verstanden Ah Jetzt verstehe ich aber auch wirklich erst wie Paris funktioniert Ich wusste dass es ein paralleler Weg am Ende ist Und dass man halt nochmal aus der anderen Richtung beim Eiffelturm vorbeikommt Aber ich glaube ich wusste nicht dass es basically rückwärts ist Ich wusste einfach dass es anders ist in der letzten Runde Ach krass Ja klar Am Anfang ist es so ein Kreisverkehr Und dann Wird man sozusagen einfach anders rumgeleitet Ja für sowas In Real Life habe ich für sowas ein Gefühl In Mario Kart irgendwie nicht Glaube ich Also zumindest habe ich das Gefühl In letzter Zeit Immer wenn ich hier zu meiner neuen Wohnung gefahren bin Mein Vater konnte sich das einfach nicht merken Philipp hat es irgendwie auch nicht so So schnell gerafft Ich wusste eigentlich immer wo wir hin müssen Ich dachte mir so Alter wir waren doch jetzt schon so oft hier Guck mal wenn du jetzt da in die Straße fährst Bist du halt parallel zu der anderen Straße Ist ja eigentlich Muss ja so sein und so Da dachte ich mir so Vielleicht wäre ich doch ein guter Autofahrer Ach mein Mario Kart Ist es das Gegenteil Es ist repräsentativ für Paris Verkehr Für Pariser Verkehr Ich war noch nie in Paris Und geschweige denn bin ich da Auto gefahren Aber Die Map hier ist auch Auf jeden Fall Also in Mario Kart 7 Hat sie mich ein bisschen Überrascht wie hübsch sie ist Aber hier ist Ist wirklich nicht so viel draus gemacht worden Ich finde sie da fast hübscher Weil hier geht es einfach nicht fit so Das ist nicht on par mit den Das ist nicht der Look von Mario Kart 8 Das ist so ein Zwischending Aus Mario Kart 8 und Tour Ich verstehe echt nicht Wie du durch diese Strecken durchgehst Gar nicht Also ich gehe da nicht durch Ich muss nicht wissen wo ich bin Ich 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 merke mir einfach nur Was als nächstes kommt Und wie ich die Kurven nehmen muss Und dann achte ich noch drauf Wo die Gegner sind Aber ich merke mir überhaupt nicht Wie so ein Layout Einer Strecke aufgebaut ist Also Ich brauche nicht am Ende wissen Warum es einen Kreis bildet In Mario Kart In Real Life aber Irgendwie Mach ich das glaube ich schon Schokosumpf geil Schokosumpf ist eine der besten Neuen DLC Maps Definitiv So cool mit der Kristallhöhle und so Sieht auch am ehesten noch irgendwie Neuartig aus Die Texturen sind eigentlich genauso Ja Simpel wie Wie zum Beispiel auf der Wolkenstrecke Aber hier fühle ich es irgendwie Die können so in Mario Kart 8 Ein ganz bisschen besser halt Aber sie können fast so drin sein Einfach weil der Look glaube ich So simpel ist Beziehungsweise die Felsen Dürfen hier so Low Poly sein Durch das ganze Setting Ich bin positiv überrascht Ey voll Das hat viel Flag bekommen Der DLC Aber er macht einfach Spaß Da kann man wirklich nicht sagen Die Strecken Sind nice Irgendeine mag ich nicht so gerne Aber ich hab sie gerade allein schon wieder vergessen Tokio glaube ich Wobei Tokio auch nochmal Eine neue Appreciation von mir glaube ich Bekommt in 200 CCM Weil da auch die ist Die hat so viele gerade Teile Aber das könnte sehr fun sein gleich Schokosumpf Ziemlich cool Schade dass keine Anti-Gravity Sages mit drin sind Das sieht halt an Mario Kart 2 Aber das hat sich so angeboten Auch hier irgendwie Einfach hier an der Wand fahren oder so No brainer eigentlich Und ich hab Schokosumpf ja vorher schon geliebt So viele mochten ja Schokosumpf früher eigentlich nicht Und mögen es hier jetzt sehr gerne Also Umso geiler Ich mochte die Strecke früher nie Aber diese Version ist einfach Einer meiner Lieblings Mario Kart 8 Strecken Und bei diesem Bang am Hintergrund Kann man einfach nicht nein sagen Den fand ich auch schon immer geil Schokosumpf G-O-A-T Ja ich bin gerade so fit wie Also um 18 Uhr war ich nicht so fit im Stream glaube ich Wie jetzt gerade Siehst du wie gut du durchkommst Die Strecken machen so fun In 200 CCM Ich spür's Spüren sie es Mr. Krabs Ey das sieht so Zu simpel aus Das ist so bad man Auf Mario Kart 7 war da wirklich besser Also natürlich war es nicht Auf diesem Niveau Mario Kart 7 war auch Genauso simpel Weil es ein DS Spiel ist Also ein 3DS Spiel ist Aber das hier sieht so dumm aus Mit diesen glatten Einfarbigen Flächen Irgendwie Es ist so designt wie so ein Kinderspielplatz halt Und das Gefühl hatte man Mario Kart 7 auf jeden Fall nicht Und schon gar nicht im Original Also Koko Koko Promenade Koko Promenade Macht Spaß Klar ist ne geile Map Aber Das Die muss auf jeden Fall Ups Die muss nochmal ne Redemption kriegen Die soll im nächsten Mario Kart So richtig geil Geremaked sein So So ein riesigen Beeindruckender Eingang So eine Licht durchströmte Mall Überall so Kleine ne So wie der Bahnhof Details Und coole Stände Und Läden Mit Inhalten Und so Das muss nochmal kommen Das können sie nicht Nicht bringen Wow Am meisten stört mich eher Stört mich hier aber Dass in diesen Kurven Einfach weniger hochfahren Als in Wii Warum einfach Ist das so Guck du hast wirklich Ein gutes Gefühl Für sowas Du machst dir echt Beim Fahren So ein richtiges Räumliches Bild davon Zum Beispiel war mir Ganz lange nicht bewusst Dass ich hier parallel Es macht voll Sinn Weil ich mache ja New Turn so Dass das hier neben Dem anderen ist Aber das war mir Einfach egal Ich wusste nicht Dass da oben Der Ort ist Wo wir eben lang gefahren sind Genauso wenig wie ich wusste Dass dieser Ort Dann daneben ist So Ich weiß auch nicht warum Weil es Es kann ja nur so sein Ich sehe ja komplett Dass das logisch ist Aber beim Fahren Braucht mein Gehirn Das einfach nicht Wissen So Und dann Und dann denkt man sich Irgendwann so Ach ja stimmt Das ist ja daneben Warum ist das so Eine ekelhafte Wand Warte ich Acht nochmal drauf Also hier fährt man Jetzt Nicht so weit hoch Oder runter Ja doch Kann echt sein Da macht man so So eine halbe Etage Nur irgendwie Höhenunterschied Oder wo meinst du Oh hier bin ich jetzt Wieder gar nicht lang gefahren Oh good job Knochenträum Muss nochmal kurz einparken Hä Habe ich gerade irgendwie Disconnect im Offline Mode Gehabt oder so Wie sonst mein Knochen Gerade Die sinkt Ich bin jetzt schon wieder Durch Raum und Zeit Gesprungen Heute ist ein wilder Tag Coole Strecke Bisschen leer Ja ja die sind alle zu leer Im DLC Aber bei der fällt es leider Besonders auf Weil die so detailreich Sein müsste Und so Bei Schokosumpf Darf die so leer sein Zum Beispiel Beziehungsweise Er hat auch coole Stellen So mit den Kristallen Und mit Diesen Mustern da an der Wand Wo die Felsen runterfallen Das sieht einfach nett aus Nicht wie hoch die Kurven gehen Aber du meinst die Rolltreppen Oder wie An der Kurvenseite Nicht wie hoch die Kurven gehen Du meinst Du meinst dass man dagegen Die Wand prallt Ich weiß nicht was du meinst Verstauchung gleich Dies sind Knochi Ach komm schon Letzter Cup Dann müsst ihr meine Lostness Nicht mehr ertragen Dann haben wir das Ding gerockt Ohne Schwanz einziehen Ohne zu sagen Ist ja schon voll spät Geil Geiler Stream Bin dabei Johnny Ich fahre die Strecken Keine Zeit für Orientierung Oder wie die Strecke aufgebaut ist Ja ich brauche es halt nicht Magical Cut brauche ich es nicht Wenn ich durch die Stadt fahre Durch meine Stadt Will ich natürlich wissen wo ich bin Mario Electrical Was Okay ich bin gespannt Ich bin gespannt ob mir Tokio Tour jetzt mehr Spaß macht Die Wii Version war da mehr Anti-Grav als diese Okay du meinst wirklich die Dass man da so gegenprallt Ne Anstatt so ein bisschen hoch zu fahren An den Rändern Ey sowieso Also Alle Wii Strecken Waren mehr Anti-Grav Als die DLCs von MyCard 8 Deluxe Die DLCs von MyCard 8 Waren geil Die DLC von MyCard 8 Deluxe Ist basically ein Port von Tour Und da gibt es nichts MyCard Wii hatte immer diese Rampen Und so Das war schon so der Anfang Von Anti-Grav Anti-Grav Voll geil Das ist wirklich ein bisschen dumm Ja Ja man Hä viel Es fühlt sich normal an Diese Strecken In 200 CCM zu Zu spielen So Es fühlt sich wirklich so an Wie Darauf ausgelegt Das ist interessant Vielleicht wird das nächste Magikart ein bisschen mehr so sein Weil sie sich so denken Ah MyCard 8 war ein bisschen langsamer Deswegen mussten wir jetzt 200 CCM machen Machen wir die 950 So ein bisschen wie das hier Und die Strecken sind dann aber auch so Designed Dass man noch ein bisschen mehr Das geführt man ist schnell Vielleicht wird das nächste Magikart so eine Zwischengeschwindigkeit Das hier ist schon sehr schnell Ja hier zum Beispiel Solche Kurven Komplett dumm in 150 Das macht überhaupt keinen Spaß Aber hier Mega Du kannst dich nicht mal so aus Ich will dich ausfahren Komm an Letzte Ja genau Okay Wie ist es eigentlich 4 Uhr Und immer noch nicht Wie ist es eigentlich 4 Uhr Und immer noch nicht über Porn geredet Wo ist Hornichat Haben wir nicht Also wir haben heute auf jeden Fall Über boobs geredet Aber ja Wir meinten ja Dann rede ich um 3 Uhr nachts Wieder über Porn oder so Gab halt keinen Kein Grund Ich wurde jetzt nicht Sonderlich angeturnt Von irgendwas Diese geilen Kurven Von diesen Strecken Mega Zu wenig Hornitalk Meiner Meinung nach Ey wir haben es schon so Oft in den Streams Aber wirklich so sehr Dass ihr es vermisst Haben wir es so oft Dass man sich so denkt Die Quote wurde noch nicht erreicht Ich wurde noch nicht genug Wurschig gemacht Heute im Stream Sodass ich erstmal So den nächsten Tab öffnen muss So parallel Hand aus der Hose jetzt Hallo Naja ich Ich meine schon dich Jetzt tu der so Widerlich Oh bitteschön Okay Also 260 Im Pilz Was auf jeden Fall Ein bisschen Weniger Auf angepasst Aber die Städte Definitiv Aber auch hier Macht ja mega Spaß Also Komm nicht so gut Um die Kurven Aber Ich will es auf jeden Fall Probieren Ein bisschen besser Um die Kurven Hier zu kommen Oh aber die ist auch Geil 150 Muss man sagen Die finde ich mit Eine der Besten Auch Ach Pilzpass ist so eine Schöne Strecke Die hätte halt wirklich Gut in Minecraft 8 Reingepasst Diese Kackwolkenstrecke Die gleich kommt Die ist ein bisschen Wack Aber Oh Gott Aber ansonsten Macht der DLC Hat einfach Spaß Zu fahren Egal ob man es jetzt Optisch so sehr fühlt Aber Pilzpass ist auch Einfach niedlich So da ist der Plastiklook auch okay Bei Kokos Promenade Fühle ich es nicht Das könnte ja aber auch Noch viel geiler aussehen Also es könnte so Ne Hier Stein Stein Block Ruin mäßig Alles ein geil Noch ein geilerer Natur Vibe sein So Blumen hier am Rand Das Gras Straße noch ein bisschen Mehr Textur und so Aber diese Waffeleisen Da auch hier am Rand Finde ich irgendwie cool Die sind bei Schokosumpf Glaube ich auch Gegenverkehr und Bombautos Wäre noch schön gewesen Ne Auf dem DS war das halt nicht Weil da gab es dieses Gimmick nicht Aber sowas kann man gerne Mal hinzufügen Definitiv So die waren ja in allen Verkehrsstrecken Alle Pilzstrecken Todstrecken So Außer Todshafen Ja es gibt die Bombenautos In Malkart 8 halt nicht Ja true Hoffentlich kommt die mal zurück Irgendwie passt der Kleene Look da aber auch Finde ich auch Also jetzt hier bei der Wolkenstrecke Ne das finde ich nicht Die finde ich irgendwie seltsam Dieses Wabernde hier Sieht auch nicht aus wie Wolken Sondern irgendwie so wie Schokokus oder so Sieht Äh Er sieht aus wie so ein Marshmallow der gerade Der fast schon Ins Feuer fällt So der von deinem Stab runter rutscht Weil er schon so flüssig ist Aber nicht wie Wolken Oh nein Jetzt kriege ich Hunger Oh das war eine viel zu Leckere Beschreibung Marshmallow der fast runterfällt Geil Ne hier ist weird true Jaja Aber bei Pilzpass Bei Schokosumpf Ist der Look in Ordnung Könnt besser sein Aber Ist Sieht cool aus Irgendwie Ist nicht mal Cut 8 Aber ist Stimmig Das klingt aber doch gut Mega Ich meine nur Es sieht nicht aus Also Sieht nicht gut aus Außer das sollen Marshmallows sein Aber es sieht nicht aus Wie Wie halt zum Beispiel Wolkenstraße Oder die Ja die Wolken bei Ähm Bei Donut Plains Sind jetzt nicht wirklich Vorhanden Also man konnte die nicht so Okay Nämlich Man konnte nicht so direkt Durchfahren wie hier Aber Das sieht irgendwie Einfach seltsam aus Oder so wie Wie Trockeneis Also Irgendwas daran Dass das nicht so bewegt Finde ich Seltsam Aber es gibt Es gibt schlimmeres So Ich fahre die aber auch Nicht so gern Bin ich ehrlich Also ich liebe Wolkenstraße Deswegen ist das hier Für mich einfach nur Ein Downgrade Das ist so Was ist das hier überhaupt Welche ist das Ich erkenne nicht mal Welche da geremakt wurde Weil sie so Okay Ehrlich gesagt Erkenne ich das bei der Ach ne das ist ja auch Kein Remake Ja das ist ja eine eigene Okay Ist das die die wir Auf dem DS auch schon Gespielt haben Die hier Oder gibt es noch eine andere GBA Wolken Dings Ja aber gibt es da nicht zwei Ich finde es also Vom Vom Layout her Habe ich die Null Wiedererkannt Die vom DS Und die hier Weil ich auch Wahrscheinlich wieder Nicht drauf achte Wie der Streckenverlauf ist So aber Ja Die die auf dem DS war Okay Hätte ich nicht Hätte ich nicht sagen können Die sieht halt null aus Wie ihr vorbild Ja 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 die müsste Angepasst sein an Wolkenstraße auf In Malkat 8 Es ist aber halt Wolkenstraße aus Malkatur So Und das Haben wir jetzt oft genug Glaube ich Hat jeder Streamer Jeder Influencer Jeder Nintendo Creator Schon durchgekaut Sie machen Spaß zu fahren Aber der Look Ist halt Fucking Wack Im Vergleich zum Base Game Aber es ist nicht Also meiner Meinung nach Überhaupt nicht schlimm Dass sie existieren Weil besser als gar nicht so Und eine schöne Möglichkeit Um die Tourstrecken Mal zu fahren Weil ich hätte Tour eh nicht gespielt Und dass sie dann hier sind Ist irgendwie nice Und das nächste Malkat Wird eh Alle Strecken Also auch Kokospromenade Und so denke ich In Erwägung ziehen Die nochmal Komplett zum Remaken Also es ist jetzt auch nicht so Als wären die dann so weg So Nein Ich hätte Kokospromenade So gerne auf dem Niveau Von Malkat 8 gesehen Also hätte ich natürlich Aber Ich bin mir ziemlich sicher Die setzen sich jetzt nicht hin Und machen nochmal Richtig geilen DLC Für fucking Malkat 8 Sondern Die arbeiten mit Hochdruck Am nächsten Trail Und das auch schon sehr lange Weil sie zu denken Oh wir brauchen irgendwie Den noch nicht rausbringen Beziehungsweise Wir wissen noch gar nicht Für welche Plattform Oder irgendwas Also Wenn es nicht mal Kein 8 ist Dann muss Dieses Team ja auf jeden Fall In irgendwas sitzen Das ist ja so das Main Kompetente Entwicklerteam Alter Wie viele Pilze Wollten gerade droppen Jeder hatte drei Pilze hier Also irgendwas müssen wir haben Und wenn es nicht Dieser DLC ist Dann ist es auch Selbstverständlich irgendwie Nach so vielen Jahren Plötzlich doch nochmal So Komplett Überarbeiteten Überarbeiteten Guten Ausgetüfteten Ausgetüfteten Hübschen DLC Den könnte man auch Einfach nicht so Wäre das jetzt so Hätten alle gesagt Mach doch mal Cut 9 Nenn das doch mal Cut 9 So kann man wenigstens sagen Ja ja Das Das wäre jetzt Als DLC Das funktioniert auch nur als DLC Wenn es jetzt nochmal 48 Strecken Die wirklich so geil aussehen Wie das Original Wie mal cut 8 gemacht Da hätte man echt gesagt Äh Mal cut 9 vielleicht Beziehungsweise mal cut x Mal cut 9 ist halt Tour Und mal cut 10 ist Home circuit Aber Nicht wirklich Das sind nur so halbe Mario Cards Man Die können auf jeden Fall glaube ich Jetzt nicht mehr Nummerieren Oh mein Gott I'm fucking Ist mir gar nicht aufgefallen Das ist schon die letzte Von dem Cup gewesen Ich bin durch Ich hab's getan Ich hoffe Philipp wacht noch nicht auf Ich bin gerade sehr laut Aber Hypers Das war es jetzt wirklich Das war der gesamte Das waren alle Mario Kart Cups Der 3D Teile Das waren alle relevanten Mario Karts Meines Lebens Auf jeden Fall Just Gamer Things Durchhaltevermögen Schöner Stream Genauso habe ich mir das auch vorgestellt So einen richtigen Kracher So einen Banger einfach machen Sobald ich in der neuen Wohnung bin Richtiger Sonntags Stream 100 Leute immer noch Um 4 Uhr morgens Ihr seid einfach bescheuert Vielen, vielen Dank Fürs Reinschauen Ich genieße diesen Pokal Jetzt aber auf anderem Level Heute war wirklich mega Ich bedanke mich Und wünsche allen Eine angenehme Nacht Ich bedanke mich Noch mal dreimal so doll Vielen, vielen, vielen Dank Fürs Dabeisein Für die Krasse Unterstützung wieder Für coole Themen Coole Gespräche Coole Coole Menschen Die mich einfach hier begleiten Und nice Takes haben Witziges Witzigen Stuff schreiben Die das einfach zu einer richtig unterhaltsamen Sache Mit mir zusammen gestalten Ihr alle Aber auch die Die Lurker Shoutouts an euch Schlaft gut Gönnt euch Diesen Schlaf Oder viel Spaß auf der Arbeit Wenn ihr durchgemacht habt Oder so Wunderschönen Start in die Woche Bis zum Donnerstag 13 Stunden Und ähm Lasst gerne ein Follow da Wenn ihr neu seid Was sag ich sonst immer noch Lebt euren Traum Schlaft gut Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020